ist eine librivoxaufnahme alle librivoxaufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es auf librivox.org gelesen von katharina winnetou 3 von karl may erstes kapitel an der großen westbahn teil 1 ich hatte seit dem frühen morgen eine tüchtige strecke zurückgelegt jetzt fühlte ich mich einigermaßen ermüdet und von den kräftigen strahlen der hoch im zenit stehenden sonne belästigt daher beschloss ich rast zu halten und mein mittagsmahl zu mir zu nehmen die prärie dehnte sich eine bodenwelle nach der anderen bildend in unendlicher weite vor mir aus seit fünf tagen wo unsere gesellschaft durch einen zahlreichen trupp ogalallas zersprengt worden war hatte ich weder ein nennenswertes tier noch die spur eines menschen bemerkt und begann nun endlich mich nach irgendeinem vernünftigen wesen zu sehnen an welchem ich erproben konnte ob mir nicht vielleicht infolge des lange anhaltenden schweigens die sprache verloren gegangen sei einen bach oder ein sonstiges wasser gab es hier nicht wald oder buschwerk ebenso wenig ich brauchte also nicht lange zu wählen und konnte halt machen wo es mir eben beliebte ich sprang in einem valentale zur erde hobbelte meinen mustang an nahm ihm die decke ab und stieg die kleine bodenerhebung empor um mich dort niederzulassen das pferd musste unten bleiben damit es im falle einer feindlichen annäherung nicht bemerkt würde ich selbst aber musste den erhöhten punkt wählen um die gegend überblicken zu können während es nicht gleich möglich war mich zu sehen wenn ich mich auf den boden legte ich hatte gute gründe vorsichtig zu sein wir waren in einer gesellschaft von zwölf männern vom ufer des platte aufgebrochen um im osten der felsenberge hinab zu gehen nach texas zu derselben zeit hatten die verschiedenen stämme der sioks ihre lagerdörfer verlassen weil einige ihrer krieger getötet worden waren und sie nun rache nehmen wollten wir wussten dies fielen aber trotz aller liste in ihre hände und wurden nach einem harten blutigen kampfe in welchem fünf von uns das leben ließen nach allen richtungen über die prärie zerstreut da die insmen aus unserer fährte die wir nicht ganz zu wischen vermochten wohl ersehen hatten dass wir nach süden gingen so war mit sicherheit anzunehmen dass sie uns folgen würden es galt also die augen offen zu halten wenn man nicht das glück haben wollte sich eines abends in die decke zu wickeln und am morgen dann ohne skalb in den ewigen jagdgründen zu erwachen ich legte mich nieder langte ein stück getrocknetes büffelfleisch hervor rieb es anstatt des salzes mit schießpulver ein und versuchte es mit den zähnen in einen zustand zu bringen welcher es mir ermöglichte die lederharte substanz in den magen zu befördern dann nahm ich eine von meinen selbstgefertigten steckte sie mit hilfe des punks im brand und blies rauchfiguren mit einem behagen als sei ich ein virginischer pflanzer und rauche die mit glanzhandschuhen ausgezupften herzblätter des besten goosefoot noch nicht lange hatte ich so auf meiner decke gelegen als ich zufälligerweise hinter mich blicken einen punkt am horizonte bemerkte welcher sich in einem spitzen winkel mit der von mir verfolgten richtung grad auf mich zubewegte ich schlüpfte von der erhöhung so weit nieder daß mein leib durch dieselbe vollständig gedeckt wurde und beobachtete die erscheinung in welcher ich nach und nach einen reiter erkannte welcher nach indianerart weit vornüber auf dem pferde hing als ich ihn zuerst bemerkte war er wohl anderthalb englische meilen von mir entfernt sein pferd ging in einem so langsamen schlenderschritt daß es beinahe eine halbe stunde brauchte um eine meile zurückzulegen wieder hinaus in die ferne blickend aus welcher er kam bemerkte ich zu meiner überraschung noch vier punkte welche sich ganz genau auf seiner fährte fortbewegten das musste meine aufmerksamkeit in hohem grade erregen der erste reiter war ein weißer wie ich jetzt an der kleidung untrüglich erkannte waren die anderen vielleicht indianer welche ihn verfolgten ich zog mein fernrohr hervor ich hatte mich nicht geirrt sie kamen näher und ich konnte durch die gläser sehr deutlich an ihrer bewaffnung und tätowierung erkennen daß sie zu den oglalas dem kriegerischsten und grausamsten stamme der sioks gehörten sie waren außerordentlich gut beritten während das pferd des weißen ein sehr gewöhnliches tier zu sein schien er war mir jetzt so nah gekommen dass ich ihn bis in das einzelste betrachten konnte er war von kleiner sehr hagerer statur und trug auf dem kopf einen alten filzhut dem die krempe vollständig fehlte ein umstand der in der prärie nicht auffallen konnte hier aber einen mangel hervorhob der mir höchst auffällig erscheinen musste der mann hatte nämlich keine ohren die stelle an welcher sie sich befinden sollten zeigten die spuren einer gewalttätigen behandlung sie waren ihm jedenfalls abgeschnitten worden um die schulter hing ihm eine ungeheure decke welche den oberleib vollständig verhüllte und kaum die hageren beine erkennen ließ die in einem paar so eigentümlicher stiefel steckten dass man drüben in europa über dieselben gelacht hätte sie bestanden nämlich in derjenigen sorte von fußbekleidung wie sie die gauchos in südamerika zu fertigen und zu tragen pflegen man zieht von einem enthuften pferdefuße die haut ab steckt wenn sie noch warm ist das bein hinein und lässt sie an demselben erkalten die haut legt sich eng und fest an fuß und unterbein und bildet so eine vertreffliche fußbekleidung welche allerdings die eigentümlichkeit hat dass man mit derselben auf seinen eigenen sohlen geht am sattel hatte er ein ding hängen welches jedenfalls eine büchse sein sollte er aber einem knittel ähnlich sah wie man ihn zufällig im walde findet sein pferd war eine alte hoch oder vielmehr kamelbeinige stute welcher der schwanz vollständig fehlte ihr kopf war unverhältnismäßig groß und die ohren besaßen eine länge über welche man hätte erschrecken können das tier sah aus als sei es aus verschiedenen körperteilen vom pferd esel und drömeda zusammengesetzt hing beim laufen den kopf tief zur erde und ließ dabei die ohren wie ein neunfundenländer wasserhund hart am kopf herabfallen wie wenn sie ihm zu schwer wären unter anderen verhältnissen oder als neuling hätte man über reiter und pferd wohl lachen müssen mir aber kam der mann trotz der sonderbarkeit seines äußeren doch vor wie einer jener westmänner welche man erst kennenlernen muss um ihren wert zu beurteilen er hatte wohl keine ahnung dass vier von den fürchterlichsten feinden des präerjägers ihm so nahe seien sonst hätte er nicht so langsam und sorglos seinen weg verfolgt und sich doch zuweilen nach ihnen umgeschaut er war jetzt bis auf hundert schritte herbeigekommen und hatte meine pferde erreicht wer sie eher bemerkte er oder sein pferd das vermochte ich nicht zu sagen aber ich sah ganz deutlich dass die stute von selbst stehen blieb den kopf noch tiefer als vorher zur erde senkte mit den augen nach den fußspuren meines mustangs schielte und dabei überaus lebhaft mit den langen ohren wedelte welche bald auf und bald niederwärts gingen und sich bald vor bald rückwärts legten dass es aussah als ob sie von einer unsichtbaren hand aus dem kopfe gedreht werden sollten der reiter wollte absteigen um die fährte genau zu untersuchen dabei hätte er unnützerweise die so kostbare zeit verloren und daher kam ich ihn durch meinen ruf zuvor hallo hedermann haltet euch unten und kommt doch einmal ein wenig näher heran ich hatte meine stellung so verändert dass er mich sehen konnte auch seine stute hob den kopf legte die ohren steif nach vorn als wollte sie meinen anruf wie einen ball auffangen und wedelte dabei emsig mit dem kurzen nackten schwanz stumpfe hallo master antwortete er nehmt ein andermal eure stimme in acht und brüllt ein wenig leiser auf dieser alten wiese hier weiß man niemals richtig ob es nicht vielleicht hier oder da ohren gibt die nichts zu hören brauchen komm tony die stute setzte auf diesen zuruf ihre unendlichen beine in bewegung und blieb dann ganz von selbst bei meinem mustang stehen dem sie nach einem hochmütigen und maliziösen blick denjenigen körperteil zukehrte den man bei einem schiffe den stern zu nennen pflegt sie war wohl eines jener reittiere welche wie sie in der prärie nicht selten vorkommen nur für ihren herrn leben jedem anderen aber sich so widerspenstig zeigen dass sie für ihn unbrauchbar sind weiß ganz genau wie laut ich reden darf gab ich ihm zur antwort woher kommt ihr und wohin wollt ihr master das geht euch verteufelt wenig an entgegnete er meint ihr sehr übermäßig höflich seid ihr nicht master dies zeugnis kann ich euch schon jetzt mit gutem gewissen geben obgleich ich kaum zwei worte mit euch gesprochen habe doch will ich euch aufrichtig gestehen dass ich gewohnt bin eine antwort zu erhalten wenn ich frage hm ja ihr scheint mir allerdings ein sehr vornehmer gentleman zu sein meinte er mit einem geringschätzigen blick auf mich daher werde ich euch sogleich die verlangte auskunft geben er winkte rückwärts und dann vorwärts ich komme von daher und will dorthin der mann begann mir zu gefallen jedenfalls hielt er mich für einen von seiner gesellschaft abgekommenen sonntagsjäger der echte westmann gibt auf sein äußeres nicht und hegt eine offen gezeigte abneigung gegen alles was sauber ist wer sich jahrelang im wilden westen umhertreibt ist in beziehung auf seinen habitus nicht salonfähig und vermutet in jedem der sich propre trägt einen greenbill dem nichts rechtes zuzutrauen ist ich hatte mich droben in fort wilfers mit neuer kleidung versehen und war von jeher gewohnt meine waffen blank zu halten zwei umstände welche nicht geeignet waren mich in den augen eines savannenläufer als vollgültig erscheinen zu lassen daher nahm ich das kurz angebundene wesen des fremden männchens nicht übel und antwortete nun ebenso wie er nach vorwärtsdeutend so macht dass ihr dorthin kommt nehmt euch aber vor den vier indianern in acht welche sich da hinten auf eurer fährte halten ihr habt sie wohl noch gar nicht bemerkt er fixierte mich aus den hellen scharfen äugler mit einem blick in welchem sich erstaunen und belustigung zugleich kundgaben nicht bemerkt hihihihi vier insmen hinter mir her und ich sie nicht bemerken ihr scheint mir zum beispiel ein sonderbarer kauz zu sein die guten leute sind bereits seit heute früh hinter mir her ich aber brauche mich nach ihnen gar nicht umzusehen denn man kennt ja die weise dieser roten mischschuhe sie werden sich in gehöriger entfernung halten solange es tag ist und mich dann beschleichen wenn ich mir irgendwo einen lagerplatz gesucht habe aber sie sollen sich zum beispiel sehr verrechnet haben denn ich werde ihnen einen ring schlagen der mich in ihren rücken bringt ich hatte nur bisher kein passendes terrein dazu hier zwischen diesen wellen kann ich es endlich tun und wenn ihr lernen und sehen wollt wie ein alter westmann es einrichtet sich an die redmen zu bringen so dürft ihr nur hier bleiben und zehn minuten warten werdet es aber wohl bleiben lassen denn ein mann eures schlages pflegt zum beispiel verteufelt wenig lust zu haben eine portion indianer parfüm einzuschnuppern komm on tony ohne sich weiter um mich zu bekümmern ritt er davon und war bereits nach einer halben minute samt seiner famosen stute zwischen den bodenerhebungen verschwunden sein plan war mir sehr verständlich denn ich an seiner stelle hätte einen ähnlichen gedanken ausgeführt er wollte einen bogen reiten der ihn hinter seine verfolger brachte denen er sich nähern musste noch ehe sie aus der veränderten richtung auf seine taktik schließen konnten um diesen zweck zu erreichen durfte er sich natürlich nur in den wellentälern halten und besser war es wenn er sich nicht hinter die insmen brachte sondern den bogen so kurz schlug dass sie an ihm vorüber mussten sie hatten ihn bisher genau beobachten können wussten also wie weit sie ihn vor sich hatten und konnten nicht vermuten dass er ihnen wieder nahe sei es war vier gegen einen und die möglichkeit lag vor dass ich in die lage kommen konnte meine waffen zu gebrauchen ich untersuchte sie daher und erwartete dann den verlauf der dinge die indianer kamen jeden augenblick näher immer einer hinter dem anderen sie hatten beinahe die stelle erreicht an welcher die spur des kleinen mit der meinigen zusammen lief als der forderste von ihnen sein pferd anhielt und sich zurück wandte es schien sie doch zu befremden dass der von ihnen verfolgte weiße nicht mehr zu sehen war sie hielten eine kurze beratung während welcher sie eng beisammen blieben mit einer kugel meines bären töters konnte ich sie bereits erreichen aber das war gar nicht nötig denn jetzt krachte ein schuss und in der nächsten sekunde ein zweiter zwei indianer sackten tot von ihren pferden und zu gleicher zeit ertönte ein lauter triumphierender ruf er scholl es in jenem kehllaute in welchem der schlachtruf der indianer ausgestoßen wird aber nicht ein indianer ließ ihn hören sondern der kleine jäger welcher aus einer nahen talrinne auftauchte er hatte seinen vorsatz ausgeführt war hinter mir verschwunden und vor mir wieder zu sehen er tat als ob er nach seinen beiden schüssen fliehen wolle seine stute schien jetzt auf einmal ein ganz anderes wesen geworden zu sein sie warf die beine auseinander das der rasen krachte der kopf mit den enthusiastisch gespitzten ohren lag tief im genick und jede sehne jede faser schien angespannt zu sein reiter und pferd waren wie verwachsen miteinander der erstere schwang sein gewehr und lud es um galopp mit einer sicherheit welche darauf schließen ließ dass er sich nicht das erste mal in einer solchen lage befand hinter ihm knatterten zwei schüsse die beiden indianer hatten auf ihn abgedrückt aber keine kugel traf ihn die insmen stießen ein wutgeheul aus griffen zu den tomahags und springten hinter ihm her er hatte sich bisher noch gar nicht nach ihnen umgesehen jetzt aber war er mit dem laden fertig und riss sein pferd herum es war als ob das tier die entschlüsse seines reiters mitdächte es hielt streckte sich und stand dann bewegungslos wie ein särgebock er nahm das gewehr empor und zielte kurz in den nächsten augenblicken blitzte es zweimal auf ohne dass die stute zuckte die beiden insmen waren durch die köpfe getroffen ich hatte bisher im anschlage gelegen aber nicht losgedrückt da der kleine meiner hilfe nicht bedurfte jetzt war er vom pferde gestiegen um die gefallenen zu untersuchen und ich ging zu ihm heran nun sir wisst ihr jetzt zum beispiel wie man diesen roten halunken einen ring schlägt hey fragte er mich thank you master ich sehe daß man bei euch etwas lernen kann mein lächeln mußte ihm denn doch etwas zweideutig erscheinen er blickte mich scharf an und meinte dann oder wäret etwa auch ihr auf einen solchen gedanken gekommen ein ring war gerade nicht notwendig bei diesem terrein wo man sich in den wellentälern unsichtbar machen kann genügt es sich auf einen großen vorsprung dem feinde zu zeigen und dann reitet man einfach auf der eigenen spur zurück der ring ist weit angemessener für die ebene und offene prärie schaut wo ihr das alles her haben mögt wer seid ihr denn eigentlich hey ich schreibe bücher ihr schreibt bücher er trat erstaunt einen schritt zurück und zog ein halb bedenkliches halb mitleidiges gesicht seid ihr krank sir er deutete dabei nach der stirn so dass ich ganz genau wissen konnte welche krankheit er im sinne habe nein antwortete ich nicht so kann euch vielleicht ein bär begreifen ich aber nicht ich schieße mir einen büffel weil ich essen muss aus welchem guten grunde schreibt ihr denn eure bücher damit sie gelesen werden sir nehmt es mir nicht übel aber das ist ja die allergrößte dummheit die sich ausdenken lässt wer bücher lesen will mag sie sich selbst schreiben und das muss ja zum beispiel jedes kind einsehen ich schieße mein fleisch ja auch nicht für andere also hm ja ein bookmaker seid ihr aber wozu kommt ihr da an die savanne hä wollt ihr etwa hier zum beispiel bücher schreiben das tue ich erst wenn ich wieder daheim bin dann erzähle ich alles was ich erlebt und gesehen habe und viele tausenden von leuten lesen es und wissen dann sehr genau wie es in der savanne zugeht ohne dass sie nötig haben selbst in die prärie zu gehen so erzählt ihr wohl auch von mir versteht sich er fuhr noch einen schritt weiter zurück dann trat er hart an mich heran legte die rechte an den griff seines bovi messers die linke an meinen arm und sagte sir dort steht euer pferd hängt euch hinauf und macht dass ihr weiterkommt wenn ihr nicht wollt dass euch einige zoll kaltes spitzes eisen zwischen die rippen schleichen bei euch dürfte man ja kein wort sprechen und keinen arm bewegen ohne dass es alle welt erfährt hole euch dieser und jener trollt euch schleunigst von dannen der kleine mann reichte mir gerade bis an die schulter und dennoch war es ihm in seiner drohung ernst was mich innerlich natürlich belustigte ohne dass ich es mir merken ließ ich verspreche euch nur gutes von euch zu schreiben sagte ich ihr geht ich habe es gesagt und dabei muss es bleiben so gebe ich euch mein wort das ich gar nicht über euch schreiben will gilt nichts wer sich hinsetzt um für andere leute bücher zu machen der ist verrückt und ein verrückter wird sein wort nie halten also vorwärts man sonst läuft mir zum beispiel die galle in die finger und ich tue etwas was euch nicht angenehm ist was könnte das wohl sein das würdet ihr gleich sehen ich sah ihm lächelnd in die zornig funkelnden augen und sagte ruhig nun so lasst es einmal sehen da schau her wie gefällt euch diese klinge nicht übel das will ich euch beweisen im nu hatte ich ihn gepackt riß ihm die arme nach hinten steckte zwischen dieselben und seinen rücken meinen linken arm hindurch preßte sie fest an mich und legte ihm dann meine rechte so fest um sein handgelenk daß er mit einem schmerzensrufe das messer fallen ließ dieser unerwartete überfall hatte den kleinen mann so perplex gemacht daß ihm der riemen meines kugelbeutels die hände auf dem rücken zusammenschnürrte noch ehe er eine bewegung des widerstands unternommen hatte all devils rief er was fällt euch ein was wollt ihr denn zum beispiel mit mir machen hallo master nehmt eure stimme in acht und brüllt ein wenig leiser antwortete ich ihm mit seinen eigenen früheren worten auf dieser alten wiese weiß man niemals richtig ob es nicht vielleicht hier oder da ohren gibt die nichts zu hören brauchen ich ließ ihn los und hatte mit einer raschen bemägung dann das messer und auch die büchse ergriffen welche er vorhin bei der untersuchung der toten weggelegt hatte er versuchte die hände loszureißen die anstrengung trieb ihm das blut ins gesicht aber es gelang ihm nicht die festigkeit des riemens zu überwinden lasst das sein master ihr kommt doch nicht eher frei als ich es will riet ich ihm ich will euch nämlich nur beweisen dass ein bookmaker stets gewohnt ist mit leuten so zu sprechen wie sie mit ihm reden ihr zog das messer gegen mich ohne dass ich euch beleidigt oder sonst geschädigt hatte und seid mir nach den gesetzen der servanne so verfallen dass ich mit euch tun kann was mir beliebt kein mensch kann mir etwas sagen wenn ich es jetzt so einzurichten suche daß dieses kalte spitze eisen sich zwischen eure rippen schleicht statt zwischen die meinigen wie ihr vorhin wolltet stoß zu mann antwortete er finster es ist mir ganz recht wenn ihr mich auslöscht denn die schande von einem einzigen menschen auge in auge und am hellen tage überwunden und gebunden worden zu sein ohne daß ich ihm ein einziges haar gekrümmt habe die mag sans ihr nicht überleben sans ihr ihr seid sans ihr rief ich ich hatte viel sehr viel von diesem berühmten westmann gehört welchen noch kein mensch in der gesellschaft eines anderen gesehen hatte weil er keinen für würdig hielt sich ihm anzuschließen er hatte vor langen jahren bei den navajos seine ohren gelassen und trug daher den eigentümlicherweise aus zwei sprachen zusammengesetzten namen onor unter welchem er bekannt war soweit die savanne reichte und noch darüber hinaus er schwieg auf meine frage und erst als ich sie wiederholt hatte antwortete er mein name geht euch nichts an habe ich einen schlechten so ist er es nicht wert genannt zu werden und habe ich einen guten so hätte er es verdient dass ich ihn vor der jetzigen schande bewahre ich trat auf ihn zu und löste seine fessel hier habt ihr euer messer und eure büchse ihr seid frei geht wohin es euch beliebt macht keinen dummen spaß kann ich die schande hier lassen von einem greenhorn besiegt worden zu sein wenn es ein richtiger kerl gewesen wäre wie der rote winnetou der lange haller oder gar ein pfadfinder wie old firehand und non shatterhand ja dann dann der alte tat mir leid mein kubbein wirklich zu herzen gegangen und es war mir lieb dass ich ihn trösten konnte denn er hatte eben jetzt den namen genannt unter welchen ich am lagerfeuer der weißen und in den wigwams der indianer bekannt geworden war ein greenhorn fragte ich glaubt ihr wirklich dass ein neuling es vermag dem wackeren suns ihr einen solchen streich zu spielen was seid ihr anders ihr seht ja aus als kämmt ihr direkt aus einem schneiderladen und eure waffen sind so schön blank geputzt wie man sie für den maskenball herrichtet aber sie sind gut das sollt ihr einmal sehen passt scharf auf ich nahm einen losen stein von der doppelten größe eines dollarstückes von der erde auf warf ihn hoch in die luft legte schnell an und in dem augenblick in welchen ihn die kräfte des wurfes und der anziehung den höchsten punkt erreichen ließen und er bewegungslos in der luft zu schweben schien traf ihn meine kugel die noch höher trieb ich hatte früher zu meiner übung diesen schuss viele hundert male versucht ehe er mir gelang es war kein besonderes meisterstück der kleine aber sah mich mit ein paar augen an in denen ich fast den ausdruck der bestürzung zu erkennen glaubte heavens war das ein schuss gelingt er immer neunzehn male unter zwanzig ja dann seid ihr ja einer den man suchen muss wie lautet denn zum beispiel euer name old chatterhand nicht möglich old chatterhand muss viel viel älter sein als ihr sonst würde man ihn nicht den alten schmetterhand nennen ihr vergesst dass das wort old sehr oft anders gebraucht wird als zur bezeichnung des alters richtig aber nehmt mir's nicht übel sir old chatterhand hat einmal unter einem grizzlybeeren gelegen der ihn im schlafe überraschte und ihm das ganze fleisch von der schulter bis über die rippe hinunter zog er hat sich den streifen rumsteak zwar glücklich wieder aufgeleimt aber die narbe muss doch zum beispiel noch recht gut zu sehen sein ich öffnete meinen büffelrock und das darunter befindliche weiße hier schledernde jagd hermt schaut her potzalle wetter hat euch der kerl zugerichtet da müssen ja alle 68 grippen blank am tage gelegen haben so war es beinahe auch es geschah unten am red river und ich lag mit dieser fürchterlichen wunde zwei wochen lang neben dem bären am flusse nur auf mich selbst angewiesen bis mich winnetou der apachen häuptling fand dessen namen ihr vorhin genannt habt so seid ihr also doch old chatterhand hm ich will euch einmal etwas sagen glaubt ihr dass ich zum beispiel ein ganz entsetzlicher dummkopf bin nein das glaube ich nicht ihr habt ihr nur den irrtum begangen mich für ein greenhorn zu halten weiter nichts von einem neuling konntet ihr keinen solchen angriff erwarten sans ihr ist nur durch überraschung zu besiegen oho bei euch bedarf es wie es scheint keiner überraschung es wird wohl wenige männer geben die eure büffelstärke besitzen von euch überrumpelt zu werden ist keine schande mein richtiger name ist eigentlich sam harfield und wenn ihr mir einen gefallen tun wollt so nennt ihr mich sam und ihr mich charlie wie alle meine freunde hier habt ihr meine hand top so mag es sein sir der alte sam ist nicht der mann der jedem gleich die finger drücken mag bei euch jedoch schlage ich augenblicklich ein aber ich bitte euch macht es gnädig dass ihr mir nicht etwa die hand zu pudding quetscht ich brauche sie weiter keine angst sam diese hand soll mir noch manchen gefallen erweisen ebenso wie die meinige bereit ist euch zu dienen aber jetzt darf ich wohl meine erste frage zum zweiten male aussprechen woher des wegs in wohin ich komme gerade jetzt ein wenig von kanada herunter wo ich den lumberstrikers gesellschaft geleistet habe und will nun zum beispiel hinein in das texas und mexico wo es so viele schufte geben soll dass einem das herz lacht bei dem gedanken an die kugeln und messerstiche welche man zu erwarten hat das ist ja ganz mein weg auch ich will nach texas und kalifornien und dabei kann es mir sehr gleich sein ob ich einen kleinen seitenweg über mexiko einschlage darf ich mit ob ihr dürft na und ob ihr seid bereits da unten im süden gewesen und also just der richtige mann den ich brauche aber sagt mir nun einmal im ernste macht ihr wirklich bücher ja hm wenn das old shatterhand tut so muß es doch anders sein als ich es mir gedacht habe ich aber sage euch ich will lieber unversehenerweise und rücklings in eine bärenhöhle stürzen als eine feder in die tinte stopfen ich brächte all mein leben lang das erste wort nicht fertig nun aber sagt mir einmal wie die insmen hier in diese gegend kommen es sind orgelalas vor denen man sich schon in acht nehmen darf ich erzählte ihm was ich wußte hm machte er dann so wird es geraten sein nicht hier anzuwachsen ich traf gestern auf eine fährte vor welcher man respekt haben muss ich zählte wenigstens sechzig pferde die vier burschen hier müssen zu der truppe gehören und sind wohl aus streifpatrouille ausgeschickt worden wart ihr schon einmal hier nein ungefähr zwanzig meilen westlich von hier wird die prärie vollständig eben und noch zehn meilen weiter gibt es ein wasser nach welchem sich die insmen gezogen haben werden um ihre pferde zu tränken wir gehen ihnen natürlich aus dem wege und halten lieber grad nach süden zu obgleich wir da erst morgen nachmittag auf wasser stoßen wenn wir bald aufbrechen kommen wir heute noch vor nacht an die bahn welche sie aus den staaten hinüber nach den westlanden gebaut haben und wenn wir grad die richtige zeit treffen so können wir uns den spaß machen einen zug zu sehen der zum beispiel an uns vorüber geht ich bin zum aufbruch bereit aber was tun wir mit den leichen was wir mit ihnen tun nicht viel wir lassen sie hier liegen vorher aber will ich ihnen die ohren nehmen wir müssen sie vergraben denn wenn man sie findet ist unsere anwesenheit verraten man soll sie finden charlie das will ich eben er trug die toten indianer auf die spitze eines wellenhügels legte sie nebeneinander schnitt ihnen die ohren ab und gab sie ihnen in die hände so charlie man wird sie finden und sogleich wissen dass sans ear hier gewesen ist ich sage euch es ist ein ganz miserables gefühl wenn es einen im winter an die ohren frieren will und man hat doch keine mehr ich war einst so ungeschickt mich von den roten fangen zu lassen ich hatte mehrere von ihnen getötet einem aber nur das ohr herabgehauen statt ihn mit dem tomahawk richtig zu treffen zum spotte dafür schnitten sie mir die ohren ab ehe es mir an das leben gehen sollte die ohren haben sie das leben aber nicht denn sam horfield machte sich ganz unerwartet auf und davon für meine zwei ohren aber na da zählt einmal hier er nahm seine büchse vor und zeigte mir gelassen die zahlreichen kerben welche er in dieselbe eingeschnitten hatte jede kerbe hat einem feindlichen insme das leben gekostet jetzt kommen vier kerben dazu er machte die vier neuen einschnitte und fuhr dann fort das sind lauter rote hier oben sind acht kerben auf weiße die meine kugel gekostet haben warum das werde ich euch schon einmal erzählen ich habe nur noch zwei zu suchen das sind vater und sohn die größten schurken die es auf gottesweiter erde geben kann habe ich diese gefunden so ist mein tagewerk vollbracht seine augen glänzten auf einmal furcht und über sein verwettertes gesicht ging ein zug von wehmut rührung und liebe ich ahnte dass das herz des alten jägers einst wohl auch seine rechte geltend gemacht hatte vielleicht hatte auch ihn wie so manchen anderen der schmerz oder die rache dem rauen leben der wildnis in die arme geworfen denn der echte präriejäger weiß nichts mehr von dem erhabenen gebot liebet eure feinde er hatte seine büchse wieder geladen sie war eines jener furchtbaren schießeisen wie man sie in der prärie nicht selten findet der schaft hat seine ursprüngliche form verloren kerbe sitzt an kerbe schnitt an schnitt jedes einzelne dieser zeichen erinnert an den tod eines feindes der lauf ist mit dickem roste bedeckt scheint sich gezogen zu haben und kein fremder vermag auch nur einen leidlichen schuss daraus abzugeben in der hand des besitzers aber ist eine solche büchse unfehlbar er ist seit lebenszeit auf sie eingeübt kennt alle ihre vorzüge alle ihre tücken und gebrechen und wenn er eine kugel hinab stößt auf das pulver so wettet er leben und seligkeit dass sie ihr ziel erreicht tony rief der kleine die stute hatte bisher in der nähe gegrast auf diesen ruf kam sie herbeigesprungen und stellte sich so bequem neben ihn daß sie nur den arm zu erheben brauchte um sich aufzuschwingen sam ihr habt da ein ganz vorzügliches pferd wer es zum ersten mal sieht mag keinen dollar bieten wer es aber beobachtet der bemerkt bald dass es euch für tausend sovereigns nicht feil ist tausend pscha sagt eine millionen ich kenne da droben in den felsbergen adern aus denen ich das gold schiffelweise herausnehmen könnte und wenn ich einmal einen treffe der es verdient dass ihn sam horfield von herzen liebt hat dem werde ich diese placers zeigen für geld also brauche ich meine tony nicht wegzugeben ich will euch nur so viel sagen charlie der welchen sie jetzt sans ihr nennen der war eines schönen tages ein ganz anderer kerl als heute voll glück und ohne wie der tag vor licht und das meer voller tropfen er war ein junger farmer und hatte ein weib für welches er tausend leben geopfert hätte und ein kind welches ihm zehntausend leben wert war das weib hatte er einst auf seiner besten stute heimgeholt die tony hieß und als nachher die stute ein füllen brachte gesund munter und klug wie selten ein geschöpf warum sollte es nicht auch tony heißen wie seine mutter habe ich nicht recht charlie ja antwortete ich tief gerührt über die kindlichkeit des gemütes welches jetzt aus der so unerwartet sich öffnenden rauen hülle zu mir sprach well dann kamen die zehn von denen ich euch vorhin sagte es war eine bande bushheaders welche die gegend damals unsicher machten sie verbrannten meine farm töteten mein weib und kind erschossen meine stute die sie nicht gebrauchen konnten weil sie keinen fremden trug und nur das füllen entkam weil es sich zufälligerweise verlaufen hatte ich kam von der jagd zurück und fand das tier als einzigen zeugen meines glückes was soll ich euch weiter erzählen acht von den schuften sind gefallen gefallen durch meine hand durch kugeln aus dieser büchse die beiden letzten werden auch noch mein denn wessen fährte der alte sans ihr betritt der mag laufen bis zu den mongolen hinüber er entkommt ihm nicht gerade deshalb will ich ja nach texas und mexiko hinunter aus dem jungen munteren farmer ist ein grauer wald und prärieläufer geworden der nur auf blut und rache sind und das füllen hat sich in ein wesen verwandelt welches einem ziegenbocke ähnlicher sieht als einem guten pferde aber wacker sind beide noch reut und sie werden auch tapfer miteinander aushalten bis ein pfeil schwirrt eine kugel pfeift oder ein tomahaker niedersaust um dem einen von ihnen ein ende zu bereiten der andere sei es nur das pferd oder ich selber stirbt dann vor gram und sehnsucht nach abschnitt zwei aus winnetou drei von karl may diese libriboxaufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem besitz erstes kapitel an der großen westbahn teil zwei er fuhr sich mit der hand über die augen dann schwang er sich auf und meinte so viel von den alten geschichten charlie ihr seid der erste zu dem ich von ihnen spreche obgleich ich euch zum ersten mal sehe und werdet wohl auch der letzte sein ihr werdet wohl oft von mir gehört haben und auch von euch wurde erzählt wenn es mir einmal in den sinn kam mich zu diesen oder jenen leuten auf eine viertelstunde an das feuer zu setzen daher wollte ich euch zeigen dass ich euch für keinen fremden halte nun tut mir noch den gefallen und vergesst dass ich mich heute von euch überrumpeln ließ ich werde euch zu beweisen suchen dass der alte sam hoberfield trotzdem zu jeder zeit auf seinem platze ist ich enthobbelte meinen mustang und stieg auf er hatte gesagt dass wir nach süden halten wollten dennoch aber ritt er grad dem westen entgegen ich fragte ihn nicht jedenfalls leitete ihn eine wohlüberlegte absicht dabei auch darüber verlor ich kein wort daß er die lanzen der vier indianer mitnahm er erinnerte mich auf das lebhafteste an meinen alten sam hawkins mit welchem er den gleichen vornamen hatte wir mochten eine ziemliche strecke zurückgelegt haben ohne daß einer von uns ein wort gesprochen hatte als er sein pferd anhielt er stieg ab und steckte eine der lanzen auf die spitze einer bodenwelle jetzt kannte ich seinen zweck er wollte die lanzen als wegweiser aufrichten durch welche die ainsmen zu ihren toten geführt werden und erkennen sollten daß die rache des sons ihr wieder vier neue opfer gefordert habe dann öffnete er eine alte satteltasche und nahm acht starke lappen heraus welche er zwischen mir und sich teilte hier charlie steigt ab und wickelt die hufe eures mustangs ein sie geben dann auf diese art von boden nicht die geringste spur und die red men müssen denken daß wir durch die luft davon geflogen sind jetzt reitet ihr grad nach süden bis ihr an die bahn kommt wo ihr mich erwartet ich werde noch die anderen drei lanzen aufpflanzen und dann zum beispiel hinter euch herkommen treffen werden wir uns sicher und sollten wir uns doch auf eine kleine strecke irren so gilt bei tag der schrei des geiers und bei nacht des hollen des kojoten als signal fünf minuten später sahen wir einander nicht mehr ich ritt in stilles sinnen versunken in der mir vorgezeichneten richtung hin die hufverhüllung meines pferdes verhinderte es am schnellen laufe daher stieg ich als ich vielleicht fünf englische meilen zurückgelegt hatte ab und nahm die lappen weg sie hatten ja nur den zweck gehabt unsere spuren in der nächsten umgebung der lanzen zeichen unbemerkbar zu machen jetzt konnte der mustang wieder ausgreifen die prärie wurde nach und nach ebene und zeigte hier und da ein kleines nuss oder wildkirschengesträuch und noch stand die sonne einige grad über dem westlichen horizonte so bemerkte ich im süden eine linie welche sich beinahe genau von west nach ost hin zog sollte sie das gleich der bezeichneten bahn bedeuten jedenfalls ich hielt auf sie zu und fand meine erwartung nicht getäuscht die bahn deren schienen auf einem beinahe manneshohen damme lagen lag vor mir ein eigentümliches gefühl erfasste mich dunkel zwar doch auch verständlich auf meinem jetzigen halte trat ich seit langer zeit wieder in beziehung zu der zivilisation ich brauchte beim nahen eines zuges nur ein zeichen zu geben um einsteigen und nach west oder ost davon dampfen zu können nachdem ich mein pferd an den lasso gepflockt hatte suchte ich unter den büschen nach dürrholz für ein lagerfeuer einer der sträucher stand hart an der böschung des bahndammes ich bückte mich um einiges geäß zu nehmen und gewahrte zu meinem erstaunen einen hammer welcher da am boden lag er konnte sich erst seit kurzer zeit hier befinden denn seine kopfbahn war außerordentlich blank also erst kürzlich noch im gebrauch gewesen und auch weder seine backen noch seine haube oder seine pinne zeigten eine spur von demjenigen roste der sich sicher angesetzt hätte wenn das werkzeug nur einige tage lang der feuchtigkeit des nächtlichen taus ausgesetzt gewesen wäre es mussten sich heute oder höchstens gestern leute hier befunden haben ich untersuchte zunächst die mir zugekehrte seite des dammes fand aber nichts auffälliges dann stieg ich hinauf und suchte wieder lange zeit erfolglos da aber bemerkte ich einen dichten büschel duftenden kurzlockigen grammagrases welches mir wegen seiner hiesigen seltenheit auffiel wahrhaftig es hatte ein fuß darauf gestanden die spur war noch neu höchstens zwei stunden alt die vom sohlenrande bloß umgebogenen halme hatten sich bereits wieder erhoben während der von der inneren fußfläche niedergedrückte teil des büschels noch genau die fersen und zehenbreite zeigte die spur war durch einen indianischen moccasins verursacht worden sollten indianer in der nähe sein in welcher beziehung konnte ich sie dann zu dem hammer bringen tragen nicht auch weiße indianische moccasins und konnte nicht auch ein die bahn revidierender railroder sich dieser bequemen art von schuhwerk bedient haben trotzdem war es mir als dürfe ich mich durch keinerlei vermutung zu beruhigen suchen gewissheit war hier die hauptsache allerdings musste ich mir sagen dass eine untersuchung der strecke höchst gefährlich sei an den beiden seiten des bahndammes hin konnte hinter jedem busch ein feind lauern und auf dem damme selbst war ich auf eine weite entfernung hin zu bemerken unter anderen verhältnissen hätte ich wegen des hammers wenig unruhe empfunden und die nachforschung ohne zögern begonnen jetzt aber da ich die orgelalas in der gegend wusste war selbst bei der geringsten kleinigkeit die größte vorsicht nötig ich hing die büchse über und nahm nur den revolver zur hand mich von busch zu busch schleichend pischte ich mich eine weite strecke vorwärts ohne erfolg ich kehrte auf der anderen seite zurück auch vergeblich diese untersuchung hatte sich nach westen von der stelle erstreckt an welcher mein pferd weidete ich setzte sie nach osten hinfort anfangs mit derselben erfolglosigkeit jetzt wollte ich in vorsichtig gebückter stellung über das banglas hinüber auf händen und füßen kriechend bewegte ich mich quer über die schienen da war es mir als ob ich eine feuchtigkeit ein eigentümliches knirschen und nachgeben des sandes bemerkte auch fiel es mir auf daß gerade hier der sand eine kreisähnliche figur bildete welche den anschein hatte als sei er zu irgendeinem zwecke hierher gestreut worden ich scharrte mit den fingern ein und ich gestehe es ich erschrak meine hand hatte sich blutig gefärbt und auch der sand war rot und nass ich untersuchte nun mit dem ganzen körper hart am boden liegend die sache genauer und musste erkennen dass man eine große tiefe blutlache mit sand zugestreut hatte hier war ein mord geschehen das blut eines tieres hätte man nicht so zu verbergen gesucht wer war der ermordete und wer der mörder eine spur war oben nicht zu sehen da der boden wegen seiner härte keine aufnehmen konnte aber als ich einen blick jenseits nach der mit büffelgras bewachsenen böschung warf bemerkte ich mehrere fußspuren und auch zwei fortlaufende eindrücke als habe man hier einen beim oberkörper gefassten menschen dessen füße nachschleiften von dem damme herabgezogen es war außerordentlich gefährlich an dieser stelle nach jenseits zu gehen die feuchtigkeit des blutes war noch nicht in den boden eingedrungen und auch die spuren zeigten sich so frisch und wohl erhalten dass der vermutete mord vor kurzer zeit geschehen sein musste und die mörder noch ganz in der nähe sein konnten ich kroch daher hüben wieder herab kehrte eine bedeutende strecke zurück ging dort über den damm und schließ mich nun erst auf der anderen seite nach osten vor dies geschah nur sehr langsam da ich alle schlauheit und gewandtheit alle möglichen bewegungen und körperstellungen anwenden musste um unbemerkt zu bleiben wenn gefahr in der nähe wäre glücklicherweise standen hier die sträucher näher aneinander und wenn ich mich auch sorgfältig hinter jedem busche verbergen und den nächsten busch auf das schärfste mit den augen durchdringen musste ehe ich es wagen konnte den zwischenraum zwischen beiden zu überspringen oder mich schlangen gleich an der erde winden zu durchkriechen so gelangte ich doch ohne unfall bis unterhalb der stelle an welcher ich vorhin auf dem damme das blut bemerkt hatte ein dichtes lentisken gesträuch stand gegenüber der kirschgruppe hinter der ich spähend lag von ihr durch einen acht meter breiten freien raum getrennt so sehr mich das kirschengebüsch am deutlichen seen verhinderte und so dicht auch die lentisken standen es war mir doch als liege etwas einem menschlichen körper ähnliches unter ihnen der gegenstand mochte zugedeckt sein aber er bildete eine dunkle masse welche von der umgebung abstach durch welche das licht zu dringen vermochte und hatte die ganze länge eines menschen war dort vielleicht der ermordete verborgen es konnte auch einer der mörder sein ich mußte versuchen es zu erfahren weshalb begab ich mich in eine solche gefahr ich konnte ja das eintreffen sams abwarten und dann ruhig mit ihm weiter reiten der präriejäger muß aber wissen welchen feind er vor hinter und neben sich hat er untersucht außerdem jeden geringfügigen umstand weil ihm dieser aufschluss gibt über dinge die er wissen muß deren kenntnis seine sicherheit erhöht und an die selbst der scharfsinnigste professor und gelehrte nicht denken würde der präriejäger zieht aus den unbedeutendsten dingen die für den uneingeweihten gar nicht im zusammenhang stehen schlüsse über welche ein anderer oftmals lachen würde die sich aber in der regel als richtig erweisen während er an dem einen tag auf dem mustang vierzig und fünfzig englische meilen zurücklegt kommt er am nächsten tage kaum eine halbe meile vorwärts weil er bei jedem schritt zu forschen hat ob er ihn tun darf und selbst wenn er aus seiner vorsicht keinen nutzen für sich selbst zu ziehen vermag wird seine erfahrung doch für andere von wert sein er kann ihnen raten sie warnen und ihnen auskunft erteilen und außerdem liegt ja am menschen überhaupt der drang sich über jede gefahr gewissheit zu verschaffen und jedem bösen nach kräften entgegen zu arbeiten den reiz gar nicht gerechnet den auf jede kräftige natur ein mutiges unternehmen auszuüben pflegt ich nahm einen daliegenden ast spießte meinen hut auf und schob ihn mit absicht ein kleines geräusch verursachend durch das kirschgesträuch so dass es drüben scheinen musste als versuche hier jemand hin durchzudringen drüben regte sich nichts entweder war kein feind vorhanden oder ich hatte es mit einem zu tun der zu schlau und zu erfahren war um sich durch eine solche finte irre machen zu lassen ich beschloss alles zu wagen ich kroch zurück und holte aus mit zwei sprüngen hatte ich den freien raum durchmessen und drang das messer zum stoß bereithaltend in die lentisken ein unter abgebrochenen zweigen lag ein mensch das fühlte ich sofort aber er war nicht lebend ich hob die zweige empor und erblickte ein von den todeszuckungen grässlich entstelltes gesicht mit blutigem schädel es war ein weißer man hatte ihn skalpiert in dem rücken steckte wie ich bei der untersuchung seines körpers bemerkte die mit widerhaken versehene spitze eines abgebrochenen pfeiles ich hatte es also mit indianern zu tun die sich auf dem kriegspfade befanden das sagte mir der widerhaken hatten sie sich entfernt oder befanden sie sich noch in der nähe ich musste das wissen ihre spuren waren von hier aus deutlich zu bemerken sie führten von dem bahndamme in die präree hinein ich folgte ihnen immer bereit einen pfeil zu erhalten oder mein messer zu gebrauchen von busch zu busch es waren vier mann gewesen zwei ältere und zwei jünglinge wie ich aus der größe der fußstapfen schließen konnte sie hatten während ich mich bloß auf den finger und zehenspitzen befort bewegte eine aufgabe welche große übung und nicht unbedeutende kraft erfordert ihre pferde gar nicht zu verbergen gesucht mussten sich hier also vollständig sicher fühlen der wind blies aus südast aus derjenigen richtung welcher ich mich entgegen bewegte daher erschrak ich nicht sehr als ich das schnauben eines pferdes vernahm denn es konnte mich nicht gewittert haben ich kroch weiter und befand mich endlich am ziele oder bemerkte doch wenigstens genug um mich wieder zurückziehen zu können vor mir sah ich nämlich zwischen den büschen eine anzahl von vielleicht sechzig pferden alle außer zweien auf indianische weise angeschiert die sättel hatte man ihnen abgenommen jedenfalls um sie an dem in der nähe befindlichen lagerplatz als sitze oder kopfunterlagen zu gebrauchen bei den tieren standen nur zwei mann wache der eine ein noch jünger mensch hatte ein paar derbe rindsledernde stiefel an jedenfalls das frühere eigentum des ermordeten den ich vollständig nackt gefunden hatte und dessen kleider und habseligkeiten unter seine mörder verteilt worden waren er gehörte also wohl zu den vieren deren pferde mich herbeigeführt hatte der indianer verkehrt öfters mit weißen welche seine sprache nicht verstehen aus diesem grunde hat sich zwischen den roten männern und den bleichgesichtern eine pantomimensprache gebildet deren zeichen samt ihrer bedeutung jeder kennen muss welcher den wilden westen betritt bei einem lebhaften temperamente oder bei aufregenden veranlassungen kommt es dann sehr häufig vor dass sich jemand der mündlichen ausdrucksweise bedient und dieselbe unwillkürlich mit pantomimen begleitet welche dieselbe bedeutung wie die worte haben die beiden wächter unterhielten sich und der gegenstand ihres gesprächs musste sie sehr lebhaft interessieren denn sie gestikulierten sich hierfür unbeobachteten haltend in einer weise welche ihnen wohl mehr als einen teitelnden blick der ernsteren älteren krieger zugezogen haben würde sie deuteten nach westen gaben das zeichen des feuers des pferdes also lokomotive welche von den indianern ja feuerrost genannt wird hieben mit ihren bogen auf die erde als wollten sie hacken oder wuchtige hämmerschläge ausführen zielten wie zum schießen machten die bewegung des stechens und des tomahackschwunges ich hatte genug gesehen und kehrte unverzüglich zurück wobei ich die von mir verursachten spuren so viel wie möglich vertilgte aus diesem grunde dauerte es lange sehr lange ehe ich mein pferd wieder erreichte es hatte mittlerweile gesellschaft gefunden denn neben demselben weidete die stute sams welcher gemütlich hinter einem busche lag und an einem mächtigen stück dürrfleisch kaute wie viele sind es charlie fragte er mich wer insman wie kommt ihr auf diese der alte suns ihr scheint euch wohl auch ein greenhorn zu sein wie ihr vorher ihm da ehrt ihr euch aber gewaltig hihihi er hatte das halblaute selbstbewusste lachen welches ich bereits einmal von ihm vernommen hatte und das er wohl nur hören ließ wenn er sich einem anderen überlegen wußte auch dies war eine ähnlichkeit mit sam hawkins welcher fast ebenso zu lachen pflegte inwiefern sam muß ich euch erst das erst sagen charlie was hättet ihr wohl getan wenn ihr hier angekommen wäret und hättet diesen hammer da bei dem pferde gefunden nicht aber euren old shatterhand ich hätte gewartet bis er zurückgekehrt wäre wirklich das möchte ich zum beispiel nicht gern glauben ihr fehlte als ich kam es konnte euch etwas passiert sein und so ging ich euch nach ich hätte aber auch bei einem vorhaben sein können welches durch eure gegenwart vereitelt werden konnte zudem denke ich dass old shatterhand nichts unternimmt ohne vorher die nötige vorsicht anzuwenden wie weit seid ihr mir nachgefolgt erst dahin dann dorthin hüben und drüben bis zu dem armen mann den die insmen ausgelöscht haben ich konnte rasch machen denn ich wusste euch vor mir als ich dann den toten sah so dachte ich dass ihr nur auf spähe wäret und kehrte zurück wo ich zum beispiel nachher ganz ruhig auf euch gewartet habe also wie viele sind es 60 vielleicht schau also wohl die truppe deren spur ich gestern schon bemerkte auf dem kriegspfade ja kurzes lager sie haben abgesattelt blitz da haben sie hierherum etwas vor habt ihr nichts bemerkt wie mir scheint wollen sie die schienen aufreißen daß der zug verunglückt wenn er kommt und ihn dann berauben seid ihr närrisch charlie das wäre ja ein ganz außerordentlich gefährliches ding für die railroader samt ihren passagieren woher wisst ihr es ich habe sie belauscht so versteht ihr die mundart der ogolalas ja es war aber gar nicht nötig denn die pferdewache in deren nähe ich gelangte sprachen deutlichen pantomimen das ist zuweilen trügerisch beschreibt mir doch einmal die pantomimen die ihr gesehen habt ich tat es der kleine mann sprang empor beherrschte sich aber und ließ sich wieder nieder dann habt ihr sie richtig verstanden und wir müssen dem zuge hilfe bringen aber wir wollen uns zum beispiel nicht übereilen denn solche bedeutende dinge müssen mit ruhe überlegt und besprochen werden also 60 hm ich bringe kaum noch zehn kerben auf meine büchse wo schneide ich sie nachher hin ich hätte trotz der ernsten situation beinah laut gelacht das kleine männchen hatte 60 insmen vor sich und war statt sich vor ihrer überzahl zu fürchten nur um den platz für seine kerben besorgt wie viel wollt ihr denn niederstrecken fragte ich ihn das weiß ich zum beispiel selbst noch nicht ich denke aber höchstens zwei oder drei denn sie werden davonlaufen wenn sie 20 oder 30 weiße bemerken er zog also ebenso wie ich es bereits im stillen gemacht hatte den umstand mit in berechnung dass wir durch das zugpersonal und die passagiere verstärkt werden mussten die hauptsache ist bemerkte ich dass wir auch wirklich denjenigen zug erraten welchen sie überfallen wollen es wäre höchst verdrießlich wenn wir die falsche richtung einschlügen nach ihren pantomimen meinen sie den mountains zug der aus westen kommt und das wundert mich der ost zug hat doch wohl bedeutend mehr von den gütern oder dingen bei sich welche die insmen brauchen können als der andere es wird uns da wohl nichts übrig bleiben als uns zu teilen der eine geht nach morgen und der andere nach abend dazu sind wir allerdings gezwungen wenn es uns nicht gelingt sicherheit zu bekommen ja wenn wir wüssten wie und wann die züge gehen wer soll das wissen ich habe all meine lebtage noch nicht in so einem ding gesteckt das sie waggon nennen und in dem man vor angst nicht weiß wohin man seine beine zu stecken hat ich lobe mir die prärie und meine toni an der arbeit habt ihr die insmen noch nicht getroffen nein ich habe überhaupt nur die pferde gesehen aus allem ist zu erraten dass sie wissen wann der zug kommt und wie es scheint werden sie vor nachts nicht an die arbeit gehen es ist höchstens noch eine halbe stunde bis zur dämmerung dann schleichen wir sie an um vielleicht zu erfahren was wir noch nicht wissen well so mag es sein dann aber ist es nötig dass sich einer von uns hier auf den damm postiert es könnte ja möglich sein dass es den roten einfiel sich hier auf der anderen seite heranzumachen wenigstens denke ich dass sie nach unserer richtung die schienen aufreißen werden da sie den angriffsplatz zwischen sich und dem zug herrichten müssen ist nicht notwendig charlie da seht euch einmal die toni an ich pflocke oder hobble sie nie an sie ist ein glorious kluges viehzeug und hat eine nase auf die ich mich verlassen kann habt ihr einmal ein pferd gesehen welches nicht schnaubt wenn es einen feind wittert nein nun seht es gibt auch nur ein einziges und das ist die toni das schnauben waren zwar den herrn des pferdes aber es verrät auch zweierlei nämlich erstens wo sich pferd und man befinden und zweitens dass der man eben gewarnt worden ist daher habe ich es der toni abgewöhnt und das gescheite viehzeug hat mich sehr verstanden ich lasse sie stets frei grasen und sobald sie eine gefahr wittert kommt sie herbei und stößt mich mit dem maul und wenn sie einmal wie zum beispiel heute nichts bemerkt pschah die luft kommt gerade von den insmen her und ich lasse mich von euch auf der stelle erschießen wenn toni nicht jede rothaut auf tausend schritte ankündigt übrigens haben diese kerls augen wie die adler und selbst wenn ihr euch der länge nach auf den damm legt ist es möglich dass sie euch von weitem bemerken also bleibt nur ruhig hier charlie ihr habt recht und ich will der toni einmal ebenso vertrauen wie ihr ich kenne sie noch nicht lange aber ich habe doch beinah schon die überzeugung dass man sich auf sie verlassen kann ich langte wieder einer meiner selbstgefertigten hervor und steckte sie in brand sam riß die kleinen augen so weit wie möglich auf und tat mit dem munde ganz dasselbe seine nasenflügel erweiterten sich und sogen den duft des krautes begierig ein während ein vollständiges entzücken seine züge verklärte der westmann kommt nicht oft in die lage einen guten tabak zu kosten und ist doch gewöhnlich dem rauchen mit höchster leidenschaft ergeben oh wonderful charlie ist's möglich ihr habt zigarren das versteht sich wohl noch ein dutzend wollt ihr eine her damit ihr seid ein kerl von dem man einen ganzen kürbis vollachtung haben muss er brannte die seinige an der meinigen an verschlang nach indianischer gewohnheit den rauch von einigen zügen und blies ihn dann wieder aus dem magen empor sein angesicht zeigte dabei eine verklärung als sei er bis in den siebenten himmel mohammeds empor gestiegen hang sorrow ist das ein vergnügen soll ich raten was es für eine sorte ist charlie ratet einmal seid ihr ein kenner will es meinen nun goosefoot aus virginien oder maryland nein was dann irrte ich mich zum ersten mal es ist goosefoot denn diesen geruch und diesen geschmack kenne ich es ist keiner dann ist es sicher brasilianischer legitimo auch nicht curacao aus bahia wieder nicht nun was denn seht euch die zigarre an ich zog noch eine hervor drehte sie auf und reichte ihm dann deckblatt umblatt und einlage hinüber seid ihr verrückt charlie daß ihr eine solche zigarre zu schanden macht jeder fallenstelle gibt euch unter umständen wenn er nämlich lange nicht geraucht hat fünf bis acht bieberfälle dafür ich werde in zwei oder drei tagen wieder neue bekommen in drei tagen neue woher denn aus meiner fabrik was ihr habt eine zigarrenfabrik ja wo denn dort ich zeigte auf meinen mustang charlie ich bitte euch macht mir nur dann einen witz wenn er zum beispiel etwas taugt es ist kein witz sondern wahrheit wenn ihr nicht old shatterhand wäret so dächte ich wirklich daß es in eurem kopfe etwas zu viel oder zu wenig gibt seht euch erst den tabak an er tat es mit aller sorgfalt kenne ich nicht aber gut ist er ausgezeichnet gut so will ich euch meine fabrik zeigen ich ging zu meinem mustang lockerte den sattel und zog unter demselben ein kleines kissen hervor welches ich öffnete da greift hinein er zog eine handvoll blätter hervor charlie macht mich nicht zum narren das sind ja lauter kirchen und entisken blätter richtig ein wenig wilder hanf dabei und das deckblatt hier ist weiter nichts als eine ochsenzungen art die ihr hier wohl wer halli nennt dieses kissen ist wirklich meine tabakfabrik finde ich eine sorte von diesen blättern so sammle ich sie nach bedarf stecke sie in das kissen und lege dasselbe unter den sattel es entwickelt sich wärme die blätter gären da habt ihr meine kunst unglaublich aber wahr eine solche zigarre ist allerdings nur ein höchst miserables surrogat und jeder rippenpuffer dessen gaumen wie büffelleder ist wird höchstens einen zug tun und sie dann wegwerfen aber lauft einmal jahrelang in der savanne umher und raucht dann ein solches ding so werden euch die ochsenzungenblätter wie der beste goosefut erscheinen ihr seht es ja in eurem eigenen beispiele charlie ihr steigt in meine achtung verratet nur nichts davon wenn ihr einmal bei leuten sitzt die noch nicht im westen waren man hält euch sonst für einen tungusen kirgisen oder ostjägten der seine geschmacks- und geruchswerkzeuge mit teer eingerieben oder mit pech verkleistert hat tunguse oder ostjägte ist mir alles gleich wenn nur die zigarre schmeckt übrigens weiß ich gar nicht einmal wo diese art von leuten zu finden ist er ließ sich durch die enthüllung meines fabrikationsgeheimnisses nicht im geringsten in seinem genusse stören sondern rauchte die zigarre bis auf einen stummel ab der so winzig war dass er ihn kaum noch zwischen den lippen zu halten vermochte mittlerweile hatte sich die sonne gesenkt die dämmerung war hereingebrochen und es begann so stark zu dunkeln dass wir an unser vorhaben denken konnten jetzt fragte seam ja wie denn wir gehen miteinander bis zu den pferden der roträute dann teilen wir uns beschleichen ihr lager und stoßen hinter demselben wieder zusammen gut und sollte etwas geschehen was uns zur flucht treibt wobei wir uns verlieren können so kommen wir von hier aus grad nach süden am wasser zusammen ein urwald der von den bergen niedersteigt streckt dort seine letzte spitze weit in die präree hinein zwei meilen von dieser spitze aus am südlichen rande des waldes gibt es eine präree brucht in der wir uns leicht finden können gut also vorwärts es schien mir nicht wahrscheinlich dass wir versprengt würden doch war es klug und vorsichtig gehandelt sich auf alle fälle sicher zu stellen wir brachen auf jetzt war es bereits so dunkel dass wir gefahrlos in aufrechter stellung über die bahn gehen konnten dann wandten wir uns links und schritten das messer im falle einer feindlichen bewegung zum stoße bereithaltend längs des dammes dahin das auge gewöhnt sich in der präree sehr bald an die dunkelheit wir hätten auf einige schritte entfernung in jeden indianer erkannt an der leiche des getöteten weißen vorüber gelangten wir an den platz wo vorhin die pferde gehalten hatten sie standen noch da hier rechts und ich links raunte sam und schlich von mir weg ich wandte mich in einem bogen um die pferde herum und gelangte an einen von gesträuch freien platz auf welchem die dunklen gestalten der indianer lagen sie hatten kein feuer angezündet und verhielten sich so still dass ich das knistern eines käfers in den grasbüscheln zu hören vermochte etwas abseits von ihnen sah ich drei gestalten sitzen die einzigen die ein gespräch zu führen schienen ich beschlich sie so vorsichtig wie möglich als ich mich kaum noch sechs schritte hinter ihrem rücken befand erkannte ich zu meinem erstaunenden dem einen von ihnen einen weißen was hatte dieser mit den insmen zu schaffen ein gefangener war er nicht das lag klar auf der hand vielleicht war er einer jener savannenklepper welche es bald mit den roten und bald mit den weißen halten je nachdem es ihre räuberischen absichten erfordern er konnte allerdings auch einer jener jäger sein welche von den indianern gefangen genommen sich ihr leben dadurch retten dass sie ein rotes mädchen zur squar nehmen und nun fortan zu dem stamme gehören dann aber wäre seine kleidung deren bestandteile und schnitt ich trotz der dunkelheit ziemlich genau zu erkennen vermochte eine mehr indianische gewesen die beiden anderen waren häuptlinge wie ich an den rabenfedern erkannte welche sie sich auf dem hoch aufgetürmten schopfe befestigt hatten es schien also als seien die krieger von zwei verschiedenen stämmen oder dörfern zu den beabsichtigten unternehmen zusammengetreten die drei saßen am rande des freien platzes haut an einem busche welcher es mir ermöglichte mich ihnen so zu nähern dass ich vielleicht einige worte ihres gespräches erlauschen konnte ich schob mich zu ihnen hinan und lag bald in so inmittelbarer nähe hinter ihnen dass ich sie mit der hand erreichen konnte es schien eine pause in ihrer unterhaltung eingetreten zu sein das schweigen währte wohl einige minuten dann fragte der eine häuptling den jäger in dem aus fremden und indianischen worten gemischten idiom dessen sich der insman bedient wenn er mit einem weißen spricht und mein weißer bruder weiß ganz genau daß just mit dem nächsten feuerrost das viele gold kommen wird ich weiß es antwortete der gefragte wer hat es ihm gesagt einer der männer welche bei dem stalle des feuerrosses wohnen das gold kommt aus dem lande der waikur ja und es soll zum vater der bleichgesichte gehen der dollars daraus machen will so ist es der vater der bleichgesichte wird nicht so viel von dem gold erhalten dass er sich einen half dollar daraus machen kann werden viele männer auf dem feuerrost reiten das weiß ich nicht aber es mögen ihre noch so viele sein mein roter bruder wird sie mit seinen tapferen kriegern alle besiegen die krieger der ogalala werden viele skalpe heimbringen und ihre frauen und mädchen werden den tanz der freude tanzen werden die reiter des feuerrosses vieles bei sich haben was die roten männer brauchen können kleider waffen kaliko das alles werden sie bei sich haben und noch viel mehr aber werden die roten männer ihrem weißen bruder auch geben was er verlangt hat mein weißer bruder wird erhalten alles gold und silber welches das feuerross mit sich führt wir brauchen es nicht denn in unseren bergen sind so viele nuggets als wir nur haben wollen kar wo mirn der häuptling der ogalala und dabei zeigte er mit dem finger auf sich selbst lernte einst ein kluges tapferes bleichgesicht kennen welches sagte das gold sei nichts als deadly dust geschaffen von dem bösen geiste der erde um die menschen zu dieben und mördern zu machen dieses bleichgesicht war ein großer narr wie war sein name er war kein narr sondern ein sehr klugger und tapferer krieger die kinder der ogalala waren droben an den wassern des broadfork versammelt um sich die skalpe einer anzahl von trappern zu holen welche in ihrem gebiete viele bieber gefangen hatten bei den fallenstellern war ein weißer mann den sie für nähre schielten weil er pflanzen und käfer suchte und bloß gekommen war um sich die savanne anzusehen aber in seinem kopfe wohnte die weisheit und in seinem arme die stärke seine büchse fehlte nie und sein messer fürchtete sich nicht vor dem grauen bären des felsengebirges er wollte ihnen klugheit geben gegen die roten männer sie aber verlachten ihn darum wurden sie alle getötet und ihre schädelhäute zieren noch heute die wegwurms der ogalala er hatte seine weißen brüder nicht verlassen wollen und tötete viele rote männer aber ihre waren so viele dass sie ihn niederrissen obgleich er stand wie die eiche des waldes die alles zerschmettert wenn sie fällt unter der axt des woodmans er wurde gefangen genommen und nach den dörfern der ogalala geführt sie töteten ihn nicht denn er war ein mutiger krieger und manches mädchen des roten volkes wollte als squaw mit ihm in seine hütte gehen ma ti ru der größte häuptling der ogalala wollte ihm das wigwam seiner tochter geben oder er sollte sterben er aber verschmähte die blume der prärie raubte das pferd des häuptlings stahl sich seine waffen wieder tötete mehrere krieger und entkam wie lange ist dies her die sonne hat seitdem vier winter besiegt und wie hieß er seine faust war wie die tatze des bären er hat mit der bloßen hand die schädel vieler roter männer und auch einiger bleichgesichter zerschmettert und daher nannten ihn die weißen jäger og chatterhand es war wirklich eines meiner früheren abenteuer die angriffe der indianer und weißen banden von den jägertrupps angelegtes versteck in welchem sie sich und ihre jagdbeute zu verbergen pflegen ende der fußnote von old firehand als ich dasselbe mit einigen wackeren männern angriff um uns ihre ottern und bieberfelle zu holen ich entkam damals mit noch zwei mann und möchte wünschen dem halunken einmal zu begegnen er sollte sein kapital mit reichlichen zinsen zurück erhalten ende von abschnitt zwei abschnitt drei aus winnetou drei von karl mai diese libribox aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem besitz erstes kapitel an der großen westbahn teil drei jetzt erkannte ich auch ihn er war der anführer jener bushheaders die uns droben am süd saskatchawan überfallen hatten von uns aber so empfangen worden waren dass nur diese drei entkamen er war einer jener prärieröber welche man mehr zu fürchten hat als die wildesten indianer da sie die schlimmen eigenschaften beider rassen in doppeltem maße in sich vereinigen martiru der bis jetzt noch nicht gesprochen hatte erhob seine hand wehe ihm wenn er wieder in die hände der roten männer fällt er würde an den matterpfahl gebunden und martiru nähme ihm jede einzelne muskel von den knochen er hat die krieger der ogolala getötet das beste pferd des häuptlings geraubt und das herz der schönsten tochter der savanne von sich gestoßen hätten die drei männer gewusst dass der gegen den sie solche drohungen ausschließen kaum drei spannen weit hinter ihnen lag die roten männer werden ihn niemals wiedersehen denn er ist weit über das wasser nach dem lande gegangen wo die sonne wie feuer brennt wo der sand größer ist als die savanne wo der löwe brüllt und die männer viele weiber haben dürfen ich hatte an einigen lagerfeuern gelegentlich erwähnt dass ich nach der sahara gehen wolle das war auch geschehen und nun erfuhr ich bei meinem jetzigen streifzug durch die prärie zu meinem erstaunen dass die kunde davon sogar schon zu den indianern gedrungen war es schien mir hier mit dem bowie kneif besser gelungen zu sein ein bekannter mann zu werden als drüben in der heimat mit der feder er wird wiederkommen meinte martiru wer den atem der prärie getrunken hat dürstet nach ihr solange ihm der große geist das leben läßt darin hatte er recht wie der gebirgsbewohner sich im flachen lande bis zur krankheit nach seinen höhen sehnt und der seemann nicht von dem meere zu scheiden vermag so tut es auch die prärie jedem an den sie einmal umfangen hat ich war wieder zurückgekehrt jetzt deutete kawo mien nach den sternen mein weißer bruder sähe den himmel an es ist zeit nach der bahn des feuerrosses zu gehen sind die eisernen hände welche meine krieger dem weißen diener des rosses genommen haben stark genug seine bahn zu zerreißen diese frage sagte mir wer der ermordete gewesen war jedenfalls ein bahnbeamter welcher mit seinen werkzeugen die der häuptling eiserne hände nannte die strecke begangen hatte um den schienenweg zu revidieren sie sind stärker als die hände von zwanzig roten männern antwortete der weiße und versteht es mein weißer bruder sie zu gebrauchen ja die roten männer mögen mir folgen in einer stunde wird der zug ankommen doch meine brüder mögen noch einmal bedenken dass alles gold und silber mir gehört martiru lügt nie versicherte stolz der häuptling indem er sich erhob das gold ist dein und alles andere samt den skalpen der bleichgesichter gehört den tapferen kriegern der ogalala und ihr gebt mir maultiere um mein gold zu tragen und männer um mich zu beschützen auf dem wege nach dem kanadien du bekommst maultiere und die kriege der ogalala werden dich bringen bis an die grenzen des landes atztlan und trägt das feuerrost sehr viele dinge die kawo mien und martiru gefallen so führen sie dich auch noch weiter bis an die große stadt atztlan wo dein sohn auf dich wartet wie du erzähltest der sprecher stieß einen ruf aus und sofort erhoben sich alle indianer ich wandte mich zurück unweit der stelle an welcher ich gelegen hatte vernahm ich ein leises geräusch als ob ein leichter luftzug über die halme ginge sam ich hatte das wort mehr gehaucht als gesprochen und doch richtete sich in der entfernung von einigen schritten die kleine gestalt meines gefährten halb und nur auf einen einzigen augenblick empor charlie ich kroch zu ihm hin was habt ihr gesehen fragte ich ihn nicht viel die insmen grad wie ihr und gehört gar nichts kein einziges wort und ihr sehr viel doch kommt sie brechen auf jedenfalls nach westen zu und wir müssen eilen dass wir unsere pferde erreichen ich huschte voran er mir nach wir gelangten an die bahn und stiegen über den damm nach der anderen seite desselben dort hielten wir an sam geht zu den pferden und reitet eine halbe meile die bahn entlang wo ihr auf mich wartet ich möchte die roten doch nicht eher verlassen als bis ich mich genau orientiert habe kann ich das nicht auch auf mich nehmen ihr habt bisher so viel erspioniert dass ich mich schämen muss gar nichts getan zu haben geht nicht sam mein mustang gehorcht euch eure toni aber würde sich vielleicht von mir nicht fortbringen lassen da habt ihr zum beispiel sehr recht charlie und deshalb will ich gehen er schritt aufrecht und schnell davon es wäre jetzt eine sehr überflüssige mühe gewesen darauf zu sehen dass sein fuß keine fährte zurück ließ er war kaum im dunkel des abends verschwunden so erblickte ich an der diesseitigen böschung liegend jenseits des dammes die indianer welche einer hinter dem anderen vorüber huschten ich folgte ihnen hüben in der weise dass ich immer parallel mit ihnen blieb nicht weit von der stelle wo ich den hammer gefunden hatte hielten sie an und bestiegen den damm ich zog mich hinter die büsche zurück und vernahm nach kurzer zeit das geklirr von eisen an eisen und dann laute hammerschläge der bushredder hatte sich an die arbeit gemacht mit denen dem bahnwetter abgenommenen werkzeugen die schienen von ihrer unterlage zu reißen nun war es zeit ich verließ den schauplatz des zu erwartenden kampfes in alte vorwärts in fünf minuten hatte ich sam eingeholt sie arbeiten an den schienen fragte er mich ja ich habe es gehört wenn man das ohr hier auf dieselben legt vernimmt man zum beispiel jeden hammerschlag jetzt vorwärts sam in dreiviertel stunden kommt der zug und ich muss ihn erreichen noch bevor sie seine lichter sehen können hört charlie ich gehe nicht mit warum verlassen wir beide den platz so müssen wir nachher mit einem nochmaligen rekognoszieren eine kostbare zeit verlieren gehe ich aber zu den insmen zurück um sie zu beobachten so kann ich euch bei eurer rückkehr sofort genau unterrichten das ist wahr und eure toni lasse ich hier sie geht nicht von der stelle bis ich wiederkomme gut ich weiß dass ihr an der sache nichts verderben werdet ich nicht darauf könnt ihr euch sehr verlassen also macht das ihr fortkommt charlie ihr werdet mich hier wiederfinden ich stieg aufs pferd und ritt so schnell es die dunkelheit gestattete dem zu erwartenden zuge entgegen es war notwendig diesen in einer solchen entfernung von hier zu erreichen dass die indianer nicht bemerken konnten dass er anhielt die nacht ward allmählich lichter die sterne stiegen auf und warfen ihren milden schein über die prärie so dass man auf einige pferdelängen hin alles ziemlich deutlich zu erkennen vermochte mein ritt nahm in folgedessen an schnelligkeit fortwährend zu und wurde durch keine störung unterbrochen bis ich eine strecke von vielleicht drei meilen zurückgelegt hatte hier hielt ich an stieg ab pflockte meinen mustang an und hobbelte ihm zugleich die vorderbeine zusammen der durch den eisenbahnzug entstehende lärm hätte ihn sonst veranlassen können auszubrechen jetzt suchte ich so viel dürrgras wie möglich zusammen legte reisig auf dasselbe und fertigte mir dann eine fackel indem ich einige büschel gras auf einen ast befestigte den ich mir vom busche brach so vorbereitet konnte ich des zuges warten legte meine decke auf das bangeleis und setzte mich um von zeit zu zeit das ohr an die schienen zu legen und dann wieder hinaus zu forschen nach der gegend aus welcher der zug kommen musste ich hatte kaum zehn minuten gewartet so vernahm ich ein leises ganz leises rollen welches von sekunde zu sekunde stärker anschwoll dann erblickte ich in weiter ferne einen kleinen lichten punkt der mitten unter den hart über dem horizonte stehenden sternen auftauchte aber kein stern sein konnte da er sich auffällig vergrößerte und schnell näher rückte der zug nahte in kurzem teilte sich das licht in zwei punkte jetzt war es zeit ich zündete den asthaufen an der sofort eine hoch auflodernde flamme gab die bereits jetzt von dem zuge aus bemerkt werden konnte das rollen desselben nahm immer zu schon vermochte ich den durch die beiden lichte verursachten lichtkeil zu bemerken welcher vor der maschine die dunkelheit durchbrach in einer minute musste er mich erreicht haben ich brannte meine fackel an und lief sie um den kopf wirbeln dem zuge entgegen der maschinist erkannte natürlich daß ich ihm ein zeichen zum halten geben wollte er stoppte drei schrille pfiffe erschallten kurz hintereinander die bremsen legten sich kreischend an die räder ein ohr zerreißendes rauschen rollen zischen und prasseln und die lokomotive hielt grad an der stelle wo mein feuer am bahndamme brannte der maschinist neigte sich zu mir herab und fragte hallo mann was soll euer zeichen bedeuten wollt ihr vielleicht einsteigen nein sir ich möchte euch grad im gegenteil ersuchen ab und aus zu steigen fällt mir nicht ein werdet es aber dennoch tun denn da vorn sind indianer welche die schienen aufgerissen haben was sagt ihr indianer steff redet ihr die wahrheit mann habe keine gründe das gegenteil zu tun was wollt ihr fragte mich jetzt auch der konduktor welcher abgestiegen und herbeigekommen war es sollen rot heute vor uns sein antwortete ihm der maschinist ist zwar habt ihr sie gesehen gesehen und belauscht es sind orgelallas die schlimmsten die es geben kann wie viel ungefähr sechzig zum henker das ist in diesem jahre bereits der dritte überfall eines zuges den die halunken unternehmen aber wir werden sie heimschicken habe längst gewünscht eine gelegenheit zu finden ihnen auf die finger zu klopfen wie weit sind sie von hier drei meilen ungefähr dann deckt die lichter zu maschinist die kerls haben scharfe augen hört master ich bin euch großen dank schuldig dafür dass ihr uns gewarnt habt ihr seid ein präriemann wie ich an eurem habitus erkenne so etwas ähnliches ich habe noch einen bei mir der die roten beobachtet bis wir kommen das ist klug von euch aber gebt raum ihr leute die sache ist ja gar kein unglück sondern verspricht uns sogar ein vergnügen man hatte vom nächsten wagen aus unser gespräch gehört und sofort alle türen geöffnet sämtliche passagiere eilten herbei und drängten mit hundert ausrufungen und fragen durcheinander auf die mahlung des konduktors aber wurde die nötige ruhe hergestellt ihr habt einen transportgold und silber bei euch fragte ich ihn wer sagt das die insmen sie werden von einem weißen busschädter angeführt der das metall als anteil bekommt während das übrige samt allen skalpen den indianer zufallen soll ah wie kann der halunke wissen was wir geladen haben er scheint es von einem bahnbeamten erfahren zu haben auf welche weise aber das kann ich nicht sagen werden schon dahinter kommen wenn er lebendig in unsere hände fällt was ich sehr wünsche aber da sagt einmal master wie euer name ist damit man weiß wie man euch zu nennen hat mein kamerad heißt sans ear und ich sans ear alle wette ein tüchtiger kerl der bei der sache so viel tun wird wie ein dutzend andere und ihr mich nennen sie hier in der prärie old shatterhand old shatterhand der vor drei monaten droben in montana von mehr als hundert sioks gejagt wurde und mit schneeschuhen die ganze strecke des yellowstone vom schneeberge an bis fort union in drei tagen zurücklegte ja sir ich habe manches über euch gehört und freue mich gerade euch einmal zu treffen aber sonderbar habt ihr nicht bereits vor einiger zeit einen zug gerettet den parano der weiße häuptling der sioks vernichten wollte allerdings ich hatte damals den apathischen häuptling winnetou bei mir den berühmtesten indianer so weit die prärie reicht aber bitte sir fast einen entschluss die insmen wissen sehr genau wann der zug eintreffen muss und könnten verrat ahnen wenn wir zu lange zögern da habt ihr recht vor allen dingen möchte ich da wissen welche stellung sie einnehmen wer einen feind angreifen will muss sich unterrichten welche disposition derselbe getroffen hat ihr sprecht wie ein großer feldherr sir aber leider kann ich euch keine genügende auskunft geben ich konnte um euch zu warnen nicht warten bis die insmen schlagfertig dastehen wir werden von meinem gefährten alles erfahren was uns nötig ist wenn ich euch bat einen entschluß zu fassen so wollte ich damit nur wissen ob ihr überhaupt gesonnen seid anzugreifen oder nicht natürlich natürlich werde ich sie angreifen antwortete er eifrig ich habe ja die pflicht diesem volke den appetit auf unsere frachtgüter ein für allemal zu verleiden ihr und euer kamerad seid ja zu wenig gegen sechzig insmen und dürft es gar nicht wagen an einen pshaw sir fiel ich ihm in die rede was wir wagen dürfen oder nicht das wissen wir wohl genauer als andere leute sans ihr hat heute am hellen tage vier rote angegriffen und sie binnen zwei minuten ausgelöscht und ich sage euch dass wir von den orgelalas einige dutzend in die ewigen jagdgründe senden werden ohne eurer hilfe zu bedürfen es kommt hier weniger auf die zahl als vielmehr auf andere dinge an die man in der faust in dem kopfe hat wenn ich in der finsternis des abends mit meinem henry stutzen allein 25 schüsse abgeben kann ohne laden zu müssen so wissen die insmen nicht ob sie zwei oder 20 gegen sich haben hört ihr männer gibt es unter euch welche die waffen bei sich tragen diese frage war eigentlich überflüssig ich wusste dass jeder dieser leute eine art von schießgewehr bei sich führen werde aber der konduktor hatte getan als ob er die direktion in die hand nehmen wolle und das konnte ich nicht zugeben einen nächtlichen angriff gegen eine indianertruppe zu leiten dazu gehörte mehr als ich einem bahnbeamten zutrauen durfte selbst wenn dieser ein ganz wackerer und mutiger mann genannt werden mußte ich erhielt ein einstimmiges rundumtönendes ja als antwort und der konduktor fügte hinzu ich habe als passagiere 16 bahnarbeiter die mit ihren messern und büchsen ganz vortrefflich umzugehen verstehen und 20 milizmen welche nach fort palwi bestimmt sind und flinte revolver und messer tragen außerdem gibt es noch einige gentlemen hier welche sich gern das vergnügen machen werden den guten insmen ein wenig tiefer unter die haut zu krabbeln hey wer macht mit ihr leute alle ohne ausnahme erklärten sich bereit mit vorzugehen und wenn es ja einen gab dem es eigentlich an mut gebrach so sagte er doch zu um nicht als feigling zu gelten solche leute konnten mir freilich nicht viel nützen es war besser sie blieben zurück und darum meinte ich hört miss schuess ihr seid sehr wackere männer aber alle können doch nicht mit das seht ihr doch wohl ein ich sehe da einige ladies stehen die wir unmöglich ohne schutz lassen können selbst wenn wir siegen was ich allerdings gar nicht bezweifle ist es doch möglich dass die flüchtigen und versprengten insmen hier vorbeikommen und sich auf den verlassenen zug werfen würden daher müssen wir einige mutige männer als bedeckung zurücklassen wer diesen posten übernehmen will der mag sich melden wirklich erklärten sich acht bereit den zug mit ihrem leben zu verteidigen es waren die männer der drei vorhandenen damen und fünf reisende die auf mich den eindruck machten als ob sie sich auf die preise von eisenwaren wein zigarren und hanfsamen besser verständen als auf die richtige handhabung eines bobimesses den ersteren konnte ich ihre zurückhaltung nicht verargen sie hatten vor allen dingen die pflichten gegen ihre ladies zu erfüllen der zug kann ohne beamte nicht gelassen werden wer bleibt hier fragte ich den konduktor der maschinist mit dem feuermanne lautete die antwort er kann den oberbefehl über diese tapferen gentleman übernehmen ich gehe natürlich mit euch und werde die truppe kommandieren ganz wie er wollt sir ihr seid gewiß schon öfters gegen insmen im felde gewesen ist nicht nötig diese jambarikos wissen ihre gegner bloß hinterlistig zu überfallen und abzuschlachten bei einem offenen und regelrechten angriffe gegen sie aber suchen sie ihr heil stets in der flucht wir werden auf alle fälle leichte arbeit haben meine es nicht sir es sind orgelalas die blutdürstigsten der sioks und werden angeführt von den berühmten häuptlingen kavo mien und martiru ihr wollt damit doch nicht etwa sagen dass ich mich vor ihnen fürchten soll wir sind hier über 40 männer und ich denke die sache ist sehr einfach ich habe die lichter verdecken lassen damit die roten nicht merken dass ich gewarnt wurde jetzt nehmen wir die masken wieder ab ihr steckt auf die maschine und lasst den maschinisten bis hart an die zerstörte stelle fahren dort halten wir springen herab und fallen über die kerls her dass nicht einer von ihnen übrig bleibt wir stellen dann den eisenstrang wieder her und haben einen aufenthalt von höchstens einer stunde einzubringen ich muss gestehen dass ihr anlagen zu einem ganz tüchtigen kavallerie obersten verratet der kein größeres vergnügen kennt als den feind im anprall niederzureiten doch dazu gehören andere verhältnisse als die gegenwärtigen führt ihr euer vorhaben wirklich aus so werdet ihr eure 40 mann in den sicheren tod treiben und ich muss mich sehr hüten an der ausführung eines solchen planes teilzunehmen was ihr wollt uns nicht helfen ist dies feigheit oder ärgert ihr euch darüber dass ihr nicht den anführer spielen sollt feigheit wenn ihr wirklich von mir gehört habt so ist es sehr unüberlegt von euch dieses wort auszusprechen denn dann könnte old shatterhand sehr leicht lust bekommen mit seiner faust auf eurem schädel zu beweisen dass er seinen namen mit ehren trägt und was den ärger anbelangt so kann es mir ja sehr gleichgültig sein wem der zug und eure skalpe nach einer stunde gehören werden euch oder den indianern auf meine kopfort aber hat kein mensch ein recht als ich allein und ich werde sie noch einige zeit lang zu behalten suchen good evening miss schures ich wandte mich um der konduktor fasste mich beim arme stopp master so geht das nicht ich habe hier den oberbefehl übernommen und ihr habt mir zu gehorchen ich werde mich wohl hüten den zug hier in einer solchen entfernung vom kampfplatz stehen zu lassen denn ich habe jeden verlust zu verantworten es bleibt bei meinem plane ihr führt uns bis zur stelle und wir verlassen die wagen nicht eher als bis wir dort angelangt sind ein guter feldherr muss jeden umstand in berechnung ziehen auch den dass er die schlacht verlieren kann in diesem falle bieten uns die wagen einen sicheren zufluchtsort von wo aus wir uns verteidigen können bis wir mit dem nächsten zuge von west oder ost hilfe erhalten ist es nicht so ihr männer alle stimmten ihm bei es befand sich nicht ein einziger westmann unter ihnen und so hatte sein plan für sie einen schein von praktik durch den sie sich bestechen ließen er war sehr befriedigt von diesem ergebnis und sagte zu mir also aufgestiegen sir schön ihr befehlt und ich gehorche ein rascher sprung brachte mich auf den rücken meines mustangs den ich während des gespräches bereits losgehobbelt hatte oh nein my dear ich meine die maschine und ich das pferd sir unsere meinungen gehen eben auch hier auseinander ich befehle euch abzusteigen ich drängte mein pferd an seine seite bog mich zu ihm nieder und sagte mann ihr scheint noch niemals mit einem richtigen westläufer zusammen geraten zu sein sonst würdet ihr in einem andern tone mit mir sprechen seid so gut und stellt euch selbst auf die lokomotive ich faßte ihn mit der rechten bei der brust und zog ihn empor ein kräftiger schenkeldruck brachte meinen mustangrad an die maschine im nächsten augenblick log der eisenbahnstratege hinter den wetterschirm und ich galoppierte davon es war jetzt so sternhell geworden daß mich die büsche nicht im geringsten am schnellen ritt hinderten ich brauchte nicht viel mehr als eine viertelstunde um sam zu erreichen nun fragte er als ich vom pferd stieg ich denke ihr bringt leute ich erzählte ihm warum dies nicht geschah habt's recht gemacht charlie sehr recht so ein railroader sieht unsere einen über die achsel an wenn man sich zum beispiel nicht träglich dreimal frisieren lassen kann natürlich fühlen sie in den plan aus werden sich aber wundern hihihihi während dieses halblauten gelächters machte er die bewegung des skarpierens und fuhr dann fort aber ihr habt mir noch gar nicht erzählt was ihr da vorne erfahren habt kawo mien und mati ru sind die anführer ah dann gibt es einen kampf an dem sich das alte herz erfreuen kann es ist ein weißer bei ihnen der ihnen verraten hat dass der zug gold und silber mit sich führt das will er haben und ihnen das andere und auch die skalpel lassen ja konnte es mir denken jedenfalls ein bushheader ich kenne ihn er überfiel einst mit seiner bande das hidespot von old firehand musste aber die hand davon lassen wie heißt er weiß es nicht ist auch nicht von interesse da diese sorte von menschen sich täglich anders nennt ihr habt rekognosziert ja sie haben sich geteilt und zu beiden seiten der bahn aufgestellt ungefähr in der mitte zwischen der zerstörten stelle und ihren pferden bei denen ich wieder zwei mann wache fand aber was tun denn wir charlie helfen wir den railroaders oder gehen wir zum beispiel fort es ist unsere pflicht ihnen zu helfen sam oder seid ihr vielleicht anderer meinung fällt mir gar nicht ein mit der pflicht da habt ihr vollständig recht und außerdem müsst ihr an meine ohren denken die mir noch lange nicht vollständig bezahlt worden sind ich wette meine tony gegen einen laubfrosch daß morgen in der frühe einige tote insmen ohne ohren an der bahn liegen werden aber was jetzt tun charlie wir teilen uns auch und postieren uns zu beiden seiten des dammes zwischen die insmen und ihre pferde well aber da kommt mir ein gedanke was meint ihr zu einem guten stampedo hmm wäre wohl gut wenn wir überlegen wären und es auf die gänzliche vertilgung der insmen absehen könnten hier aber möchte ich nicht dazu raten die railroader werden den kürzeren ziehen und wir beide können nichts tun als die roten bis zum nächsten zuge hin halten oder ihnen einen plötzlichen schreck einjagen dass sie fliehen in beiden fällen ist es gut wenn sie fort können nehmen wir ihnen aber die pferde so behalten wir sie in der nähe habt ihr noch nichts gehört von der guten regel dass man dem feinde unter umständen goldene brücken bauen muss habe bisher nur hölzerne steinerne und eiserne brücken kennengelernt eure ansicht in ehren charlie aber wenn ich mir zum beispiel vorstelle was die roten für gesichter schneiden werden wenn sie aufsteigen wollen und kein pferd mehr finden so juckt es mich in allen fingerspitzen und was die hauptsache ist können wir sie denn nicht grad dadurch panisch erschrecken wenn wir ihnen die pferde auf den leib jagen das ist richtig doch ist es besser wir warten erst die umstände ab meinetwegen aber eins müsst ihr mir auf alle fälle zugeben was dass ich die beiden wächter beseitige nicht ich bin in keiner lage ein freund von unnützem blutvergießen doch sehe ich hier ein dass sie recht hab es ist traurige notwehr wenn die wachen fallen sind die pferde ganz in unsere hand gegeben bringen wir also zunächst unsere eigenen tiere in sicherheit und dann vorwärts wir ritten etwas in das land hinein wo ich mein pferd so befestigte dass es kaum drei schritte spielraum hatte sam tat mit seiner toni ganz dasselbe so sicher er ihrer sonst war im falle eines champedo konnte leicht der ausbrechende pferdetrupp die richtung nach unseren tieren nehmen und diese mit sich fortreißen nun kehrten wir an einem bogen welcher uns hinter die insmen brachte zurück noch immer ließen sich die lichter der lokomotive nicht bemerken entweder hatte der plan des konduktors doch seine gegner gefunden oder man hatte sich nicht sofort entschließen können nun ohne meine führung weiterzufahren bei den pferden angelangt erkannten wir leicht die gestalten der beiden wächter welche keine ruhige stellung eingenommen hatten sondern einzeln um die lichtung patrouillierten der eine von ihnen näherte sich langsam dem strauch hinter welchem wir standen als er vorüber schritt blitzte die klinge sams und fuhr ihm ins herz kein laut ward ausgestoßen der andere hatte das gleiche schicksal als er nachher vorbeikam wer die prärie nicht kennt ahnt nichts von der glute erbitterung mit welcher sich zwei rassen bekämpfen deren angehörige von schritt zu schritt im blute ihrer gegner schreiten bei der bewegung welche ich machte um das fallen des zweiten opfers nicht mit ansehen zu müssen fiel mein blick auf ein pferd welches mir nahe hielt es trug den bequemen spanischen sattel mit großen steigbügelschuhen wie er in mittel und südamerika gebräuchlich ist und war nicht auf indianische weise aufgezäumt sollte es das pferd des weißen sein ich trat näher zu beiden seiten waren am sattelrande tiefe schmale taschen angebracht die ich untersuchte sie enthielten einige papiere und zwei beutel deren inhalt ich jetzt nicht erforschen konnte ich steckte alles zu mir was nun fragte jetzt zern wir teilen uns ich rechts und ihr links aber halt schaut einmal nach vorn der zug wahrhaftig es ist der zug der jetzt zum beispiel herangedampft kommt bleiben wir noch charlie um zu sehen wie der stecken schwimmen wird der plan des konduktors war also doch aufrechterhalten worden die beiden scharfen lichter der maschine kamen näher aber langsam sehr langsam denn es galt die stelle zu erkennen an welcher die schienen aufgerissen worden waren bald hörten wir das rollen der räder welches immer lauter wurde und endlich ja da hielt der zug hart an der schienenbresche welcher grim musste die wilden überkommen wenn sie sahen dass die hauptbedingungen ihres sieges vereitelt war vielleicht errieten sie dass die regelroder gewarnt worden waren für die letzteren war es jetzt das klügste sich in ihren waggons vollständig ruhig zu verhalten ich hoffte beinahe dass sie es tun würden sah mich aber enttäuscht denn die wagen öffneten sich die weißen sprangen heraus und schritten zum angriff hervor sie sollten die unklugheit dieses verfahrens augenblicklich erkennen im vordringen kamen sie in das bereich des intensiven maschinenlichtes und boten den insmen so genaue zielpunkte dass diese sich nichts besseres wünschen konnten eine salve krachte noch eine und dann erhob sich ein geheul wie es grässlicher und markerschütternder gar nicht gedacht werden konnte mit den abgeschossenen gewehren in der hand stürzten sich die wilden herbei fanden aber nur die toten und verwundeten da sich die übrigen augenblicklich zurückgewandt hatten um das innere der wagen zu gewinnen einige der insmen bückten sich nieder um den gefallenen die skalpe zu nehmen mußten aber davon ablassen da man aus dem vordersten waggon auf sie schoß jetzt wäre es das klügste gewesen der maschine rückdampf zu geben es geschah nicht vielleicht hatte sich der maschinist mit dem feuermanne ebenso wie die anderen in einen wagen geflüchtet jetzt wird zum beispiel eine regelrechte belagerung beginnen meinte sam glaube es nicht die roten wissen dass sie nur zeit bis zum nächsten zuge haben und werden einen sturm versuchen obgleich sie dies nie gern tun und wir es ist hier sehr schwierig einen guten entschluss zu fassen der entschluss ist nur etwas wert wenn er schnell kommt und ebenso rasch ausgeführt wird das beste angriffsmittel ist das feuer wir müssen zu den pferden jeder reitet einen weiten halbkreis und steigt alle 50 bis 60 pferdelängen ab um die prärie anzubrennen vorher aber lassen wir den stapedo los um die feinde am schnellen angriffe zu verhindern und ihnen die mittel zur flucht zu entziehen unter den jetzigen verhältnissen gibt es allerdings nichts besseres alle wetter das ist ein schlimmer plan für sie aber wir werden die wagen mit verbrennen bewahre zwar weiß ich nicht ob sie feuergefährliche gegenstände wie öl und teer geladen haben aber das holz der wagen ist stark genug einem grasfeuer zu widerstehen und dann müsst ihr an das einzige mittel denken welches den indianern bleibt sich vor dem schmoren zu retten sie müssen gegenfeuer anzünden und werden das in der unmittelbaren nähe der wagen tun darauf könnt ihr euch verlassen ich zum beispiel würde an ihrer stelle auf jeden fall das geleise unter den wagen zu gewinnen suchen habt ihr auch an die zeit gedacht welche wir brauchen werden um mit unserem langsamen tunks feuer zu bekommen und fackeln dürfen wir nicht machen und ich den fuchs daneben vorwärts die lassos durchgeschnitten dies taten wir indem wir eiligst von einem pferde zum anderen schlüpften dann brannten wir das hinter den tieren befindliche gestrüpp an und stiegen auf die flamme leckte bloß erst einige zoll hoch empor und konnte von den insmen noch gar nicht gesehen werden wir durften jetzt an das werk gehen ohne von ihrem scheine verraten zu werden wo treffen wir uns wieder fragte sam droben an der bahn stoßen wir wieder zusammen aber nicht vor der flamme sondern zwischen den feuern verstanden sehr also go on alter fuchs das lösen ihrer fesseln hatte die pferde bereits aufgeregt jetzt trochen sie den nahen brand und sträubten die mähnen mehrere bäumten sich schon und der ausbruch war also für jeden augenblick zu erwarten ich riet nach rechts ab in die präree hinein schlug im galopp einen bogen mit einem radius von beinahe einer englischen meile sprang fünfmal ab um das gras anzuzünden und befand mich bereits wieder in der nähe des dammes als mir einfiel dass wir uns einer gedankenlosigkeit ohne gleichen schuldig gemacht hatten wir waren der eingebung des augenblicks gefolgt ohne an unsere eigenen tiere zu denken sofort riss ich mein pferd herum und sprengte in gerader linie auf den ort zu an welchem wir sie zurückgelassen hatten der feuerkreis um uns beleuchtete jetzt jeden gegenstand weit draußen in der savanne war der hufes donner der durchgegangenen pferde zu hören in der nähe erschallte ein wut und schreckensgeheul wie es nur von indianischen kehlen hervorgebracht werden kann unter den wagen des zuges loderten mehrere kleine flammen empor ich hatte mich also in der voraussetzung dass die wilden versuchen würden sich durch gegenfeuer zu retten nicht geirrt links da drüben hielt mein mustang mit der langbeinigen toni und dort wahrhaftig dort kam sam herbeigejagt daß der leib seines pferdes beinahe den boden berührte auch er hatte sich im letzten augenblick auf unsere unterlassungssünde besonnen ende von abschnitt drei abschnitt vier von winnetou drei von karl mai diese libriworks aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem besitz erstes kapitel an der großen westbahn teil vier aber unsere tiere waren bereits auch von den indianern bemerkt worden eine ganze anzahl von ihnen lief auf dieselben zu und die zwei schnellsten befanden sich nur noch wenige schritte von ihnen entfernt ich zog den riemen der büchse fester an richtete mich im sattel empor und griff zum tomahawk in tiger gleichen setzten schnellte mein pferd vorwärts und ich gelangte mit den zweien zugleich an ein blick genügte sie zu erkennen es waren die beiden häuptlinge zurück martiru die pferde sind mein er drehte den kopf zu mir herum und erkannte mich old shatterhand stirb du kröte der bleichgesichter er riß das messer hervor ein sprung brachte ihn an die seite meines pferdes er holte zum stoße aus wurde aber von meinem schlachtbeile so getroffen daß er niederstürzte der andere war bereits auf den rücken meines mustangs gesprungen hatte aber nicht beachtet daß das pferd gefesselt war kar wo mien du hast vorhin mit dem weißen verräter von mir gesprochen jetzt werde ich mit dir reden er sah daß er auf dem unlenkbaren pferd verloren war und glitt wieder von demselben herab um hinter den büschen zu verschwinden ich schwang den tomahawk zum schleudern um den kopf und die schwere waffe traf ihn so auf den mit adlerfedern geschmückten schädel daß auch er zusammenbrach jetzt sprang ich ab griff zum henry stutzen und wandte mich nach den anderen zurück drei schüsse warfen ebenso viele wilde nieder dann war das feuer bereits so nahe gekommen daß keine zeit zum weiteren kampfe übrig blieb ich durchschnitt die fessel meines mustangs und sprang auf der braune war schon auf und davon hallo charlie dort in die lücke hinein rief sam er erreichte eben jetzt den platz sprang von dem fuchse welcher unverweilt weiter jagte auf seine stute herüber bückte sich von ihrem rücken nieder um den riemen zu trennen und jagte dann neben mir einer noch offenen stelle zu wo die flammen sich noch nicht vereinigt hatten wir kamen glücklich hindurch schwenkten nach links hinter die flammen ein und hielten an der ort an welchem wir uns befanden war derjenige an welchem ich mein drittes feuer angefacht hatte der boden sah vom brande schwarz aus und hatte sich bereits wieder abgekühlt vor und hinter uns bezeichnete ein dunkler schon ausgebrannter streifen meinen vorhin eingeschlagenen weg zu beiden seiten desselben aber wogte das feuer mehr und verbreitete eine glut die den sauerstoff der luft in der weise verzehrte dass uns das atmen beinahe zur unmöglichkeit wurde dieser die brust beklemmende zustand besserte sich jedoch von minute zu minute die luft kühlte sich desto mehr ab je weiter das feuer von uns wich und nach kaum einer viertelstunde glöhte nur noch der horizont in purpurnen tinten um uns her aber lag die prärie so schwarz dass man kaum drei schritte weit zu sehen vermochte denn die sterne waren durch rauch verhüllt bless me war das eine höllenglut meinte sam es soll mich wundern wenn der zug keinen schaden gelitten hat das glaube ich nicht die wagen sind ja für solche fälle eingerichtet da es öfters vorkommt dass ein zug an den wald oder savannenbrand passieren muss was jetzt tun charlie man hat uns bewerkt und wird nun auf der hut sein man sieht uns auch jetzt noch da wir zwischen den insmen und dem lichten horizonte stehen wir müssen in ihnen den glauben erwecken dass wir fortgehen vielleicht halten sie uns für detachierte mitglieder einer jäger truppe und nehmen an dass wir eilen werden die unseren zum entsatze der überfallenen herbeizuholen wir halten im galopp nach norden wenden uns dann nach osten und kehren in einem bogen zurück das ist zum beispiel ganz auch meine meinung von der sache und ich glaube dass ihr ein solches ende nimmt welches einigen roten die ohren kosten wird euer tomahack hat zum beispiel vorhin auch wacker gearbeitet und doch sind die getroffenen nicht tot erwiderte ich in trockenem tone nicht tot inwiefern denn zum beispiel ich habe sie mit dem tomahack nur betäubt nur betäubt seid ihr bei trost oder nicht einen insmen nur betäuben wo er einem so hiebgerecht unter das beil kommt ihr bekommt es ja wieder von neuem mit ihnen zu tun und doch gibt es gründe von denen ihr wohl einen wenigstens begreifen werdet nein keinen einzigen charlie ich vermute dass es die beiden häuptlinge waren und gerade gegen diese darf erst recht keine schonung gelten ich war einst ihr gefangene sie konnten mich töten aber sie taten es nicht ich musste ihre güte mit undank lohnen als ich von ihnen floh und gab deshalb dem tomahack vorhin nur die halbe kraft nehmt mir's nicht übel charlie aber das war zum beispiel eine ganz schauderhafte dummheit von euch ja wenn es euch die kerls dank wüssten aber sie werden höchstens sagen daß old shatterhand nicht einmal mark genug im arme hat den schädel eines roten richtig zu behandeln ich hoffe jedoch daß das feuer euren fehler ausgebessert hat während dieses laut herüber und hinübergerufenen gespräches jagten wir nebeneinander über die prärie hin die alte stute warf ihre 60 meter beine so wacker durcheinander dass sie mit meinem mustang gleichen schritt hielt und es waren wirklich nur minuten vergangen als wir wieder bei der bahn anlangten und zwar an einem punkte welcher vielleicht eine meile östlich von der stelle lag wo der zug hielt hier hobbelten wir unsere pferde an und schlichen uns dem schienenstrange entlang dem orte des überfalles wieder zu die atmosphäre war von einem starken brandgeruch erfüllt und feine asche deckte die weite ebene der leise wind hob die asche empor und führte sie den atmungswerkzeugen zu und es war schwierig den hustenreis zu besügen welcher an uns zum verräter hätte werden können wir sahen ganz deutlich die beiden lichter der maschine weder auf der einen noch auf der anderen seite des bahndammes war aber einer der wilden zu bemerken wir krochen näher ich blickte schärfer hin und wirklich was ich vermutet hatte war geschehen sie hatten sich vor dem feuer auf die bahn und zwar unter die waggons zurückgezogen dort lagen sie eng neben und hintereinander und getrauten sich nicht vor weil sie sich dann den kugeln der weißen ausgesetzt hätten da kam mir ein gedanke die ausführung desselben war schwierig musste aber jedenfalls eine durchschlagende wirkung haben sam geht zurück zu den pferden daß sie uns nicht von den insmen genommen werden pschah die sind froh daß sie sicheres quartier haben ich werde sie aus demselben vertreiben mit der büchse nein ich erklärte ihm meinen plan und er nickte vergnügt well charlie das ist der richtige gedanke macht nur schnell hinauf daß sie euch nicht während des sprunges erwischen ich werde zum beispiel im richtigen augenblick mit den pferden bei der hand sein und hihihihi dann fahren wir unter sie wie der büffel unter die kojoten er bewegte sich rückwärts ich aber kroch hart am boden weiter vor das messer immer in der rechten halten um bei einer etwaigen überraschung sofort zur gegenwehr bereit zu sein ich kam glücklich und unbemerkt an der stelle unten am bahndamme an wo oben die lokomotive stand die großen treibräder und mein niedriger haltepunkt verhinderten mich zu sehen ob auch unter der maschine indianer lagen ich schob mich an der böschung empor und schnellte mich dann mit zwei raschen sprüngen auf das feuerrohrs ein lauter ruf erscholl unter mir ich legte die hand an und im nächsten augenblick setzte sich der train nach rückwärts in bewegung ein vielstimmiger schrei teils des schmerzes und teils der überraschung erscholl als ich ungefähr 30 schritte zurückgelegt hatte gab ich wieder volldampf hund rief es dann neben mir und eine gestalt mit dem messer in der hand versuchte es sich zu mir emporzuschwingen es war der weiße ein kräftiger fußtritt vor seine brust warf ihn hinab hier charlie hörte ich jetzt rufen schnell schnell zur linken von mir war sans ir auf seiner toni mein pferd in der einen hand am zügel haltend während er mit der anderen hand zwei wilde von sich abwehrte und vor mir liefen diejenigen insmen welche von den rädern nicht verletzt worden waren nach der richtung hin wo ihre pferde gestanden hatten sie konnten doch unmöglich hoffen dass sich die tiere trotz des feuers am platze gehalten hatten ich stoppte sofort sprang herab und eilte auf die gruppe zu die beiden indianer waren durch den zuruf sams aufmerksam geworden sie bemerkten mich augenblicklich und flohen ich schwang mich auf und bald befanden wir uns im dicksten haufen der fliehenden es war dies kein so gefährliches unternehmen als es vielleicht scheinen könnte die insmen waren von einem wahrhaft panischen schrecken ergriffen worden und als sie gar bemerkten daß ihre pferde verloren seien stoben sie vor uns auseinander wie ein furchtsames rudel wild in welches die meute des jägers gebrochen ist da hörte ich einen lauten ruf aus sams munde all devils da ist fred morgan hallo du satan nieder mit dir ich blickte hinüber und sah gegen den schein des noch am horizont lohenden brandes daß er zu einem gewaltigen hieberhaus holte der aber nicht traf denn der gegner duckte sich augenblicklich nieder und verschwand dann im schwarm der fliehenden sam spornte seine stute zu einem unglaublichen satze der sie und ihnen ihre mitte brachte weiter konnte ich das intermezzo nicht verfolgen da sich mir einige rothäute entgegengestellt hatten die mir wacker zu tun gaben ehe sie sich wieder wandten ich folgte ihnen nicht es war blut genug geflossen und ich konnte sicher sein dass es den indianern nach dieser lektion nicht in den sinn kommen werde wieder umzukehren um sean ein zeichen zu geben von der verfolgung abzulassen die ihm nichts als gefahr bringen konnte ahmte ich so laut wie möglich das geheul des kojoten nach und ritt dann zu dem zug zurück das personal war ausgestiegen und suchte während der maschinist den dampf ausströmen ließ nach den toten und verwundeten der konduktor stand fluchend dabei als er mich erblickte fuhr er wütend auf mich zu was fällt euch ein euch an der maschine zu vergreifen und uns die roten zu vertreiben die wir so fest hatten dass wir sie bis auf den letzten mann vertilgen konnten sachte sachte man seid froh dass sie fort sind denn es hätte leicht kommen können dass sie euch hatten statt ihr sie gut genug hattet ihr es bereits eingefädelt wer hat die prärie angezündet ich seid ihr verrückt und auch an mir habt ihr euch vergriffen wisst ihr dass ich euch arretieren und der court of justice überliefern kann nein das weiß ich nicht aber ich gebe euch recht gern die erlaubnis dazu old shatterhand vom pferd herunter zu holen in einen waggon zu sperren und dem gerichte zu übergeben ich wäre doch neugierig zu erfahren wie ihr das anfangt er schien einigermaßen in verlegenheit zu geraten so ist es nicht gemeint sir ihr habt allerdings einen dummen streich begangen aber den will ich euch vergeben danke sir es berührt das herz ungemein wohltuend wenn die mächtigen der erde eine schöne neigung zu gnade und barmherzigkeit verspüren lassen was werdet ihr jetzt tun was kann ich sonst tun als die schienen herstellen lassen und die fahrt dann fortsetzen oder werden wir einen zweiten angriff zu gewärtigen haben denke es nicht sir eure attacke war so ausgezeichnet ersonnen und ausgefüllt dass ihnen sicher die lust vergehen wird wiederzukommen ihr wollt doch nicht etwa meiner spotten sir das möchte ich mir sehr streng verbitten ich konnte doch nicht dafür dass es ihrer so viele waren und dass sie sich auf unseren angriff in solcher weise vorbereitet hatten ich hatte es euch gesagt die ogalalas wissen ihre waffen vortrefflich zu gebrauchen seht hin von euren sechzehn bahnararbeitern und zwanzig milizmen sind nicht weniger als neun gefallen ich habe das nicht zu verantworten und wenn ihr bedenkt dass ich und mein kamerad nur zu zweien die ganze rotte in die flucht getrieben haben so könnt ihr ungefähr vermuten wie es gegangen wäre wenn ihr mir statt euch selbst gefolgt wäret er schien große lust zu haben mir zu widersprechen es waren aber andere hinzugetreten welche mir recht gaben und so meinte er ziemlich kleinlaut bleibt ihr noch hier bis wir fort sind das versteht sich ein rechter westmann tut niemals halbe arbeit macht euch ans werk zündet einige feuer an die euch dazu leuchten bushwerk ist ja genug dazu hier und stellt einige wachen aus für den unwahrscheinlichen fall dass die rettmen sich ja noch einmal zurück wenden sollten wollt ihr das nicht übernehmen sir was die wache denke nicht ich habe genug für euch getan und noch genug anstrengungen zu erwarten während ihr dahin geht wo ihr euch pflegen könnt eure strategie wird euch schon sagen wie ihr den postendienst am besten einzurichten habt aber wir haben keine so scharfen und geübten augen und ohren wie ihr strengt sie an sir strengt sie ein wenig an dann seht und hört ihr ebenso scharf wie ich den beweis will ich euch sogleich geben seid still ihr leute und horcht einmal nach links da hinaus hört ihr etwas ja es kommt ein pferd das ist sicher ein wilder pschah glaubt ihr wirklich daß ein insman so laut herbeigeritten kommt um euch zu überfallen es ist mein mate und ich rate euch sehr ihn höflich zu empfangen es ist sansir der keinen spaß versteht allerdings war es sam der herbeigeritten kam und mit einer miene von seiner toni stieg als ob er die ganze welt erwürgen wolle habt ihr mein zeichen gehört fragte ich ihn er nickte bloß und wandte sich an den konduktor seid ihr der mann der so schöne feldzugspläne aussinnen kann ja antwortete der gefragte so naiv dass ich mühe hatte das lachen zu unterdrücken well sir dann mache ich euch mein kompliment denn da hier meine alte stute die toni hat mehr grütze im kopfe als ihr jemals gesehen habt aus euch kann noch etwas werden nehmt euch nur in acht daß sie euch nicht einmal gar zum präsidenten wählen bleibt toni ich komme gleich wieder der brave bahnbeamte stand ganz verblüfft da und wußte sichtlich gar nicht was er sagen sollte selbst wenn er worte gefunden hätte so wäre es unmöglich gewesen sie an den mann zu bringen denn sansir war im dunkel der nacht verschwunden ich fragte mich natürlich was meinen guten sam in so ganz außerordentlich schlechte laune versetzt haben könne und konnte nichts anderes denken als dass der grund in jenem fred morgen liegen müsse jedenfalls war dies kein anderer als der weiße bushredder den ich von der lokomotive gestoßen hatte wohin sam jetzt gegangen war konnte ich mir wohl denken ich hätte baldigst ganz dasselbe getan hatte aber bisher noch keine zeit dazu gehabt nach einigen minuten kehrte er zurück ich hatte mich niedergesetzt und sah den vorbereitungen zu welche man beim scheinen der aufflammenden feuer zur reparatur des bahngleises traf er nahm neben mir platz seine mine war nicht freundlicher sondern womöglich noch grimbartiger geworden nun fragte ich ihn was nun herrschte er mich an sind sie tot tot lächerlich wie können ein paar indianer häuptlinge tot sein wenn ihr ihnen auf den kopf krabbelt wie eine fliege die gejuckt sein will wisst ihr was ich vorhin dem konduktor sagte was dass die toni mehr grütze im kopf hat als er weiter denkt es euch selbst die toni hätte carbo mir und marty ruht zum beispiel ganz tot geschlagen statt nur halb sie sind fort ist mir lieb lieb das ist ja ganz pitiful ganz und gar jammervoll zwei solche kerzen laufen zu lassen weil man ihre skalpe bereits in den händen hat ich habe euch meine gründe gesagt zerm drum lasst das resonieren sagt lieber was euch die laune so verdorben hat well ist auch danach wisst ihr wen ich getroffen habe fred morgen egert wer hat es euch gesagt ihr habt den namen ja laut genug gerufen als ihr den mann erkanntet so weiß nichts davon ratet wer der kerl ist bei dieser frage und dem wuterhitzten benehmen des alten jägers kam mir ein gedanke doch nicht etwa gar der mörder eures weibes und kindes natürlich wer sonst ich fuhr empor das ist stark das ist viel habt ihr ihn erwischt entkommen ist mir der herr lunke fort ist der schuft weg über alle berge oh ich könnte mir die ohren herausreißen vor grimm wenn ich noch welche hätte ich sah doch wie er ihm zu pferde nachschnellte mitten unter den indianer hinein hat nichts geholfen gar nichts ich habe ihn gar nicht wiedergesehen vielleicht hätte er sich zur erde geworfen so dass ich an ihm vorübergeritten bin aber mein wird er finden muss ich ihn die pferde sind fort und so können wir uns an die fußspuren halten wird eine schwierige aufgabe sein zwar sind die spuren eines weißen recht gut von der pferde eines roten zu unterscheiden aber wer sagt euch denn dass er nicht klug genug ist auch einwärts zu gehen wie die indianer und wird es auch immer ein terrein geben auf welchem die pferde zu erkennen ist ihr habt recht charlie aber was soll ich sonst tun ich griff in die tasche und zog die zwei bräutel und die papiere hervor welche ich bei dem pferde des weißen gefunden hatte vielleicht finden wir hier einen anhalt über das was wir vorzunehmen haben ich öffnete die bräutel ganz in unserer nähe brannte eines der feuer sein schein fiel auf den inhalt den ich ganz deutlich zu erkennen vermochte ich stieß einen ruf der überraschung aus steine echte steine diamanten sam ich halte einen außerordentlichen reichtum in den händen wo hatte sie dieser burscheider her und wie kamen sie mit ihm in die wilde savanne auf eine rechtmäßige weise konnte er sie nicht besitzen das war sicher und ich hatte unbedingt die verpflichtung den wahren eigentümer ausfindig zu machen diamanten steth ist zwar zeigt her ich habe in meinem ganzen leben zum beispiel noch niemals das glück gehabt so ein teures stückchen erdreich zwischen meinen fingern zu halten ich gab sie ihm hin es sind brasilianer hier schaut sie an hm was die menschen doch für sonderbare geschöpfe sind es ist doch nur stein nicht einmal ein rechtes gutes metall nicht wahr charlie kohlenstoff sam nichts als kohlenstoff kohlenstoff oder koks meinetwegen ich gebe für den ganzen kram hier mein altes schießeisen nicht hin was werdet ihr mit den schlacken tun sie dem rechtmäßigen eigentümer wiedergeben und wer ist das weiß es nicht werde es aber wohl erfahren denn so ein horrible verlust wird nicht still ertragen sondern in allen zeitungen ausgeschrieben hihihi so müssen wir gleich morgen abonnieren nicht charlie ist vielleicht gar nicht nötig am ende finden wir in diesen papieren irgendeinen aufschluss da seht doch zum beispiel gleich einmal nach ich tat es und fand zwei sehr gute karten der vereinigten staaten und einen brief welchem das kuvert fehlte er lautete galveston den lieber vater ich brauche dich komme so schnell wie möglich ganz gleich ob dir dein streich mit den steinen gelungen ist oder nicht reich werden wir auf alle fälle mitte august triffst du mich in der sierra rianca da wo der rio pecos zwischen dem skettel und hetpik heraustritt das weitere nur mündlich dein patrick das datum war bei galveston abgerissen ich konnte also nicht bestimmen wann der brief geschrieben worden war ich las ihn zährend vor wie hot meinte dieser als ich fertig war das stimmt denn sein bube heißt zum beispiel gar nicht anders als patrick und gerade diese beiden fehlen mir noch zu meinen zehn die ich haben muss aber sagt wie heißen denn die beiden berge der skettel und der hetpik kennt ihr sie ein wenig ich war von santa fe aus in den organus bergen und da es in der sierra rianca und der sierra guadalupe bären geben sollte so machte ich einen abstecher dahin und kennt ihr auch den rio pecos sehr gut dann seid ihr der mann den ich brauche wir wollten nach texas und mexiko und können uns nebenbei einige schritte weiter nach rechts halten übrigens wollte ich nur dorthin weil ich zum beispiel dachte meine leute dort zu finden da sie uns aber so schön sagen wo sie zu finden sind so wäre ich ja ein narr wenn ich sie nicht einmal den alten suns ihr mit seiner toni sehen ließe geht ihr mit wenn wir morgen früh keine spur von diesem fred morgen finden natürlich ich muss ihn haben denn bei ihm werde ich am sichersten erfahren wem die steine gehören dann steckt diese sachen wieder ein und lasst uns sehen was die reelroder machen der konduktor hatte meinem rate gemäß wachen ausgestellt das zugpersonal war nebst den bahnarbeitern beschäftigt den zerstörten schienenweg wiederherzustellen und die passagiere standen teils dabei um zuzuschauen teils beschäftigten sie sich mit den leichen der gefallenen oder betrachteten uns beide deren unterhaltung sie nicht zu stören gewagt hatten jetzt da wir uns erhoben traten einige zu uns heran um uns ihren dank für unsere teilnahme abzustatten sie waren verständiger als der zugführer und fragten uns in welcher weise sie uns ihre erkenntlichkeit in form eines geschenkes erweisen könnten ich bat mir pulver blei tabak brot und zündhölzer kaufen zu dürfen wenn etwas von diesem artikel vorhanden sein sollte und sofort griff jeder in seinen vorrat so dass wir mehr als reichlich mit dem gewünschten versehen wurden eine bezahlung welche rundweg abgeschlagen wurde konnte ich natürlich nicht aufdrängen so verging die kurze zeit welche zur reparatur vonnöten war die werkzeuge wurden wieder aufbewahrt und der konduktor trat zu uns indem er fragte wollt ihr mit einsteigen mischurs ich nehme euch gerne eine strecke mit soweit es euch gefällt danke sir wir bleiben hier antwortete ich ganz wie ihr wollt ich habe natürlich über das heutige ergebnis einen bericht abzustatten und werde nicht verfehlen eurer ehrenvoll zu erwähnen eine belohnung wird dann jedenfalls nicht ausbleiben danke würde uns nichts nützen da wir nicht im lande bleiben wem gehören die trophäen welche hier erbeutet werden nach dem gesetze der savannah gehört alles eigentum des besiegten dem sieger wir haben gesiegt folglich können wir den insmen abnehmen was sie bei sich tragen greift zu ihr leute wir müssen doch jeder ein andenken an den heutigen kampf aufzuweisen haben da trat sam nahe zu ihm heran und sagte wollt ihr uns wohl den indianer zeigen den ihr besiegt und getötet habt sir der mann sah ihn einigermaßen verblüfft an wie meint ihr das wenn ihr einen getötet habt so könnt ihr seine habseligkeiten zum beispiel an euch nehmen sonst aber nicht sam lasst ihnen das vergnügen wandte ich mich zu dem gefährten wir brauchen ja nichts von alledem wenn ihr meint so mag es sein aber die skype ruht ihr uns nicht an und den ermordeten märter nehmt ihr mit der da drüben liegt fügte ich hinzu das ist ja eure schuldigkeit dieser wunsch mußte mir natürlich erfüllt werden nicht sollte mich aber zum beispiel wundern wenn fred morgen nicht wieder käme um wenigstens den versuch zu machen sein pferd und mit ihm die steine wiederzufinden möglich aber wahrscheinlich nicht wer will ein pferd welches vor dem feuer flieht wiederfinden und dazu weiß er ja dass außer den railroders noch andere leute hier sind vor denen er sich nicht sehen lassen darf wenn er nicht die höchste gefahr laufen will er hat mich ebenso gut erkannt wie ich ihn und es sollte mich wundern wenn er nicht lust hätte mir eine kugel oder ein scharfes eisen zu geben das müssen wir abwarten heute aber sind wir jedenfalls sicher trotzdem können wir uns von der bahn eine strecke zurückziehen welche groß genug für die überzeugung ist dass wir nicht gestört werden well also vorwärts er setzte sich auf ich bestieg meinen mustang und wir ritten vielleicht eine englische meile weit nach norden hier machten wir halt hobbelten unsere tiere an und wickelten uns in unsere decken ich war wirklich müde geworden und schlief sehr bald ein später war es mir einmal wie im traume als hörte ich den zug von ost nach west vorüber rollen doch kam ich nicht zur rechten munterkeit und schlief wieder ein als ich erwachte und mich aus der decke wickelte war es noch sehr früh am tage dennoch saß sam bereits vor mir und rauchte behaglich eine der zigarren die wir gestern abend erhalten hatten good morning charlie es ist wirklich ein unterschied zwischen diesem kraute und euren patent smokers deren manufaktur die ihr dort unterm sattel habt nehmt euch auch eine und dann wollen wir an das werk gehen auf das frühstück müssen wir verzichten bis wir wasser finden wenn wir es nur bald treffen das ist wünschenswert um unserer pferde willen die kein futter haben übrigens kann ich meine zigarre auch zu pferde genießen ich steckte mir eine an und hobbelte dann mein pferd los wie reiten wir fragte sam eine schneckenlinie von hier aus bis an den ort wo der zug gestanden hat da kann uns keine spur entgehen aber nicht nebeneinander nein wir nehmen natürlich genügend abstand vorwärts die feine asche des niedergebrannten grases hatte die spuren der flüchtigen orgelallas sehr deutlich aufgenommen wie sich vermuten ließ aber der luftzug hatte sie während der nacht so vollständig verweht dass nicht das geringste zu bemerken war so kamen wir endlich resultatlos an orten stelle habt ihr etwas gesehen charlie erkundigte sich sam nein ich auch nicht der kuckuck hole den wind der immer nur dann kommt wenn er zum beispiel gar nicht gebraucht werden kann hättet ihr den brief nicht gefunden so wüssten wir wahrhaftig nicht was wir anfangen sollten also fort nach den rio pecos wel vorher aber will ich den roten sagen wem sie das gestrige vergnügen zu verdanken haben während ich abstieg und mich auf den damm ausstreckte begann er sein werk an dem ich mich nicht zu beteiligen vermochte und bald lagen die toten insmen nebeneinander die abgeschnittenen ohren in den händen nun kommt meinte sam wir haben einen weiten ritt bis zum nächsten wasser und ich bin begierig zu erfahren wer ihn besser aushält euer mustang oder meine alte toni euer tier hat etwas weniger zu tragen als das meinige well charlie etwas weniger menschenfleisch aber dafür etwas mehr grütze man dass mir dieser fred morgen entkommen ist dafür kann ich nicht dass ihr aber die beiden häuptlinge nicht gehörig ausgelöscht habt das vergebe ich euch zum beispiel erst dann wenn ihr mir den morgen fangen helft abschnitt fünf aus winnetou drei von carl may diese librivox aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem besitz zweites kapitel die stakemen teil eins zwischen texas arizona neu mexico und dem indianer territorium oder anders ausgedrückt zwischen den ausläufern des ozark gebirges der unteren und der oberen sierra guadalupe und den gualper bergen rings eingefasst von den höhen welche den obernlauf des rio pecos und die quellen des red river sabine trinidad brazos und colorado umgrenzen liegt eine weite furchtbare strecke landes welche die sahara der vereinigten staaten genannt werden könnte wüste flächen dürren glühenden sandes wechseln mit nackten brennenden felslagerungen die nicht imstande sind auch nur der aller dürftigsten vegetation die kärksten bedingungen des kürzesten daseins zu bieten schroff und unvermittelt folgt die kalte nacht auf die hitze des tages kein einsamer jäbel kein grünendes wadi unterbricht wie in der sahara die tote einförmige wüste kein stiller bier lockt mit seiner belebenden feuchtigkeit eine kleine oase hervor sogar der durch den steppencharakter vermittelte übergang von den reich bewaldeten berggebieten zur leblosen wildnis fehlt gänzlich und der tod tritt dem auge allüberall unverhüllten seiner fürchterlichsten gestalt entgegen nur hier und da steht man weiß nicht durch welche kraft hervorgerufen und erhalten ein einsamer lederartiger mit squite strauch gleichsam zum hohne für den nach einem grünen punkte sich sehnenden blick und ebenso erstaunt trifft man zuweilen auf eine wilde kaktusart die entweder wenige einzelne exemplare oder gruppen bildet oder auch weite ausgedehnte gebiete eng bestandet ohne dass man sich ihr dasein enträtseln ändern klären kann aber weder der mit squite noch der kaktus gibt einen erfreulichen wohltuenden anblick grau-braun ist ihre farbe und unschön ihre gestalt sie werden von dickem sandstaube bedeckt und wehe dem pferde dessen reiter so unvorsichtig ist es in eine solche kaktus oase zu lenken es wird von den haarscharfen stahlharten stacheln so an den füßen verwundet dass es nie wieder gehen lernt der reiter muss es sofort aufgeben und es kommt sicher elend um wenn er es nicht tötet trotz aller schrecken welche diese wüste bietet hat es doch der mensch gewagt sie zu betreten es führen straßen durch sie hinauf nach Santa Fe und Fort Union hinüber nach dem Paso del Norte und hinunter in die wohlbewässerten prärien und wälder von texas aber bei diesem Worte Straße darf man nicht an den Wegebau denken welcher in zivilisierten Ländern diese Bezeichnung trägt wohl reitet ein einsamer Jäger oder Rastreador eine Gesellschaft kühner Waagehälse oder ein zweideutiger Pulk Indianer in schnellster Eile durch die Wüste wohl knarrt ein schneckengleich langsamer Ochsenkarrenzug durch die trostlose Einöde aber einen Weg gibt es nicht nicht einmal jene Viertelstunden breit auseinandergehenden Geleise wie man sie in der Lüneburger Heide oder in dem Sande Brandenburgs findet jeder reitet oder fährt seine eigene Bahn solange ihm der Boden noch einige wenige Merkmale bietet an denen er erkennen kann dass er überhaupt sich noch in der richtigen Richtung befindet aber diese Merkmale hören nach und nach selbst für das geübteste Auge auf und von da an hat man die Maßregel getroffen diese Richtung vermittelt Pfählen zu bezeichnen welche von Zeit zu Zeit in den Boden gesteckt worden sind dennoch aber fordert die Wüste ihre Opfer die ihre Größenverhältnisse in Betracht gezogen viel zahlreicher und auch schrecklicher sind als diejenigen welche die sahara afrikas und die chamo hochasiens als furchtbaren Tribut entgegennehmen Menschenleichen Tierkadaver Sattelfragmente Wagenreste und andere schauerliche Überbleibsel liegen am und im Wege und erzählen stumme Geschichten die zwar das Ohr nicht hören aber das Auge desto deutlicher bemerken kann und darüber schweben hoch in den Lüften die Aasgeie die jeder lebenden Bewegung die sich unten zu erkennen gibt mit beängstigender Ausdauer folgen als wüssten sie dass ihnen ihre sichere Beute nicht entgehen kann und wie heißt diese Wüste die Bewohner der umliegenden Territorien geben ihr verschiedene bald englische bald französische oder spanische Namen weithin aber ist sie wegen der eingerahmten Pfähle welche den Weg bezeichnen sollen als Lano Estacado bekannt in der Richtung von den Zuflüssen des Red River Herr nach der Sierra Ranker zu ritten zwei Männer deren Pferde fürchterlich ermüdet schienen die armen Tiere waren beinahe bis auf die Knochen abgemagert sahen struppig aus wie ein Vogel der am nächsten Morgen tot im Käfig liegen wird und schleppten ihre kraftlosen Glieder bei jedem Schritt stolpernd so langsam fort dass man jeden Augenblick ihr Zusammenbrechen erwarten konnte ihre Augen waren blutig unterlaufen die Zunge hing ihnen trocken zwischen den Lefzen hervor die ihre Spannkraft vollständig verloren hatten und trotz der sengenden Tagessitze war in ihrem ganzen Körper kein einziger Tropfen Schweißes und an den Gebisse kein winziges Flöckchen Schaum zu bemerken ein Zeichen dass außerdem von der Wüstenblut eingedickten Blute nicht eine Spur von Feuchtigkeit mehr in dem Körper zu finden sei diese beiden Pferde waren die Toni und mein Mustang und folglich konnten die Reiter wohl kaum andere sein als der kleine Sam und ich fünf Tage ritten wir bereits durch den Lano Estacado in welchem wir erst hier und da noch einiges Wasser getroffen hatten jetzt aber gab es weit und breit keine Spur mehr davon und ich hatte den Gedanken nicht von mir weisen können wie praktisch die Überführung von numidischen Kamelen in diese Wüste sein würde jetzt nun fielen mir Ulans Worte ein den Pferden war es so schwach im Magen fast musste der Reiter die Meere tragen aber an die Ausführung des letzten Verses selbst wenn sie noch möglich gewesen wäre konnte gegenwärtig nicht gedacht werden da sich die Reiter ganz und genau in demselben hoffnungslosen Zustande befanden wie ihre Tiere der kleine zusammengetrocknete Sam hing auf dem Halse seiner Stute als wäre er nur durch einen glücklichen Zufall auf dem Pferde festgehalten sein Mund war geöffnet und seine Augen zeigten jenen stieren seelenlosen Blick der die Nähe der vollständigen Apathie erkennen lässt mir selbst war es als seien die Lieder mit Bleibeschwert der Schlund war so trocken dass ich kein Wort zu sprechen versuchte grad als ob jeder laut mir die Kehle zersprengen oder aufreißen müsse und durch die Adern glühte es wie flüssiges Erz ich fühlte dass es kaum noch eine Stunde dauern könne bis wir vom Pferde sinken und verschmachtend liegen bleiben würden was stöhnte Sam ich erhob den Kopf was sollte ich antworten ich schwieg da stolperte mein Pferd und blieb stehen ich gab mir die möglichste Mühe aber es war nicht weiter vorzubringen die alte Toni folgte augenblicklich diesen Beispiele absteigen meinte ich und jeder einzelne laut dieses Wortes tat meinen Stimmwerkzeugen wehe es war als sei der Sprachgang von der Lunge bis zu den Lippen mit tausenden von Nadeln besteckt ich kroch vom Pferde nahm es beim Zügel und schritt schweigend voran es folgte mir langsam von seiner Last befreit Sam zog seine Rosinante hinter sich her war aber augenscheinlich noch matter als ich er taumelte förmlich und drohte bei jedem Schritte umzusinken so schleppten wir uns wohl noch eine halbe englische Meile weiter bis ich einen lauten Seufzer hinter mir hörte ich sah mich um mein guter Sam lag im Sande und hatte die Augen geschlossen ich trat zu ihm und setzte mich bei ihm nieder still und wortlos denn keine Rede konnte unsere Lage ändern das also sollte der Abschluss meines Lebens das Ziel meiner Wanderungen sein ich wollte denken an die Eltern an die Geschwister daheim im fernen Deutschland wollte meine Gedanken zum Gebete sammeln es ging nicht denn mein Gehirn kochte wir waren die Opfer eines unerhört grausamen Kunstgriffes der vor uns bereits gar manchen das Leben gekostet hatte von Santa Fe herab und dem Pasel der Norte herüber kommen häufig Trupps von Goldsuchern die in den Minen und Diggins von Kalifornien glücklich gewesen sind und nun mit dem Ertrage ihrer Arbeit nach dem Osten wollen sie haben den Lano Estacado zu durchschneiden und hier ist es wo gerade ihrer eine Gefahr lauert die ihren Ursprung nicht in den Boden und klimatischen Verhältnissen hat und neben ihnen dann auch noch andere trifft Leute welche in den Minen unglücklich gewesen sind und die Lust an ehrlicher Arbeit verloren haben heruntergekommene Subjekte die der Osten ausspeit die Vertreter aller möglichen Korruption ziehen sich am Saume des Estacado zusammen um den Goldsuchern aufzulauern da diese meist kräftige abgehärtete Gestalten sind und ihren Mut in tausend Drangsalen und Kämpfen erprobt haben so ist es auf alle Fälle gefährlich mit ihnen anzubinden daher sind die Freibauter auf eine Idee gekommen welche grausamer und infamer nicht gedacht werden kann sie nehmen nämlich die in den Weg weisenden Pfähle fort und stecken sie in einer falschen Richtung ein welche den Reisenden in das tiefste Grauen der Wüste führt und ihn dem Tode des Verschmachtens in die Arme bringt dann wird es ihnen leicht sich das Eigentum der Toten ohne sonderliche Mühe und Gefahr anzueignen und die Gebeine von hunderten bleichen auf diese Weise in tiefer Einsamkeit im Sonnenbrande während ihre Angehörigen daheim vergeblich auf die Rückkehr warten und nie im Leben wieder etwas von ihnen zu hören bekommen wir waren bisher den Fehlen mit Vertrauen gefolgt und erst gegen Mittag hatten wir bemerkt dass sie uns in eine falsche Richtung führten seit wann wir vom richtigen Kurse abgewichen waren wusste ich nicht umzukehren war daher nicht geraten zumal unser Zustand uns jede Minute treuer werden ließ Sam konnte unmöglich weiter und auch ich wäre wohl kaum noch eine Meile fortgekommen selbst wenn ich meine wenige noch übrige Kraft bis auf das Äußerste hätte anstrengen mögen es war gewiss noch lebend befanden wir uns bereits im Grabe wenn uns nicht irgendein glücklicher Umstand zur Hilfe kam und das musste bald geschehen da erscholl hoch über mir ein schriller heiserer Schrei ich blickte empor und gewahrte einen Geier welcher sich augenscheinlich erst vor kurzem und zwar ganz in der Nähe von der Erde erhoben hatte er beschrieb einen Kreis über uns als betrachte er uns bereits als seine gewisse unentrinnbare Bräute es musste sich nicht weit von uns ein Opfer der Wüste oder der Stakeman wie die Räuber des Estakado genannt werden befinden und ich warf den Blick in die Runde um vielleicht eine Spur davon zu entdecken obgleich die Hitze der Sonne und des Fiebers das Blut in die Gefäße meiner Augen trieb so dass sie schmerzten und ihren Dienst versagen wollten gewahrte ich doch in der Entfarnung von ungefähr tausend Schritten einige Punkte welche weder Steine noch sonstige Erhöhungen sein konnten ich nahm mein Doppelgewehr und bemühte mich näher zu kommen noch hatte ich die Hälfte der Entfernung nicht zurückgelegt so erkannte ich drei Kojoten und etwas weiter von ihnen einige Geier die Tiere saßen rund um einen Körper den ich nicht genau erkennen konnte es musste ein Tier oder ein Mensch sein der noch nicht ganz tot war sonst hätten sich die gefräßigen Geschöpfe längst in seine Leiche geteilt gleichwohl erfüllte mich die Gegenwart der Kojoten mit einem Anfluge von Hoffnung da diese Tiere welche nicht lange ohne Wasser zu leben vermögen sich nicht weit in die unwirtbaren Strecken der Wüste hineinwagen können übrigens musste ich sehen welcher Art der Körper war den sie umringt hielten und schon erhob ich den Fuß um weiter zu gehen als mir ein Gedanke kam der mich schnell die Büchse in Anschlag bringen ließ wir waren dem Verschmachten nah Wasser gab es ihr nicht aber konnte uns nicht das Blut dieser Tiere wenigstens einigermaßen eine Erquickung bringen ich legte also an aber meine Schwäche und das Fieber waren so groß dass die Mündung des Gewehres um mehrere Zoll weit hin und her wankte ich ließ mich also nieder stemmte den Arm auf das Knie und hatte nun einen sicheren Schuss ich drückte los und noch einmal zwei Kojoten wälzten sich im Sande dieser Augenblick ließ mich alle meine Schwäche vergessen und im eiligen Laufe rannte ich hinzu der eine Wolf war durch den Kopf getroffen der andere Schuss war so schülerhaft ausgefallen dass ich mich dessen Zeit lebens geschämt hätte wenn mein Zustand nicht ein so krankhafter gewesen wäre die Kugel hatte dem zweiten aufspringenden Tiere die beiden Vorderbeine zerschmettert sodass es sich heulend im Sande wälzte ich zog das Messer öffnete dem ersten Wolf die Halsader und sog mit den Lippen das Blut mit einer Begierde ein als ob es olympischer Nektar sei dann nahm ich den Lederbecher vom Gürtel ließ ihn volllaufen und trat zu dem Manne welcher wie tot in der Nähe lag es war ein Neger und kaum hatte ich den Blick in sein jetzt nicht schwarzes sondern schmutzig dunkelgraues Gesicht geworfen so hätte ich vor Überraschung beinahe den Becher fallen lassen Bob! eröffnete bei diesem Rufe die Augenlider ein wenig Wasser! seufzte er ich kniete neben ihm nieder hob seinen Oberleid empor und hielt ihm die Schale an den Mund Trinke! er öffnete die Lippen aber sein ausgetrockneter Schlund vermochte kaum mehr zu schlucken und es dauerte lange ehe ich ihm die ekelhafte Flüssigkeit eingeflößt hatte dann sank er wieder hinüber jetzt musste ich an Sam denken ich hatte mit Vorbedacht zuerst das Blut des tödlich getroffenen Kojoten genommen denn dieses musste eher gerinnen als dasjenige des anderen der bloß äußerlich verletzt war ich trat zu ihm und obgleich das Tier wütend nach mir biss schonte ich doch jetzt noch sein Leben fasste es beim Genick und schleppte es bis zu Sansir hin dort drückte ich es zur Erde dass es sich nicht zu bewegen vermochte und öffnete ihm die Ader Sam hier trink er hatte in vollständiger Apathie am Boden gelegen jetzt aber richtete er sich auf trinken? oh hastig ergriff er den Becher und leerte ihn mit einem Zuge ich nahm ihm demselben aus der Hand und füllte ihn nochmals Sam trank ihn zum zweiten Male aus Blut, Vieh, ah, Bill, oh, das ist besser als man denken sollte ich schlürfte die wenigen Tropfen welche es noch gab und sprang dann auf der entflohene dritte Kojote war zurückgekehrt und machte sich trotz der Anwesenheit des Negers mit seinem toten Genossen zu schaffen ich lud meine Büchse wieder, pirschte mich näher und schoss ihn nieder mit Hilfe seines Blutes brachte ich den Schwarzen so weit dass er zur vollständigen Besinnung und zum Gebrauche seiner Glieder kam der Reisende hat sehr oft Begegnungen zu verzeichnen welche geradezu wunderbar erscheinen müssen eine solche war mein jetziges Zusammentreffen mit dem Neger den ich sehr gut kannte ich hatte in dem Hausen seines Herren des Juweliers Marshall in Louisville eine mehrtätige Gastfreundschaft genossen und damals den treuen stets lustigen Schwarzen lieb gewonnen die zwei Söhne des Juweliers hatten mit mir einen Jagdausflug in die Kumberlandsberge gemacht und mich dann in den Mississippi begleitet beide waren prächtige Jungens gewesen deren Gesellschaft mir behagte wie nun kam Bob der alte weißhaarige Schwarze hierher in den Lano Estacado Geht es jetzt besser Bob? fragte ich ihn Besser, sehr besser, oh ganz besser er stand auf und schien mich erst jetzt zu erkennen Massa, seines möglich? Massa Charlie, der ganz viel Großjäger Oh, Nigga Bob seien froh das Treffen Massa denn Massa Charlie retten Massa Bern, der sonst seien tot, ganz viel tot Bernhard, wo ist er? Oh, wo sein Nasser Bern? er blickte sich um und zeigte nach Süden Massa Bern seien dort Oh nein, seien dort oder dort oder dort er drehte sich dabei um seine eigene Achse und zeigte nach West, Nord und Ost der gute Bob konnte selbst nicht sagen, wo sein junger Massa sei Was tut Bernhard hier in dem Lano Estacado? Was tun? Bob nicht wissen das, denn Bob doch nicht sehen Massa Bern der seien fort mit all anderer Massa Wer sind die Leute, mit denen er reist? Leute, sein Jäger, sein Kaufmann, sein Oh Bob nicht alles wissen Wo wollte er hin? Nach Kalifornien, nach Francisco, zu jungen Massa Erlen So ist Erlen in Franzisko? Massa Erlen dort seien, kaufen groß viel Gold für Massa Marshall Aber Massa Marshall nicht mehr brauchen Gold, weil Massa Marshall seien tot Massa Marshall ist gestorben? Fragte ich erstaunt, denn der Juwelier war damals noch außerordentlich rüstig gewesen Ja, aber nicht tot von Krankheit, sondern tot von Mord Ermordet ist er worden? Rief ich entsetzt Von wem? Bob nicht wissen Mörder, auch niemand wissen Mörder Mörder kommen in Nacht, stoßen Messer in Brust von Massa Marshall Und nehmen mit Altstein, Juwel und Gold, was gehören Massa Marshall Wer Mörder seien und wohin Mörder gehen, das nicht wissen Scheriff Auch nicht Jury, auch nicht Massa Bern und auch nicht Bob Wann ist dies geschehen? Das seien vor viel Woche, vor viel Monat Fünf Monat nun vorbei Massa Bern sein werden ganz viel arm Massa Bern schreiben an Massa Erlen in Kalifornien Aber nicht erhalten Antwort Und darum selbst gehen nach Kalifornien, um zu suchen Massa Erlen Das war nun allerdings eine fürchterliche Nachricht, welche ich hier erhielt Ein Raubborn hatte das Glück, dieser so außerordentlich braven Familie zerstört Dem Vater das Leben gekostet und seine beiden Söhne in Armut gestürzt Alle Steine und Juwelen waren verschwunden Ich musste unwillkürlich an die Diamanten denken Welche ich Fred Morgan abgenommen hatte und noch immer bei mir trug Aber was konnte den Täter von Louisville weg in die Prärie treiben? Wie seid ihr gereist? fragte ich weiter Von Memphis nach Fort Smith und dann über das Gebirge nach Preston, Massa Bob seien fahren, reiten, laufen bis in großfurchtbar Wüste Estakad Wo niemand mehr haben, findet Wasser Da werden müd Pferd und Bob Da haben Durst groß wie Mississippi Pferd und Bob Da fallen Bob vom Pferd Pferd laufen fort und Bob bleiben liegen Nur ganz groß sehr Not haben Bob und sterben vor Durst immer mehr Bis kommen Massa Charlie und geben Bob Blut in den Mund Oh Massa, retten Massa Marshall und Bob haben lieb Massa Charlie so groß so viel wie ganze Welt und ganze Erde Das war nun allerdings ein Verlangen, für dessen Erfüllung ich auch nicht die mindeste Hoffnung haben konnte Woher das Vertrauen des Negers kam, konnte ich nicht sagen Und zu entsprechen vermochte ich demselben vielleicht ebenso wenig Dennoch fragte ich weiter Wie stark war eure Gesellschaft? Sehr groß stark, Massa Neun Männer und Bob Wohin wolltet ihr zunächst? Das Bob nicht wissen Bob immer reiten hinterher und nicht hören, was viel Massa sagen Du hast ein Messer und einen Säbel Hattet ihr alle Waffen? Nicht Großkanone und Haubitz Aber viel Flint und Büchs und Messer und Pistole und Revolver Wer war eure Führer? Ein Mann heißen Williams Erinnere dich doch einmal genau, wohin sie geritten sind, als du vom Pferde fielst Weiß nicht mehr Dahin, hierhin, dorthin Wann war es? Zu welcher Tageszeit? Es sei ein Abend bald und Ah, oh jetzt wissen Bob Massa Bären reiten gerade in Sonne hinein, als Bob fallen vom Pferd Gut, kannst du wieder gehen? Bob blaufen wieder wie Hirsch Blut sein gut als Neife durstig Wirklich hatte auch mich der seltsame Trunk so erquickt Daß alles Fieber aus meinen Gliedern gewichen war Und neben mir stand jetzt der kleine Sam, der dieselbe glückliche Änderung verspürte Er war herbeigekommen, um uns zuzuhören Und sah um mehrere Hunderte von Prozenten besser aus, als noch vor kaum fünf Minuten Die Gesellschaft, in welcher sich Bernhard Marshall befunden hatte, mußte ebenso erschöpft gewesen sein wie wir, sonst hätte der wackere junge Mann seinen treuen Diener sicherlich nicht im Stiche gelassen Vielleicht hatten Durst und Fieber so in seinen Eingeweiden gewühlt, daß er gar nicht mehr Herr seiner Gedanken und Sinne gewesen war Die letzte Angabe Bobs ließ mich vermuten, daß er seine Richtung, ebenso wie wir, nach Westen hatte Aber wir ihn erreichen, wie ihm Hilfe bringen, da wir dieser Hilfe selbst so sehr bedurften und nicht imstande waren, unsere Pferde zu gebrauchen Ich sann und sann, konnte aber zu keinem rettenden Gedanken kommen, obgleich ich annehmen musste, daß die Gesellschaft nicht weit gelangt sein könne Wie aber kam es, daß keine Spur von ihr zu bemerken war? Ich wandte mich zu Sam Bleibe hier bei den Pferden, die sich vielleicht so weit erholen, daß sie später noch eine Meile laufen können Bin ich in zwei Stunden noch nicht zurück, so folgst du meiner Spur Well, Charlie, wirst nicht allzu weit kommen, denn dieser kleine Schluck Koyotensaft kann zum Beispiel unmöglich lange anhalten Es versteht sich von selbst, daß wir uns jetzt nicht mehr, wie am ersten Tage unserer Bekanntschaft, ihr, sondern du nannten Ich meine das Du der Westläufer-Sprache Ich untersuchte den Boden und fand, daß die Spuren Bobs von dem Orte, an welchem er gelegen hatte, nach Norden gingen Ihnen folgend gelangte ich nach ungefähr zehn Minuten an eine Stelle, wo die Pferde von zehn Pferden von Ost nach Westen lief Hier hatte ihn die Mattigkeit von seinem Tiere geworfen, ohne daß man es bemerkt zu haben schien Vielleicht war er eine gute Strecke hinter seinem Trupp zurück gewesen Ich folgte den Spuren und fand, daß sein Tier den anderen gefolgt war Doch schienen sämtliche Pferde entsetzlich müde gewesen zu sein, denn alle waren von Zeit zu Zeit gestolpert Und ihr Gang war so schleppend gewesen, daß sie von Schritt zu Schritt mit den Schärfen ihrer Hufe leicht über den Sand gestrichen waren Dies machte die Spuren außerordentlich kenntlich, so daß ich ihnen ohne alle Mühe schnell zu folgen vermochte Ich sage schnell, und es ging auch schnell, obgleich ich heute noch nicht zu sagen vermag, ob der grausige Trunk oder die Besorgnis um Bernard Marshall mir so plötzlich diese unerwarteten Kräfte verlieh So war ich wohl eine Meile weit vorangekommen, als ich einige vereinzelt stehende Kaktusstauden bemerkte, die so vollständig abgedorrt waren, daß sie beinahe eine gelbe Farbe angenommen hatten Nach und nach standen sie in einzelnen Gruppen, welche allmählich immer häufiger wurden, bis sie endlich eine unabsehbare und geschlossene Strecke bildeten, welche sich weit bis über die Linie des Horizontes hinüberzog Natürlich ging die von mir verfolgte Fährte nicht in die gefährlichen Gewächse hinein Sie führte um dieselben herum, und ich folgte ihr, doch nicht lange, denn plötzlich kam mir ein Gedanke, der mich sofort mit neuen Kräften erfüllte Wenn in den glühenden Niederungen der Halbinsel Florida die jedes wasserverzehrende Hitze so groß wird, daß Mensch und Tier verschmachten will, und dennoch die Erde bleibt wie flüssiges Blei und der Himmel wie glühendes Erz, ohne die kleinste Wolke sehen zu lassen, so stecken die verschmachtenden Leute das Schilf und alles sonstige ausgedeutte Gesträuchenbrand, und siehe da, der Regen kommt Ich selbst hatte dies zweimal beobachtet, und wer einigermaßen mit den Gesetzen, Kräften und Erscheinungen der Natur vertraut ist, kann sich den Vorgang ganz gewiss erklären, ohne eine wissenschaftliche Erörterung zu verlangen Hieran dachte ich in diesem Augenblick Kaum war's gedacht, kniete ich auch bereits bei den Pflanzen, um mir mit dem Messer die nötigen Zündfasern abzuschleißen Einige Minuten später flackerte ein lustiges Feuer empor, welches erst langsam und dann immer schneller weiter um sich griff, bis ich endlich vor der Fronte eines Glutmeeres stand, dessen Grenzen nicht abzusehen waren Ich hatte bereits mehrere Präriebrände erlebt, keine aber war mit diesem donnernden Getöse über den Boden geschritten wie diese Kaktushölle, in welcher die einzelnen Pflanzen mit Büchsenschuss ähnlichem Knalle platzten, sodass es klang, als habe sich ein ganzes Armeekorps zum Einzelgefechte aufgelöst Die Loh stieg Himmel an und über ihr webte und zitterte ein Meer von glühenden Dünsten, durchschossen und durchflogen von den Kaktusspittern, welche von der Hitze wie Pfeile emporgeschnellt wurden Der Boden zitterte merklich unter meinen Füßen und in den Lüften hallte es dumpf wie das Getöse einer Schlacht Das war die beste Hilfe, welche ich, wenigstens jetzt, Bernhard Marshall und den Seinen bringen konnte Ich kehrte zurück, unbesorgt, ob ich ihre Spuren später sehen würde oder nicht Die Hoffnung stärkte mich so, dass ich zu dem Wege kaum eine halbe Stunde gebraucht hätte Doch war es nicht nötig, denselben Gans zurückzulegen, denn bereits auf der Hälfte desselben kam mir Sam mit Bob und den beiden Pferden, welche sich wieder ein wenig vorzuschleppen vermochten, entgegen Zauns, Charlie, was ist denn eigentlich da vorn los? Erst dachte ich, wir hätten ein Erdbeben, jetzt aber glaube ich zum Beispiel, dass dieser höllische Sand gar noch in Brand geraten ist Der Sand nicht, Sam, aber der Kaktus, welcher dort in Menge steht Wie fängt der Feuer? Ich glaube doch nicht, dass du ihn angezündet hast Warum nicht? Wahrhaftigt, er ist's gewesen Aber sage doch, Mensch, zu welchem Zwecke? Um Regen zu bekommen Regen? Nimm es mir nicht übel, Charlie, aber ich glaube, du bist zum Zeitvertreiber ein wenig übergeschnappt Weißt du nicht, dass bei manchen Wilden die Übergeschnappten für sehr gescheite Leute gelten? Ich hoffe nicht, dass du behaupten willst, etwas Gescheites angefangen zu haben Die Hitze ist ja vielmehr doppelt so groß geworden als vorher Die Hitze ist gestiegen und mit ihr wird sich die Elektrizität entwickeln Bleibe mir zum Beispiel mit deiner Elektrizität vom Leibe Ich kann sie nicht essen, ich kann sie nicht trinken Ich weiß überhaupt gar nicht, was für eine fremde Kreatur ich unter ihr zu verstehen habe Du wirst sie bald zu hören bekommen, denn in kurzer Zeit werden wir das schönste Gewitter haben Und vielleicht auch ein wenig Donner dabei Nun halte auf! Armer Charlie, du bist wirklich übergeschnappt Er blickte mich so besorgt an, dass ich erkennen musste, er spaße nicht Ich deutete empor Siehst du diese dünnste, welche sich bereits zusammenballen? Alle Wetter, Charlie, am Ende bist du nicht ganz so sehr verrückt, wie ich gedacht habe Sie werden eine Wolke bilden, die sich mit Heftigkeit entladen muss Charlie, wenn dies wirklich so ist, dann bin ich ein Esel Und du bist der klügste Kerl in den Vereinigten Staaten Und auch etwas darüber hinaus Ist nicht so schlimm, Sam Ich habe das Ding in Florida gesehen und es hier einfach nachgemacht Weil ich denke, dass uns eine Handvoll Regen nicht sehr viel schaden wird Schau, da hast du bereits die Wolke Sobald der Kaktus niedergebrannt ist, geht es los Und wenn du es nicht glauben willst, so sieh nur deine Toni an Wie sie mit dem Schwanzstummel wirbelt und die Nüstern aufwirft Auch mein Nustern riecht bereits Regen, der sich allerdings nicht viel weiter als über die Brandstrecke verbreiten wird Kommt vorwärts, dass er uns auch richtig erwischen kann Zwar liefen wir, aber wir hätten uns jetzt ebenso gut auch aufsetzen können Denn unsere Tiere zeigten sich so munter, wie es ihre Kräfte nur immer gestatteten Und drängten förmlich vorwärts Ihr Instinkt ließ sie die ersehnte Erquickung wittern Meine Prophezeiung traf ein Eine halbe Stunde später hatte sich die kleine Wolke so ausgebreitet, dass der ganze Himmel über uns bis rund um den Horizont tiefschwarz erschien Dann brach es los, nicht allmählich wie in gemäßigteren Breiten, sondern plötzlich, als ob die Wolken aus festen Gefäßenbeständen umgestürzt worden seien Es war, als trommelten zwanzig Freuste auf unsere Schultern Und in der Zeit von nur einer Minute waren wir so vollständig durchnässt, als wären wir in den Kleider durch einen Fluss geschwommen Die beiden Pferde standen erst ruhig und ließen die stürzende Flut mit freudigen Schnauben über sich ergehen Dann aber begannen sie allerlei Kapriolen zu machen Und bald konnten wir bemerken, dass ihre Kräfte vollständig zurückgekehrt waren Wir selbst empfanden ein ganz außerordentliches Wohlbehagen, hielten unsere Decken auf, um das kostbare Nass zu sammeln und füllten, was wir nicht tranken, in unsere Schläuche Am freudigsten gebärdete sich Bob, der Neger Er schlug Räder und Purzelbäume und Schnittgrimassen, die infolge seiner Physiognomie und der konträren Farbe seines Haares und seines Gesichtes ganz unbeschreiblich waren Massa, Massa, oh, oh, Wasser, schön Wasser, gut Wasser, viel Wasser Bob sein gesund, Bob sein stark, Bob wieder laufen, fahren und reiten bis nach Kaliforn Wird auch haben Wasser Massa Bern? Wahrscheinlich, denn ich glaube nicht, dass er weit über die Kaktusstrecke hinausgekommen sein wird Aber so trinke doch, es wird gleich aufhören zu regnen Er hob seinen breitrandigen Hut, der ihm entfallen war, von der Erde auf, hielt die untere Seite desselben empor, riss die wulstigen Lippen auseinander, dass ein Abgrund entstand, welcher von einem Ohre bis zum anderen reichte, warf den Kopf nach hinten und goss sich den entquickenden Trank zwischen die klaffenden Zähne Oh, ah, gut, Massa, Bob trinkt noch groß viel mehr Er hielt den Hut wieder empor, sah sich aber getäuscht Ah, Regen all sein, kein Wasser mehr kommen Wirklich hörte nach einem letzten Schlage des Donners, welcher ununterbrochen erschollen war, der Regen ebenso plötzlich auf, wie er eingetreten war Doch brauchten wir ihn auch nicht mehr, denn unser Durst war vollständig gestillt, und dazu hatten wir die Schläuche bis zum Überlaufen füllen können Jetzt lasst uns ein wenig essen, meinte ich, und dann schnell vorwärts, damit wir Marschall erreichen Das Mahl war in einigen Minuten beendet, es bestand nur in einem Stück dürren Büffelfleisches Dann setzten wir uns auf und trappten vorwärts, wobei sich Bob als ein so guter Läufer erwies, dass er sehr leicht Schritt mit uns zu halten vermochte Allerdings waren die Spuren durch den Regen vollständig verwischt worden Doch kannte ich ja ihre Richtung, und es dauerte auch nicht lange, so bemerkte ich einen Flaschenkürbis, welcher an der Erde lag, und jedenfalls von einem der Leute fortgeworfen worden war Die Kaktusstrecke musste sich weit von Ost nach West hingezogen haben, denn die schwarze Brandfläche wollte gar nicht enden Dies war mir jedoch lieb, da ich daraus schließen konnte, dass die Gesuchten von dem Regen mit betroffen worden waren Endlich aber hörte die Brandstätte doch auf, und gleich nachher erblickte ich in der Ferne eine dunkle Gruppe, welche aus Menschen und Tieren bestehen musste Ich nahm das Fernrohr zur Hand und zählte neun Männer und zehn Pferde Acht der Gestalten saßen am Boden, die neunte aber befand sich zu Pferde und trennte sich eben von der Gruppe, um im Galopp in gerader Richtung auf uns zuzuhalten Da aber schien er uns zu bemerken und parierte sein Tier Ich fixierte ihn schärfer und erkannte Bernhard Marschall Ich erriet sein Vorhaben Er hatte sich in einem Zustand der solcher Auflösung und Gleichgültigkeit befunden, dass er ebenso wie die anderen auf das Verschwinden seines Dieners gar nicht geachtet hatte Durch den erquickenden, neu belebenden Regen nun war er wieder in den Besitz seiner geistigen Spannkraft gelangt und hatte es als seine erste Pflicht erkannt, Bob aufzusuchen und zur Gesellschaft zurückzubringen Das sah ich auch an den zweiten Pferde, welches er am Zügel mit sich führte Dass sich ihm keiner der anderen anschloss, wollte nicht sympathisch auf mich wirken und ich hätte wessen mögen, dass sie aus lauter Yankees bestanden, denen das Leben eines Negers, wenn er noch dazu nicht die eigene Diener ist, so viel wie eine taube Nuss gilt Er musterte unseren kleinen Trupp, rief einige Worte zurück und sofort saßen alle auf ihren Pferden und hatten die Waffen zur Hand Vorwärts, Bob, legitimiere uns, gebot ich dem Neger Er setzte sich in Dauerlauf und wir folgten ihm in einem guten Schritte Als Marschall seinen Diener erkannte, war alle Argon verschwunden, die Gesellschaft stieg wieder ab und erwartete uns in friedlicher Haltung Wir hatten Bob nur einen geringen Vorsprung gelassen und vernahmen also seine Meldung, welche er dem Juwelier zurief Nicht schießen, Massa, nicht stechen Sehr gut, schön, Männer kommen Massa Charlie sein, der Totschlagen bloß Inzmen und Spitzbub Aber lass leben, Gentleman und Nigger Charlie, ist's möglich, rief der Überraschte und fixierte mich einen Augenblick Ich hatte mich in seiner Heimat etwas mehr Gentleman-like getragen, als es in der Savanne möglich ist Ein Gesicht mit einem nur kleinen Bärtchen erkennt man nach Monaten nicht sofort wieder, wenn es sich hinter einem verwilderten Vollbart verbirgt Und da er mich überdies in meinem gegenwärtigen Habitus noch nie gesehen hatte, so nahm ich es ihm gar nicht übel, dass er mich nicht schon von weitem erkannte Jetzt aber war ich ihm vielleicht nur 30 Pferdelänge nahe gekommen und nun sah er, dass Bob ihn recht berichtet hatte Im Nu war er bei mir und reichte mir die Hand vom Pferde herüber Charlie, ist's wahr? Seid ihr es wirklich? Ich denke, ihr wolltet nach Fort Benton und den Schneebergen Wie kommt ihr herab nach dem Süden? War auch oben, Bernhard, schien mir aber zu kalt und bin daher ein klein wenig heruntergerückt Übrigens Gott zum Gruß hier in dem Astakado Wollt ihr mich euren Kameraden vorstellen? Natürlich! Charlie, ich sage euch, 1000 Dollar sind mir nicht so lieb als eure Gegenwart Steckt ab und tretet näher Ende von Abschnitt 5 Er nannte den Männern meinen Namen Und mir die ihrigen und stürmte dann mit 1000 Fragen, die ich ihm so gut wie möglich beantwortete, auf mich ein Die anderen waren lauter Yankees Fünf Voyageurs der Pelz-Kompanie mit ganz vortrefflicher Ausrüstung Und drei Personen, welche sich so mit Waffen behangen hatten, dass sie keine Westmänner sein konnten Jedenfalls waren es die Kaufleute, von denen Bob gesprochen hatte, die ich aber mehr für Abenteuer erhielt, welche nach dem Westen gingen, um ihr Glück auf irgendeine ehrliche oder unehrliche Weise zu suchen Der Älteste der Voyageurs, der mir als Williams genannt wurde, war der Anführer der Truppe und schien mir ein ganz passabler Waschbär zu sein, wie man sich im Westen auszudrücken pflegt Er warnte sich, als die ersten, nicht viel bedeutenden Fragen Bernards beantwortet waren, an mich Der kleine Sam schien keinen imponierenden Eindruck auf ihn zu machen Wir wissen jetzt so ungefähr, wer ihr seid und woher ihr kommt Nun lasst uns auch erfahren, wohin ihr wollt Vielleicht nach dem Paso del Norte, vielleicht auch woanders hin, Sir, je nachdem, wie Beschäftigung bekommen Ich hielt es nicht für nötig, ihm mehr zu sagen, als er vorläufig zu wissen brauchte Und was ist eure Beschäftigung? Uns ein wenig in der Welt umzusehen Lack a day, das ist eine Arbeit, bei der man keine Langeweile hat, trotzdem man sich dabei nicht anzustrengen braucht Da müsst ihr ja wohl ein sehr wohlhabender, wo nicht gar ein reicher Mann sein Man sieht das auch euren blanken Waffen an Mit dieser Vermutung befand er sich allerdings auf dem Glatteise Denn ich besaß eben nur diese Waffen und nebenbei einige Kleinigkeiten, die ich daheim gelassen hatte Auch gefiel mir die Frage nicht und noch weniger der erlauernde Blick und der halb spöttische, halb hastige Ton, mit dem sie ausgesprochen wurde Der Mann war sehr unvorsichtig und flößte mir trotz seines wohlbeschaffenen Äußeren kein Vertrauen ein Ich beschloss, ihn scharf aufs Korn zu nehmen und antwortete daher weder bejahend noch verneinend Ob arm, ob wohlhabend, das ist in dem Estacado so ziemlich gleich, sollte ich meinen Da habt ihr recht, Sir, noch vor einer halben Stunde waren wir alle am Verschwachten und nur ein reines Mirakel hat uns gerettet Ein Wunder, wie es hier noch niemals vorgekommen ist Welches? Der Regen natürlich, oder kommt ihr vielleicht aus einer Richtung, in welcher er euch nicht treffen konnte? Er hat uns getroffen, denn wir haben ihn ja erst fertig gemacht Fertig gemacht? Was wollt ihr damit sagen, Sir? Dass wir ebenso verschmachtet waren wie ihr und erkannten, dass wir nur dann Rettung finden konnten, wenn wir Wolken, Blitz und Donner machten Hört, Master Schlabbermaul, ich will nicht hoffen, dass sie uns für Leute haltet, denen man einen Bären für einen Wippurwill geben kann Sonst würde es nach wenigen Augenblicken mit eurer Haut sehr schlecht beschaffen sein Ihr wart gewiss einmal da drüben in Utah am großen Salzsee und gehört zu den Heiligen der letzten Tage, die auch so ähnliche Wunder tun wie ihr Allerdings war ich einmal drüben, habe es jetzt aber nicht mit den letzten Tagen, sondern zunächst mit dem heutigen Tage und mit euch zu tun Werdet ihr uns beiden erlauben, uns euch anzuschließen? Warum nicht? Besonders, da ihr mit Master Marshall bekannt seid Wie kommt es denn, dass ihr euch zu zweien in den Lano Estacado wagt? Ich folgte meinem Misstrauen, indem ich mich leichtsinnig und unerfahren stellte Was gibt es da zu wagen? Der Weg ist abgesteckt, man geht also hinein und kommt glücklich wieder heraus Good luck, seid ihr rasch fertig Habt ihr einmal von den Stakemen etwas gehört? Was sind das für Leute? Da hat man es Ich will nicht von ihnen reden, denn man soll den Teufel nicht an die Wand malen Aber das sage ich euch Wer zu zweien sich in den Estacado wagt, der muss ein Kerl sein wie Old Firehand, Old Shatterhand oder so klug und schlau wie Sansir, der alte Instrumentöter Habt ihr vielleicht einmal von einem dieser Leute gehört? Wirklich, habe es aber wohl wieder aus der Acht gelassen Wie lange werden wir noch reiten, ehe wir aus dem Estacado herauskommen? Zwei Tage Natürlich sind wir auf der rechten Straße Warum sollten wir es nicht sein? Weil es mir vorkam, als ob die Pferde plötzlich nach Südost statt nach Südwest gingen Das kann euch wohl so vorkommen, nicht aber einem alten, erfahrenen Voyageur wie ich bin Ich kenne den Estacado wie meinen Kugelbeutel Mein Verdacht wurde größer War er wirklich so erfahren, so musste er sicher wissen, dass er aus der Richtung geraten war Ich beschloss, ihn noch etwas näher anzulaufen Wie kommt es, dass die Kompanie euch so tief nach dem Süden schickt? Es scheint mir, dass es mehr Pelzwerk im Norden gibt als hier Was ihr weise und klug seid Pelz ist Fell und Fell ist Pelz Abgerechnet, dass es graue und schwarze Beeren, Rakuns, Opossums und andere Pelztiere auch hier in Menge gibt Gehen wir nach Mittag, um uns bei der Herbstwanderung der Büffel einige tausend Felle zu holen Ah, so Ich habe geglaubt, dass ihr sie droben in den Parks und so da herum viel leichter haben könnt Übrigens seid ihr als Voyageur in einer sehr guten Lage, da ihr von keinem Inzmen etwas zu befürchten habt Man hat mir erzählt, dass die Kompanie ihre Voyageurs zugleich als Briefträger und Stafetten benutzt Und ein solcher Brief soll der beste Talisman gegen die Feindseligkeiten der Indianer sein Ist das wahr? Ja, wir können, statt die Feindseligkeiten der Roten zu befürchten, uns stets auf ihre Hilfe verlassen So seid ihr wohl auch mit solchen Briefen versehen Natürlich, ich brauche nur das Siegel vorzuzeigen, so gewährt mir jeder Indianer seinen Schutz Ihr macht mich neugierig, Sir, lasst mich doch einmal ein solches Siegel sehen Ich bemerkte, dass er in Verlegenheit kam, sie aber unter einer zornigen Miene zu verbergen suchte Habt ihr schon einmal etwas vom Briefgeheimnis gehört, Mann? Ich habe die Erlaubnis, nur Inzmen das Siegel zu zeigen Ich habe nicht verlangt, den Inhalt des Briefes kennenzulernen Ihr scheint also gar nie in die Lage zu geraten, euch auch einmal vor einem Weißen legitimieren zu müssen In einem solchen Falle legitimiert mich meine Büchse Merkt euch das Ich nahm eine Miene an, als fühle ich mich außerordentlich beherrscht von ihm Und schwieg in möglichst ruhig spielter Verlegenheit Der kleine Sam blinzelte nicht mich, denn das hätte ihn verraten können Sondern seine Toni mit ein paar Augen an, als ob er mit ihrem höchsten Grade einverstanden sei Und ich drehte mich zu Marshall herum Bob hat mir erzählt, wie ihr wollt, Bernhard, und aus welchem Grunde ihr diese Reise unternimmt Habt ihr keine Spur von dem Mörder, der euch um alles gebracht hat? Nicht die geringste Es müssen übrigens mehrere Personen gewesen sein, welche die Tat unternahmen Wo befindet sich Ellen? In San Francisco Wenigstens waren seine Briefe alle von daher datiert Well, so werdet ihr ihn ja leicht finden Werdet ihr heut weitergehen, oder behaltet ihr hier Lager? Es wurde ausgemacht, dass wir bleiben So will ich mein Pferd abtakeln Ich erhob mich und nahm dem Mustang Sattel und Zeug ab und gab ihm einige Handvoll Maiskörner zu fressen Sam tat dasselbe mit seiner Stute Wir hüteten uns dabei, ein Wort miteinander zu wechseln Es war dies Jahr auch gar nicht nötig, da wir uns auch ohne Rede verstanden Wenn zwei Jäger einige Wochen lang beisammen gewesen sind, so lesen sie sich die Gedanken an den Augen ab Auch mit Marshall sprach ich kein heimliches oder leises Wort So verging der Rest des Tages unter meist gleichgültigen Gesprächen und der Abend brach herein Verteilt die Wachen, Sir, sagte ich zu Williams Wir sind müde und wollen schlafen Er tat es, und ich bemerkte, dass keiner der Doppelposten aus mir und Sam oder Marshall und einem der Voyageurs zusammengesetzt war Schlaft mitten unter ihnen, damit sie nicht heimlich sprechen können, raunte ich Marshall zu Der mich sehr erstaunt bei dieser geheimnisvollen Weisung anblickte, aber ihr doch folgte Die Pferde hatten sich gelagert, da es kein Futter für sie gab Ich legte mich, während die anderen einen Kreis bildeten, zu meinem Mustang, dessen Leib ich als Kopfkissen benutzte Wozu den übrigen die Sättel dienten Ich hatte meinen Grund zu dieser Ausnahmestellung Sam bedurfte keines Winkes von mir Er verstand mich und wählte sich seinen Platz so zwischen den Voyageurs, dass sie nur auf Posten heimlich miteinander zu sprechen vermochten Die Sterne gingen auf, aber es hing, vielleicht infolge des Regens Ein eigentümlicher Dunst zwischen ihnen und dem Boden, sodass ihr Schimmer nicht so heil wie an anderen Abenden herabzudringen vermochte Zwei von den Kaufleuten hatten die erste Wache Sie verlief ohne irgendeine Auffälligkeit Williams hatte die zweite Wache für sich und den jüngsten Voyageur gewählt Als die Reihe an sie kam, waren sie noch nicht eingeschlafen Sie erhoben sich und jeder patrouillierte seinen Halbkreis ab Ich merkte mir genau die beiden Punkte, an denen sie regelmäßig zusammentrafen Der eine Punkt lag ganz in der Nähe des Pferdes, welches dem Neger Bob gehörte Und dies erschien mir als ein günstiger Umstand Da nicht anzunehmen war, dass dem Schwarzen ein gutes Präriepferd anvertraut worden sei Vor dessen Instinkt man sich in Acht zu nehmen hatte Zu sehen, ob die beiden Männer miteinander sprachen, sobald sie sich berührten, vermochte ich nicht Aber es war mir, als verriete mir der Schall ihrer Schritte, dass sie sich einander stets beim Umkehren einige Worte zuraunten Der Aufenthalt in der Savanne hatte mein Gehör geschärft Und wenn ich mich nicht täuschte, so hatte ich es hier mit zwei außerordentlich abgefeimten Männern zu tun Ich kroch vorsichtig in einem Bogen zu dem Pferde heran Es schien ein höchst geduldiger und zutraulicher Klepper zu sein Denn er verriet meinen Nahen weder durch das leiseste Schnauben noch durch die geringste Bewegung Und ich vermochte mich so eng an seinen Körper zu schmiegen, dass ich eine Entdeckung nicht zu fürchten hatte Eben kam Williams von der einen und der Voyageur von der anderen Seite Bevor beide sich umdrehten, vernahm ich sehr deutlich die Worte Ich ihn und du den Neger Williams hatte diese Worte gesprochen Als sie wiederkehrten, hörte ich Natürlich auch sie Es schien mir, als habe der andere drüben am gegenüberliegenden Berührungspunkt eine Frage in Betreff auf mich und Sam ausgesprochen Als sie sich mir wieder näherten, klang es Pschah, der eine ist klein und der andere, es geschieht ja im Schlafe Mit dem Kleinen war jedenfalls Sam und mit dem anderen ich gemeint Es war klar, wir sollten ermordet werden Warum, das konnte ich mir nicht erklären Wieder nahten sie und ich vernahm die deutliche Antwort Alle drei Vielleicht war drüben die Frage ausgesprochen worden, ob die drei Kaufleute unser Schicksal teilen sollten oder nicht Diese fünf Voyageurs wollten sich also über uns hermachen, fünf gegen fünf Das Fazit zu dieser Aufgabe war sehr leicht zu finden Sie hätten uns kalt gemacht, ohne sich selbst nur die Haut zu ritzen, wenn ich nicht auf den Gedanken gekommen wäre, sie zu belauschen Jetzt trafen die beiden Buschklepper wieder zusammen Keine Minute eher Und nun gut, sagte Williams Die interessante Unterhaltung war also zu Ende Und ich konnte mir leicht denken, dass sich die letzten Worte auf den Zeitpunkt bezogen, wann die Tat geschehen sollte Wann war dies? Im Schlafe sollte es geschehen Heute oder morgen Ich ging jedenfalls sicherer, wenn ich das erstere annahm Und da die beiden Schurken höchstens noch eine Viertelstunde zu Lust wandeln hatten, so war es hohe Zeit, ihnen zuvor zu kommen Ich machte mich sprungfertig Sie trafen wieder zusammen, diesmal ohne ein Wort zu sprechen Beide drehten sich zu gleicher Zeit um Und kaum war Williams an mir vorüber So schnellte ich hinter ihm in die Höhe Schlug ihm die linke um den Hals So dass er keinen Laut auszustoßen vermochte Und traf ihn mit der geballten Rechten so an die Schläfe, dass er still an mir niederglitt Jetzt setzte ich an seiner Stelle den Weg fort Und stieß am jenseitigen Berührungspunkte mit dem anderen zusammen Er war vollständig ahnungslos und hielt mich für Williams Ich nahm ihn gleich von vorn bei der Gurgel und schluck ihn nieder Wenigstens zehn Minuten lagen die beiden ohne Besinnung, das wusste ich Daher schritt ich nun rasch auf die Gruppe der Schlafenden zu Nur zwei waren wach, Sam natürlich und Bernhard Der durch meine ihm zugeflüsterte Weisung in eine solche Unruhe versetzt worden war, dass er nicht hatte schlafen können Ich schnallte den Lasso von der Hüfte Sam tat sofort ein Gleiches Die drei Voyageurs bloß, flüsterte ich Und dann rief ich laut Hallo, auf ihr Leute Im Nu fuhren alle empor Sogar Bob, der Neger Aber ebenso schnell flogen auch die Schlingen unserer Lassos Zwei in der Voyageurs um die Arme und den Oberleib Eine zweite Schlinge und die Riemen schlossen so fest Dass sie von den Gefangenen nicht gelöst werden konnten Bernhard Marshall hatte Mehr ahnend als begreifend Sich auf den dritten geworfen und hielt ihn fest Bis ich ihn mit seinem eigenen Lasso gebunden hatte Und dies war so schnell geschehen, dass wir bereits fertig waren, als sich einer der drei Kaufleute ermahnte und rief zu seiner Büchse greifend Verrat zu den Waffen Sam lachte laut auf Lass deine Feuerspritze in Ruhe, mein Junge Es möchte dir und auch den anderen der Zünder fehlen Hihihihi Der vorsichtige Kleine hatte während meines Lauschens von den drei Gewehren die Zündhütchen genommen Ein Beweis, wie scharf er mich verstand, ohne dass wir ein Wort gewechselt hatten Seid ohne Sorge, ihr Leute Es wird euch nicht das Geringste geschehen Beruhigte ich sie Diese Männer hier wollten uns und euch ermorden Daher haben wir sie bis auf weiteres unschädlich gemacht Trotz der Dunkelheit war der Schreck zu bemerken, den meine Worte auf sie hervorbrachten Und auch Bob treibt eilig näher Massa, wollen sie morden auch Bob? Auch dich Dann sie sterben Sie hängen in Esther Karkt, viel hoch an Pfahl Die Gefangenen gaben keinen Laut von sich Sie mochten auf die Hilfe der Wachen rechnen Bob, da drüben liegt Williams und dort der andere Bringe sie herbei, gebot ich dem Neger Schon tot sie? fragte er mich Nein, aber ohne Besinnung Werde, holen sie Der riesige Schwarze schleppte einen nach dem anderen auf seinen breiten Schultern herbei Und warf sie zu Boden Sie wurden augenblicklich gebunden Nun konnten wir endlich sprechen Und ich klärte die drei Kaufleute über das auf, was wir getan hatten Sie gerieten in eine außerordentliche Wut und verlangten den augenblicklichen Tod der Voyageurs Ich musste ihnen widersprechen Fünf können also ruhig schlafen, während immer zwei wachen Dabei sind uns die Gefangenen vollständig sicher, bis die Sonne kommt Ich hatte Mühe, mit meiner Ansicht durchzudringen Brachte es aber endlich so weit, dass fünf sich wieder zur Ruhe legten Während ich mit einem der Kaufleute die Wache bezog Nach einer Stunde wurden wir abgelöst Sam übernahm die letzte Wache allein Da um diese Zeit der Tag bereits zu dämmern begann Und zwei Augen also vollständig hinreichten uns die nötige Sicherheit zu bewahren Während der ganzen Nacht hatte keiner der Gefangenen einen Laut von sich gegeben Doch als wir uns erhoben, bemerkte ich, dass Williams und sein Kumpan die Besinnung wiedererlangt hatten Jetzt wurde zunächst gefrühstückt Unsere Pferde erhielten ihre Portion Körner Und dann war zur Verhandlung geschritten Sam winkte nach mir und sagte Das ist unser Sheriff Er wird zum Beispiel jetzt die Jury beginnen Nein, Sam Den Vorsitz übernehme ich nicht Das wirst du tun Ich? Hiho, wo denkst du hin? Sam Horfield und Sheriff Wer Bücher schreibt, heißt besser dazu Ich bin kein Bürger der Vereinigten Staaten Und nicht so lange in der Savanne gewesen wie du Wenn du nicht willst, so muss Bob es tun Bob? Ein Schwarzer und Sheriff? Das wäre der dümmste Streich, den wir in diesem Sandloche machen könnten Und so muss ich wohl ja sagen, wenn du zum Beispiel gar nicht anders willst Er setzte sich in Positur und nahm eine Miene an Aus welcher deutlich zu erkennen war, dass bei diesem Savannengerichte Wenigstens dieselbe Sorgsamkeit und Gerechtigkeit obweiten sollte Wie bei der Jury einer zivilisierten Grafschaft Nehmt Platz im Kreise, Meshurs Ihr alle seid Schöffen Und Bob, der Neger, bleibt stehen Denn er wird der Constable sein Bob zut den Gurt seines Säbels fester an Und suchte auf seinem Gesicht die möglichste Würde hervorzubringen Constable, nimm den Gefangenen die Fesseln ab Denn wir sind in einem freien Lande Und einem solchen stehen selbst die Mörder mit freien Gliedern vor ihrem Richter Aber wenn ausreißen all fünf, so... Wagte der Neger einzuwenden Gehorchen, donnerte ihn Sansir an Von diesen Männern wird keiner entfliehen Denn wir haben ihnen die Waffen genommen Und ehe sie zum Beispiel zehn Schritte getan hätten, wären unsere Kugeln schon bei ihnen Die Riemen wurden abgelöst Und die Gefangenen richteten sich, noch immer kein Wort sprechend, in die Höhe Jeder von uns anderen hatte seine Büchse zur Hand Ein eine Flucht war also wirklich nicht zu denken Du nennst dich Williams, begann Sam Ist dies dein richtiger Name? Der Gefragte ergegnete mit grimmiger Miene Ich werde euch nicht antworten Ihr selbst seid Mörder, ihr selbst habt uns überfallen Ihr selbst gehört vor ein Savannengericht Tue, was du willst, mein Junge Du hast einen freien Willen Aber ich sage dir, dass Schweigen als ein Geständnis gilt Also, bist du ein wirklicher Voyageur? Ja Beweise es Wo hast du deine Briefe? Ich habe keine Gut, mein Junge Das genügt vollständig, um zu wissen, woran man mit dir ist Willst du mir wohl sagen, was du gestern Abend während deiner Wache mit deinem Kameraden gesprochen und beschlossen hast? Nichts Kein Wort ist gesprochen worden Dieser ehrenwerte Mann hier hat euch belauscht und alles deutlich gehört Ihr seid keine Westmänner Denn ein echter Savannenläufer würde die Sache viel gescheiter angefangen haben Wir keine Westmänner? All Devils, bringt eure Komödie zu Ende Und dann wollen wir euch zeigen, dass wir uns vor keinem von euch fürchten Wer seid denn ihr? Greenhorns, die uns im Schlaf überfallen haben, um uns zu ermorden und zu berauben Kriege dich nicht unnötig auf, mein Sohn Ich werde dir sagen, wer die Greenhorns sind, die hier über Leben und Tod entscheiden werden Dieser Mann hat euch, nachdem er euch belauscht hatte, ganz allein mit seiner Faust niedergestreckt Und das ist zum Beispiel so korrekt geschehen, dass es kein Mensch gemerkt hat Nicht einmal ihr selbst Und derjenige, der diese schöne Faust besitzt, nennt sich Old Shatterhand Jetzt seht mich einmal an Darf sich wohl einer, dem die Navajos einst die Ohren genommen haben, Sans ihr heißen lassen? Wir sind also die zwei, die sich ganz allein in den Lano Estacado wagen dürfen Und auch das ist wahr, dass wir es gestern regnen ließen Wer sonst sollte es denn gewesen sein? Oder hat man jemals gehört, dass es in dem Estacado freiwillig geregnet hat? Es war sichtlich kein ermutigender Eindruck, welcher unsere Namen auf die fünf Männer machten Williams ergriff zuerst das Wort Er hatte sich die Situation überlegt Und gerade unsere Namen mochten den Gedankenehmer wecken, dass er eine Vergewaltigung bei uns nicht zu erwarten habe Wenn ihr wirklich diejenigen seid, für welche ihr euch ausgebt So haben wir Gerechtigkeit zu erwarten Ich werde euch die Wahrheit sagen Ich habe früher anders geheißen als Williams Aber das ist kein Verbrechen Denn ihr heißt eigentlich auch anders, als Old Shatterhand and Sans ihr An jeder kann sich heißen lassen, wie es ihm beliebt Well, wegen des Namens bist du aber auch nicht angeklagt Und wegen eines Mordes könnt ihr uns auch nicht anklagen Wir haben weder einen begangen, noch einen begehen wollen Ja, wir haben gestern Abend miteinander gesprochen Haben von einem Mord gesprochen Haben wir aber eure Namen genannt? Der gute Sam blickte lange vor sich nieder und meinte endlich ziemlich verdrießlich Nein, das habt ihr allerdings nicht getan Aber aus euren Worten ließ sich alles deutlich schließen Ein Schluss ist kein Beweis, ist keine Tatsache Ein Savannengericht ist ein löbliches Ding Aber auch eine solche Jury darf nur nach Tatsachen und nicht nach Vermutungen urteilen Wir haben Sans, ihr und Old Shatterhand gastfreundlich bei uns aufgenommen Und zum Dank dafür werden sie uns unschuldig töten Das werden alle Jäger erfahren Von der großen See bis zum Mississippi Vom mexikanischen Meerbüsen bis zum Sklavenfluss Und alle werden sagen, dass die beiden großen Jäger Räuber und Mörder geworden sind Ich musste innerlich gestehen, dass der Schurke seine Verteidigung ganz ausgezeichnet führte Sam wurde von derselben so überrumpelt, dass er aufsprang Steff, das wird niemand sagen, denn wir werden euch nicht verurteilen Ihr seid frei, soviel ich meine Was sagt die anderen dazu? Sie sind frei, sie sind unschuldig, meinten die drei Kaufleute Deren Überzeugung von der Schuld der Angeklagten gleich von vornherein nicht groß gewesen war Auch ich kann, nach dem was ich weiß, nichts auf sie bringen, entschied Bernhard Was sie sind und wie sie heißen, das geht uns nichts an Und für unsere Anklage haben wir nur Vermutungen Keineswegs aber Beweise Bob, der Neger, machte ein höchst verblüfftes Gesicht Er sah sich auf einmal um die Hoffnung betrogen, die Delinquenten aufhängen zu dürfen Was mich betraf, so war ich mit dieser Wendung der Dinge ziemlich zufrieden Ich hatte sie sogar vorhergesehen Und daher nicht nur gestern zum Aufschub geraten Sondern heute auch den guten Zern den Vorsitz gelassen Er besaß als Jäger eine seltene Schlauheit Einen Mörder aber durch Kreuzfragen festzunehmen Dazu war er nicht der Mann In der Prärie ist man niemals seines Lebens sicher Warum also fünf Menschenleben auslöschen Wenn noch nicht einmal die geringste feindselige Tat vorliegt Dann müsste überhaupt jeder Feind schon auf seine bloße Gesinnung hin getötet werden Es lag mir weniger an dem Tode dieser Männer Als vielmehr an unserer Sicherheit Und für dieselbe konnten geeignete Maßregeln sehr leicht getroffen werden Einen kleinen Stich aber musste ich Sam doch dafür geben Dass er sich das abbringen ließ Was wir besser aus Milde oder Gnade hätten bewilligen sollen Als er sich daher mit der Frage an mich wandte Was ich dazu sage Antwortete ich Weißt du noch, Sam, was der Vorzug deiner Toni ist? Welcher? Dass sie Grütze im Kopf hat Igert, ich besinne mich Und auch du scheinst ein gutes Gedächtnis für dergleichen Dinge zu haben Aber was kann ich dafür Dass ich ein Jäger und kein Rechtsgelehrter bin? Du hättest aus diesen Leuten vielleicht etwas herausgekniffen Warum hast du den Sheriff nicht gemacht? Nun sind sie frei Denn was einmal gesagt ist, das muss auch gelten Natürlich, denn meine Meinung könnte nun doch nichts mehr entscheiden Frei sind sie Nämlich von der Anklage auf Mordversuch Doch frei in anderer Beziehung noch nicht Master Williams Ich werde jetzt eine Frage an euch richten Und auf eure Antwort soll es ankommen, was mit euch weiter geschehen wird In welcher Richtung erreicht man am schnellsten den Rio-Pecos? Grad nach West An welcher Zeit? In zwei Tagen Ich halte euch für Stakeman Obgleich ihr uns gestern von denselben warnen wolltet Und obgleich ihr mit eurer Truppe Allerdings nachdem sie gehörig abgeschwächt war Die richtige Richtung eingehalten zu haben scheint Ihr werdet als unsere Gefangenen zwei Tage lang bei uns bleiben Sind wir dann noch nicht am Flusse, so ist es um euch geschehen Denn ich selbst werde euch die Kugel oder den Riemen zu Kosten geben Oder eine Jury über euch abhalten Jetzt wisst ihr, woran ihr seid Bindet sie auf ihre Pferde und dann vorwärts Oh, ah, das seien gut, meinte Bob Wenn nicht kommen an Fluss, Bob werden hängen sie an Baum Bereits nach einer Viertelstunde befanden wir uns unterwegs Die auf ihre Pferde gebundenen Gefangenen waren natürlich in der Mitte Bob schien sein Amt als Konstabel nicht niederlegen zu wollen Er wich nicht von ihnen und hielt sie unter der strengsten Beaufsichtigung Sam befehligte den Nachtrab und ich ritt mit Bernard Marshall voran Natürlich war das gestrige Ereignis der Gegenstand unseres Gespräches Doch hatte ich keine Lust, mich sonderlich darüber zu verbreiten Endlich meinte er von den Voyageurs abbrechend Ist es wahr, was Sans er behauptete, dass ihr den Regen gemacht habt? Ja, mir unbegreiflich, obgleich ich weiß, dass ihr nicht die Unwahrheit sagt Ich ließ es regnen, um uns und euch zu retten Und nun erklärte ich ihm den höchst einfachen Vorgang Mit dessen Hilfe sich die Wettermacher und Medizinmänner mancher wilder Volkerschaften Bei ihren Gläubigen in ungeheuren Kreditzusätzen verstehen Dann haben wir alle also euch das Leben zu verdanken Wir wären verschmachtet an der Stelle, an welcher ihr uns traft Verschmachtet nicht, sondern ermordet worden Seht euch nur die Satteldecken dieser sogenannten Voyageurs an Es befinden sich noch volle Wasserschläuche unter denselben Sie haben nicht den mindesten Durst gelitten Ich würde sie unbedingt niederschießen, wenn ich mich nicht scheute, Menschenblut zu vergießen Wie heißt der Jüngste von Ihnen, der gestern mit Williams zugleich die Wache hatte? Meerkraft Jedenfalls auch ein angenommener Name Der Bursche kam mir trotz seiner Jugend am allerverdächtigsten vor Und es ist mir, als hätte ich ein ähnliches Gesicht bereits einmal unter nicht empfehlenden Umständen gesehen Wehe Ihnen, wenn wir zur angegebenen Zeit das Wasser nicht erreichen Jetzt erzählt mir doch einmal die näheren Umstände bei der Ermordung und Beraubung eures Vaters Nähere Umstände gibt es nicht Alan war nach Franzisko gegangen, um Einkäufe in Gold zu machen Wir waren also mit Bob und der Wirtschafterin nur zu vieren, da die Arbeiter und Gehilfen außerhalb des Hauses wohnten Der Vater ging abends stets aus, wie er wohl wisst Und eines schönen Morgens fanden wir seine Leiche im verschlossenen Hausflur Die Werkstatt und den Laden aber geöffnet und alles Wertvolle geraubt Er trug stets einen Schlüssel bei sich, welcher alle Türen öffnete Man hat ihn nach der Ermordung denselben abgenommen und konnte dann mit Hilfe dieses Hauptschlüssels den Raub ohne alle Mühe vollführen Hattet ihr keinen Verdacht? Nur einer der Gehilfen konnte den Umstand mit dem Schlüssel wissen Doch alle polizeilichen Nachforschungen sind fruchtlos geblieben Die Gehilfen mussten entlassen werden und sind verschollen Es befanden sich bedeutende Depositen unter den geraubten Juwelen Ich musste alles ersetzen und behielt kaum Mittel genug zu der Reise nach Kalifornien übrig Welche ich unternehmen muss, um den Bruder aufzusuchen, dessen Nachrichten so plötzlich unterblieben sind So habt ihr keine Hoffnung, des Mörders jemals happhaft zu werden und wenigstens teilweise wieder zu eurem Eigentum zu kommen? Nicht die Mindeste Die Täter sind mit ihrem Raube jedenfalls längst außer Landes Und ob schon ich die Tat in allen größeren Zeitungen Europas und Amerikas veröffentlichen ließ Und eine genaue Beschreibung der wertvollsten geraubten Gegenstände beifügte So wird mir dies doch nichts helfen Denn es gibt für den geriebenen Verbrecher Mittel und Wege genug, sich sicherzustellen Ich möchte wohl einmal eine solche Veröffentlichung lesen Das könnt ihr Ich habe die betreffende Nummer des Morning Herald stets bei mir, um für etwaige Fälle bei der Hand zu sein Er griff in die Tasche und zog das Blatt hervor, um es mir herüberzureichen Ich las das Verzeichnis während des Reitens Und musste dabei wieder einmal einer jener höheren Fügungen bewundern, welche der Zweifler Zufall zu nennen pflegt Als ich zu Ende war, faltete ich das Papier zusammen und gab es ihm zurück Wie nun, wenn ich imstande wäre, euch den Täter oder wenigstens einen der Täter genau zu bezeichnen? Ihr Charlie? Fragte er schnell Und euch wenigstens zu einem großen Teil eures Verlustes wieder zu verhelfen? Treibt keinen üblen Scherz, Charlie Ihr wart in der Prärie, als die Tat geschah Wie sollte euch das möglich sein, was die, welche am nächsten beteiligt waren, nicht zustande brachten? Bernhard, ich bin ein rauer Gesell, aber wohl dem Menschen, der sich aus der glücklichen Jugendzeit seinen Kinderglauben hinüber in die Zeit des ernsten Mannesalters gerettet hat Es gibt ein Auge, welches über alles wacht und eine Hand, welche selbst die bösesten Anschläge für uns zum Guten lenkt Und für dieses Auge, für diese Hand liegen Louisville und die Savanne eng zusammen Da seht einmal her Ich zog die Beutel hervor und reichte sie ihm hin Erzählt Charlie, ich bin begierig zu hören, wie meine Steine in eure Hände gekommen sind Ich hatte auch den Täter beinahe fest Er war mir so nah, dass ich ihn mit diesem meinem Fuße von der Lokomotive stieß, auf welcher ich stand Und Sam ist hinter ihm her gewesen, freilich vergeblich Aber ich hoffe, ihn wieder zwischen die Hände zu bekommen Und zwar bald, womöglich da drüben über dem Rio Pecos Er hat sich dorthin gewandt, jedenfalls einer neuen Gaunerei wegen, der wir wohl auch noch auf die Spur kommen werden Erzählt, Charlie, erzählt Ich berichtete ihm den Bahnüberfall durch die Oglalas mit allen dabei vorgekommenen Einzelheiten Und las ihm dann auch den Brief vor, welchen Patrick an Fred morgen geschrieben hatte Er hörte mit der größten Aufmerksamkeit zu und meinte dann am Schlusse Wir fangen ihn, Charlie, wir fangen ihn Und werden dann auch erfahren, wohin das Übrige gekommen ist Fangt nicht wieder an zu schreien, Bernhard Wir sind zwar um einige Pferdelängen voraus Aber hier im Westen muss man selbst beim einfachsten Dinge verschlossen sein Da Unklugheit niemals zu irgendeinem Nutzen führt Und ihr wollt mir die Steine wirklich überlassen? Ohne alle Bedingungen? Ohne jedweden Anspruch? Natürlich, sie sind ja euer Charlie, ihr seid... Doch hört Er griff in den Beutel und zog einen der größeren Steine hervor Tut mir den Gefallen und nimmt diesen da als Andenken von mir an Pschar, werde mich hüten, Bernhard Ihr habt nichts zu verschenken, gar nichts Denn diese Steine gehören nicht euch allein, sondern auch eurem Bruder Ellen wird gutheißen, was ich tue Das ist möglich, ja, ich bin sogar überzeugt davon Aber bedenkt, dass diese Steine noch lange nicht alles sind, was ihr verloren habt Behaltet ihn also, und wenn wir einmal scheiden, so gebt mir etwas anderes, was euch nichts kostet Und mir als Andenken dennoch lieb und teuer ist Jetzt aber ratet einmal in dieser Richtung fort Ich werde Sam erwarten Ich ließ ihn mit seinem Glück allein und blieb halten, um die Truppe an mir vorüber zu lassen, bis Sans ihr mir zur Seite war Was hattest du denn da vorn, so Außerordentliches zu verhandeln, Charlie? fragte er mich Ihr habt ja die Luft mit den Armen geprügelt, dass es zum Beispiel ganz so aussah, als ob ihr Ballett reiten wollt Weißt du, wer der Mörder von Bernhards Vater ist? Nun? Du hast es doch nicht etwa herausbekommen Doch Well done Du bist ein Mensch, dem alles glückt Wenn ein anderer jahrelang vergeblich nach etwas ringt und jagt, so greifst du um Traume in die Luft und hast es Nun, wer ist es? Ich hoffe, dass du dich nicht verrechnest Fred Morgan Fred Morgan? Dieser? Charlie, ich will dir alles glauben, dies aber nicht Morgen ist ein Schuft unter den Westmännern, doch nach dem Osten kommt er nicht Ganz wie du willst Die Steine aber gehören Marshall, ich habe sie ihm bereits wiedergegeben Ha, wenn du das getan hast, so musst du freilich ganz außerordentliche Überzeugung haben Wird sich freuen, der ärme Junge Und nun gibt es einen Grund mehr, mit diesem Morgen einige Worte im Vertrauen zu reden Ich hoffe, seine Kerbe bald einschneiden zu können Und wenn wir ihn finden und mit ihm fertig sind, was dann? Was dann? Hin, ich bin nur seinetwegen nach dem Süden und wäre ihm nachgegangen bis nach Mexiko, Brasilien und dem Feuerlande Finde ich ihn aber hier, so ist es mir ganz gleich, wohin ich gehe Vielleicht hätte ich zum Beispiel Lust, einmal hinüber in das alte Kalifornien zu laufen, wo es so prächtige Abenteuer geben soll Für diesen Fall gehe ich mit Ich habe noch einige Monate Zeit und möchte den guten Bernhard nicht allein diesen weiten und gefährlichen Weg machen lassen Well, so sind wir einig Sorge nur dafür, dass wir erst glücklich aus diesem Sande und von dieser Gesellschaft kommen Sie gefällt mir jetzt viel weniger als heute am Morgen Und besonders will mir das Gesicht des Jungen dort verwünscht schlecht behagen Es ist ein Ohrfeigengesicht Und ich meine, dass ich es bereits einmal bei einer Gelegenheit gesehen habe, bei welcher eine Schlechtigkeit im Werke gewesen ist Gibt mir ganz ebenso Vielleicht besinne ich mich noch, wo ich ihm begegnet bin Der Ritt wurde ohne eine besondere Unterbrechung bis abends fortgesetzt Dann machten wir Halt, versorgten unsere Pferde, aßen einige Bissenhautes Dürrfleisch und begaben uns dann zur Ruhe Die Gefangenen waren für die Nacht gefesselt worden Und die Wache sorgte dafür, dass sie sich nicht zu befreien vermochten Als der Morgen anbrach, ging es wieder vorwärts Und bereits am Mittag bemerkten wir, dass der Boden weniger steril wurde Der Kaktus, welchem wir begegneten, wurde saftiger Und bereits zeigte sich hier oder da im Sande ein Halm oder ein Büschel grüngelben Grases, welches unsere Pferde mit Begierde abweideten Nach und nach drängten sich die Halme und Büschel zusammen Die Wüste wurde zum wiesenartigen Plane Und wir mussten absteigen, um unsere Tiere zufriedenzustellen Welche sich mit wahrem Heißhunger an dem Grün erlabten Zu viel durften wir ihnen freilich nicht gewähren Darum flockten wir sie an, damit sie nur so weit weiden konnten, als die Lassos reichten Jetzt konnten wir sicher sein, bald Wasser zu finden Und so gingen wir mit dem Reste des Unsrigen nicht eben gar zu sparsam um Ende von Abschnitt 6 Abschnitt 7 aus Winnetou 3 von Karl May Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Zweites Kapitel, Die Stakeman, Teil 3 Indem wir uns so freuten, die furchtbare Wüste endlich hinter uns zu haben, trat Williams zu mir Sir, glaubt ihr nun, dass ich die Wahrheit gesagt habe? Ich glaube es So gebt uns unsere Pferde und Waffen zurück und lasst uns frei Wir haben euch nichts getan und können diese Forderung mit allen Rechten stellen Möglich, da ich aber nicht allein über euch zu entscheiden vermag, so werde ich die anderen fragen Wir setzten uns zur Beratung zusammen, welcher ich eine vorbedächtige Einleitung gab Meshurs, wir haben die Wüste im Rücken und gutes Land vor uns Nun gilt die Frage, ob wir noch beisammen bleiben können Wohin gedenkt ihr zu gehen, wandte ich mich speziell an die Kaufleute Nach dem Paso del Norte lautete die Antwort Wir vier reiten hinauf nach Santa Fe, unsere Wege laufen also auseinander Jetzt ist noch die Frage, was wir mit diesen fünf Männern tun Diese wichtige Frage war nach kurzer Besprechung in der Weise gelöst, die Voyageurs freizulassen Und zwar nicht erst morgen, sondern noch heute Dies war meinem Plan nicht zuwider, sie erhielten also ihr Eigentum zurück und machten sich sofort auf den Weg Auf die Frage, wohin sie sich zu wenden beabsichtigten, gab Williams zur Antwort, dass sie dem Pekos bis zum Rio Grande folgen würden, um dort Büffel zu jagen Sie waren kaum eine halbe Stunde fort, so brachen auch die Kaufleute auf und bald waren beide Gruppen am Horizonte verschwunden Wir hatten seit ihrer Entfernung schweigend da gesessen, jetzt brach Sam die Stille Was meinst du, Charlie? fragte er mich Dass sie nicht nach dem Rio Grande gehen, sondern uns den Weg nach Santa Fe verlegen werden Well, ist auch meine Ansicht War doch gescheit von dir, dass du sie belehrtest, wir wollten just da hinauf Jetzt ist die Frage, ob wir zum Beispiel hierbleiben oder so gleich weitergehen sollen Ich entscheide mich für das Bleiben Folgen können wir ihnen noch nicht, denn sie vermuten dies und passen also auf Und da wir vielleicht Strapazen vor uns haben, denen unsere Pferde noch nicht gewachsen sind So ist es geraten, wir lassen dieselben bis morgen Rast und Weide halten Aber wenn diese Menschen heute Nacht zurückkehren und uns überfallen? fragte Marshall So würden wir endlich Grund haben, so mit ihnen zu sprechen, wie sie es verdienen Übrigens reite ich auf Spähe aus Ich will dies übernehmen, weil mein Pferd das kräftigste ist Ihr bleibt natürlich hier, bis ich zurückkehre, was möglicherweise erst am Abend geschehen wird Ich stieg auf und ritt, von keinem Einspruch Sams zurückgehalten, den Spuren der Voyageurs nach Diese führten in südwestlicher Richtung in das Land hinein, während die Fährte der drei Kaufleute mehr nach Süden strich Ich folgte im Trabe Die Voyageurs hatten sich in langsamen Schritte entfernt Mussten sich aber später schneller vorwärts bewegt haben, denn es dauerte wohl eine halbe Stunde, ehe ich sie in die Augen bekam Ich wusste, dass sie kein Fernrohr hatten und konnte ihnen also in der Weise folgen, dass ich sie immer vor meinem Glase behielt Nach einiger Zeit trennte sich zu meinem Erstaunen einer von ihnen und schlug eine gerade westliche Richtung ein Dort sah ich in der Ferne Strecken von Buschwerk, welche sich wie Halbinseln in die Prärie hineinzogen Es musste auch Bäche und andere Wasserläufe dort geben Was tun? Wem sollte ich folgen? Den Vieren oder dem Einen? Eine Ahnung sagte mir, dass dieser Letztere einen Plan habe, der sich auf uns bezog Wohin die anderen gingen, konnte mir gleichgültig sein, da sie sich stetig von unserem Lagerplatz entfernten Aber was er vorhatte, das zu wissen, konnte uns von großem Vorteile sein Darum folgte ich ihm Nach ungefähr dreiviertel Stunden sah ich ihn zwischen den Büschen verschwinden Jetzt setzte ich meinen Mustang in gestreckten Galopp und ritt einen Bogen, um mich an ihm, wenn er auf demselben Wege zurückkehren sollte, nicht zu verraten Unweit des Punktes, an welchem er in die Büsche gedrungen war, erreichte auch ich dieselben Ritt aber noch eine ziemliche Strecke zwischen sie hinein, bis ich einen kleinen, freien und rings von Sträuchern umfassten Platz erreichte welcher von dem saftigsten Grün bestanden war Weil, wie ich zu meiner großen Freude bemerkte, ein klarer Quell hier entsprang Ich stieg ab und bat mein Pferd so an, dass es saufen und weiden konnte Dann trank ich selbst von dem herrlichen Wasser und schritt nachher der Richtung zu, in welcher ich auf die Fährte des Reiters stoßen musste Dies geschah sehr bald, und zu meinem Erstaunen bemerkte ich, dass hier mehrere Reiter geritten waren Ja, dass es einen ordentlichen Pfad gab, welcher fleißig benutzt werden musste Ich hütete mich wohl, ihn zu betreten, er konnte bewacht sein, und dann hatte ich jeden Augenblick eine Kugel zu erwarten Vielmehr püschte ich mich, immer parallel mit ihm, durch das Gebüsch, bis mich nach einiger Zeit ein lautes Schnauben aufmerksam machte Eben wollte ich um einen Strauch treten, um zu sehen, wo das Pferd stand, von welchem der Ton hergekommen war Als ich blitzschnell wieder zurückfuhr Denn vor mir lag ein Mann, der den Kopf so zwischen den Zweigen liegen hatte Dass er den Pfad genau beobachten konnte Während es ganz unmöglich war, ihn von demselben aus zu bemerken Das war jedenfalls die Wache, welche ich vermutet hatte Und aus ihrer Anwesenheit ließ sich schließen, dass eine ganze Gesellschaft in der Nähe sein müsse Der Mann hatte mich weder gesehen noch gehört Ich kehrte einige Schritte zurück, um ihn zu umgehen Und dies gelang mir so vollständig, dass ich nach fünf Minuten das ganze Terrain erkundigt hatte Der Pfad lief nämlich auf eine große, weite Lichtung zu Deren Mitte ein dichtes, rundes Buschwerk trug Welches von wildem Hopfen so um- und durchschlungen war, dass man nicht hindurch zu blicken vermochte Aus diesem Gebüsche war das Schnauben gedrungen Ich schlich mich längs des Randes der Lichtung hin, um zu sehen, ob sich eine Öffnung im Gebüsch befinde Konnte aber keine entdecken Sie musste maskiert worden sein Denn eben wurde eine und dann noch eine menschliche Stimme laut Welche mir die Anwesenheit von Männern verrieten Sollte ich es wagen oder nicht, mich anzuschleichen Es war gefährlich, aber ich beschloss dennoch, es zu tun Mit einigen raschen Sprüngen schnellte ich mich quer über den Lichtungsring hinüber Und zwar an einer Stelle, wo mich der Posten nicht bemerken konnte Weil sich das Gebüsch zwischen ihm und mir befand Soweit ich gehen durfte, ohne gesehen zu werden Fand ich das Buschwerk so dicht, dass ich nicht hindurch zu blicken vermochte Eine einzige Stelle nur gab es, tief unten am Boden Ganz an dem Wurzelwerke, die es mir allenfalls erlaubte, mich hart an der Erde liegend einzuschieben Es ging zwar langsam, sehr langsam, aber ich brachte es doch fertig Und nun gewahrte ich, dass das früher ohne Zweifel kompakte Buschwerk ausgehauen worden war Sodass die Mitte desselben einen freien Raum von ungefähr 30 Ellen im Durchmesser bildete Welche Lichtung durch die dichte Laubwand nach außen vollständig abgeschlossen war An der einen Seite des Raumes gewahrte ich nicht weniger als 18 Pferde, welche eng nebeneinander angebunden waren Ganz in der Nähe meines Versteckes lagen oder saßen 17 Männer am Boden Und der übrige Platz zeigte ganze Haufen verschiedener Gegenstände Welche mit ungegärbten Büffelhäuten zugedeckt waren Ich bekam den Eindruck einer Räuberhöhle, in welcher alles aufgestapelt wird, was man den Überfallenen abgenommen hat Eben sprach einer der Männer zu den übrigen Es war Williams, in dem ich also denjenigen erkannte, welche sich von den vier Voyageurs getrennt hatte Ich konnte jedes Wort vernehmen Der eine musste uns belauscht haben, denn ich erhielt auf einmal einen Faustlieb an den Kopf, das sich wie ein Klotz niederfiel Belauscht bist du worden? fragte einer, der eine ziemlich reiche mexikanische Kleidung trug, mit strenger Stimme Du bist ein Tölpel, den wir nicht mehr brauchen können Wie kann man sich belauschen lassen, noch dazu in dem Estacado, der keinen Ort zum Verstecken bietet? Sei nicht streng, Kapitano, meinte Williams Wenn du wüsstest, wer es gewesen ist, so würdest du bekennen, dass selbst du vor ihm nicht sicher bist Ich? Soll ich dir eine Kugel durch den Kopf jagen? Und nicht nur belauscht, sondern sogar niedergeschlagen bist du worden Niedergeschlagen durch einen Faustschlag, wie ein Kind, wie eine Memme Die Stirn Adam Williams schwollen an Du weißt, Kapitano, dass ich keine Memme bin Der mich niedergeschlagen hat, streckte auch dich zu Boden mit einem einzigen Hiebe Der Kapitano lachte hell auf Erzähle weiter Auch Patrick, welcher sich einst Walen Murkhoff nannte, wurde von ihm niedergeschmettert Patrick? Mit seinem Stierschädel? Und wann das? William erzählte das Ereignis bis dahin, wo wir die Voyagers wieder freigegeben hatten Karadjo, Schurke, ich schieße dich nieder wie einen Hund Lässt sich der Kerl mit vier meiner besten Leute von zwei her zugelaufenen Schuften niederschlagen und gefangen nehmen Wie ein Knabe, der keinen Mark in den Knochen hat und noch niemals aus der Schürze der Mutter gekommen ist Thunderstorm, Kapitano, weißt du, wer die beiden waren? Dieser eine, den sie Charlie nannten, und der andere, der sich in den ersten Stunden Sam Hauerfield nennen ließ? Wenn sie jetzt hereintreten, nur diese zwei, mit den Büchsen in der Hand und das Messer locker im Gürtel, so würde es wohl manchen geben, der nicht wüsste, ob er sich wehren oder sich lieber ergeben solle Es war Old Shatterhand und der kleine Sans ihr Der Anführer fuhr empor Lügner, du willst bloß eure Feigheit beschönigen Kapitano, stich mich nieder, du weißt, dass ich nicht mit der Wimper zucke So sprichst du wirklich die Wahrheit? Ja, wenn das ist per todos los santos, so müssen die beiden sterben und der Yankee mit dem Nigger auch, denn diese beiden Jäger werden nicht ruhen, bis sie uns entdeckt und vernichtet haben Sie werden uns nichts tun, denn sie berieten sich, sofort nach Santa Fe zu gehen Schweig! Du bist tausendmal dümmer als sie, und doch würdest du ihnen nicht sagen, wohin du wirklich gehst Ich kenne die Art und Weise dieser nördlichen Waldläufer sehr genau Wenn sie unsere Spuren suchen wollen, so werden sie dieselben finden, selbst wenn wir durch die Luft fahren könnten Ja, wir sind nicht sicher, dass bereits einer von ihnen hier in den Büschen stecken, alles hört, was wir sprechen Bei diesen Worten war es mir nicht ganz gleichgültig zumute, aber der Sprecher fuhr fort Ja, ich kenne ihre Weise sehr genau, denn ich war ein ganzes Jahr mit dem berühmten Florimont zusammen, den sie nur Tracksmeller nannten, während der Asko Ia bei den Indianos hieß Bei ihm habe ich alle ihre Schliche und Eigentümlichkeiten kennengelernt Ich sage euch, diese Leute werden nicht nach Santa Fe gehen und auch ihren Lagerplatz heute nicht verlassen Sie wissen, dass sie auch morgen noch eure Spuren finden und dass ihre Pferde vor allen Dingen ausruhen müssen Dann werden sie morgen mit gestärkten Gliedern und scharfen Geister hinter euch her sein Und wenn wir sie auch sicher erlegen, werden sie doch über die Hälfte von uns niederstrecken Ich habe erzählen hören, dass dieser Old Shatterhand ein Gewehr hat, mit dem er eine ganze Woche lang schießen kann, ohne dass er es zu laden braucht Der Teufel hat es ihm gemacht und er hat ihm dafür seine Seele verschrieben Daher müssen wir sie noch heute Abend überfallen, wenn sie schlafen Denn da haben sie, weil sie nur vier Personen sind, höchstens einen Mann als Wache aufgestellt Kennst du den Ort genau? Ja, antwortete Williams So macht euch bereit Punkt Mitternacht müssen wir dort sein, aber ohne Pferde Wir schleichen uns an und fallen über sie her, sodass sie an eine Gegenwehr gar nicht denken können Der gute Capitano kannte uns doch nicht so genau, wie er dachte Er hätte sonst noch ganz andere Maßregeln ergriffen Man begegnet in der Prärie ganz so, wie in den Ortschaften der zivilisierten Länder Jener Übertreibungssucht, welche aus einer Mücke einen Elefanten macht, wie man zu sagen pflegt Wenn sich der Jäger ein- oder zweimal wacker gegen seine Feinde hält und es nebenbei versteht, seinen Schafsinn zur Geltung zu bringen So wird es von Lager zu Lager erzählt Überall kommt etwas dazu Und zuletzt ist er ein Held im Superlativ, dessen Name beinahe dieselbe Wirkung hat wie seine Waffen Jetzt hatte ich sogar vom Teufel ein Gewehr erhalten, mit welchem ich eine ganze Woche lang zu schießen vermochte Und dieses Wunderwerk war zu reduzieren auf meinen Henry-Stutzen, mit welchem ich allerdings 25 Schüsse abgeben konnte Wo ist Patrick mit den anderen? fragte nun der Anführer Nach dem Headpeak, um seinen Vater zu erwarten, wie er die ja gemeldet hat Bei dieser Gelegenheit wird er sich an die drei Kaufleute machen, welche sehr gute Waffen und auch ein hübsches Stück Geld bei sich führen Vielleicht ist er bereits mit ihnen fertig, denn er wollte keine Zeit mit ihnen verlieren So wird er mir die Beute schicken? Mit zwei Männern, den dritten nimmt er mit Die besten Gewehre werden wir von den beiden Jägern bekommen Man erzählte mir, dass Sanz ihr eine Büchse habe, mit welcher man auch 1200 Schritte weit schießen kann In diesem Augenblick ertönte von Weitem das Gebell eines Präriehundes Dies war jedenfalls ein sehr schlecht gewähltes Zeichen, da es unmöglich hier solche Tiere geben konnte Antonio kommt mit den Fehlen, die er für den Estacado holen soll, meinte der Capitano Er soll sie nicht draußen abladen, sondern hereinkommen Seit die Jäger in unserer Nähe sind, müssen wir doppelt vorsichtig sein Diese Worte überzeugten mich vollends, dass ich es mit einer wohlorganisierten Schaf Pfahlmänner zu tun hatte Und die unter den heute verborgenen Gegenstände bestanden sicherlich nur aus zusammengetragenem Raub Der den früheren Besitzern das Leben gekostet hatte Jetzt öffnete sich gerade mir gegenüber die Buschwand Dieselbe bestand an dieser Stelle nur aus herabhängenden Schlingpflanzen Die leicht emporgehoben oder zur Seite geschoben werden konnten Und es ritten drei Reiter in den Kreis, deren Pferde eine ziemliche Anzahl von Stangen nach sich zogen Welche mittels Riemen zu beiden Seiten der Sättel befestigt waren Und ganz in derselben Weise nachgeschleppt wurden, wie die indianischen Reiter ihre Zeltstangen transportieren Die Ankunft dieser Männer nahm die Aufmerksamkeit der Versammlung so in Anspruch Dass ich mich am besten unbemerkt zurückziehen konnte Doch tat ich dies nicht, ohne ein Zeichen meiner Anwesenheit mitzunehmen Der Anführer hatte nämlich seinen Gürtel mit dem Messer und zwei mäßig beschlagenen Doppelpistolen ab und hinter sich gelegt So dass ich die eine der Pistolen mit dem ausgestreckten Arm erreichen konnte Ich zog sie an mich und kroch nun langsam zurück Indem ich Zoll für Zoll jede Spur meiner Anwesenheit mit größter Sorgfalt verwischte Dies tat ich auch draußen vor der Buschwand Und dann schnellte ich mich über den Lichtungsring wieder hinüber und in die Sträucher hinein Hier bewegte ich mich, rückwärts kriechend, um meine Pferde wieder zu zerstören Auf den Fingern und Zehenspitzen weiter Bis ich die gehörige Entfernung erreichte Welche mir erlaubte, nun in aufrechter Stellung fortzuschreiten und zu meinem Pferde zurückzukehren Ich band es los, setzte mich auf und schlug einen so bedeutenden Umweg ein Dass ich sicher sein konnte, die Stakemen würden meine Anwesenheit nicht entdecken Als ich bei den Gefährten anlangte, begann die Dämmerung hereinzubrechen Und ich sah es ihren Minen an, dass sie besorgt um mich gewesen waren Und meine Rückkehr mit Ungeduld erwartet hatten Da sei ein Master Charlie, rief Bob in einem Tone Aus dem ich einen nicht geringen Grad von Zuneigung zu mir entnehmen konnte Oh, Angst haben Bob, und Angst haben wir alle um Master Charlie Die anderen waren weniger sanguinisch Sie ließen mich absteigen und bei ihnen Platz nehmen, ehe Sam seine Erkundigung begann Nun Die Kaufleute sind ausgelöscht Dachte es Diese Voyageurs, die doch nur Stakemen sind, haben ihren Kurs verändert Und werden das nachts über ihre Opfer herfallen, wenn sie es nicht bereits um hellen Tage getan haben Rate, wer dieser Merkroft war Habe dir schon öfters gesagt, dass ich mich lieber mit einem Bären balge, als dass ich nach etwas rate, was mir gleich gesagt werden kann Merkroft war ein falscher Name und War auch nicht so dumm zu glauben, dass es der richtige sei Und, fuhr ich in meinem unterbrochenen Satze fort Der Mann heißt eigentlich Patrick Morgan Patrick Morgan Ist das denn auch möglich Oh, Sam Horfield, altes Kuhn, was bist du für ein Esel, hast diesen Schurken bereits zwischen den Fingern, machst den Sheriff bei der Jury über ihn und lässt es ihn wieder laufen Charlie, weißt du genau, dass er es ist? Fußnote Rackun Waschbär Ein beliebter Ausdruck, mit welchem sich die Trepper gern selbst bezeichnen Ende der Fußnote Sehr genau, und nun weiß ich auch, warum er mir so bekannt vorkam Er sieht seinem Vater ähnlich Alright, jetzt gehen mir tausend Lichter auf Aus ganz demselben Grund dachte auch ich, dass ich ihn schon gesehen hatte Wo ist er? Ich hoffe nicht, dass er uns entgehen wird Er massakriert die Kaufleute und geht dann mit nur einem einzigen Begleiter nach dem Skettle und Headpeak, um seinen Vater zu finden Dann auf, ihr Leute, vorwärts, wir müssen ihm nach Stopp, Sam, jetzt bricht der Abend herein, wo wir seine Spur nicht sehen können Und außerdem haben wir uns auf einen sehr ehrenvollen Besuch vorzubereiten Besuch? Wer wird kommen? Dieser Patrick ist Mitglied einer Band des Stakemen, welche da drüben ihr Lager haben Ihr Anführer ist ein Mexikaner, den sie Kapitän nennen Und der beim alten Florimont eine gar nicht üble Schule durchgemacht hat Ich habe die Räuber belauscht, als ihnen Williams unser Abenteuer erzählte Sie wollen Punkt mit der Nacht über uns her Sie nehmen also an, dass wir hier liegen bleiben Allerdings Well, so sollen sie ihren Willen haben Denn nun bleiben wir erst recht hier und sagen ihnen Good Evening Wie viele Köpfe sind es? 21 Das ist ein wenig viel für unser Vier Was meinst du, Charlie? Wir zünden ein Feuer an und legen unsere Röcke so um dasselbe, dass sie dieselben für uns halten Wir selbst aber nehmen weiter draußen Posto, sodass sie zwischen uns und die Flamme kommen Auf diese Weise erhalten wir ein sicheres Ziel Der Plan ist gut, stimmte Bernard Marshall bei Und wohl auch der Einzige, dessen Ausführung in unserer Lage möglich ist Schön, so lasst uns gleich nach Material für das Feuer suchen, ehe es vollständig dunkel wird Sagte Sam, indem er sich erhob Bleib sitzen, entgegnete ich Glaubst du wirklich, dass wir es auf diese Weise mit 21 Männern aufnehmen können? Warum nicht? Sie werden gleich bei den ersten Schüssen davonlaufen, weil sie nicht wissen können, wen sie hinter sich haben Und wenn nun dieser Capitano klug genug ist, den Sachverhalt zu ahnen Dann bekommen wir einen harten Stand und werden ausgelöscht trotz unserer Gegenwehr So etwas muss der Jäger zum Beispiel immer gewärtig sein Dann wirst du auch die beiden morgens fahren lassen müssen Behold, das ist sehr richtig So meinst du also, dass wir uns leise von dannen machen, ohne diesen Raubmördern das Handwerk zu legen? Das können wir vor Gott und allen braven Männern, welche durch den Estakado ziehen, nicht verantworten Was du hier sagst, fällt mir gar nicht ein Ich habe einen anderen und, wie mir scheint, auch besseren Plan Heraus damit! Während sie uns hier suchen, machen wir uns über ihr Heizbord und bemächtigen uns all ihrer Pferde und Vorräte Good luck, das ist wahr Aber du sagst ihrer Pferde Wollen sie uns denn zu Fuß angreifen? Ja, und das lässt mich schließen, dass sie ihr Versteck bereits zwei Stunden vor Mitternacht verlassen werden Weil sie so lange gehen müssen, um hierher zu kommen Hast du es gut gemerkt? Das versteht sich Wenn wir sie hier erwarten, setzen wir unser Leben auf das Spiel Nehmen wir ihnen aber ihren Proviant, ihre Munition, ihre Pferde So ist es ihnen, wenigstens für lange Zeit hinaus, unmöglich, ihr Handwerk fortzusetzen Und wir brauchen wohl kaum einen Schuss zu tun Sie werden aber jedenfalls Wachen zurücklassen Ich kenne den Ort, an welchem der Posten sich befindet Sie werden uns verfolgen Das werden sie auch tun, wenn wir hier auf sie warten und dann doch noch fliehen müssen Nun gut, so sollst du Recht haben Wann brechen wir auf? Wir können es schon in einer Viertelstunde tun Da ist es bereits vollständig finster Oh, das werden schön, meinte der Neger Bob reiten mit und nehmen all die Sachen, die liegen bei Räuber Das besser sein, als bleiben hier und schießen tot Bob Es wurde so dunkel, dass man kaum zehn Schritte weit zu sehen vermochte Wir brachen auf Ich ritt voran und die anderen folgten mir Nach Indianerart einer hinter dem anderen Natürlich schlück ich nicht die gerade zum Versteck führende Richtung ein Sondern machte einen möglichst großen Bogen Welcher uns an eine Stelle des Buschsaumes führte Die wohl eine englische Meile von dem Hidespot entfernt lag Hier hobbelten wir unsere Pferde an und schritten dann zu Fuß auf das Versteck zu Trotzdem sowohl Marshall als auch der Neger keine große Gewandtheit im Anschleichen besaßen Gelangten wir doch unbemerkt an den Rand der Nichtung Genau dem Pfade gegenüber, in dessen Buscheinfassung vorhin die Wache gelegen hatte Ein Lichterschein über dem Verstecke bewies, dass ein Feuer oder wenigstens eine Fackel brannte Um uns her aber war es so dunkel, dass ich ohne Sorge aufrecht über die Lichtung gehen konnte Ich fand die Stelle wieder, an welcher ich das Gespräch belauscht hatte Und hörte, noch ehe ich mich niedergebückt hatte, von innen die Stimme des Anführers Ich drängte mich zwischen dem Wurzelwerke hindurch und sah nun, dass alle in der Mitte des Platzes standen Wohl bewaffnet und zum Aufbruch bereit Der Capitano war noch im Sprechen begriffen Wenn wir nur die geringste Spur gefunden hätten, so dächte ich, es wäre einer von den Jägern hier gewesen Und hätte uns belauscht Wo ist die Pistole hingekommen? Vielleicht ging sie heute am Morgen auf meinem Ritte verloren Und ich habe es nicht bemerkt, als ich den Gürtel ablegte Also, Hoblen, du hast sie wirklich alle vier beisammen sitzen sehen? Alle viere Es waren drei weiße und ein schwarzer Und ihre Pferde weideten hart daneben Eines der Tiere hatte keinen Schwanz und sah aus wie ein Ziegenbock ohne Hörner Das ist die alte Stute von Sansir, die ebenso berühmt ist wie er selber Sie haben dich doch nicht bemerkt? Nein, ich ritt mit Williams nur so weit hinan, als es keine Gefahr brachte Und kroch dann an der Erde weiter, bis ich alles deutlich sehen konnte Der Schüler des alten Florimon war also doch so klug und vorsichtig gewesen Eine Patrouille gegen uns auszuschicken Ein Glück für uns, dass dies zu der Zeit geschehen war, in welcher ich bereits wieder bei den Freunden gesessen hatte Dann wird alles gut gehen Du, Williams, bist ermüdet Du bleibst hier zurück Und du, Hoblen, nimmst den Posten am Wege Die anderen aber vorwärts Bei dem Scheine des nicht sehr hellbrennenden Feuers sah ich, dass der Eingang geöffnet wurde Neunzehn Männer verließen das Versteck und nur die beiden anderen blieben zurück Noch waren nicht alle in dem Pfade verschwunden, so stand ich bereits wieder neben Sam Wie steht's, Charlie? Mir scheint, sie brechen jetzt auf Ja, zwei bleiben daheim, nämlich einer als Posten dort am Wege und Williams drinnen im Verstecke Williams ist nicht bewaffnet, der Posten aber hat bereits das Gewehr in der Hand Wir dürfen jetzt noch nichts tun, denn man könnte etwas vergessen haben und wiederkommen Aber wir machen uns bereit Komm, Sam, ihr beiden bleibt hier, bis wir euch rufen und abholen Wir schlichen uns bis zum Pfade hin und hatten wohl zehn Minuten zu warten, bis der Posten heraustrat Er schlenderte in einer Weise auf der Blöße hin und her Dass wir überzeugt sein mussten, er hege nicht die mindeste Befürchtung wegen seiner Sicherheit So mochte im Ganzen wohl eine Viertelstunde vergangen sein, als er sich uns näherte Jetzt war nicht mehr zu befürchten, dass jemand zurückkehren werde Und wir brauchten also nicht länger zu zögern Ich drückte mich hüben und Sam sich drüben eng an den Busch In dem Augenblick, in welchem er zwischen uns vorüber wollte Hatte ihn Sam bei der Kehle gefasst Ich riss ihm von seinen alten Tuchwamse einen tüchtigen Fetzen herunter Drehte denselben zu einem Knebel zusammen und steckte ihm diesen zwischen die Zähne Dann wurde er mittels seines eigenen Lassos, den er um die Hüften trug An Händen und Füßen gefesselt und an den Busch gebunden Jetzt weiter Wir traten zum Eingange, wo ich die wilden Hopfenranken ein wenig zur Seite schob Williams saß am Feuer, über welchem er sich ein Stück Fleisch spriet Er hatte mir den Rücken zugewandt Ich konnte mich ihm nähern, ohne dass er es bemerkte Haltet das Stück höher, Master Williams, sonst verbrennt es, sagte ich Er fuhr herum und blieb, als er mich erkennte, vor schreckstarr und bewegungslos sitzen Guten Abend, fast hätte ich das Grüßen vergessen Und mit Gentlemen eures Schlages kann man doch nie zu höflich sein Oh, 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 Chatterhand, stammelte er, mich mit weit geöffneten Augen anstarrend Was wollt ihr hier? Ich muss doch dem Capitano die Pistole hier wiederbringen, welche ich heute mitnahm, als ihr ihm euer Abenteuer erzähltet Er zog das eine Bein an, als wolle er sich zum Aufschwingen vorbereiten Und blickte sich um, ob er eine Büchse zu erlangen vermöge Aber nur sein Bovi-Messer lag neben ihm Bleibt ruhig sitzen, Master Steakman, denn die geringste Bewegung kostet euch das Leben Erstens ist die Pistole eures Hauptmannes geladen Und zweitens dürft ihr nur nach dem Eingange blicken, um zu sehen, dass es hier noch mehr Kugeln gibt Er sah sich um und erblickte Sam, welcher mit angeschlagener Büchse nach ihm zielte Thunderstorm, ich bin verloren Vielleicht noch nicht, wenn ihr euch ruhig fügt Bernhard, Bob, herbei Dieser laute Ruf hatte zur Folge, dass die beiden draußen Stehenden unter dem Eingange erschienen Dort an den Sätteln hängen Lassos, Bob Nimm einen und binde diesen Mann Tod und Hölle, lebendig sollt ihr mich nicht nochmals fangen Mit diesen Worten stieß sich der Pfahlmann sein eigenes Bovi-Messer ins Herz und brach zusammen Gott sei seiner Seele gnädig, sagte ich Dieser Schurke hat vielleicht mehr als hundert Menschenleben auf dem Gewissen, meinte Sam in dumpfen Tone Nie war ein Messerstich besser angebracht Er hat sich selbst gerichtet, erwiderte ich Wohl uns, dass wir es nicht zu tun brauchten Dann schickte ich Bob hinaus, um Hobblen zu holen Bald lag dieser vor uns am Boden Der Knebel wurde entfernt und der Gefangene holte tief Atem Voll entsetzen haftete nun sein Blick auf der Leiche seines Raubgenossen Du bist ein Mann des Todes, wie dieser da, wenn du dich weigerst, uns Auskunft zu geben Ich werde alles sagen, versprach der Geängstigte Nun also, wo ist das Gold versteckt? Dort hinten unter den Mehlsäcken ist es vergraben Jetzt wurden die Häute entfernt und es ging an das Untersuchen der vorhandenen Vorräte Da gab es nun einen förmlichen Reichtum von allem, was jemals durch den Estacado transportiert worden war Waffen von allen Sorten und Arten Pulver, Blei, Patronen, Lassos, Sättel, Beutel, Decken Vollständige Reise- und Jagdgewände Tuch und Kaliko Unechte Korallenketten und Schmucksachen Nebst Perlenschnüren, wie sie von den Indianerinnen so außerordentlich geliebt werden Allerhand Kurzwaren, Instrumente und Werkzeuge Eine Menge Büchsen voll Pemmikan Große Vorräte von anderen Nahrungsmitteln Und bei allem war es nicht schwer, die Spur zu entdecken, dass es geraubt worden sei Bob warf die Säcke um sich, als habe er es mit leichten Tabaksbeuteln zu tun Marshall suchte unter den Werkzeugen Hacke und Schaufel Es wurde nachgegraben und nach kurzer Zeit waren wir im Besitze von so viel Goldstab und Goldkönnern, dass wir ein Pferd damit beladen konnten Es schauderte mir, wenn ich dachte, wie viele arme Goldsucher den Tod hatten erleiden müssen, um diese Menge Deadly Dust zusammenzubringen, der diesen Namen mit vollem Rechte verdient Die zurückkehrenden Digges nehmen nur wenig davon mit in die Heimat und wechseln den Ertrag ihrer Arbeit meist in Papiergeld oder Depositenscheine und Anweisungen um Die Ermordeten hatten diese Papiere ganz sicher bei sich getragen Wo waren sie hingekommen? Wo ist das Geld und wo sind die Papiere, die ihr dem Beraubten abgenommen habt? fragte ich Hoplin In einem Versteck weit von hier Der Kapitano wollte sie nicht hier aufbewahren, weil es Mitglieder gab, denen er nicht traute So weiß er diesen Versteck ganz allein Nur er und der Leutnant kennen ihn Wer ist euer Leutnant? Patrick Morgan Es blitzte in mir auf Reich werden wir auf alle Fälle, hatte dieser Mensch an seinen Vater geschrieben Sollte er einen Verrat an seinen Kameraden vorhaben? Hast du keine Ahnung, wo dieser Versteck ungefähr sein kann? Ich weiß es nicht sicher, aber der Kapitano scheint dem Leutnant nicht zu trauen Dieser ist mit noch einem heut nach dem Headpeak am Rio Pecos Und morgen sollte ich mit zweien ihm nach, um ihn zu beobachten Ah, der Hauptmann hat dir einen Ort beschrieben, ganz bestimmt und deutlich beschrieben? Der Gefragte schwieg verlegen Antworte war Schweigst du, so bist du ein toter Mann Redest du aufrichtig, so sollst du Gnade finden Trotzdem ihr alle den Strang verdient habt Ihr ratet richtig, Sir Welches ist dieser Ort? Ich soll ihn sofort von hier weg aufsuchen Und den Leutnant niederschießen, wenn er sich ihm naht Es ist ein kleines Tal, welches ich sehr genau kenne Weil ich bereits einmal dort gewesen bin Euch aber kann die Beschreibung desselben ein wenig nützen Denn ihr würdet es dennoch nicht finden Hat er dir nur das Tal bezeichnet oder wurde dir ein gewisser Punkt genau genannt? Der Capitano wird sich hüten, mir diesen Punkt zu nennen Sein Befehl lautet, mich zu verbergen und dem Leutnant eine Kugel zu geben, wenn er das Tal betreten sollte Gut, ich schenke dir das Leben, natürlich nur unter der Bedingung, dass du uns zu diesem Tale führst Ich werde es tun Doch merke dir, dass du verloren bist, wenn du uns zu täuschen suchst Du wirst nicht frei, sondern als Gefangener mitreiten Well, meinte Sam So wären wir hier mit unserem Forschen zu Ende Was nun? Wir nehmen nur das Gold mit und was wir von dem Übrigen brauchen Waffen, Munition, Tabak und Proviant Auch einige Kleinigkeiten zu geschenken für die Indianer, wenn wir mit solchen zusammentreffen sollten Macht euch an die Auswahl, ich will mir unterdessen die Pferde betrachten Ich fand vier stammhafte Michigan-Traber, welche sich sehr gut zum Lasttragen eigneten Außerdem verdienten nur noch drei Mustangs das Mitnehmen Sie waren besser als die Tiere, welche Bernhard und Bob ritten Zwei konnten also mit den letzteren vertauscht werden, während ich das dritte für Hoblern bestimmte Packsaddle, wie sie die Maultiere tragen, gab es Ich schnallte jedem der Traber einen auf Nun wurde alles, was wir mitzunehmen gedachten, in die vorhandenen Decken gebunden So dass acht Pakete entstanden, von denen ein Pferd je zwei zu tragen bekam Von allen übrigen Gegenständen bildeten wir einen großen Haufen An dessen Basis wie das Pulver, welches nicht mitgenommen werden konnte Und alle leicht entzündlichen Gegenstände platzierten Was tun wir mit den übrigen Pferden? fragte Sam Bob bündet sie los und jagt sie hinaus in die Prärie Es ist zwar unklug, aber es widerstrebt mir, sie zu töten Führe du den Zug fort, ich werde zurückbleiben, um den Scheiterhaufen anzubrennen Warum kann denn dies nicht gleich geschehen? fragte mich Marshall Das Feuer wird weit hinaus gesehen Die Stakemen werden, wenn sie uns nicht auf unserem Lagerplatze finden Natürlich schleunigst zurückkehren und können uns trotz der Dunkelheit dann möglichenfalls erreichen Es ist also besser, ich lasse euch erst weit genug fort und komme dann auf einem Pferde schnell nachgeritten Well, du hast recht, Charlie, fort also, Boys, befahl Sam Er schritt voran, eines der Packpferde am Zügel führen, die anderen drei folgten Und Marshall beschloss mit Bob und dem hoch zu Ross gefesselten Hoblin den kleinen Zug Ich blieb mit meinem Pferde halten und wartete Die sich entfernenden Schritte verklangen So verging über eine Viertelstunde und ich durfte nicht länger zögern, da die Stakemen sonst zurückkehren und mich überraschen konnten Ich trat wieder in das Versteck, um den Haufen anzuzünden Wir hatten mit Hilfe einer zerrissenen Decke eine Art von Lunte gemacht Welche mir Zeit gab, mich ehe das Pulver in Brand geriet, gehörig weit zu entfernen Es war ja, da wir auch eine Menge Patronen mit hinzugelegt hatten, eine Explosion möglich Ich zündete also an, nahm dann mein Pferd am Zügel und folgte dem Pfad hinaus nach der Prärie Vor den letzten Büschen schwang ich mich in den Sattel Da erhob sich im Heizspot ein Prasseln und Knattern Das Feuer hatte die Decke ergriffen, in welche die Patronen eingewickelt worden waren Ich gab meinem Pferde die Sporen und ritt, so schnell es die Dunkelheit gestattete, von dannen, um aus den Bereichen des hellen Scheines zu kommen Den die hoch lodernden Flammen des brennenden Versteckes warfen Das Feuer verzehrte das ganze zusammengeraubte Gut der Stakemen Ende von Abschnitt 7 Abschnitt 8 aus Winnetou 3 von Karl May Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Drittes Kapitel Unter den Comanschen Teil 1 Da, wo die Gebiete von Texas, Arizona und New Mexico zusammenstoßen, also an den Zuflüssen des Rio Grande del Norte, erheben sich die Berge der Sierren de los Organos, Rianca und Guadalupe und bilden ein Gebiet von wilden, wie durcheinander laufenden Höhenzügen Diese zeigen sich bald als riesige nackte Bastionen, bald sind sie von dichtem, dunklen Urwalde bestanden und werden hier durch tiefe, fast senkrecht abfallende Canyons und dort durch sanft absteigende Talrinnen getrennt, welche seit ihrer Entstehung von der Außenwelt abgesondert zu sein scheinen Und dennoch trägt der Wind Blütenstaub und Samen über die hohen Zinnen und Grate, dass sich eine Vegetation entwickeln kann Dennoch klimmt der Schwarze und der Graube an den Felsen am Por, um in die dort herrschende Einsamkeit hinabzusteigen Dennoch fand der wilde Bison hier einige Pässe, durch und über welche er auf seinen Herbst- und Frühjahrswanderungen in Herden zu tausenden von Exemplaren zu drängen vermochte Dennoch tauchen hier bald weiße, bald kupferfarbige Gestalten auf, so wild wie die Gegend selbst Und wenn sie wieder abgezogen und verschwunden sind, weiß niemand was geschehen ist, denn die schroffen Steinriesen sind stumm Der Urwald schweigt und noch kein Mensch hat die Sprache der Tiere zu verstehen gelernt Hier herauf kommt der kühne Jäger, nur allein auf sich und seine Büchse angewiesen Hier herauf steigt der Flüchtling, welcher mit der Zivilisation zerfallen ist Hier herauf schleicht sich der Innsman, der aller Welt den Krieg erklärt, weil aller Welt ihn vernichten will Da taucht bald die Pelzmütze eines kräftigen Trappers, bald der breitrandrige Sombrero eines Mexikaners Bald der Haarschopf eines Wilden zwischen den Zweigen auf Was wollen sie hier? Was treibt sie herauf in diese abgeschlossenen Höhen? Es gibt nur eine Antwort Die Feindschaft gegen Mensch und Tier, der Kampf um ein Dasein, welches dieses Kampfes nicht immer wert zu nennen ist Drunten auf der Ebene stoßen die Jagdgründe und Gebiete der Apatschen mit denen der Comanschen zusammen An diesen Grenzen geschehen Heldentaten, von denen keine Geschichte etwas meldet Durch die Zusammenstöße dieser reckenhaften Völkerschaften wird mancher einzelne oder mancher versprengte Trupp heraufgedrängt in die Berge Und hat hier von Fuß zu Fuß mit dem Tode oder mit Gewalten zu kämpfen, die zu besiegen eine Unmöglichkeit zu sein scheint Der Rio Pecos entspringt auf der Sierra Humanis, hält erst eine südöstliche Richtung ein und wendet sich dann, in die Sierra Rianca getretend, grad nach Süden Nahe am Austritte aus derselben schlägt er nach Westen einen gewaltigen Bogen, den Rechts- und Linksberge einfassen Diese weichen zu beiden Seiten seiner Ufer doch so weit zurück, dass Hüben und Drüben ein bald schmaler, bald breiterer Paris-Streifenplatz findet, der eine üppig grüne Grasvegetation zeigt, die sich in dem von den Höhen bis zum Fuße des Gebirges niedersteigenden Urwalde verliert Das ist ein höchst gefährliches Terrain Die Berge sind lang gestreckt, sodass es nur selten einen Spalt, eine Schlucht gibt, die zur Seite führt Und wer hier einem Feinde begegnet, vermag nicht auszuweichen, wenn er nicht sein Pferd im Stiche lassen will, ohne welches er vielleicht auch verloren ist Wir hatten dieses Flusstal erreicht, welches ich bereits früher, allerdings in zahlreicherer und sicherer Gesellschaft durchritten hatte Jetzt waren wir nur zu vieren und sahen unsere Kräfte noch dadurch geschwächt, dass wir einen Gefangenen zu überwachen hatten, der sich zwar außerordentlich gehorsam zeigte, aber doch sehr leicht den Verrat im Herzen tragen konnte Er ritt in der Mitte neben Bob, Sam war voran und ich folgte mit Bernard Marshall, der während der Zeit unseres weiten Marsches sich als ein tüchtiger Reiter erwiesen hatte Es war am Vormittag und die Sonne hatte eben die Spitze der jenseits des Flusses liegenden Berge erreicht Obgleich es Mitte August war, berührten uns ihre Strahlen doch außerordentlich wohltuend, denn hier zwischen den dunklen Höhen verschwand sie bereits am Nachmittag Die Nächte waren ziemlich kalt und die Morgen so feucht und frisch, dass wir unsere Decken so lange wie möglich um die Schultern trugen Hoblin war bisher am Tage stets frei in unserer Mitte geritten, nachts aber hatten wir ihn gebunden Er bürgte mit dem Leben für die Wahrheit seiner Mitteilungen Haben wir noch weit bis zum Skettle und Headpeak? fragte mich Marshall Morgen vielleicht erreichten wir die Berge, wenn wir nach der Beschreibung von Hoblin nicht vorher rechts abgehen müssten Wäre es nicht besser, erst nach den Bergen zu gehen, da wir Fred morgen dort treffen werden? Selbst in diesem Falle dürfen wir nicht direkt auf sie zuhalten, da er uns dann bemerken würde Er ist sicher bereits da, denn wir haben heute den 14. August Aber ich denke, Patrick kriegt nach dem Tale und wo der Sohn ist, wird wohl auch der Vater zu treffen sein Übrigens kann Patrick höchstens einige Stunden Vorsprung haben, da wir ihm stets hart auf der Ferse geblieben sind Heute Nacht hat er sechs Meilen von hier gelagert und wenn er zu gleicher Zeit, das heißt mit Tagesanbruch, mit uns aufgebrochen ist, so ist er höchstens drei Stunden vor uns her Half care, rief in diesem Augenblick Sam Howerfield vorn Dort liegt am Waldesrande auf dem Boden ein Zweig, der noch grün ist Er kann also noch nicht sehr lange abgebrochen worden sein und folglich ist jemand vor kurzem hier gewesen Wir ritten näher und stiegen ab Sam hob den Zweig empor, besah ihn und reichte ihn dann mir hin Schau dir doch das Ding zum Beispiel einmal an, Charlie Hm, ich wollte wetten, dass dieser Zweig vor kaum einer Stunde abgebrochen wurde Meine es auch, siehst du hier die Stopfen? Ich bückte mich zur Erde Zwei Männer, lass sehen Ich zog zwei Stäbchen aus der Tasche, die ich mir nach den Fußspuren geschnitten hatte, welche am ersten Lagerplatze Patricks und seines Gefährten von uns beobachtet worden waren Sie sind's, das Maß stimmt ganz genau Wir dürfen nicht weiter, Sam Hast recht, er darf nicht bemerken, dass jemand hinter ihm ist Doch wenn die Sträucher hier vom Pferde gestiegen sind, so müssen sie eine Absicht dabei gehabt haben Dort ließen sie die Pferde stehen, die mit den Hufen gescharrt haben Und hier gehen die Fußspuren in das Holz Wollen sehen Wir ließen die drei anderen warten und drangen, die Spuren verfolgend in den Wald ein Wir hatten eine ziemliche Strecke zu gehen, bis Sam, welcher voran war, stehen blieb Gerade vor ihm war der Boden zerstampft und die Moosdecke aufgelockert Es hatte das Ansehen, als habe man unter derselben gegraben und sie dann wieder an ihre frühere Stelle gelegt Ich bückte mich nieder und entfernte das Moos Eine Hacke, rief Sam Richtig, antwortete ich überrascht Hier hat eine Hacke gelegen Unter dem Moose zeigte der lockere, moderige Bottomgrund ganz genau den Abdruck einer Hacke, welche hier gelegen hatte Die haben sie sich geholt, aber wer hat sie hier versteckt, fragte Sam Diese Frage ist sehr leicht zu beantworten Als der Capitano mit dem Leutnant ihren Schatz vergraben und das Tal verlassen hatten, ist ihnen nach einiger Zeit dieses Werkzeug beschwerlich gefallen und sie haben sich hier desselben entledigt Jedenfalls werden wir draußen an den Saumbäumen ein Zeichen finden, welches sie sich für den Fall ihrer Rückkehr machten, denn die Hacke wird ja bei der Befreiung des Schatzes wieder gebraucht Ich deckte das Moos wieder auf die Spur und ging zurück, um die Bäume draußen zu betrachten Richtig, an Zweien, nämlich an denen, welche rechts und links an der Fährte standen, waren noch die Spuren von drei Kerben zu sehen, die übereinander eingeschnitten waren Und außerdem hatte man bei beiden Bäumen die untersten drei Äste abgebrochen Was folgt daraus, Charlie? Kannst du es dir denken? fragte mich Sansir Ebenso gut wie du und jeder andere, denn dies zu erraten ist ja leicht genug Er hat wirklich die Absicht, nach dem Tade zu gehen Es ist notwendig, dass wir ihm dort zuvorkommen, und es fragt sich also, ob er direkt hingeht oder erst seinen Vater sucht Das werden wir erfahren, und zwar sofort Ich wandte mich zu Hoblen Haben wir noch weit bis dahin, wo der Weg nach diesem Tale hier vom Flusse abgeht? Nein, höchstens noch zwei Stunden, wenn ich mich recht entzinne So reiten wir dorthin Folgt er diesem Weg, so geht er direkt zu dem Verstecke Behält er aber die gegenwärtige Richtung bei, so will er erst seinen Vater holen Und nach seinem Verhalten haben dann auch wir uns zu richten Übrigens müssen sie sehr lange hier verweilen haben, da er kaum eine Stunde vor uns ist Aus diesem Grunde ist es ratsam, ein wenig zu rasten Er könnte um irgendeiner Ursache willen vor uns halten bleiben, und würde uns dann sicherlich bemerken All right, Charlie, so bleiben wir hier Aber wir wollen nicht so unvorsichtig sein wie er und die Pferde im Freien lassen Zieht sie herein zwischen die Bäume und nimmt ein weniges zu essen aus den Taschen Denn ich habe zum Beispiel seit Sonnenaufgang noch keinen Bissen zwischen die Zähne bekommen Wir taten nach seinem Geheiße und ließen uns auf das weiche Moos nieder Kaum war dies geschehen, so stieß Hoplin einen schwachen Ruf aus und deutete mit der Hand zwischen die Bäume hinaus Seht einmal die Schlucht da drüben, Meschurs Es war mir just so, als hätte ich ganz oben auf ihrem höchsten Punkte etwas schimmern sehen Gleich einer stillenden Lanzenspitze Unmöglich, meinte Sam, wie kann man auf so weit hin eine Lanzenspitze bemerken? Und doch, Sam, entgegnete ich ihm, wenn das Auge zufälligerweise gerade auf den kleinen Punkt fällt, an dem sie sich befindet, so ist es recht gut möglich Aber solche Lanzen tragen nur die Innsmen und es müssten also Wahrhaftig, jetzt sah auch ich es blinken, einmal ganz oben und dann ein Stück weiter herab Hört ihr Leute, das können nur Indianer sein und es ist ein unendliches Glück, dass wir auf den Gedanken gekommen sind, hier unterzukriechen Wären wir weitergeritten, so hätten sie uns unbedingt bemerkt, da wir die Sonne gerade gegenüber haben Ich nahm mein Fernrohr heraus und richtete es gegen die Schlucht Was ich sah, war ganz geeignet, mich höchst besorgt zu machen Hier, Sam, sieh dir die Kerls einmal genauer an Es sind ihrer wenigstens hundertundfünfzig Er nahm das Glas an das Auge und gab es dann Bernhard Guckt euch einmal die Rotholte an, Master Marshal Habt ihr vielleicht bereits einmal mit diesen Comanschen zu tun gehabt? Noch nicht, es sind also Comanschen? Ja, der Gegend nach könnten es wohl auch Apachen sein Aber diese tragen den Schopf anders als die Kerls, die dort herabkommen Seht ihr die roten und blauen Farben, mit denen ihr sie ihre Visagen bemalt habt? Das ist das sicherste Zeichen, dass sie sich auf dem Kriegspfade befinden Darum haben sie die Lanzenspitzen so blank geschliffen Und in jedem Köcher stecken einige vergiftete Pfeile Mit denen ich heute zum Beispiel noch gar nicht gern zu tun haben mag Was meinst du, Charlie, wenn sie hier vorüberkämen? Sie würden uns unbedingt bemerken Wenn man nur hinaus könnte, um den Zweig zu entfernen und unsere Spuren zu verwischen Das geht aber nicht Würde auch nichts helfen, Sam, denn sie würden weiter oben unsere Fährte doch bemerken Und diese sicherlich bis hierher verfolgen Das weiß ich, aber wir könnten dann Zeit gewinnen, hier auszubrechen und uns zu salvieren Ehe sie zurückkämen Das ist richtig Die Hufspuren sind gleich hier am Rande Vielleicht geht es auch ohne, dass man hinaustritt Hinter mir stand ein dürres, dünnes Fichtenstämmchen Ich schnitt es ab und angelte mit ihm den Zweig herein Dann suchte ich mir eine Stelle, an welcher dürren Nadeln auf dem Boden lagen Sammelte einige Handvoll davon und säte sie über die Spur hinweg Welche allerdings so schwach war, dass sie nur von dem scharfen Auge eines Indianers bemerkt werden konnte Wollen sehen, ob es hilft, Charlie Mich würdest du damit nicht täuschen Inwiefern? Hat ein Ahorn Kiefernadeln? Allerdings stand gerade über den Hufspuren ein Ahorn, aber die Sache war nun einmal nicht zu ändern Übrigens nahmen nun die Innsmen unsere vollständige Aufmerksamkeit in Anspruch Sie hatten eben den unteren Teil der Schlucht erreicht Blieben dort halten und schickten einige Krieger auf Spähe aus Heidei, sie kommen nicht hierher, rief Sam erfreut Woraus seht ihr das? fragte Bernard Erkläre es ihnen, Charlie, da du dich einmal seiner als Lehrmeister angenommen hast Sehr einfach Von den drei Männern, welche rekognoszieren, reiten zwei längs der Höhe Strom ab und einer auf das Wasser zu Sie wollen also übersetzen, werden aber nicht aufwärts kommen, da sie in diesem Falle das Terrain nicht ab, sondern aufwärts untersuchen würden Die zwei sollen das Terrain nach Spuren, also nach seiner Sicherheit untersuchen Während der dritte sehen soll, ob der Pekos hier zum Durchschwimmen geeignet ist Bald kehrten alle drei zu den Wartenden zurück Sie schienen befriedigende Kunde zu bringen, denn die Truppe setzte sich direkt auf das Wasser zu in Bewegung Wie konnten sie jetzt mit bloßem Auge zählen, und es ergab sich, daß sich sie eher etwas zu niedrig als zu hoch geschätzt hatte Es waren lauter junge, kräftige Leute, die zu zwei Stämmern oder Dörfen gehören mußten, da zwei Häuptlinger in ihrer Spitze ritten Die beiden mit den Adlerfedern im Haare sind die Häuptlinge? fragte Bernard Ja, ich hörte, daß diese stets Schimmel reiten Schimmel? Hihihihi Lachte Sam belustigt vor sich hin Da seid ihr sehr falsch berichtet, Bernard, meinte ich Drüben im Altenlande kommt es wohl vor, daß ein Feldherr einen Lieblingsschimmel reitet, hier aber nicht Der Indianer ist überhaupt kein Freund der hellen Farben beim Pferde Und kann ja schon auf der Jagd keine Schimmel gebrauchen, weil das Weiß des Wild verschroicht So bei einem Kriegszug er erst recht nicht Nur im Winter, wo die Farbe dem Schnee gegenüber als Mast gedient, kann es einmal bei einem einzelnen Unternehmen vorkommen, daß man auf einen Schimmel steigt, und dann nimmt auch der Reiter einen weißen Cartoon über Ich selbst habe dies einmal oben am Nordpark versucht, und zwar mit gutem Erfolg Mittlerweile waren Ja so, das ist ja schon früher geschehen Aber Charlie, was wird nun zum Beispiel mit Patrick und seinem Steakman? Denn seine Spur bemerken sie ganz sicher Sie werden ihm nichts tun, antwortete Hoblin Nichts? Warum? Weil sie ihn kennen Es sind Comanschen vom Stamme der Rakuro, mit denen er und der Capitano die Friedenspfeife geraucht haben, weil wir vieles von dem, was wir übrig hatten, an sie verhandelten Das ist schlimm, denn dann ist es sehr leicht möglich, daß er mit ihnen gegen uns gemeinschaftliche Sache macht Müssen auch das abwarten, Sam, tröstete ich Er wird sich hüten, sie mit in das Tal zu nehmen Höchstens erfordert es die Höflichkeit, daß er einige Stunden bei ihnen bleibt, um das Kalumet mit den Häuptlingen zu rauchen Dann ist er wieder sein eigener Herr Ich trat an den Saum des Waldes und streckte den Kopf durch die Zweige, um den Wilden nachzusehen Sie waren bereits hinter der nächsten Krümmung des Flusses und dem Berg verschwunden Ehe ich mich zurückwandte, warf ich meinen Blick ganz unwillkürlich Strom auf und fuhr mit dem Kopfe schnell hinter die Zweige Sam hatte diese schnelle, beinahe erschrockene Bewegung bemerkt und fragte Was gibt's? Kommen dort oben auch ins Men? Wie es scheint, ja Wenigstens hält einer dort am Ausgange der oberen Schlucht Sans ihr hatte das Fernrohr noch neben sich liegen und setzte es an Sounds, es ist richtig, aber es ist bloß einer, wenn nicht vielleicht noch weiter hinten welche halten Was seh ich? Das ist doch zum Beispiel gar eine Patsche Wirklich? Ja, und zwar ein Häuptling Er trägt das Haar lang herab, es hängt ihm bis auf den Rücken des Pferdes nieder Jetzt reitet er auf das Wasser zu Lass mir einmal das Rohr Er gab es mir, leider aber konnte ich nichts mehr sehen, da der Mann sich bereits im Wasser befand und durch eine Erhöhung des diesseitigen Ufers verdeckt wurde Weißt du, wie das ist, Charlie? Diese Comanschen werden, ohne dass sie es ahnen, von den Apatschen verfolgt und dieser Häuptling ist vorangegangen, um sie stets im Auge zu behalten Er fängt das ganz verwünscht klug an, denn er ist ihnen nicht auf ihrer Fährte gefolgt, sondern oberhalb von ihnen in der nächsten Schlucht über die Berge gegangen Tretet zurück, denn diese Kerls haben scharfe Augen Er kommt auf alle Fälle hier vorüber, darum haltet eurem Pferden die Nüstern zu Sie sind es gewöhnt zu schnauben, wenn ein Indianer in die Nähe kommt Meine Toni hat allerdings mehr Grütze im Kopf Nun Stille Wir konnten ihn nicht kommen sehen, da wir uns am oberen Teile einer Talkrümmung befanden Aber kaum waren fünf Minuten seit den letzten Worten verflossen, so vernahmen wir den Huftritt seines Pferdes Die anderen hatten sich zurückgezogen, ich jedoch lag hinter einem ziemlich dichten Gesträuch Er kam, langsam und den Boden musternd Hatte er vielleicht einige niedergetretene Grashalme oder eine andere Spur bemerkt? Es musste so sein, und siehe, jetzt hielt er mir grad gegenüber an und richtete den Blick auf die Nadeln, welche ich vorhin hinausgeworfen hatte Im Nu stand er am Boden, mit dem Tomahawk in der Faust, denn er hatte Verdacht gefasst Feuer, Charlie, kommandierte Sam leise Ich aber drang ebenso schnell, als er vom Pferde gesprungen war, durch den Busch ihm entgegen Sein muskulöser Arm ruhte aus zum fürchterlichen Hiebe Winnetou, will der große Häuptling der Apachen seinen Bruder töten? Er ließ den Arm sinken, und sein dunkles Auge leuchtete hell auf Charlie Er rief nur dies eine Wort, aber es lag in dem Tone eine Freude, die ein stolzer Innsmann lieber beherrscht, als laut erklingen lässt Dann schlang er die Arme um mich und drückte mich an sich Ich freute mich natürlich außerordentlich über dieses Zusammentreffen und fragte Was tut mein Bruder an dieser Stelle des Pekos? Er steckte den Tomahawk in den Gürtel Die Flöhe der Comanschen haben ihr Lager verlassen, um dem Apachen ihr Blut zu geben Der große Geist sagt, dass Winnetou ihres Galbs nehmen wird Was tut mein weißer Bruder in diesem Tale? Sagte er nicht vor vielen Monaten, dass er wieder über das große Wasser ziehen werde zum Wigbom seines Vaters und seiner Schwestern? Wollte er nicht dann hinüber in die große Wüste, welche fürchterlicher ist als die Mapimi und der Estacado? Ich habe das Wigbom des Vaters gesehen und bin in der Sahara gewesen Aber der Geist der Savanne hat mich gerufen im Lichte des Tages und im Traum in der Nacht Ich bin seiner Stimme gefolgt Mein weißer Bruder hat recht getan Das Herz der Prärie ist groß und weit Es fasst das Leben und den Tod Und wer seinen Puls gefühlt hat, der darf wohl gehen Aber er kommt immer wieder zurück Haug Er nahm sein Pferd beim Zügel und trat mit mir unter die Bäume Hier erst erblickte er meine Begleiter Aber obgleich ich mit keinem Worte derselben gedacht hatte Zeigte er sich nicht im Mindesten überrascht Vielmehr tat er, als habe er sie gar nicht bemerkt Er griff in die Satteltasche Zog Pfeife und Tabaksbeutel hervor Und setzte sich mit würdevoller Haltung nieder Winnetou ist weit im Norden am großen See gewesen Um den heiligen Ton für sein Kalomet zu graben Charlie ist der Erste, welcher mit ihm rauchen wird Es werden heute noch andere mit meinem roten Bruder rauchen Winnetou raucht nur mit tapferen Männern In deren Herz kein Falsch ist Und auf deren Lippe die Wahrheit wohnt Doch er weiß, dass sein weißer Bruder auch nur mit solchen Männern redet Hat der große Häuptling der Apachen gehört von Sansir Dem tapferen, klugen Jäger? Winnetou kennt ihn Aber er hat ihn noch nicht gesehen Sansir ist nistig wie die Schlange Klug wie der Fuchs Und tampfer wie der Jaguar Er trinkt das Blut der roten Männer Und hat ihren Tod eingegraben auf dem Kolben seiner Büchse Aber sie haben ihm getötet sein Weib und sein Kind Er tötet nur die Bösen Ich sehe sein Pferd Warum kommt er nicht zu Winnetou Um mit ihm zu rauchen die Pfeife des Friedens? Sam erhob sich und trat herbei Aber ich sah es ihm an, dass er sich einigermaßen verlegen fühlte In der Gegenwart des Mannes, der als der größte, tapferste und gerechteste Krieger aller Savannen bekannt war Mein roter Bruder hat recht gesagt Ich töte nur die Bösen Den Guten aber gehört meine Hilfe Sagte er in bescheidenem Tone Ich winkte auch Bernhard herbei Der Häuptling der Apachen möge sein Auge leuchten lassen, auch über diesen Krieger Er war ein sehr reicher Mann Die weißen Mörder aber haben ihm seinen Vater getötet und seine Diamanten und Dollars geraubt Der Bemörder ist hier am Rio Pecos Er wird sterben von seiner Hand Winnetou ist sein Bruder Er wird ihm helfen, den Mörder seines Vaters zu ergreifen Haug Dieses letzte Wort galt bei Winnetou stets als eine Betreuerung, die er sicherlich erfüllte Ich hatte also für Bernhard eine Kraft, eine Hilfe gewonnen Wie wir uns keine bessere wünschen konnten Der Apache hatte jetzt seine Pfeife gestopft und setzte sie in Brand Nachdem er den Rauch dreimal empor zum Himmel und dreimal nieder zur Erde geblasen hatte Stieß er ihn nach den vier Himmelsrichtungen aus und gab mir dann das Kalumet Ich tat ebenso und gab es Sam Nachdem auch Marshall die Zeremonie beendet hatte, ging es in die Hände Winnetous zurück Dann erkundete sich Sam bei dem Apachen Mein roter Bruder hat viele Kriege in der Nähe? Uff! Dies war bei Winnetou stets ein Ausruf des Erstaunens Sam kannte die Gewohnheiten des Apachen noch nicht Und da er nur dies eine Wort zur Antwort bekam, so glaubte er, falsch verstanden worden zu sein Daher wiederholte er Ich fragte, ob mein roter Bruder seine Krieger in der Nähe hat Uff! Mein weißer Bruder mag mir sagen, wie viele Bären sein müssen, um tausend Ameisen zu zertreten Nur einer Und wie viele Krokodile um hundert Kröten zu verschlingen? Nur eines! Und wie viele Häuptlinge der Apachen, um diese Mücken von Rakuro zu töten? Wenn Winnetou den Kriegspfeil ausgräbt, so nimmt er nicht seine Männer mit, sondern er geht allein Er kennt keinen einzelnen Stamm, dessen Häuptling er ist, sondern er ist der König aller Apachen Er mag die Hand ausstrecken hier oder dort, so eilend tausend Krieger herbei, um seine Befehle zu vollbringen Er hat viele Zungen, die ihm erzählen, was die Söhne der Comanschen tun Und er hat viele Messer und Tomahags, um seine Feinde zu vertilgen von der Erde Dann wendete er sich mir zu Der Mann soll sprechen mit der Faust Aber mein Bruder erzähle mir, was er mit diesen Männern will, die bei ihm sind Ich gab ihm einen kurzen, aber genauen Bericht über die Ereignisse, welche uns an den Riopecos geführt hatten Er hörte aufmerksam zu und blickte dann eine Weile zu Boden Den letzten Rauch aus seiner Pfeife blasend erhob er sich und steckte das Kalomet wieder in die Tasche Meine weißen Brüder mögen mir folgen Er nahm sein Pferd, führte es hinaus und schwang sich auf Ich hielt mich ihm zur Seite und im scharfen Schritte setzten wir unseren Ritt fort Er ritt einen braunen, starkknochigen Klepper, den ich schon von früher her kannte Dieses Tier hatte ganz das Aussehen eines abgetriebenen Karrengaules Und nur ein Kenner wie Winnetou konnte sich entschlossen haben, es als Reitpferd zu gebrauchen Er war unerreichbar im Galopp, ruhig im Trabe, ausgiebig und unermüdlich im Schritte und kerngesund auf der Lunge Seine Klugheit stand keineswegs hinter derjenigen von Sams Stute zurück Und mit seinen scharfen, stahlharten Hufen hatte es nicht nur einmal den gefährlichen grauen Wolf oder gar den Puma in die Flucht geschlagen Wenn Winnetou aufsahst, so schien Ross an Reiter ein Leib und eine Seele, ein Wille und ein Entschluss zu sein Und niemals kam es vor, dass ihm die Kraft und Ausdauer, dem Mut und die Gewandtheit dieses unvergleichlichen Tieres versagten Als wir die Spuren der Comanschen erreichten, erkannten wir, dass sich die Horde ganz und gar sicher gefühlt haben musste Denn man hatte sich auch nicht die geringste Mühe gegeben, die Pferde weniger kenntlich werden zu lassen So ritten wir wohl eine Stunde weit, bei jeder Biegung des Weges haltend, um das vor uns liegende Terrain zu überblicken Eben waren wir wieder an eine Ecke des Waldes gekommen und standen schon im Begriff, dieselbe zu umreiten Als der Apache plötzlich sein Pferd zurückriss Er deutete mit dem rechten Arme vorwärts, während die geschlossene Linke das Zeichen zur Schweigsamkeit und Vorsicht geben sollte Ich streckte den Kopf vor und strengte meine Augen an, konnte aber nicht das Mindeste bemerken Winnetou hing seine Büchse an den Sattelknopf, zog das Bovi-Messer, stieg ab und verschwand zwischen den Bäumen, ohne ein Wort zu verlieren Was mag es geben, Charlie? fragte Sam Weiß es nicht Ist ein närrischer Kauz, dieser Apache Konnte er uns nicht erst sagen, was er vorhat? Hast du nicht gehört, dass er sagte, der Mann soll mit Taten sprechen? Er hat etwas Verdächtiges bemerkt und ist gegangen, um sich zu überzeugen Das hast du aus seinem Tun erkannt und darum brauchte er keine Rede zu halten Aber sagen konnte er, welche Art dieser Gegenstand war Das werden wir bald sehen Aber wir wüssten doch zum Beispiel, wonach wir uns zu richten und wie wir uns zu benehmen hätten Das wissen wir ohne dies Wir haben hier hinter der Ecke zu warten, bis er zurückkehrt oder uns ein Zeichen gibt, vorwärts zu gehen, das ist doch einfach Massa, oh, ah, haben, hören, Massa? Unterbrach Bob den kleinen Wortwechsel Was? Haben, schreien, ein Mann? Wo? Da, hinter der Ecke Ich blickte die anderen fragend an, aber keiner hatte etwas gehört, doch konnte der Neger trotzdem recht haben Da erscholl, und jetzt hörten wir es alle, der Lockruf des Spottvogels Jeder andere hätte diese Töne wirklich für die Stimme des Vipurville gehalten Ich aber wusste, dass sie vom Munde des Apatschen kamen, denn diesen Ruf hatten wir während unserer früheren Fahrten miteinander verabredet und sehr oft in Anwendung gebracht Ein Vipurville hier, meinte Sam, möchte zum Beispiel wissen, wo diese Art von Kreatur nicht anzutreffen wäre Diese Art von Kreatur hast du heute zum ersten Mal gesehen und gehört Es ist Winnetou, der uns ruft Vorwärts, dort steht er am Waldesrande Ich nahm das Pferd des Apatschen beim Zügel und die anderen folgten Winnetou stand einige hundert Schritte weit von uns am Saume des Forstes, in welchem er verschwand, sobald er bemerkte, dass seinem Rufe Folge geleistet wurde An der Stelle angekommen, stieg ich ab und trat unter die Bäume Dort stand der Apatsche und zu seinen Füßen lag ein junger Mensch, gebunden mit seinem eigenen Gürtel Er hielt die Augen in unendlicher Angst auf Winnetou gerichtet und stürnte leise Memme, nur dieses eine Wort sprach der Apatsche, dann wandte er sich verlächtlich ab Der Gefangene war ein Weißer Als er mich erblickte, hältte sich sein Gesicht etwas auf Er mochte, da ich zu seiner Rasse gehörte, einige Hoffnung fassen, die sich vergrößerte, als jetzt auch Sam hinzutrat Ein Weißer, ein Yankee, rief dieser Warum behandelt ihn mein roter Bruder als Feind? Böses Auge, antwortete Winnetou kurz Hinter uns erscholl jetzt ein lauter Ruf Und als ich mich umwandte, sah ich Marshall mit einem unbeschreiblichen Gesichtsausdrucke den Gefangenen betrachten Holfert, um Gottes Willen, wie kommen Sie hierher? Marshall, Master Marshall, antwortete der Angeredete, der also ein bekannter Bernhardt sein musste Aber es wollte mir scheinen, als ob er durch die Anwesenheit meines Freundes nicht sehr angenehm berührt werde Wer ist dieser Mann? Er ist aus Knoxville, heißt Holfert und war ein Gehilfe in unserem Geschäft, antwortete Bernhardt Ein Gehilfe bei Marshall und hier in der Nähe des Ortes, an welchen wir morgen zu treffen hofften? Es kam mir ein Gedanke War er noch bei euch, als ich euer Geschäft auflöste? Ja Ich wandte mich an den Gefangenen Master Holfert, wir haben euch bereits seit langer Zeit gesucht Wollt ihr mir wohl sagen, wo sich euer guter Freund, der sich Fred Morgan nennt, befindet? Er erschrak Seid ihr ein Detektiv, Sir? fragte er Was ich bin, das werdet ihr seinerzeit ganz genau erfahren Doch will ich euch sagen, dass ich nicht gerne in einer amtlichen Eigenschaft mit euch verfahren möchte Denn ich bin sehr geneigt anzunehmen, dass ihr nur verführt worden seid Also antwortet Wo ist Morgan? Bindet mich los, Sir, denn werde ich euch alles sagen Bernhardt machte ein Gesicht, als ob er etwas ganz Unglaubliches vernehme Vom Losbinden kann keine Rede sein, doch wollen wir eure Fesseln ein wenig lockern Bob, schnalle ihn lockerer Die Angeredete trat vor und bückte sich nieder Bob, auch du? rief Holfert erstaunt Bob auch da, yes Oh, wo sei ein Masser Bern? Da auch immer sein Nigger Bob Warum nicht bleiben Masser Holfert in Louville, sondern gehen in Berge? Warum werden Masser Holfert binden? Er lockerte ihm den Gürtel, sodass er aufrecht sitzen konnte Ich setzte das Verhör fort Also zum dritten Mal Wo ist Morgan? Am Headpick Wie lange wart ihr jetzt mit ihm beisammen? Über einen Monat Wo traft ihr ihn? Er hatte mich nach Austin bestellt Bestellt? Ah, so kanntet ihr ihn früher Der Gefangene schwieg Ich zog den Revolver Seht euch einmal dieses kleine Ding hier an, Masser Holfert Ich weiß sehr genau, woran ich mit euch bin Aber ich wünsche doch, dass ihr mir über den Tod eures Prinzipals Und über das Verschwinden seines Eigentums etwas Näheres erzählt Redet ihr nicht oder bringt dir die Unwahrheit vor So erhaltet ihr die Kugel Im Westen pflegt man mit einem Raubmörder noch weniger Federlesens zu machen Als da drüben in den Staaten Ich bin kein Mörder Stammelte der Mann in höchster Angst Ich habe euch bereits gesagt, dass ich ganz genau weiß Was ich von euch zu halten habe Es kommt nun allerdings darauf an Ob wir euch als einen verstockten oder räumütigen Menschen behandeln sollen Also, ihr kanntet morgen schon früher? Er ist ein Verwandter von mir Und hat euch in Louisville besucht Ja Weiter, ich habe nicht Lust, eine Menge Fragen zu tun Da ihr auch ohne dieselben reden könnt Denkt an den Revolver Wenn Master Marshall weggeht, werde ich alles erzählen Ich musste die Gefühlsregung des so unverhaft entdeckten Verbrechers berücksichtigen Ihr sollt euren Willen haben Ich winkte bei Naht, welcher sich entfernte Aber, wie ich wohl bemerkte, in einem Bogen wieder zurückkehrte Und sich im Rücken des Gefangenen hinter den Stamm eines Baumes stellte Ich hätte in diesem Augenblick in sein Herz blicken mögen Nun also Morgen besuchte mich öfters Und ich ließ mich überreden, mit ihm zu spielen Er besuchte euch in eurer Privatwohnung? Ja, nie im Geschäfte Ich gewann und spielte leidenschaftlich weiter Dann verlor ich Mehr und mehr Bis ich ihm mehrere tausend Dollar schuldig wurde Ich konnte sie nicht bezahlen Und da drohte er mir mit der Anzeige Denn ich hatte ihm Wechsel mit der falschen Unterschrift meines Prinzipals gegeben Ich konnte mich nicht anders retten Ich musste ihm mitteilen, wo sich der Schlüssel zum Laden befand Ihr wusstet, was er dort wollte? Ja, wir wollten teilen und dann nach Mexiko gehen Vorher aber mussten wir uns trennen Aus Vorsicht wegen der Verfolgung Und er bestimmte mir die Zeit, in welcher ich ihn in Ausden treffen würde Ihr sagtet ihm, dass euer Prinzipal stets einen Hauptschüssel bei sich trage Ja, aber ich dachte nicht, dass er ihn ermorden werde Er sagte, dass er ihn nur beträuben wolle Wir lauerten den Prinzipal ab Doch anstatt ihn nur zu schlagen, stach er ihn nieder Dann öffneten wir die Haustüre und legten den Toten in den Flur Was wir fanden, teilten wir gleich an Ortenstelle Er nahm die Diamanten und ihr erhieltet das Übrige? Ja, da ich Fachmann war, fiel es mir nicht schwer, meinen Anteil allerdings nur unter Verlust in Geld umzusetzen Und nun, ah, ich errate, dieses Geld hat euch morgen jetzt abgenommen So ist es Wart ihr wirklich töricht genug zu glauben, dass ein so schlechter Mensch ehrlich gegen euch handeln werde? Ihr konntet es euch doch denken, dass er euch in die Wildnis führte Nur um sich ungestraft in den vollständigen Besitz des Raubes zu setzen Auf welche Weise nahm er euch das Geld ab? Er hatte gestern Abend die Wache Ich schlief fest Da fühlte ich eine Berührung und wachte auf Morgen hatte mir bereits die Waffen und die Brieftasche genommen Und stand im Begriff, für mir sein Messer in die Brust zu stoßen Die Angst gab mir Kräfte Ich warf ihn zur Seite, sprang auf und rannte fort Er verfolgte mich, aber weil es dunkel war, glückte es mir zu entkommen Ich bin während der ganzen Nacht fortgelaufen Denn ich konnte mir denken, dass er meinen Spuren nachgehen werde, sobald der Tag anbrach Erst vor kurzer Zeit habe ich es gewagt, mich hier zu verstecken, um ein wenig zu schlafen Aber ich kam nicht dazu, denn die Indianer ritten vorüber Darum wollte ich sogleich wieder fort Da erblickte ich diesen Roten und verkroch mich wieder Er hat mich dennoch gefunden Ende von Abschnitt 8 Abschnitt 9 aus Willenthu 3 von Karl May Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Drittes Kapitel Unter den Comanschen Teil 2 Der Mann war fürchterlich abgespannt Vielleicht trug dieser Zustand das meiste dazu bei, dass er alles so offen bekannte Denn im Tone seiner Stimme war nicht viel von Reue und innerer Bewegung zu hören Ich fragte Bernhard Dieser Mann ist euer, was werdet ihr mit ihm tun? Er schwieg, es mochte in seinem Herzen die Rache mit dem Mitleid kämpfen Dann legte er dem Gefangenen noch einige Fragen vor und wandte sich endlich zu uns Der Schurke hat vielleicht den Tod verdient, doch wollen wir ihn laufen lassen Gott wird ihn richten Das ist schlimmer als ein schneller Tod, Bernhard Ohne Waffen, Pferd und alle Hilfe und Erfahrung würde er nicht weit kommen So nehmen wir ihn mit uns, bis sich eine Gelegenheit bietet, ihn loszuwerden Er würde uns ungemein belästigen, da wir bereits einen Gefangenen bei uns haben Es wäre leicht möglich, dass beide gemeinschaftliche Sache machten Dann wären wir immer vier gegen zwei Hier handelt es sich nicht darum, dass sie uns körperlich gefährlich werden könnten Ich denke vielmehr an andere Möglichkeiten, durch die wir in bedeutende Fatalitäten kommen würden Auch ich will sein Richter nicht sein Wir könnten ihm eines unserer Packpferde geben und einige Waffen dazu Frage Winnetou Dieser hatte, seitwärts stehend, die ganze Verhandlung mit angehört Jetzt trat er herzu und löste den Gürtel von den armen Holferts Aufstehen! Der Gefangene erhob sich Winnetou zeigte auf dessen Hand Hat der weiße Mann gewaschen, seine Hand vom Blute des Gemordeten? Ja, antwortete der Gefangene, verzagt bei dem Tone dieser Stimme So ist Blut gewesen an dieser Hand Und Blut wird nicht gewaschen mit Wasser, sondern wieder mit Blut So will es Manitou und so will es der große Geist der Savanne Sieht der weiße Mann dort den Zweig am Rande des Flusses? Ja, er gehe hin und hole ihn Wenn er ihn abzubrechen vermag, so soll er leben dürfen Denn der Zweig ist das Zeichen des Friedens und der Gnade Wir alle waren einigermaßen überrascht über diese sonderbare Bedingung Holfert ging auf das Ufer zu, welches ungefähr 400 Schritte entfernt war Die ihm gemachte Bedingung war sehr leicht zu erfüllen, denn der Zweig befand sich nicht im Wasser, sondern hart am Ufer Er erreichte ihn und streckte seine Hand danach aus Da erhob Winnetou seine silberbeschlagene Büchse Der Schuß krachte und Holfert stürzte, mitten durch den Kopf getroffen, vornüber in die Fluten Winnetou lud den abgeschossenen Lauf kaltblütig wieder Der weiße Mann hat den Zweig nicht gebracht Er muss sterben Der Geist der Savanne ist gerecht und barmherzig Er gibt nicht Gnade, die in das Verderben führt Der weiße Mörder wäre getötet worden von den Comanschen, von den Stakemen und aufgefressen von den Kojoten Dann bestieg er sein Pferd und ritt davon, ohne sich nach uns umzusehen Schweigend und in ernster Stimmung folgten wir Die Spuren der Comanschen blieben in gleicher Weise kenntlich Dass sie einen Kriegszug vorhatten, zeigte ihre Bemalung Doch musste ihr Ziel ein Entferntes sein, sonst hätten sie sich vorsichtiger benommen Winnetou kannte jedenfalls ihr Vorhaben Doch war er viel zu schweigsam, als dass er ohne genügende Veranlassung eine Bemerkung darüber hätte fallen lassen sollen Eben wollte ich mich an seine Seite begeben, als wir vor uns einen, zwei, drei Schüsse knallen hörten Sofort hielten wir an Winnetou winkte zurück und ritt vorwärts bis zur nächsten Biegung Wir blieben halten Er stieg ab und huschte in die Sträucher, aus denen er bald zurückkehrte, um uns durch eine Bewegung seiner Hand herbeizurufen Comanschen und zwei Bleichgesichte Mit diesen Worten kroch er wieder in die Büsche und wir drei folgten, während Bob bei Hoblin und den Pferden blieb Vor uns erweiterte sich das Tal des Flusses zu einem breiten Kessel, in welchem sich uns ein überraschender Anblick bot Hart am rechten Ufer des Flusses hatten die beiden Häuptlinge der Comanschen ihre Lanzen in die Erde gesteckt und an die Schärfte derselben die Schilde gelehnt Sie selbst saßen dabei am Boden und rauchten ihre Kalumets mit zwei Weißen, welche zu beiden Seiten von ihnen Platz genommen hatten Die Tiere dieser vier Männer weideten in der Nähe Vor ihnen entwickelte sich eine kriegerisch wilde und dennoch friedliche Szene Die Comanschen führten eines jener Kampfspiele auf, bei denen sie ihre ganze Meisterschaft im Gebrauch der Waffen zu beweisen pflegen Die Entfernung war zu groß, als dass man die Züge der meisten zu erkennen vermochte und ich griff darum zu meinem Fernrohr Dann sagte ich zu Sansir Holla, wer ist das? Sam, gucke einmal hindurch Sansir ergriff das Rohr und richtete es Steff, das ist dieser Fred Morgan mit seinem Sohn Wie kommen sie hier zusammen und unter die Innsmen? Das ist sehr leicht zu erklären Patrick war ja immer kurz vor uns und Morgan ist vom Headpeak her nach diesem Holfert nach Da haben sie sich getroffen Und vor den Innsmen brauchen sie sich nicht zu verstecken, wie du auch gehört hast So wird es sein, aber unlieb genug ist es mir dennoch Warum? Wie werden wir uns die beiden zwischen den Roten herausholen können? Ich hoffe, sie werden nicht beisammen bleiben denn es kann keineswegs die Absicht der zwei Spitzbuben sein den den Janern etwas von dem Schatze, den sie heben wollen, wissen zu lassen Dann ist es am besten, wir bleiben hier, um sie zu beobachten Sicher scheinen wir hier zu sein denn es ist nicht anzunehmen, dass einer von den Roten zurückkehren wird Kann nicht morgen kommen, der doch Holfert verfolgen will? fragte Marshall Er wird von seinem Sohne und den Comanschen erfahren, dass diese ihm nicht begegnet sind und also annehmen, dass er einen anderen Weg eingeschlagen hat, antwortete ich ihm Ziehen wir die Pferde in ein Versteck? Winnetou nickte zustimmend mit dem Kopfe und ich trat hinaus, um dies zu besorgen Die Packpferde wurden, da sich ein mehrstündiger Aufenthalt vermuten ließ, abgeladen und mit unseren anderen Tieren etwas tiefer hinein in den Wald gebracht Als Hoblin den Talkessel erblickte, streckte er den Arm aus Sir, dort rechts hinauf geht die Schlucht, welche wir verfolgen müssen Dort? Das ist fatal Warum, Charlie? fragte Sam Weil wir nicht hin und diesen beiden also nicht zuvor kommen können Du kannst dir doch denken, dass sie sofort nach Abzug der Comanschen sich auf den Weg machen werden Da habt keine Sorge, Sir, fiel Hoblin ein Diesen Weg kennt nur der Kapitane und ich Der Leutnant aber geht einen anderen, der weiter unten am Bette eines Nebenflusses empor führt Dann mag es sein und wir können diesen Leuten da ruhig und unbesorgt zuschauen Die Comanschen hatten sich in zwei Parteien geteilt, welche sich gegenseitig zu bekämpfen schienen Bald in geschlossener Truppe, bald aufgelöst im Einzelkampfe Und zeigten dabei eine Ausdauer und Behändigkeit, welche einen europäischen Zuschauer in das höchste Erstaunen versetzen mussten Bei ihnen gab es keinen Sattel und auch nicht das gewöhnliche Zahnzeug Sie binden Decken, ein Fell oder eine Matte auf den Rücken ihres Tieres An jeder Seite dieses Felles ist ein breiter und sehr starker Riemen befestigt, welcher über den Nacken des Pferdes gelegt ist Und dazu dient, den Arm hindurchzustrecken, wenn der Reiter sich auf die eine oder andere Seite des Pferdes legen will Während er mit einem Fuße an dem Rücken desselben hängen bleibt Diese eigentümliche Sattelung und die große Übung macht es den wilden Reitern möglich Das Tier als Schild zu gebrauchen, es zwischen sich und den Feind zu bringen Und doch Freiheit und Bewegung genug zu haben, um über den Rücken des Pferdes hinweg Oder unter dem Halse desselben hindurch einen Pfeil auf den Gegner zu schnellen Oder ihm, falls sie mit einem Feuergewehre bewaffnet sind, eine Kugel zuzuschicken Diese Krieger sind dabei so außerordentlich gewandt, dass sie sich, je nachdem es erforderlich ist Bald auf die rechte und bald auf die linke Seite des Tieres werfen Und zugleich eine Leichtigkeit und Schnelligkeit entwickeln, die einem Kunstreiter Ehre machen würden Die Pferde gehen dabei so sicher, dass selten eine Kugel oder ein Pfeil das Ziel verfehlt Der Riemen, in welchem der Arm ganz nah an der Schulter hängt, ist an die Mähne des Tieres auf dem Widerriss befestigt So sei es selbst dann, wenn die Satteldecke losginge, dieser Stützpunkt nicht verloren gehen kann Hat der gewandte Reiter diese Schlinge gut befestigt, so bedarf er zur Ausführung seiner Kunststücke überhaupt keiner Decke und keines Sattels Denn seine mit Mockersins bekleideten Füße haften mittels der Ferse mit gleicher Sicherheit auf dem nackten Pferdsrücken wie auf der Büffelhaut, welche denselben bedecken könnte Wenn diese außerordentlichen Reiter über den Rücken des Pferdes wegschießen, zielen sie natürlich von oben Schießen sie aber unter dem Halse desselben hindurch, so legen sie den Pfeil unten an Was ihnen bei ihrer außerordentlichen Übung ebenso leicht wird, als wenn sie in der gewöhnlichen Weise zielen Unsere ganze Aufmerksamkeit war dem Kampfspiele der Comanschen, welches einer arabischen Fantasia sehr ähnelte, zugewendet Und nur ein einziges Mal blickte ich durch die Büsche in der Richtung zurück, aus welcher wir gekommen waren Zu unserem Glück, denn mit Schrecken sah ich längst des Waldrandes zwei Reiter herabkommen, welche die Fährte der Comanschen sehr sorgfältig beobachteten »Have care, ihr Männer, dort kommen Leute«, alle sahen zurück und Hoblin rief »Der Capitano mit Concesse!« »Wahrhaftig, er ist's«, schnell in den Wald hinein und die Spuren verwischen In zwei Minuten war dies geschehen, alle wichen zurück und nur ich blieb mit Winnetou an einer etwas weiter vorgeschobenen Stelle In welcher es uns möglich war, die Nahenden zu beobachten, ohne von ihnen bemerkt zu werden Schon waren sie sehr nah und sicher wären sie um die Biegung geritten, wenn nicht gerade jetzt die Comanschen ein Kampfgeschrei erhoben hätten Welches wie ein Geheul von wilden Tieren klang Sie stutzten, lugten sorgfältig um die Ecke und führten dann ihre Pferde auf dieselbe Stelle, wo die Unsrigen gestanden hatten Wir wichen zu unseren Gefährten zurück Hart hinter den Ankömmlingen standen zwei Ahornbäume eng beisammen Es gelang mir, mich bis zu ihnen anzuschleichen, um ihre halblaute Unterhaltung zu belauschen Ich hatte dabei den Tomahawk für unvorhergesehene Fälle in der Hand »Es sind Comanschen«, meinte der Capitano, »wir haben also nichts von ihnen zu befürchten Nur müssen wir zuvor wissen, wer die beiden Weißen sind«, »es ist zu weit, man kann sie nicht erkennen«, »man könnte sich nach der Kleidung richten«, »den vorderen kenne ich nicht«, »und der andere wird von den Häuptlingen verdeckt«, »capitano, seht euch einmal von den vier Pferden den Goldfuchs an«, »er hat einen Stutz, was in der Savannung auf den Bergen eine Seltenheit ist«, »was meint ihr dazu?« »Caraggio, das ist der Fuchs des Leutnant«, »denke es auch«, »dann wird der zweite Weiße kein anderer sein als er«, »denke es auch«, »denke es auch«, »dann wird der zweite Weiße kein anderer sein als er«, »denke es auch«, »dann wird der zweite Weiße kein anderer sein als er«, »denke es auch«, »denke es »richtig«, »jetzt beugt er sich vor. Siehst du die wundere Serape? Er ist es. Was ist zu tun?« »Ja, wenn ich nur wüsste, was ihr eigentlich mit ihm vorhabt, dann ließ er sich vielleicht über die Sache sprechen«, »jetzt wird es allerdings notwendig, dass ich es dir sage. Ich habe nämlich das Beste von unseren Schätzen hier in dieser Gegend vergraben, weil ich es nicht im Heizbord aufbewahren wollte, da es einige unter uns gibt, denen ich nicht trauen kann.« »Den Ort, an welchem die Sachen liegen, kennt niemand als ich und der Leutnant. Er hat seinen Vater erwartet und ihn, statt an unser Lager, hierher an den Rio Pecos bestellt. Dies machte meinen Verdacht rege, und da er nach seinem letzten Ritt durch den Estacado direkt hierher ging, ohne mich erst aufzusuchen, so hatte ich die Überzeugung, dass er sich vorgenommen hat, uns den Schatz zu rauben. Mit den Inzmen ist er nur zufälligerweise zusammengekommen. Nun fragt es sich, ob wir gleich jetzt zu ihnen gehen und ihn bestrafen, oder ob wir ihm folgen und ihn auf der Tat ertappen. »Das Letztere ist jedenfalls das Beste. Suchen wir ihn da unten auf, so ist es gar nicht möglich, ihm eine böse Absicht zu beweisen. Er würde ganz einfach sagen, dass er nur hergekommen sei, um seinen Vater zu holen, und wer weiß, was ihm dann noch für Wege offen bleiben, um zum Ziele zu gelangen. Wir sind zu zweien, er mit seinem Vater auch, und auf die Inzmen ist nie ein sicherer Verlass.« Conscious gab sich sichtlich Mühe, seinen Hauptmann von dem ersten Punkte abzubringen. Es mußte ihm natürlich daran liegen, das Versteck kennenzulernen. »Recht hast du. Die Rako befinden sich auf einem Kriegszuge und werden sich nur einige Viertelstunden hier aufhalten. Dann bricht Patrick sicherlich sofort auf. Er hat noch eine ziemliche Strecke zu reiten, ehe er zur Seite einbiegen kann, auf welcher sich der Ort befindet. Ich aber weiß einen näheren Weg, auf den wir vor ihm hingelangen. Er soll sicherlich nichts bekommen, wenn... Wenn der Schatz überhaupt noch da ist. »Noch da ist? Wer sollte ihn denn weggenommen haben, da nur ihr beide ihn kennt?« »Hm. Sans, ihr und Old Shatterhand, denen wir unsere letzte große Schlappe verdanken.« »Die? Wie sollten denn diese beiden hinter das Geheimnis gekommen sein?« Auf eine sehr einfache Weise. Ich wollte Hoblin dem Leutnant nachschicken und war so unvorsichtig, ihm schon die nötigen Instruktionen zu geben. Er ist spurlos verschwunden, und ich kann den Gedanken nicht loswerden, dass er gemeinschaftliche Sache mit den Jägern gemacht hat, um sich das Leben zu retten. »Hm. Dann wäre es vielleicht am besten, wenn... Nun, wenn... Wenn wir uns an die Comanschen wendeten. Und ihnen unser Geheimnis mitteilten, sodass sie uns den Schatz abnehmen? Nein. Übrigens haben wir Zeit, uns die Sache noch zu überlegen, denn wie ich sehe, ziehen die Roten ihre Proviantsäcke hervor. Auch wir können einen Bissen essen. Hole das Fleisch.« Wenn Conches aufstand, um zu den Pferden zu gehen, musste er mich unbedingt sehen. Ich kroch also so schnell wie möglich zurück und kam auch wirklich kaum eine Sekunde zu früh aus dem Bereiche seiner Augen. Bei den Gefährten angekommen, teilte ich ihnen das Ergebnis meines Lauschens mit. »Von den drei Voyageurs, die mit dem Leutnant den Kaufmann nachhitten, haben Sie zum Beispiel nichts gesagt?«, fragte Sam. »Es müsste doch wohl einer davon bei Patrick sein.« »Nichts. Vielleicht hätte er diesen einen ermordet, um freie Hand zu haben.« »Was aber tun wir mit diesen beiden da?« »Ruhig gehen lassen, Charlie.« Winnetou schüttelte den Kopf. »Meine weißen Brüder mögen bedenken, dass sie nur einen einzigen Skalp haben.« »Wer wollte uns ihn nehmen?«, entgegnete Sam. »Die Schlangen von Rakuro.« »Wird ihnen nicht gelingen. Sie werden sich überhaupt bald davon machen, denn sie befinden sich auf dem Kriegspfade.« »Mein weißer Bruder ist ein kluger Jäger und ein tapferer Krieger, doch kennt er nicht die Wege der Comanschen.« »Diese roten Männer werden in die Berge gehen, zum Grabe ihres Häuptlings Tschuga Tschad, wie sie es jedes Jahr tun, an dem Tage, an welchem er getötet wurde, von Winnetou, dem Häuptling der Apatschen.« Jetzt war es auf einmal erklärt, warum er diesen Trupp Comanschen verfolgte. »Das ist ganz dasselbe«, meinte Sam. »Wenn Sie auf einem solchen Wege gehen, werden Sie sich zum Beispiel in Kuckuck um uns und die Stakemen kümmern.« »Auch ich möchte mich nicht unnötigerweise mit Blut beflecken«, stimmte ich bei. »Meine weißen Brüder mögen tun, was ihnen beliebt«, sprach der Apatsche. »Sie schonen den Feind, der ein Räuber und Mörder ist, und werden dafür ihr eigenes Blut geben.« »Der Apatsche hat gesprochen.« »Es tat mir eigentlich leid, ihm entgegentreten zu müssen, aber es war heute bereits das Blut eines Menschen geflossen, und es widerstrebte meinen innersten Gefühlen, selbst gegen Mörder die Waffe zu richten, wenn dies nicht von erlaubter Not mehr geboten war.« Noch hing ich diesem Gedanken nach, als vom Lageplatz der Comanschen Herr Rufe erschollen, welche auf ein plötzlich eingetretenes, unvorhergesehenes Ereignis schließen ließen. Wir bemerkten, dass auch der Capitano mit seinem Begleiter höchst aufmerksam wurde, und so püschte ich mich in einem Bogen an den Waldessaum, um die Ursache zu erfahren. Als ich einen Punkt erreicht hatte, der mir einen sicheren Durchblick bot, sah ich die Comanschen dicht gedrängt am Ufer des Flusses stehen und einen Gegenstand betrachten, den ich nicht erkennen konnte. Dieser wurde nach einiger Zeit wieder in den Fluss gestoßen, und sämtliche Krieger bildeten einen Kreis um die zwei Häuptklinge und die beiden Weißen. Dann saßen plötzlich alle auf und setzten ihren Weg fort. Ich kehrte zurück. »Was war es?«, fragte Bernhard. »Sie haben etwas im Flusse gefunden, vielleicht gar Häuferts Leiche. Winnetou horchte auf. Dann wäre unsere Anwesenheit ja verraten gewesen.« »Glaubt, mein weißer Bruder, dass ein toter Mann so weit zu schwimmen vermag?« »Uter Umständen ja. Der Fluss ist hier tief und reißend und hat glatte Ufer, sodass ich nicht leicht etwas ansetzen kann.« Ohne weiter ein Wort zu sagen, erhob er sich und verschwand nach links hinauf zwischen den Bäumen. Ich wusste, was er tun wollte. Er ging jedenfalls im Schutze des Waldes so weit Strom auf, bis er nicht mehr gesehen werden konnte, und begab sich dann in das Wasser, um an Ortenstelle zu schwimmen und sich zu überzeugen, welcher Gegenstand den Comanschen aufgefallen war. Obgleich er der vortrefflichste Schwimmer war, den ich kannte, musste ich mir doch sagen, dass dieses Unternehmen kein ungefährliches sei. Erstens konnte der Capitano mit Conscious aufbrechen und, von derselben Wissbegierde getrieben, an den Fluss gehen. Zweitens konnten, was als sehr wahrscheinlich anzunehmen war, die Comanschen Verdacht geschöpft haben und schließen, dass, wo eine frische Leiche mit Schusswunde vorhanden ist, auch jemand da sein muss, der diese Wunde verursacht hat. In diesem Fall aber anzunehmen, dass ihre Entfernung nur eine scheinbare wäre und sie zurückkommen würden, um sich Gewissheit zu holen. Wenn es während eines Feldzuges bestimmte Regel ist, keine Festung unerobert oder wenigstens zerniert hinter sich zu lassen, so ist es im wilden Westen ebenso gefährlich, nicht genau zu wissen, wen man im Rücken hat. Die Strecke, welche Winnetou erst Strom ab und dann wieder aufwärts zu durchschwimmen hatte, mochte eine halbe Meile lang sein. Er als guter Schwimmer konnte höchstens eine halbe Stunde brauchen, um diese Strecke zurückzulegen. Zehn Minuten für den zu durchlaufenden Landweg dazugerechnet. Noch aber war er keine Viertelstunde fort, so brach der Capitano mit seinem Begleiter auf. Wir konnten sie nicht zurückhalten. Was ich vermutet hatte, geschah. Sie ritten bis zum Rastplatz der Comanschen und wandten sich dann nach dem Flusse. Jetzt galt es, Winnetou, welcher jedenfalls da, wo er in das Wasser gegangen war, seine Kleider und Waffen abgelegt und höchstens nur das Messer bei sich hatte, zu beschützen, natürlich ohne mich dabei sehen zu lassen. Ich ergriff meine Büchse. Bleibt hier! Bei diesen Worten verließ ich unser Versteck und eilte, so schnell es mir der Wald gestattete, innerhalb des Saumes desselben abwärts, bis ich eine Stelle erreichte, von welcher aus ich den Ort bestreichen konnte, wo der fragliche Gegenstand wieder in das Wasser geworfen worden war. Noch aber hatte ich diesen Platz nicht eingenommen, als der Capitano seine Büchse erhob und das Wasser feuerte. Er hatte nicht getroffen. Ich kannte die Behändigkeit Winnetous im Trauchen. Keine fünf Sekunden nach dem Schuss sah ich ihn wie einen Fisch empor schnellen, das Ufer erreichen und sich auf den Capitano stürzen. Da erhob Conches den Karabiner. Ich konnte nicht anders. Schießen musste ich, aber sein Leben musste ich schonen. Mit einer blitzschnellen Bewegung wandte sich Winnetou von dem Capitano ab, warf sich zu Conches hinüber und schlug diesen in dem Augenblick, als er abdrücken wollte, den Lauf des Karabiners in die Höhe. Der Schuss ging in die Luft. Winnetou entriss ihm das Gewehr, nahm es beim Laufe, um es als Keule zu gebrauchen, und trat gerade zur rechten Zeit einen gewaltigen Seitensprung, denn der Capitano hatte bereits ausgeholt, um ihm von hinten einen Kolbenschlag zu versetzen. Eben stand er im Begriff, sich gegen beide zugleich zu wenden, als von abwärts her ein lautes Geheul erscholl. Auch im Betreff des zweiten Punktes bestätigte sich meine Vermutung. Die Comanschen waren nicht allzu weit fortgeritten und hatten daher den Schuss des Capitano vernommen. Sie kamen im Galopp zurück. Kaum hatte Winnetou sie bemerkt, so schlug er dem Capitano die Büchse, welche zum Glück nur einläufig gewesen war, aus der Hand, schleuderte den Karabiner weiten das Wasser hinüber und sprang in Sätzen, welche denen eines gehetzten Panthers glichen, stromaufwärts. Ich wusste, dass er in dieser Weise volle zehn Minuten lang mit dem schnellsten Renner um die Wette zu laufen vermochte. Er hatte mich diese Sprünge gelehrt, bei denen man, nicht laufend, sondern sich in weiten Sätzen durch die Luft werfend, den Schwerpunkt immer nur auf das eine Bein legt, welches gleichsam als Spannfeder dient, und dann, wenn dieses müde wird und zu zittern beginnt, auf das andere überwechselt. Er brauchte keine zehn Minuten, um zu seinen Kleidern zu gelangen, und dann war er sicherlich so klug, noch eine Strecke weiter zu fliehen, ehe er sich in den Wald wandte und unter dem Schutze desselben zu uns zurückkehrte. Ich rannte so schnell wie möglich nach unserem Versteck. »Rasch auf! Wir müssen fliehen!« »All Devils!« »Wohin zum Beispiel?«, fragte Sam. »Dort kommen die Comanschen. Die beiden Weißen sind auch dabei.« »Das ist ein Glück. Sie werden an uns vorüberjagen und da oben genug zu tun haben, um die Pferde Venetus zu finden. Schnell, die Pferde an den Rand!« »Sobald sie vorüber sind, jagt ihr aus allen Kräften Fluss ab, und zwar auf ihrer eigenen Spur, daß sie später die Eurige nicht zu unterscheiden vermögen. Ich bleibe zurück, um den Rückzug zu decken und den Apachen zu erwarten.« »Du allein?«, fragte Sam. »Natürlich!«, antwortete ich mit einem erklärenden Seitenblick auf Hoblön, dem doch immerhin nicht zu trauen war. »Die anderen sind nicht erfahren genug. Ich muß sie dir übergeben.« »Well, dann vorwärts. Sie sind vorüber.« »Wirklich springte eben jetzt der letzte Comanschen an uns vorbei, und nun befand sich die Walddecke zwischen uns und ihnen, so daß wir von ihnen nicht gesehen werden konnten. Während Sam mit den anderen davonritt, vertilgte ich unsere Spuren, so gut es sich tun ließ. Eben war ich damit fertig, als es im Unterholze raschelte. Venetus stand vor mir. »Uff! Die Schakals der Comanschen suchen die Spur des Apachen. Wo sind die Gefährten meines weißen Bruders?« »Sie sind vorangeritten.« »Die Gedanken meines Bruders sind stets klug. Die Bleichgesichter sollen nicht lange auf uns warten.« Er legte eiligst seine Kleider an, die er bisher in der Hand getragen hatte, und zog dann seinen Pferden das Freie. Ein Blick nach aufwärts belehrte mich, daß wir vor den Comanschen jetzt noch sicher waren, und darum fragte ich, »Was hat mein roter Bruder im Flusse gefunden?« »Die Leiche des Bleichgesichtes.« »Winnetou hat heute zweimal gehandelt wie ein Knabe, der keine Gedanken hat, aber er fürchtet sich nicht, und seine weißen Brüder werden ihm verzeihen.« »Das war ein Eingeständnis, welches der stolze Apache sicher keinem anderen als nur mir allein gemacht hätte.« Ich antwortete nicht darauf, denn er brauste auf seinem Renner bereits wie ein Sturmwind dahin, so daß ihn mein Mustang kaum zu folgen vermochte. Da, wo unser Weg rechtsab in die Berge führte und also von der Fährte der Comanschen abzweigte, hielten die Unsrigen. Sam war abgestiegen, um unter Mithilfe der Übrigen die Füße der Pferde zu umwickeln. Es mußten zu diesem Zwecke einige aus dem Heidspot der Stakeman mitgenommenen Decken zerschnitten werden. Dann ging es vorwärts in die Schlucht hinein, Winnetou hinterher zu Fuße, um die ja noch entstehenden Spuren zu verwischen. Als wir die erste Krümmung der Schlucht hinter uns hatten, blieb ich halten. »Bernard, nehmt mein Pferd an beim Zögel, bis ich nachkomme.« »Was willst du tun, Charlie?« fragte Sam. »Hier bleiben, um abzuwarten, was die Routen anfangen werden.« »Well, das ist gut. So werden wir ja erfahren, ob sie hinter unsere Schliche kommen.« Die Gefährten ritten weiter, während ich in die Büsche kroch. Ich hatte noch nicht lange dagelegen, so vernahm ich schon Hufschlag. Die Comanschen kamen zurück, aber es war nicht der ganze Trupp, sondern nur die Hälfte. Wo waren die anderen? Ich sah auch die beiden morgens. Der Capitano und Conscious fehlten. Die Innsmen kamen sehr langsam geritten und hielten den Blick auf den Boden gerichtet. Da, wo wir abgestiegen waren, um die Hufe zu umwickeln, hielten sie an. Der eine Häuptling, welcher sich bei ihnen befand, sprang plötzlich vom Pferde, bückte sich nieder und nahm einen Gegenstand von der Erde auf, den ich nicht erkennen konnte. Er zeigte ihnen vor, der Boden wurde genauer untersucht. Man hielt eine Beratung und dann trennten sich die beiden Weißen und der Häuptling von dem Trupp, um zu Fuß in die Schlucht einzudringen. Mit scharfen Augen, selbst das scheinbar bedeutungslose Untersuchend, kamen sie näher. Es waren gefährliche Augenblicke für mich. Doch, dank unserer Vorsicht, bemerkten sie nicht das geringste Zeichen von unserer Anwesenheit. Im Vorübergehen erblickte ich den fraglichen Gegenstand in der Hand des Häuptlings. Es war ein wollener Faden, der beim Zerschneiden der Decken von einem der unsrigen achtlos zur Erde geworfen worden war. Es hing hier also ganz wörtlich unser aller Leben nur an einem Faden. Sie schritten noch ein Stück in die Schlucht hinein, dann kehrten sie um. Sie hatten die Überzeugung gewonnen, dass hier kein Mensch geritten oder gegangen sei und hielten also ein Schweigen nicht mehr vor unbedingt geboten. Hier war niemand, hörte ich Fred morgen sagen. Die Pferdespuren waren also unsere eigenen. Aber wer war die Rothaut und wer waren die beiden Weißen, die wir noch nicht gefunden haben? fragte sein Sohn. Das werden wir bald erfahren, denn entgehen konnten sie uns unmöglich. Der Rote war nackt, drum konnte man nicht erkennen, zu welchem Stamme er gehört. Er hat uns keinen schlechten Dienst erwiesen, wenn die Leiche wirklich dieser Holford war, von dem du mir erzählt hast. Er war's. Aber wie kam der Indianer an die Stelle, wo wir so lange lagerten? War er bereits vorher da oder kam er später? Ich glaube, mehr konnte ich nicht hören, denn sie waren nun wieder an mir vorüber. Aus dem Gehörten aber konnte ich entnehmen, dass wir uns zur nächsten Sicherheit befanden und dass der Capitano es vorgezogen hatte, sich den Comanschen nicht zu zeigen. Dies geschah jedenfalls aus dem Grunde, weil es nur in diesem Falle ihm möglich war, den Leutnant auf der Tat zu ertappen. Freilich schien es mir sehr fraglich, ob es ihm und Conscious gelingen werde, den scharfen Augen der Comanschen zu entgehen. Jetzt erreichten die drei Späher ihren Trupp wieder, welche auf einen kurzen Befehl des Häuptlings umschwingte und hinter den Bäumen verschwand. Ich hatte somit meine Absicht erreicht und eilte den Gefährten nach, welche bereits eine solche Strecke zurückgelegt hatten, dass ich erst nach einer halben Stunde zu ihnen stieß. Winnetou sah mich fragend an und ich berichtete, was ich gesehen hatte. »Well«, meinte Sam, »so ist es uns zum Beispiel gelungen, ihnen ein Schnippchen zu schlagen.« »Die Söhne der Comanschen haben Augen und Seelen nicht und ihre Ohren sind verstopft, dass sie die Schritte ihre Feinde nicht hören. Meine weißen Brüder mögen den Pferden ihre Mokassins abnehmen.« Dieser Mahnung Winnetous wurde gern Folge geleistet, da es den Tieren außerordentlich hart ankam, mit den umwickelten Hufen die Beschwerden des Weges zu überwinden. Es war ein böser Ritt, eine ungebahnte von Felstrümmern überserte Schlucht entlang, worin Bäume lagen, welche das Alter oder der Sturm von beiden Seiten herabgestürzt hatte. Je weiter wir kamen, desto wilder war die Gegend, bis wir gegen Abend die Höhe des Gebirgszugs erreichten, welche sich parallel mit der Sierra von Nord nach Süd erstreckt. Wir ritten jenseits desselben hinab und erreichten, als die Sonne sank, einen vortrefflichen Lagerplatz. Der Abend und die Nacht verflossenen ungestörter Ruhe und ein kurzer Rekognitionsritt, welchen ich am Morgen nach rückwärts unternahm, bestärkte mich in der Überzeugung, dass wir unverfolgt geblieben seien. Jetzt ging es weiter, und zwar auf einer Bodengestaltung, wie ich sie früher am Colorado getroffen hatte. Der Wald hörte nach und nach auf, da es an Wasser zu mangeln begann. Es gab eine Menge trockener Flussbetten. Alle waren gewaltig tief eingeschnitten und gaben von der Gewalt der Wasser, die früher hier geflossen waren, ein redendes Zeugnis. Sobald man sich einem dieser netzförmig unter sich verbundenen Flussbetten näherte, gewahrte man das gegenüberliegende Ufer als eine Abschattung desjenigen Bodens, auf welchem man sich befand. Je weiter man kam, desto deutlicher trat der vorher bemerkte Strich hervor, bis man beinahe urplötzlich vor einem Abgrunde stand, dessen Fruchtbarkeit zwar dadurch gemildert wurde, dass es auf seiner Sohle ebenso wie oben Tageshell war, der aber vermöge der Steilheit seiner Wände den Reisenden ein sehr schwer zu überwindendes Hindernis bot. Betrachtet man diese Täler genauer, so findet man, dass während der Regenzeit ihre ganze Breite mit Wasser angefüllt sein muss, denn zu beiden Seiten ist der Wasserstand unverkennbar in verschiedenen Höhen markiert. Hier sieht man prachtvoll übereinander gelagerte Felsen, mit somalerischen oder grotesken Umrissen, dass man den Bleistift gar nicht aus der Hand legen möchte. Es türmen sich Pyramiden und kubische Massen, es bauen sich gewaltige Säulen und Burgen auf und übereinander und das Wasser hat stellenweise so eigentümliche Rundungen ausgehöhlt, so wunderbare Konturen, man möchte sagen Verzierungen ausgewaschen, dass man sich kaum des Gedankens erwehren kann, dieselben seien von Menschenhänden gemacht. Der Boden dieser Flussbetten moldet sich nach der Mitte zu nur sehr wenig aus und nur selten ist es möglich, von dem hohen Ufer hinabzugelangen. Man müsste denn ein sehr guter Kletterer sein. Aber das Hochland ist nach allen Richtungen hin so durchfurcht, dass man, an dem Ufer eines solchen trockenen Flussbettes fortgehend, sehr bald zu einem Seitentale gelangt, durch welches man in das Hauptbett zu kommen vermag. Da sich nur dasselbe gewöhnlich in einer bestimmten Richtung fortzieht, so kann es recht gut als Straße dienen und bietet Vermöge seiner tiefen Lage dem Reisenden den Vorteil, dass er von keinem anderen Punkte als nur vom Ufer aus bemerkt werden kann. Natürlich ist damit zugleich der Nachteil verbunden, dass auch er einen Feind nicht eher bemerkt, als bis er ihn unmittelbar vor sich hat. Wir folgten einem solchen Tale in stets westlicher Richtung. Je weiter wir darin vorwärts kamen, desto mehr verlor es seine ursprüngliche Tiefe, desto weniger mündeten Seitentäler ein und endlich sahen wir vor uns die bewaldeten Höhen der Sierra Janka aufsteigen. Am Fuße des Gebirges trafen wir wieder auf zahlreiche Wasserläufe, welche alle dem Rio Pecos zuströmten und unter ihnen befand sich auch der, der in dem von uns gesuchten Tale seinen Ursprung nahm. Am späten Nachmittag erreichten wir dieses Tal. Es hatte die Länge von ungefähr anderthalb englischen Meilen und die durchschnittliche Breite von einer halben Stunde. Rings war es von waldbebesetzten Höhen eingefasst und zeigte längst des Wassers auf seiner Sohle eine saftig grüne trifft. Leider durften wir unsere Tiere hier nicht weiden lassen, sonst wäre unsere Anwesenheit sofort verraten gewesen. Ist dieses Tal auch ganz sicher das Gesuchte, fragte ich Hoblin, da ein Irrtum sehr leicht möglich war. Ich bin meiner Sache sicher, Sir, da oben unter jener Wintereiche habe ich mit dem Kapitano mein erstes Nachtlager gehalten. Ich schlage vor, eines der nächsten Täler aufzusuchen, um unseren Pferde dort weiden zu lassen. Es könnte eine Wache bei Ihnen zurückbleiben und wir hätten hier freie Hand. Klingt ganz gut, meinte Sam. Aber kann nicht der Fall eintreten, dass wir unsere Tiere plötzlich brauchen? Ich gebe meinen Toni nicht so weit weg. Wow, so müssen wir im Walde nach einem versteckten Plätzchen suchen. Ich will mit Bob diese Seite absuchen, während Winnetou die andere Seite begeht. Ihr übrigen wartet, bis wir zurückkommen. Ich stieg ab, nahm meine Büchse und schritt mit dem Neger in den Wald hinein. Dieser stieg ziemlich steil an der Seite des Tales empor und es war wegen der umgestürzten Bäume und der zahlreichen zerstreuten Felsblöcke nicht leicht, die Pferde hier heraufzubringen. Wir gingen nicht nahe, sondern in einiger Entfernung parallel miteinander fort und hatten wohl die zurückzulegende Strecke bereits halbernd hinter uns, als sich plötzlich Bob einen lauten Schrei ausstoßen hörte. Masa, oh, ah, Masa kommen schnell, schnell! Ich warnte mich zu ihm und sah, wie er zum Stamm einer niedrigen Blutbuche sprang, den untersten Ast derselben erfaßte und sich empor schwank. Was gibt's, Bob? Masa kommen schnell, helfen, Neger, Bob! Oh nein, nicht kommen, sondern laufen und holen all, viel ganz Lloyd und machen tot das Ungetüm. Ende von Abschnitt 9 Abschnitt 10 aus Willing to 3 von Karl May Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Drittes Kapitel Unter den Comanschen Teil 3 Ich brauchte nicht zu fragen, welches Ungetüm er meinte, denn ich sah es eben jetzt durch das Unterholz brechen. Es war ein grauer Bär, einer von der liebenswürdigen Sorte, welche der Jäger Grizzly nennt. Ich habe den Löwen in der Wildnis jene Leute ausstoßen hören, welche der Araber mit dem Worte Rad, D.I. Donner bezeichnet. Ich habe den bengalischen Tigerbrüllen hören und das Herz ist mir, wenn auch die Hand nicht zittern durfte, dabei unruhig geworden. Aber das tiefe, heisere, heimtückische, dämonische Brummen des grauen Bären schneidet durch Mark und Bein und verursacht selbst dem Beherzten ein Gefühl, als wenn ihm die Zähne eilig würden, nur dass einem diese Empfindung nicht bloß durch die Zähne, sondern durch den ganzen Körper läuft. Vielleicht noch acht Schritte von mir entfernt, richtete er sich auf den Hinterfüßen empor und riss den Rachen auf. Er oder ich, einer musste sterben. Ich zielte auf das Auge und drückte ab, hielt in demselben Augenblick auf das Herz und gab den zweiten Schuss. Die Büchse wegwerfend zog ich das Messer und sprang zur Seite, um so besser stoßen zu können. Das riesige Tier schritt kerzengrad auf mich zu, als seien beide Kugeln an ihm vorübergegangen. Zwei, drei, fünf, sechs Schritte und eben holte ich zum Stoße aus, als er die erhobenen Vordertatzen sinken ließ, ein beinahe heulendes Grunzen ausstieß, wohl eine Minute lang stehen blieb und dann wie unter einem gewaltigen Keulenschlag zusammenbrach. Die eine Kugel war ihm das Gehirn und die andere in das Herz, also beide mitten in das Leben hineingedrungen. Ein Panther oder Jaguar wäre unter gleichen Verhältnissen wie eine Katze zusammengezuckt. Mein Grisli war ruhig weitergegangen, nur noch zwei Schritte und ich wäre verloren gewesen. »Oh, ah, gut, schön« rief Bob vom Baum herunter. »Wäre er richtig tot sein, Massa?« »Ja, komm herunter.« »Aber auch gewiss tot sein, Massa. Nicht fressen, Nigger, Bob?« »Er ist ganz tot.« So schnell, wie er hinaufgekommen war, kam Bob wieder herab, doch als er näher trat, zögerte sein Fuß. Ich selbst beugte mich mit aller Vorsicht zu dem Tiere nieder und stieß ihm mein Meter wiederholt zwischen die bekannte zweite und dritte Rippe. »Oh, ah, Großbär, seien mehr groß als ganz Bob. Kann Bob essen, Bär?« »Ja, die Tatzen und die Schinken sind delikat.« »Oh, Massa geben Bob auch Tatzen und Schinken, denn Nigger Bob seien sehr ganz viel gern delikat.« »Bekommst dein Teil wie jeder andere. Doch warte hier, ich komme gleich wieder.« »Bob warten hier?« »Oh, wenn nun Bär bekommen, wieder Leben.« »Dann springst du wieder auf den Baum.« »Wenn Massa gehen, dann Bob lieber gleich springen auf den Baum.« Wirklich saß er einen Augenblick später abermals oben auf dem Aste. Der gute Bob war kein Hasenfuß, er hielt menschlichen Feinden gegenüber recht wacker Stand. Einem Grizzly aber war er noch nicht begegnet und so konnte ich ihm seine weise Vorsicht auch nicht übel deuten. Ich suchte zunächst die Umgebung ab, um zu sehen, ob ich es nur mit einem einzelnen Bären oder mit einer Familie zu tun hatte. Ich fand die Spuren nur dieses einen Tieres und konnte also ruhig sein. Übrigens blieben Bob und ich nicht lange alleine. Man hatte natürlich meine Schüsse gehört und war, da man nicht wusste, wen ich gegen mich hatte, dem Orte zugeeilt, an welchem sie gefallen waren. Alle erklärten das Tier für eines der Größten, die man bisher gesehen hatte und Winnetou bog sich nieder, um seinen Medizinbeutel in das Blut desselben zu tauchen. Mein weißer Bruder hat gut getroffen. Die Seele des Bären wird ihm danken, denn sie ist nicht gemartert, sondern schnell erlöst worden und darf nun gehen in die ewigen Jagdgründe ihrer Väter. Die Indianer glauben nämlich, dass in jedem grauen Bären die Seele eines berühmten Jägers wohne, die hier eine Läuterung, eine Art Fegefeuer zu erleiden habe. Er helft mir, das Tier aus dem Felle zu bringen und die wertvollsten Fleischteile desselben abzulösen. Das Übrige wurde so mit Zweigen, Steinen, Moos und Erde bedeckt, dass wir hoffen konnten, es werde kein Geier angezogen werden, der uns sehr leicht verraten konnte. Der Apache hatte drüben auf der anderen Seite des Tals bereits ein für uns und unsere Pferde geeignetes Versteck entdeckt, welches wir jetzt aufsuchten. Da es noch heller Tag war, so konnten wir es wagen, ein Feuer anzumachen und an demselben die saftigen Beerentatzen zu braten. Trefflich war denn auch die Mahlzeit. Als es dunkel wurde, wickelten wir uns in unsere Decken und suchten, nachdem die Wachordnung bestimmt war, die Ruhe. Diese erlitt keine Störung und selbst der größte Teil des nächsten Vormittags verging, ohne dass unsere Aufmerksamkeit durch irgendetwas Besonderes in Anspruch genommen ward. Wir hatten am Eingange des Tals einen Posten aufgestellt, um die angegebene Zeit, was Sam damit betraut. Er hatte noch nicht lange seinen Vordermann abgelöst, als er wieder zurückkehrte. Sie kommen, meldete er. Wer? fragte ich. Ja, das kann ich zum Beispiel noch nicht genau sagen, weil sie erst näher kommen müssen. Wie viele sind es? Zwei, zu Pferde. Lass sehen, ich eilte der bezeichneten Stelle zu und erkannte mit Hilfe meines Fernrohres die beiden Morgens, welche allerdings noch eine Viertelstunde zu reiten hatten, bis sie das Tal erreichten. Alle Spuren unserer Anwesenheit waren bereits sorgfältig vertilgt worden und da wir ihnen außerdem an der Zahl überlegen waren, so konnten wir ihre Ankunft in aller Gemütsruhe erwarten. Eben wollte ich mit Sam zurückkehren, als ich es über uns in den Büschen krachen hörte. War es vielleicht wieder ein Bär? Ein sorgfältigeres Horchen überzeugte uns, dass es zwei Wesen sein mussten, die sich bergabwärts uns näherten. All Devils, Charlie, wer mag das sein? Werden es gleich sehen, schnell zwischen die Sträuche. Wir verbargen uns, sodass uns die Zweige zwar vollständig deckten, wir aber sofort wehrfertig waren, wenn es sich ja um wilde Tiere handeln sollte. Einige Minuten später erkannten wir, dass wir es mit keinem Wild, sondern mit zwei Männern zu tun hatten, welche ihre Pferde nach sich zogen. Und diese zwei waren der Capitano und Conchess. Ihre Tiere sahen außerordentlich mitgenommen aus und auch die Reiter zeigten in ihrem ganzen Äußeren, dass sie eine schlimme Reise hinter sich haben mochten. Unweit unseres Verstecks blieben sie halten. Sie hatten da eine freie Aussicht hinaus in die Weite. Endlich, rief der Capitano mit einem Seufzer der Erleichterung. Das war ein Ritt, den ich ihn nicht bald wieder machen möchte. Aber wir kommen noch zur rechten Zeit. Es ist noch niemand hier gewesen. Woran seht ihr es? fragte Conchess. Mein Versteck ist noch unberührt. Die Morgens sind also noch nicht hier gewesen und wie sollte ein anderer gerade hierher in diese abgelegene Gegend kommen? Ihr habt wahrscheinlich recht. An diesen Zanz, ihr und Otschetterhend denkt ihr also nicht mehr? Nein, denn sie wären den Morgens gefolgt, so hätten sie unbedingt auf die Comanschen stoßen müssen und da wäre ihnen das Weitergehen wohl verleidet worden. Aber wer ist jener nackte Indianer im Rio Pecos gewesen und die weiße Leiche dort im Wasser? Geht uns jetzt nichts an. Schaden kann uns niemand, denn wir haben die Comanschen zwischen uns und einem jenem, dem es etwa in den Sinn gekommen sein sollte, uns zu folgen. So denkt ihr also, dass wir die Roten ganz sicher hinter uns haben? So sicher, wie ich dich neben mir sehe. Sie haben den Indianer niedergemacht, wenn es ein Feind von ihnen gewesen ist, was ich aber nicht glaube, denn eine Apache wagt sich jetzt nicht hierher und sind uns dann gefolgt. Wir mussten ja solche Eile brauchen, dass wir eine Spur zurückgelassen haben, wie sie keine Bisonherde deutlicher macht. Und wenn sie uns hier finden? Schadet uns nichts, wir sind Freunde. Sie werden sich höchstens wundern, dass wir uns ihnen nicht zu erkennen gegeben haben und das werde ich ihnen schon erklären, indem ich ihnen von diesem Leutnant erzähle, der Karagio, ich lasse mich hängen, wenn er da draußen nicht bereits kommt. Er ist's. Gut, so haben wir ihn endlich fest und er soll erfahren, was es heißt, seinen Hauptmann und seine Kameraden zu betrügen. Sie kommen allein und das ist allerdings ein Beweis, dass die Comanschen uns auf dem Fuße sind. Aber sagt Kapitano, wollt ihr den Schatz heute wirklich heben, in meiner Gegenwart? Ja. Für wen? Für uns. Für uns? Wie meint ihr das? Für uns, das kann heißen, für die ganze Kompanie oder auch nur für uns beide. Was wäre dir lieber? Das ist leichter zu denken, als zu sagen, Kapitano. Aber wenn ihr euch vergegenwärtigt, wie es jetzt im Heizbord steht, so ist es jedenfalls besser, gar nicht dorthin zurückzukehren. Wenn man sich seine gute Zeit lang abgemüht hat, verlangt es einen auch einmal nach Ruhe und Bequemlichkeit und ich denke, was ihr dazu braucht, das habt ihr hier in eurem Verstecke reichlich beisammen. So reichlich, dass für mich auch ein weniges abfällt. Du sprichst wie ein Buch und ich will dir auch nicht Unrecht geben, aber jetzt gilt es vor allen Dingen, diesen zwei Schurken auf die Finger zu klopfen. Komm weiter aufwärts, dort gibt es einen Platz, wie wir ihn gar nicht besser für uns finden können und der Schatz, den sie heben wollen, ist ganz in der Nähe. Meinte der ahnungslose Kapitano vielleicht den Ort, an dem wir unser Lager genommen hatten? Sie schritten allerdings ganz in diese Richtung mit den Pferden davon und wir folgten ihnen. Sie waren so unbesorgt und achtlos, dass sie nicht einmal die Fußspuren bemerkten, welche ich und Sam hinterlassen hatten. Allerdings gehörte auch ein gutes Auge dazu, sie zu erkennen. Die Unsrigen hörten natürlich, dass sich etwas Ungewöhnliches nahe und hatten sich erhoben. Noch heute kann ich mir den Gesichtsausdruck der beiden Ehrenmänner vergegenwärtigen, als sie, durch die letzten Büsche tretend, den Indianer erkannten, dem sie am Rio nachgesprungen waren. Beinahe mußte ich hell auflachen. Hoblin, rief Concez, seinen früheren Gefährten erkennend. Hoblin, fragte der Kapitano. Wahrhaftig. Wie kommst du in die Sierra Rianca und wer sind diese Leute hier? Ich trat von hinten näher an ihn heran und klopfte ihm auf die Achsel. Bekannte, lauter Bekannte sind's, Kapitano. Tretet näher, nehmt Platz und macht es euch bequem. Wer seid ihr, Senior? fragte er mich. Ich werde euch diese Männer vorstellen und komme also zuletzt daran. Dieser schwarze Master heißt Bob und war der beste Freund eines gewissen Master Williams, den ihr ja wohl gekannt habt. Dieser weiße Gentleman ist ein Herr Marschall aus Louisville, der einige Worte mit ihm morgens zu reden hat, die euch die Eier aus dem Neste nehmen wollen. Dieser braune Monsignor heißt Winnetou. Ihr habt den Namen wohl schon einmal gehört und ich will also über ihn keine lange Rede halten. Dieser Gentleman hier wird gewöhnlich Sansir genannt und mich heißt man zuweilen O'Chatterhand. Der Mann war vor Schreck so verblüfft, dass er keine Worte fand und nur den Ruf zu stammeln vermochte. Ist es möglich? Sehr. Setzt euch und macht es euch so bequem, wie ich es mir machte, als ich euch im Heizbord belauschte. Ich lag hart hinter euch und nahm mir eure Pistole als Andenken mit. Vorgestern lag ich wieder bei euch, als ihr die Comanschen belauscht und eure Herzen gegeneinander ausgeschüttet habt. Bob nimmt diesen beiden Mischurs einmal die Waffen ab und binde ihnen die Hände und Füße ein wenig zusammen. Senor, fuhr der Capitano auf. Schon gut, wir sprechen mit euch, wie man mit Stakeman zu reden hat. Gebt euch keine unnütze Mühe, denn ich sage euch, ehe die morgens das Tal vollends erreichen, seid ihr gefesselt und geknebelt, oder tot. Das alles war so schnell und unerwartet über sie gekommen, dass sie gar nicht Zeit fanden, eine Gegenwehr zu versuchen. Sagt einmal, Senor Capitano, wo sich das Versteck befindet, nach welchem es den Morgens so gelüstet, fragte ich ihn. Die Sachen gehören nicht euch. Ganz wie ihr wollt, sie werden aber doch vielleicht unser. Ich will euch gar nicht zwingen, euer Geheimnis auszuplaudern, aber eine andere Frage werdet ihr mir wohl beantworten. Was ist aus den sogenannten Voyageurs, die mit eurem Leutnant gingen und aus den Kaufleuten geworden, welchen sie folgten? Die Kaufleute? Hm, ich weiß es nicht. Well, ich weiß es nun. Und die Voyageurs? Zwei werden zum Heizbord zurückgekehrt sein, den dritten ermordete der Leutnant unterwegs. Wir haben seine Leiche gefunden. Dachte es. Jetzt lasst euch ruhig den Knebel geben. Es geschieht, damit ihr uns den beiden Caraggios nicht verratet. Wir waren gerade mit ihnen fertig, als Fred Morgan mit seinem Sohne am Eingange des Tales erschien. Sie blieben eine Minute halten und überblickten das Terrain. Dann gab Patrick seinem Pferde die Sporen und kam im Trabe herbei. Sein Vater folgte ebenso schnell. Sie schienen nicht die Absicht zu haben, sich lange hier aufzuhalten. Gerade uns gegenüber etwa 20 Schritte von unserem Lager aus stand ein junges Brombeeren-Geranke. Dahin wandten sich die beiden. Hier ist es, Vater, sagte Patrick. Hier? Ein wohlfeiler Platz, an dem man einen Schatz nicht sucht. Heraus damit und dann fort. Man weiß nicht, wer die beiden Weißen gewesen sind und ob es den Comanschen gelungen ist, sie festzunehmen. Beide sprangen ab und flockten ihre Pferde an das Ufer des Baches. Während die durstigen Tiere trankten, knieten die Spitzbuben nieder, legten ihre Waffen beiseite und begannen das Gestrüpp mit Hilfe ihrer Messer zu entfernen. Es kam eine lockere Humuserde zum Vorschein, welche aufgewühlt wurde. Hier, rief Patrick nach einiger Zeit und brachte ein Paket zum Vorschein, welches sehr sorgfältig in beharrte Büffelhaut eingenäht war. Ist das alles? Alles, aber genug. Banknoten, Depositen und so weiter. Jetzt das Loch zu und dann fort. Vielleicht bleibt ihr auch ein wenig länger da. Diese Worte wurden von Sam gesprochen, während ich mit einem Sprunge zwischen ihnen und ihren Waffen stand und die anderen ihre Büchsen auf sie anlegten. Sam stand von den beiden Männern wie der Tiger, der sich auf seine Beute stürzen will. Sie waren im ersten Augenblick vollständig überrascht, besannen sich aber schnell und wollten ihre Waffen ergreifen. Ich streckte ihnen den Revolver entgegen. Bleibt stehen, wo ihr jetzt haltet, denn jeder Versuch, einen Schritt hinweg zu tun, kostet euch das Leben, sagte ich. Wer seid ihr, fragte Fred Morgan. Fragt diesen sogenannten Master Mercroft, euren Sohn. Wer gibt euch das Recht, uns hier anzufallen? Wir selbst, ebenso wie ihr euch das Recht gegeben habt, andere anzufallen, wie zum Beispiel den Master Marshal in Louisville, den Bahnzug später und früher noch die Farm eines gewissen Sam Horfield, der jetzt vor euch steht. Tut uns doch einmal den Gefallen und legt euch platt auf die Erde. Werden es bleiben lassen. Werdet es dennoch tun, wenn ich euch unsere Namen nenne. Hier steht Winnetou, der Häuptling der Apatschen. Dieser ist Sons ihr, der frühere Sam Hauerfield und wer ich bin, wird euch euer Sohn bereits erzählt haben. Ich zähle bis drei. Liegt ihr dann noch nicht, so seid ihr des Todes. Eins, zwei, mit zusammengekniffenen Zähnen und geballten Fruisten gehorchten sie. Bob, binde sie. Bob werden binden, sehr schön, ganz fest, Massa, meinte der Schwarze und er tat sein Möglichstes, dieses Versprechen wahrzumachen. Bernhard war bisher bei den anderen Gefangenen geblieben. Jetzt löste ihn der Neger ab und er trat herzu. Als Fred Morgan ihn erblickte, riss er die Augen auf, als ob er ein Gespenst vor sich habe. Marshall! Dieser warf ihm einen kurzen Blick zu, sprach aber kein Wort, doch der Blick sagte mehr als Worte. Es lag in ihm der kalte, ruhige Entschluss der gerechten Vergeltung. Bob, bringe die anderen heraus, meinte Sam. Auch wir haben zum Beispiel keine Ursache, uns hier lange aufzuhalten und wollen uns kurz und bündig über diese Leute richten. Der Neger brachte nun Conchess und den Hauptmann herbei. Auch Hoplin kam nach. Er hatte sich bisher besser gehalten, als es einem Steakman zuzutrauen gewesen war. Wer soll sprechen? fragte Bernhard. Charlie, du, meinte Sam. Nein, wir sind hier alle Partei, nur Winnetou ist unberührt. Er ist ein Häuptling, der Prärie und soll das Wort haben. Alle waren einverstanden. Der Apache neigte zustimmend sein Haupt. Der Häuptling der Apachen hörn reden den Geist der Savanne. Er wird sein ein gerechter Richter über die Söhne der Bleichgesichter. Meine Brüder mögen nehmen ihre Waffen, denn nur Männer dürfen richten über die Gefangenen. Das war so indianische Sitte und wir folgten ihm. Er begann. Wie ist der Name dieses Weißen? Hoblin. Was hat er getan? Er war ein Steakman. Haben meine Brüder gesehen, dass er tötete einen ihrer Männer? Nein. Hat er freiwillig gesagt, dass er ein Mörder ist? Nein. Wem hat er bisher geholfen? Den Steakman oder meinen Brüdern? Uns. So mögen meine Brüder richten mit dem Herzen und nicht mit der Büchse. Winnetou wünscht, dass dieser Mann frei sei, aber nicht wieder gehe zu den Steakman. Wir stimmten alle bei und der Ausspruch des Apachen hatte so sehr meine eigene Ansicht getroffen, dass sich die Büchse und das Messerfrett morgens ergriff und beides Hoblin hinreichte. Nehmt! Ihr seid frei und dürft also wieder Waffen tragen. Ich danke euch, Sir, meinte er freudig. Ihr sollt euch in mir nicht täuschen. Es war ihm anzusehen, dass er den guten Willen hatte, dieses Versprechen zu erfüllen. Winnetou fuhr fort. Wer ist dieses Bleichgesicht? Der Anführer des Steakman. Das ist genug, er soll sterben. Denken meine Brüder anders? Keiner sagte ja, das Uta war also bestätigt. Und wie heißt dieser Mann? Conchess. Das ist ein Name, wie ihn tragen die falschen Männer des Südens. Was war er? Ein Steakman. Was wollte er hier? Er wollte betrügen seine eigenen Gefährten um den Schatz. Er hat zwei Seelen und zwei Zungen. Er möge sterben. Auch jetzt erhob sich keiner zur Verteidigung des Angeklagten. Winnetou fuhr fort. Aber nicht von der Hand eines braven Mannes sollen sie sterben, sondern von der Hand dessen, der selbst gerichtet wird. Wie heißt dieser Mann? Patrick. Man nehme ihm die Fesseln ab. Er mag werfen die Steakman in das Wasser, denn keine Waffe soll berühren ihren Körper, sondern sie mögen im Wasser ertrinken. Bob band ihn los, und während wir ihn vor den Läufen unserer Büchsen behielten, vollbrachte er den ihm gewordenen Befehl mit einer Bereitwilligkeit, wie sie nur der wirklich hartgesottene Sünder zeigen kann. Er sah sich verloren, und es war ihm ganz sichtlich eine Genugtuung, vorher an seinen früheren Gefährten den Henkerdienst zu verrichten. Diese waren so festgebunden, dass sie sich nicht im Mindesten zu wehren vermochten. Sie versuchten dies auch gar nicht, und dennoch musste ich mich abwenden. Ich konnte den Blick unmöglich auf die Städte richten, welche zwei Menschen eines zwar zehnfach verdienten, aber immerhin gewaltsamen Todessterben sehen sollte. In zwei Minuten war es vorüber. Patrick ließ sich wieder binden. Es gab ja keine andere Wahl für ihn. Wer sind nun diese zwei Bleichgesichter? fragte Winnetou. Sie sind Vater und Sohn. Wessen klagen meine Brüder sie an? Ich klage sie an des Mordes an meinem Weibe und meinem Kinde, antwortete Sam. Ich klage den Vater an des Raubmordes an meinem Vater, fügte Bernhard hinzu. Und ich klage an den Vater des Raubüberfalles eines Bahnzuges und des Mordes eines Bahnbeamten, beendigte ich. Ich klage den Sohn an des Mordversuches an mir und euch. Es ist genug. Wir brauchen das Übrige gar nicht zu rechnen. Mein weißer Bruder hat recht gesagt. Es ist genug. Sie sollen sterben. Der schwarze Mann möge sie töten. Halt! rief das Herr. Das gebe ich nicht zu. Ich bin ihnen gefolgt seit vielen Jahren. Das, was sie mir getan haben, ist ihr ältestes Verbrechen. Sie sind mein und ich lasse sie keinem anderen. Ihr Leben gehört mir und ihre Kerben kommen auf meine Büchse. Dann ist Sans ihr zufrieden und er und seine alte Toni mögen Ruhe finden in irgendeiner Kluft des Gebirges oder draußen in der Prärie, wo die Gebeine von tausend Jägern bleichen. Das Verlangen meines Bruders ist gerecht. Er möge die Mörder nehmen aus den Händen der anderen. Sam, sagte ich leise, indem ich mich zu ihm neigte, damit die anderen meine Worte nicht hörten. Beflecke dich nicht mit dem Blute der Mörder, indem du sie als wehrlose, kaltblütig niederschießest. Solche Rache entehrt einen Christenmenschen und ist Sünde. Überlass sie dem Neger. Der harte Jäger starrte finster vor sich nieder und schwieg. Um ihm Zeit zum Überlegen zu geben, trat ich mit Bernhard zu dem Pferdefret morgens. Wir fanden in den Satteltaschen einige Perlen, welche der Juwelier als Designigen erkannte. Weiter nichts. Wir untersuchten nun ihn selbst und fanden endlich ein Päckchen, welches mit Hirschsehne an die innere Seite seines Büffelhemdes angenäht war. Es enthielt Banknoten in nicht unbedeutendem Werte. Dies war jedenfalls der Anteil, den er holfert abgenommen hatte. Bernhard steckte das Päckchen zu sich. In diesem Augenblick ervernahm ich von dem Platze her, an welchem unsere Pferde standen, ein ängstliches Schnaufen. Es war mir, als könne dies nur mein Mustang gewesen sein. Ich schritt also hinzu und sah, wie das Pferd mit gesträubter Mähne und funkelnden Augen am Riemen zerrte, um sich zu befreien. Entweder gab es ein Raubtier in der Nähe oder es waren Indianer da. Ich stieß einen Warnungsruf aus, dieser aber wurde nicht vernommen, denn in demselben Augenblick erscholl draußen von der Wiese her ein entsetzliches Geheul. Schnell war ich am Rande des Buschwerkes und blickte durch die Zweige. Was ich sah, war fürchterlich. Der ganze Platz wimmelte von Wilden. Drei oder vier knieten über Serm, den sie niedergerissen hatten. Zwei hatten zu gleicher Zeit miteinander den Lasso über Winnetou geworfen und schleiften ihn an der Erde hin. Hobble lag mit zerschmettertem Schnädel am Boden und Bernhard konnte ich gar nicht erkennen, so viele hatten ihn gefasst. Wo bauchstark konnte ich nicht sehen. Die Rakoro waren also dem Kapitän wirklich gefolgt, hatten sich während der Gerichtsszene unbemerkt herangeschlichen und waren nun so unerwartet über die Gefährten hergefallen, dass eine Gegenwehr der reine Wahnsinn gewesen wäre. Was konnte ich für sie tun? Nichts als mich retten. Es wäre mir möglich gewesen, ein halbes Dutzend der Innsmen niederzuschießen, aber wem war damit geholfen? Getötet war außer Hobble noch keiner und soweit ich Comanschen kannte, ließ ich erwarten, dass sie die Überrumpelten als Gefangenen mit sich führen würden, um sie daheim eines langsamen Martha-Tods sterben zu lassen. Ich kehrte also zu meinem Pferde zurück, band es los und kletterte, es hinter mir herziehend, so schnell wie möglich zur Höhe empor. Etwas anderes mit mir zu retten, dazu gab es keine Zeit, denn die Wilden hatten mich jedenfalls in das Gesträuchtreten sehen und ließen es sich sicher angelegen sein, mich zu fangen. Die bedeutende Streilung machte es mir außerordentlich schwer, mit dem Pferde vorwärts zu kommen, aber als ich die Höhe erreicht hatte, hörte das hindernde Unterholz auf. Ich stieg in den Sattel und verfolgte den lang sich hindehenden Bergesrücken mit einer Hast, als ob die ganze Indianerhorde hinter mir her sei. Drüben ging es wieder in ein Tal hinab. Ich gab mir nicht die mindeste Mühe, meine Spur zu verbergen, im Gegenteil, ich wusste, dass sie sicher gefunden und verfolgt würde und wollte die Verfolger irre leiten. So ritt ich, ohne anzuhalten, einen großen Teil des Tages immer nach West, bis ich einen Wasserlauf erreichte, der meinem Zwecke dienlich war. Ich lenkte meinem Pferd in das Wasser, welches über ein felsiges Bett hinfloss, in dem die Hufe keine Eindrücke hinterlassen konnten und ritt in demselben so lange aufwärts, bis ich glaubte, dass die Verfolger ermüden würden. Dann band ich ihm lielappen um die Füße und kehrte auf einem Umwege nach dem Ausgangspunkt meines Fluchtrittes zurück. Die Sonne war bereits untergegangen, als ich den Höhenzug erblickte, hinter welchem das verhängnisvolle Tal lag. Weiter durfte ich mich heute nicht nähern und so suchte ich mir im Walde eine mosige Stelle, welche sich zum Lager eignete. Mein Pferd war durch die Umhüllung seiner Füße so ermüdet worden, dass es keine Lust zum Fressen verspürte, sondern sich sofort neben mich auf dem Boden warf. Wie so schnell hatten sich die Verhältnisse geändert. Aber ich war nicht aufgelegt zu sentimentalen Betrachtungen. Hier konnten nur Taten retten und um zu diesen befähigt zu sein, bedurfte ich vor allen Dingen der Ruhe und des Schlafes. Ich empfahl mich dem Schutze Gottes, schloss die Augen und öffnete sie wieder, als die Sonne bereits hoch am Himmel stand. So lange hatte ich geschlafen. Jetzt suchte ich zunächst einen verborgenen Platz, an welchem es ein wenig Weide gab. Da band ich mein Pferd an und machte mich dann auf, den Schauplatz der gestrigen Katastrophe zu besuchen. Es war ein außerordentlich gefährliches Unternehmen, aber es musste gewagt werden, wenn ich den Gefährlichen nützlich sein wollte. Schritt um Schritt pürschte ich mich zur Höhe empor, um eine Strecke zurückzulegen, welche ein langsamer Fußgänger in zehn Minuten durchgeht, brauchte ich zwei volle Stunden. Dann aber ging es, und nun ungefähr zehnfach der Vorsicht, bergab. Eben wollte ich an einer ziemlich alten Steineiche vorüber, als ich einen ganz eigentümlichen Laut vernahm. Psst! Ich blickte mich um, konnte aber nichts bemerken. Psst! Jetzt hörte ich, dass der Laut von oben kam und schaute empor. Psst! Massa! Ah, da droben über dem ersten Asse des Baumes war ein Loch ausgefeilt, und aus demselben grinste mir das schwarze Gesicht Bobs freundlich lachend entgegen. Wart, Massa, Bob kommen, flüsterte er von oben herab. Dann hörte ich ein Geräusch, ähnlich demjenigen, welches ein im Zimmer sitzender vernimmt, wenn ein Schornsteinfeger in der nebenan emporführenden Esser arbeitet, und gleich darauf bewegten sich die Haselruten, welche rund um den Stamm des Bammes aufgeschossen waren. Massa kommen herein in Zimmer, kein Indian finden dann klug Bob und Massa. Ich kroch hinein und befand mich im Innern des hohlen Baumes, dessen Öffnung durch die Haseln vollständig verdeckt wurde. Leck a day, wie hast du diesen Aufenthalt entdeckt? fragte ich. Viehzeug reißen aus vor Bob, kriechen im Baum und gucken oben durch Fenster. Bob können machen auch so. Was war es für ein Tier? Bob wissen nicht, waren so groß, haben vier Beine, zwei Augen und einen Schwanz. Infolge dieser ebenso genauen wie Geistrechenschilderung kam ich auf die Idee, dass es ein Waschbär gewesen sei. Wann hast du den Baum entdeckt? Gleich als Indian kommen. Also seit gestern hast du hier gesteckt? Was hast du alles gehört und gesehen? Bob haben hören und sehen viel Indian. Weiter nichts? Seien das nicht genug? Waren keine Wilden hier? Waren hier, aber nicht finden Bob. Dann machen Feuer als Abend sein und braten Schinken von Beer, den Massalhaben schlachten. Warum dürfen fressen unseren Beer? Die Indignation des guten Schwarzen war jedenfalls eine sehr gerechtfertigte, konnte aber leider das Faktum nicht ändern. Weiter. Dann werden es morgen und seien Indian fort. Ah, fort. Wohin? Bob nicht wissen, denn nicht können gehen mit, aber sehen viele Indian fort aus Tal. Klein Fenster droben können sehen alles. War auch dabei Massa Winnetou und Massa Sam und Massa Bern. Haben viel Strick und Riemen um Leib. Und dann? Dann? Dann schleichen Indian hierher und dorthin, wollen Bob fangen, aber Bob seien klug. Wie viele sind noch da? Nicht wissen, Bob, aber wo sind das Wissen? Nun wo? Drüben bei Beer. Bob kann sehen durch Fenster. Ich blickte in die Höhe. Es war möglich, sich im Innern des hohlen Baumes empor zu arbeiten. Bob hatte das bewiesen. Ich versuchte es ebenso und es gelang. Oben bei dem Loche angekommen, welches Bob Fenster nannte, konnte ich wirklich einen Blick hinüber nach der jenseitigen Talwand werfen. Es war so ziemlich ein Blick aus der Vogelschau. Und wahrhaftig, am Stamme der Blutbuche, auf welche sich Bob von den Bären gerettet hatte, sah ich die Gestalt eines Indianers hocken. Man hatte die Gefangenen weggeführt und eine heimliche Besatzung im Tale zurückgelassen, um, wenn wir zurückkehrten, was doch auf alle Fälle zu erwarten war, uns festzunehmen. Was war zu tun? Ich kletterte wieder hinab. Es ist nur einer drüben, Bob, sagte ich. Woanders sei noch einer und noch einer, aber Bob nicht wissen. Erwarte mich hier. Masser wollen gehen? Oh, Masserliebe bleiben hier bei Bob. Wir müssen sehen, dass wir unsere Freunde retten können. Retten? Retten Masser Bären? Oh, oh, das seien schön und seien sehr viel gut. Bob auch mit retten Masser Bären und Masser Sam und Masser Winnetou. So verhalte dich ruhig, dass du nicht erwischt wirst. Ich verließ den hohlen Baum. Es war mir ein höchst wohltuendes Gefühl, wenigstens einen außer mir noch verschont zu wissen, wenn dieser eine auch gerade der Neger war. Übrigens musste ich es sehr schlau nennen, dass man bei den Überresten des Bären eine Wache gesetzt hatte. Das Fleisch konnte ja für uns eine Anziehungskraft besitzen, die uns in das Verderben führte. Eine Stunde später befand ich mich auf der anderen Seite des Tales, keine drei Ellen von dem Indianer entfernt, welcher unbeweglich wie eine Statue saß und kein anderes Glied rührte als zwei Finger der rechten Hand, welche mit einer kleinen Geierpfeife spielten, die an seinem Halse hing. Ich wusste, dass die Töne dieser Pfeifen oft als Signale verwendet werden. Sollte hier vielleicht etwas Ähnliches verabredet sein? Der Indianer war noch jung, kaum 18 Jahre alt. Vielleicht war der gegenwärtige Kriegszug sein erster. Er hatte einen sehr interessanten Kopf und die Sauberkeit seiner Kleidung ebenso wie die feine Arbeit seiner Waffen ließ mich vermuten, dass er der Sohn eines Häuptlings sei. Sollte ich ihn töten? Sollte ich dies junge, hoffnungsvolle Leben zerstören? Nein. Ich schob mich leise, ganz leise vorwärts, packte mit der linken seine Kehle und gab ihm mit der rechten einen vorsichtigen Hieb, der einem älteren Mann nicht das Mindeste getan haben würde, diesen Jüngling aber auf der Stelle beträubte. Dann fesselte und knebelte ich ihn und befestigte ihn so an den Stamm eines Baumes, dass er rings von Büschen umgeben war und also nicht gesehen werden konnte. Die Geierpfeife hatte ich ihm abgenommen. Ich versteckte mich, setzte sie an den Mund und stieß einen kurzen, halblauten Pfiff aus. Sofort raschelte es mir gegenüber in den Büschen. Ein alter Indianer trat hervor und kam eiligen Laufes herübergesprungen. Ein Kolbenschlag meiner Büchse streckte ihn nieder. Er war nicht tot, sondern nur bewusstlos. Ich hatte ihn ja nicht töten, sondern unschädlich machen wollen. Es mussten mehr als drei oder vier Indianer vorhanden sein und alle diese Leute auf dieselbe Weise herpfeifen und niederschlagen, das wäre ja die schändlichste Metzelei gewesen. Aber sie war auch ein Ding der Unmöglichkeit. Vor allem musste ich erfahren, wo sich die Pferde der Innsmann befanden. Das war das eine gefahrvolle Sache. Ich ahmte das kurze Viren eines Hengstes nach und siehe da, eben dort, wo der Indianer herausgekommen war und wo unsere Pferde gestanden hatten, ertönte eine mehrstimmige Antwort. Jetzt musste ich auf mein gutes Glück vertrauen. Ich band den alten Indianer mit seinen eigenen Riemen fest, nahm den Jungen auf meine Achsel und eilte unter dem Schutz der Bäume um die kurze Krümmung, welche den Hintergrund des Tales bildete, der Stelle zu, an welcher die Pferde standen. Es waren ihrer sechs, ein sicherer Beweis also, dass sich noch vier Innsmann auf der Lauer befanden. Diese standen jedenfalls weiter vorn nach dem Eingange zu, so dass ich hinten genugsam Zeit zu meinen Vorbereitungen hatte. Ich stieg zunächst hinauf zu Bob. Er war am Innern des Baumes in die Höhe geklettert und schaute durch sein Fenster von oben herab. Als er mich nahen sah, kam er herabgerutscht und blickte zwischen den Haselruten hindurch. »Massa, Ohamfang an Indian!« »Massa machen wohl tot Indian?« »Nein, ich will ihn nur gefangen halten. Willst du Massabernhardt mit retten?« »Oh, Bob werden retten gern, liebgut Massabern. Wir es müssen machen, Bob. Du nimmst hier diesen Indianer und trägst ihn hier in gerader Richtung bergab, bis du an den großen Hickory kommst. Da legst du ihn ab und wartest auf mich.« »Bob werden es machen, so Massa. Aber du rührst seine Fesseln nicht an. Wenn er frei wird, bist du verloren.« »Borb nicht werden sein verloren.« »Gut, also vorwärts!« 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 Drittes Kapitel »Uter den Comanschen« Der riesige Neger warf sich den Indianer über die Achsel und stieg jenseits von der Höhe hinab. Ich kehrte zu den Pferden der Comanschen zurück. Es war gewiss eine schwere Aufgabe, alle sechs Tiere bei diesem Terrain zu entführen, das heißt, sie aus dem Taler empor und drüben wieder hinabzubringen. Allein jedoch brachte ich es wohl besser fertig als mit Hilfe des Negers, da alle indianischen Pferde einen unüberwindlichen Abscheu gegen die schwarze Rasse hegen, deren Ausdünstung den Tieren zuwider ist. Aufsteigen lassen sie den Neger, aber wenn er, vor ihnen hergehend, sie führen will, so weigern sie sich ihm zu folgen. Was ich bereits vorhin bemerkt hatte, bewährte sich jetzt. Unsere Schätze, sowohl jene von uns aus dem Heidspot mitgebrachten, als auch das den beiden morgens abgenommene Paket, waren verloren. Das Gold ist deadly dust, tödlicher Staub. Es bringt unter hundert, die ihm in den Diggins und dem wilden Westen nachjagen, neunzig in den Tod. Der Glanz und Klang des verführerischen Metalls weckt finstere Dämonen und nur unter dem Gesetze bewährt es seine segensreiche Macht. Ich nahm die Bauchriemen der Pferde und band damit den Kopf je eines an den Schwanz des anderen, sodass die sechs Tiere eine fortlaufende Reihe bildeten. Dann faßte ich das vorderste beim Zögel und fort ging es, die steile Berglinie hinan. Ich hatte meine liebe Not mit den widerspenstigen Tieren, und die übrigen vier Indianer mussten weit entfernt stehen, dass sie das Schnauben und Stampfen der Pferde nicht vernahmen. Doch gelangte ich glücklich hinauf und drüben wieder hinab. Die Wilden hatten keine Pferde mehr und waren also nicht mehr imstande, die ihrigen einzuholen. Ebenso war ihr Hauptzweck, mich und Bob nachträglich zu fangen oder zu töten, verfehlt. Der Neger saß unter dem ihm bezeichneten Hickory und bewachte den Innsmen. Es mochte ihm, so allein mit dem Feinde, doch etwas bänglich zumute gewesen sein, und er war sichtlich erfreut und erleichtert durch mein Erscheinen. Oh, schön, das kommen Masser! Indian machen Augen wie Teufel, haben auch Brummen und Grunzen wie Vieh, aber Neger Bob haben geben ihm einen Klaps auf Maul, dass er sein stille. Du darfst ihn nicht schlagen, Bob, denn das ist nicht dritterlich und außerdem eine Beleidigung, die ein Indianer nur mit dem Tode vergilt. Wenn er ja wieder frei werden sollte und dich einmal trifft, so bist du verloren. Neger Bob verloren? Oh, ah, Masser! Dann lieber gleichschlagend tot Indian, dass nicht er werden wieder frei. Er zog wirklich seinen Bowie-Kneif und setzte die Spitze desselben auf die Brust des Comanschen. Halt, Bob! Keinen Mord! Wenn wir ihn leben lassen, wird er uns großen Nutzen bringen. Hilf mir, ihn auf das Pferd zu binden. Ich nahm dem Indianer den Knebel aus dem Munde. Mein roter Bruder mag atmen, aber er darf nicht sprechen, außer wenn ich ihn frage. Maram wird reden, wenn es ihn beliebt, antwortete er. Das Bleichgesicht wird mich töten und meinen Skalp nehmen, auch wenn ich nicht spreche. Maram wird leben und seinen Skalp behalten, denn Old Shatterhand tötet seinen Feind nur im Kampfe. Das Bleichgesicht ist Old Shatterhand? Uff! Ich sage die Wahrheit. Maram ist nicht mehr mein Feind, sondern mein Bruder. Old Shatterhand wird ihn bringen in das Wigbam seines Vaters. Der Vater von Maram ist Tokai-Chun, der große Häuptling der Comanschen, welcher über die Krieger der Rakuru gebietet. Er wird Maram töten, weil er der Gefangene des Bleichgesichtes ist. Will mein Bruder frei sein? Der Indianer blickte mich verwundert an. Kann Old Shatterhand den Krieger freigeben, dessen Leben und Skalp ihm gehört? Wenn mein junger roter Bruder mir verspricht, nicht zu fliehen, sondern mich in die Wegbombs seines Stammes zu begleiten, so werde ich ihn losbinden und ihm ein Pferd geben. Auch seine Waffen, die dort am Sattel hängen, darf er behalten. Uff! Old Shatterhand hat eine starke Faust an ein großes Herz. Er ist nicht wie die anderen Bleichgesichter. Aber hat er nicht eine doppelte Zunge? Ich rede stets die Wahrheit. Will mein roter Bruder mir gehorchen, bis wir vor dem Angesichte Tokai Chuns stehen? Maram will es. So nehme er das Feuer des Friedens aus meiner Hand. Es wird ihn verzehren, wenn er seine Worte nicht hält. Das Versteck meines Pferdes befand sich in der Nähe. Ich holte das Tier herbei und nahm aus der Satteltasche zwei von den Strohzigaretten, die ich mir aus den Vorräten des Heizbord angeeignet hatte. Ein Streichholz gab es auch, und so würden die dünnen Habanos, nachdem ich den Indianer von seinen Fesseln befreit hatte, in Brand gesteckt und unter den gebräuchlichen Formalitäten geraucht. Haben die Bleichgesichter keinen großen Geist, der ihnen Ton zu einem Kalumet wachsen lässt? fragte Maram. Sie haben einen Geist, der größer ist als alle Geister. Er hat ihnen viel Ton gegeben, aber sie rauchen die Pfeife nur in ihrem Wigwam, denn er lehrte sie, den Rauch des Friedens zu essen aus diesen Zigarren, die nicht so viel Platz brauchen wie die Pfeife. Uff, C-Car? Der große Gleis der Bleichgesichte ist klug. Diese C-Car kann leichter getragen werden als das Kalumet. Bob zog ein sehr verwundertes Gesicht darüber, das sich jetzt so gemütlich und ganz in der Nähe so furchtbarer Feinde Zigarren mit einem Indianer rauchte, den er erst auf das Pferd hatte binden sollen. Massa, auch Bob wollen rauchen mit Frieden, sagte er. Hier hast du eine Zigarre, aber rauche sie zu Pferd, denn wir müssen aufbrechen. Der Comanche suchte sich sein Pferd aus und schwang sich auf. Wie ich die Indianer bisher hatte kennengelernt, brauchte ich nicht die mindeste Sorge zu haben, dass er mir entfliehen werde. Ein zweites Pferd bestieg Bob, allerdings nach vieler Mühe. Die übrigen band ich auseinander und koppelte sie dann mit den Zögeln zusammen, sodass ich sie gut an der Hand zu führen vermochte. Dann stieg ich auf meinen Mustang und der Marsch begann. Zwischen der Tiefe, in welcher wir uns befanden, und dem für unsere Gesellschaft zu verhängnisvoll gewordenen Tale flachte sich die Höhe nach der Ebene zu immer weiter ab. Wir folgten ihr und ritten dann um sie herum, um auf diese Weise auf die Fährte der Comanschen zu kommen, die wir auch erreichten. Allerdings nicht, ohne vom Thaler aus bemerkt zu werden. Die Indianer erhoben ein Wutgeheul, welches weithin erschallte. Wir kümmerten uns natürlich nicht darum, und auch Maram hatte so viel Selbstbeherrschung, dass er mit keiner Wimpe zuckte und nicht die geringste Absicht verriet, sich nach ihnen umzublicken. Ohne daß ein Wort gesprochen wurde, folgten wir der Fährte bis zum Abend, wo wir den Riopecos erreichten und einen zum Nachtlager passenden Ort fanden. In den Decken der indianischen Pferde war ein ziemlicher Vorrat getrockneten Fleisches vorhanden, so daß wir weder zu Hunger noch ein Wild zu schießen brauchten. Wir waren so weit von den vier Comanschen entfernt, daß sie uns während der Nacht sicherlich nicht erreichten. Maram legte sich sofort schlafen. Ich wechselte mit Bob in der Wache ab. Als es Tag zu werden begann, nahm ich den übrigen vier Pferden die Decken, Zügel und alles, was sie trugen, ab und jagte sie in den Fluss. Sie schwammen über ihn und verschwanden bald jenseits desselben im Walde. Der Indianer hatte dabei zugesehen, ohne ein einziges Wort über die Lippen zu bringen. Die Spur, welche wir nun folgten, war sehr deutlich. Die Comanschen mussten sich also wieder sicher wissen. Sie hatten sich immer an der rechten Seite des Rio Pekos gehalten und waren dem Flusse abwärts gefolgt bis dahin, wo er in die obere Sierra Guadalupe tritt. Hier teilte sich zu meinem Erstaunen die Fährte. Die zahlreichere Hälfte der Wilden hatte sich in das Gebirge gewendet, während die anderen der bisherigen Richtung treu geblieben waren. Ich stieg ab, um die Spuren zu untersuchen. Inmitten der letzteren Fährte sah ich ganz deutlich die Hufeindrücke der alten Toni, welche ich zu genau kannte, als dass ich sie hätte verkennen können. Kurz vorher hatten wir die Spur eines Nachtlages gefunden. Ich wandte mich zu Maram. Die Söhne der Comanschen sind in die Berge gegangen, um das Grabmal ihres großen Häuptlings zu besuchen? Mein Bruder sagt es. Und diese hier, ich deutete dabei auf die andere Fährte, wollen ihre Gefangenen nach den Big Bombs der Comanschen bringen? So befahren die beiden Häuptlinge der Rakuro. Die Kinder der Rakuro haben auch die Schätze der Bleichgesichter bei sich? Sie haben sie behalten, weil sie nicht wissen, welchem von den Bleichgesichtern sie gehören. Und wo haben die Comanschen ihre Big Bombs aufgeschlagen? In der Savanne, welche an diesem Wasser hier und dem Flusse liegt, den die Bleichgesichter den Rio Grande nennen. Also in der Savanne zwischen den zwei Gebirgen? So ist es. Dann werden wir diese Fährte nicht verfolgen, sondern gerade nach Mittag reiten. Mein Bruder mag tun, was er will, aber er möge wissen, dass dort kein Wasser für ihn und seine Pferde ist. Ich blickte ihm scharf in die Augen. Hat mein roter Bruder einmal Berge gesehen, welche nah an einem großen Flusse liegen und dennoch kein Wasser haben? Jeder Fluss bekommt sein Wasser aus den Bergen. Mein Bruder mag sehen, wer recht hat, er oder der Comansche. Ich weiß, warum der Comansche nicht in die Berge will. Mein Bruder sage es mir. Die Söhne der Rakoro reiten mit ihren Gefangenen am Flusse hin, der einen großen Bogen macht. Wenn ich gerade nach Süden reite, ereile ich sie, noch ehe sie ihre Big Bombs erreichen. Er schwieg, denn er sah ein, dass ich ihn durchschaut hatte. Ich zählte die vorhandenen Hufspuren und fand, dass es ihrer 16 waren. Winnetou, Sam und Bernhard wurden also von 13 Feinden eskortiert. Sie waren jedenfalls sehr sorgfältig gefesselt und selbst wenn ich sie erreichte, so konnte ich sie eher durch List als mit Anwendung von Gewalt retten. So lenkte ich nach Süden ein und ließ die Pferde so viel wie möglich ausgreifen. Es war ein böser und sehr beschwerlicher Ritt, da ich die Gegend nicht kannte und von Maram auch keine genügende Auskunft erlangen konnte. Es glückte aber und schon am nächsten Vormittag hatten wir die Berge überwunden, nun sahen die weitgedehnte Savanne vor uns liegen. Von links her glänzten die Wasser des Rio Pekos, dem wir jetzt wieder zuhielten, zu uns herüber. Der Wald stieg mit uns von den Bergen herab und begleitete uns eine Strecke weit längs des Flusses in die Prärie hinein. An einem Bache, welcher in den Pekos mündete, trafen wir wieder die Spuren der Comanschen. Sie stammten wohl von gestern Mittag her und gar nicht weit davon, an einem zweiten Bache, hatten die Roten gerastet, wohl um die größte Tagesshitze vorüberzulassen. Auch ich beschloss, hier ein wenig auszuruhen, wählte aber eine Stelle, welche sich nicht so sehr nah am Flusse, sondern mehr Rückwärts im Gebüsche befand und infolgedessen mehr Sicherheit vor Entdeckung gewährte. Diese Vorsichtsmaßregel sollte sich gar bald bewähren, denn ich hatte kaum mit Maram Platz genommen, so kam Bob, der sich und sein Pferd im Flusse baden wollte, wieder zurück und rief, »Masser! Oh, oh! Reiter kommen! Ein, zwei, fünf, sechs Reiter! Reißen aus, Masser! Oder schlagen tot Reiter?« Ich sprang an den Rand des Gebüsches vor und gewarrte allerdings sechs Pferde, welche in zwei Gruppen von je dreien von fernher stromaufwärts auf uns zugespringt kamen. Die zwei hintersten von den je dreien schienen Pakete zu tragen, während auf dem vordersten ein Reiter saß. Wir hatten es also nur zwei Feinden zu tun, wenn es wirklich Feinde waren, denn ich erkannte trotz der Entfernung, dass es keine Indianer, sondern Weiße seien. Aber hinter ihnen jagten fünf Gestalten, die nicht anders als Innsmen sein konnten und die beiden Flüchtlinge in höchstens fünf Minuten erreichen mussten. Es konnte sich hier nur um eine Verfolgung handeln und um zu sehen, wie ich mich zu verhalten habe, nahm ich mein Fernglas zur Hand. »Zauns!«, entfuhr es mir unwillkürlich, denn der vorderste war Fred Morgan und der andere sein Sohn Patrick. »Sollte ich sie töten oder lebendig fangen?« »Nein!« »Mit dem Blute dieser Raubmörder wollte ich meine Hand nicht besudeln. Ich nahm meine Büchse und wartete. Sie kamen hart am Flusse herauf, die Indianer keine 500 Schritte hinter ihnen.« »Schon hörte ich das Schnauben ihrer Pferde. Jetzt waren sie da und wollten an uns vorüber.« Ich drückte zweimal ab. Ich hatte auf die Köpfe der beiden Reittiere gezielt. Sie brachen zusammen. Die Saumtiere waren an ihnen befestigt und versuchten, durch die Schüsse erschreckt, sich loszureißen. Die Reiter waren weit vor zur Erde geschleudert worden. Ich wollte mich auf sie werfen. »Oh, hi, 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 hi!« erscholl da der Schlachtruf der herbeigekommenen Wilden, in welchen auch Maram mit einstimmte, und in demselben Augenblick war ich umzingelt. Drei Tomahaxen, zwei Messer blitzten über meinem Kopfe. »Tschah!« rief da Maram, indem er die Hand abwehrend ausstreckte. »Dieses Blassgesicht ist der Freund von Maram.« Sie ließen von mir ab, aber die Folgen ihres Angriffes waren nicht mehr zu verbessern. Die beiden abgeworfenen Reiter hatten Zeit gehabt, sich aufzuraffen und in die Büsche zu entfliehen, und die Pferde, bei dem fürchterlichen Geheul der Indianer im Wild aufbäumenden, hatten sich losgerissen und waren in das Wasser des Flusses gestürzt. Ich hatte gleich von vornherein in ihnen unsere vier Lastpferde erkannt. Sie waren sehr schwer beladen und deshalb sofort nach ihrem Sturze untergegangen. Vier der Indianer sprengten die beiden Flüchtlinge nach, den Fünften hielt ich zurück. Mein roter Bruder möge mir sagen, warum die Krieger der Comanschen ihre weißen Freunde verfolgen. Die weißen Männer haben einen Hund wie die Schlangen, ihre Zunge hat zwei Spitzen. Sie haben während der Nacht die Wache getötet und sind mit ihren Schätzen entflohen. Mit dem Golde? Sie nahmen das Metall und die vielen Medizinzettel, welche in dem Fälle waren. Er ließ uns stehen und eilte seinen Kameraden nach. Die beiden morgens hatten also Sorge gehabt, dass sie ihre Schätze von den Comanschen nicht bekommen würden und sich mit denselben davon gemacht. Unter den Medizinzetteln waren die Depositenscheine und Banknuten zu verstehen, welche wir ihnen hatten abnehmen wollen. Gerade da, wo die Pferde in das Wasser gestürzt waren, machte der Fluss eine Krümmung, so daß ein Wirbel entstand, der uns alle Hoffnung nehmen musste, das von den Fluten Verschlungene je wieder herauszubekommen. Deadly Dust, tödlicher Staub. Was war jetzt zu tun? Die Sorge um die Freunde war natürlich größer als das Verlangen, der beiden Feinde habhaft zu werden. Übrigens waren hinter diesen die fünf Comanschen her, denen wir die Verfolgung recht gut überlassen konnten. Warum schießt mein weißer Bruder auf das Pferd und nicht auf den Reiter? fragte Maram. Hat Old Shatterhand nicht Zielen gelernt? Weshalb tötete Old Shatterhand nicht Maram den Comanschen, über dessen Herzen schon das Messer war? Er tötete die Pferde, weil er mit den Reitern reden wollte. Er wird mit ihnen reden, denn er wird sie verfolgen mit seinen roten Brüdern. Ich musste beinahe lächeln über das Bestreben des Indianers, mich so viel wie möglich von der Verfolgung der Pferde zurückzuhalten. Ich antwortete. Er wird sie nicht verfolgen. Die Krieger der Comanschen sind weise und tapfer. Sie werden die bösen Bleichgesichte fangen und in ihre Wigwams bringen. Maram möge sein Pferd besteigen und mir folgen. Das Ereignis hatte mir alle Lust zur Rast benommen und hierzu kam eine Betrachtung, welche sich mir aufdringen musste. Unsere Freunde waren von 13 Reitern begleitet worden. Die beiden morgens, fünf Comanschen und die ermordete Wache mussten jetzt abgerechnet werden und so ergab sich, dass sie nur noch von fünf Indianern bewacht wurden. Unter diesen Verhältnissen war es leichter, sie zu befreien. Ich ließ also die Pferde stärker ausgreifen als vorher. Bis zur Abenddämmerung hatten wir eine so bedeutende Strecke zurückgelegt, dass, als ich die Fährte sorgfältig untersuchte, ich zu der Überzeugung kam, der kleine Trupp sei erst am Mittag hier vorübergekommen. Die Flucht der Morgens, die Ermordung des Wachpostens und die Annahme, dass sie nicht verfolgt würden, hatten ihre sonstige Eile gemindert. Obgleich Maram sich sehr angelegentlich nach einem Nachtlager umsah, musste er mir doch noch fast vier englische Meilen folgen, bis es so dunkel wurde, dass es absolut unmöglich war, die Spuren noch zu erkennen. Dann erst gab ich den Befehl, abzusteigen. Kaum graute der Morgen, so wurde wieder aufgebrochen. Jetzt führte die Fährte vom Flusse abwärts in die Savanne hinein, immer nach Süden. Wir trafen hierunter auf Büffelwege, in denen wir uns vorwärts bewegten, und dabei bemerkte ich, so oft ich die Fährte beobachtete, dass wir den Verfolgten immer näher rückten. Schon hegte ich die Hoffnung, sie um die Mittagszeit einzuholen, als mich ein einziger Augenblick enttäuschte. Wir kamen nämlich auf einen Platz, der von zahlreichen Pferden zerstampft war und von hier aus führten wenigstens 40 Hufspuren nach Süden. »Uff«, rief Maram. Weiter sagte er nichts, aber sein Auge leuchtete vor Vergnügen, während seine Züge unbeweglich blieben. Und ich verstand ihn recht gut. Die Eskorte unserer Gefährten war auf eine Comanschen-Truppe gestoßen, unter deren Schutze sie dem Lagerplatze zueilte. »Wie weit ist es noch bis zum Lagerdorfe der Comanschen?«, fragte ich den Indianer. »Die Rakuro haben kein Lager. Sie bauten sich ein Dorf, welches größer ist als die Städte der Bleichgesichter, in dieser Wanne. Wenn mein weißer Bruder schnell reitet, wird er es erreichen, noch ehe die Sonne hinter den Gräsern verschwindet.« Am Mittag wurde eine kurze Rast gemacht und wirklich tauchten gegen Abend mehrere dunkle Linien am Horizont auf, die ich bei Betrachtung durch das Fernrohr als lang gestreckte Zeltreihen erkannte. Die Comanschen hatten jedenfalls der nahen Büffeljagd wegen hier eine so bedeutende Niederlassung errichtet und schienen durch die Ankunft der Gefangenen außerordentlich in Anspruch genommen zu sein, da wir niemand antrafen und uns dem Lager so weit zu nähern vermochten. Ich parierte mein Pferd. »Dort sind die Wegbombs der Comanschen?« fragte ich. »Sie sind es,« antwortete Maram. »Wird dort Tokai-Chun, der große Häuptling, anwesend sein?« »Der Vater Maram ist stets bei seinen Kindern.« »Will mein roter Bruder hinreiten und ihm sagen, dass Olschettaen ihn besuchen wird?« Er blickte doch ein wenig überrascht zu mir empor. »Fürchtet sich Olschettaen nicht vor so vielen Feinden?« »Er tötet den Büffel und den grauen Bären, aber er kann nicht töten den Comanschen, welche zählen wie die Bäume des Waldes.« »Oschettaen will töten die Tiere des Waldes, aber nicht seine roten Brüder.« »Er fürchtet sich nicht vor den Seahawks, den Kioways, den Apatschen und Comanschen, denn er ist aller tapferen Kriegerfreund und gibt seine Kugel nur dem Bösen und dem Verräter.« »Er wird hier warten. Mein Bruder, gehe.« »Aber Maram ist sein Gefangener, wenn er ihn nun verliert?« »Maram ist jetzt nicht mehr mein Gefangener. Er hat den Rauch des Friedens mit mir gegessen. Er ist frei.« »Uff!« Mit diesen Worten gab er seinem Tiere die Fersen zu fühlen und ritt im Galopp davon. Ich stieg mit Bob ab. Wir setzten uns nieder und ließen die Pferde grasen. Der gute Neger machte ein höchst bedenkliches Gesicht. »Masser! Was werden Indian machen mit Neger Bob, wenn Masser nehmen Bob mit zu Indian?« »Das müssen wir abwarten.« »Abwarten sei ein bös-schlimm-schlecht Ding. Werden Bob abwarten, dass Indian braten Bob am Pfahl?« »Es wird vielleicht nicht so schlimm, wie du denkst. Wir müssen zu den Comanschen, wenn wir dann in Masser Bernhard erretten wollen.« »Oh, ah, ja! Neger Bob werden retten gut Masser Bern, werden lassen sich braten und kochen und fressen, wenn nur Indian geben frei Masser Bern.« Er begleitete diesen heroischen Entschluß mit einem Grinsen, welches den Indianern sicher allen Appetit ihn zu verspeisen benommen hätte, und nahm dann ein Stück Dürrfleisch vor, um vor, seine Matertode wenigstens noch in etwas des Lebens Reize zu genießen. »Wir brauchten nicht sehr lange auf den Erfolg unserer Anmeldung zu warten, denn nach einiger Zeit kam ein sehr zahlreicher Reitertrupp auf uns zu, welcher sich auflöste, einen weiten Kreis bildete, in den wir eingeschlossen wurden, und diesen im Galopp und unter heulenden Waffenschwenken plötzlich so verengte, dass es schien, als ob wir niedergeritten werden sollten.« Eine Gruppe von vier Häuptlingen kam wirklich Ventra Ather grad auf uns zu und setzte über uns hinweg. Bob fiel hinten über zur Erde, ich aber blick ruhig sitzen und regte den Kopf kein Haarbreit nach rechts oder links. »Oh, ah, Indian reiten tot, Bob und Masser«, brüllte der Neger, indem er den Kopf erhob, um sich über den neuesten Stand der Dinge vorsichtig zu unterrichten. »Fällt Ihnen nicht ein. Sie wollen nur probieren, ob wir Mut haben oder uns vor Ihnen fürchten.« »Probieren? Oh, Indian mögen nur kommen. Bob haben Mut, sehr ganz viel Großmut.« Er setzte sich mit seiner fürchterlichsten Miene wieder aufrecht, und zwar grad zur rechten Zeit, denn die Häuptlinge waren abgestiegen und kamen auf uns zu. Der Älteste von ihnen nahm das Wort. »Warum erhebt sich der weiße Mann nicht, wenn die Häuptlinge in der Comanschen zu ihm treten?« »Er will Ihnen damit zeigen, dass Sie ihm willkommen sind«, antwortete ich. »Meine roten Brüder mögen an meiner Seite Platz nehmen.« »Die Häuptlinge der Comanschen setzen sich nur an die Seite eines Häuptlings.« »Wo hat der weiße Mann seine Wigbombs und seine Krieger?« Ich nahm den Tomahak in die Rechte. »Ein Häuptling muss stark und tapfer sein. Wenn die roten Männer nicht glauben, dass ich ein Häuptling bin, so mögen sie mit mir kämpfen. Dann werden sie erfahren, ob ich die Wahrheit sage.« »Wie ist der Name des Bleichgesichtes?« »Die roten und weißen Krieger und Jäger nennen mich O'Chatterhand.« »Der weiße Mann wird sich diesen Namen selbst gegeben haben.« »Wenn die Häuptlinge der Comanschen mit mir kämpfen wollen, so dürfen sie den Tomahacken das Messer nehmen. Ich aber nehme nur meine Hand.« »Hauk!« »Der weiße Mann spricht stolze Worte.« »Er wird zeigen dürfen, ob er Mut hat.« »Er steige auf sein Pferd und komme mit den Kriegern der Rakuro.« »Werden diese Krieger das Kalumet mit mir rauchen?« »Sie werden beraten, ob sie es tun dürfen.« »Sie dürfen es, denn ich komme in Frieden zu ihnen.« »Ich stieg auf, und auch Bob krabbelte sich auf sein widerspenstiges Pferd.« »Um ihn schien man sich gar nicht zu bekümmern, der Indianer ist gegen die schwarze Rasse noch stolzer als der weiße.« »Ich aber wurde von den Häuptlingen in die Mitte genommen, und fort ging es in rasendem Galopp auf das Lagerdorf zu, in dasselbe hinein und zwischen den Zeltreihen hinauf, bis wir an ein großes Zelt gelangten, vor welchem sie anhielten und absprangen.« »Ich tat dasselbe.« »Bob war nicht zu sehen. Ich war umgeben von den sämtlichen Kriegern, welche mich geholt hatten.« »Der Häuptling, welcher bereits vorhin das Wort geführt hatte, griff nach meiner Büchse.« »Das Bleichgesicht möge uns seine Waffen geben.« »Ich behalte meine Waffen, denn ich bin freiwillig zu euch gekommen und nicht euer Gefangener.« »Der weiße Mann würde uns aber dennoch seine Waffen geben, bis die roten Männer wissen, was er bei ihnen will.« »Fürchten sich die roten Männer vor ihm?« »Wer verlangt, dass ich meine Waffen vor mir geben soll, hat Angst vor mir.« Er fühlte sich bei seiner Kriegerära angegriffen und warf den anderen dreien einen fragenden Blick zu. In ihrem Auge mußte er eine beruhigende Antwort gelesen haben, denn er meinte, »Die Krieger der Comanschen wissen nicht, was Angst und Furcht ist. Der weiße Mann mag seine Waffen behalten.« »Welchen Namen führt mein roter Bruder?« »O Chatterhin spricht mit Thokkai Tchum, vor dem die Feinde zittern.« »Ich bitte meinen Bruder Thokkai Tchum, mir eine Hütte zu geben, in welcher ich warten kann, bis die Häuptlinge der Comanschen mit mir reden werden.« »Deine Worte sind gut. Das Bleichgesicht soll ein Zelt bekommen, bis die Krieger der Rakore sich beraten haben, ob sie mit ihm das Kalomet rauchen werden.« Er winkte mit der Hand und schritt voran. »Ich nahm meinen Mustang beim Zügel und folgte ihm.« »Die Indianer bildeten eine Gasse, welche wir durchschritten, und dabei bemerkte ich manches alte und junge Frauengesicht, das heimlich aus dem oder jenem Zelte lugte, um den Weißen anzusehen, der es gewagt hatte, die Höhle der Löwen zu betreten.« »Glücklicherweise war dieser Comanschenstamm nicht derjenige, mit welchem Winnetou damals bei der Mapimi gekämpft hatte.« »Diese Zelte oder Hütten waren ganz in der Weise aufgeführt, wie ich sie bereits auch bei den nördlichen Indianern gefunden hatte.« »Die Arbeit ihrer Errichtung wird nur von den Frauen besorgt, wie denn der Indianer keine Beschäftigung als Krieg, Jagd und Fischfang kennt und alles Übrige den Schultern des Geschlechtes aufbürdet, welches bei uns gewöhnlich das Schwächere genannt wird.« »Die Frauen holen die Häute, welche die Zelt- oder Hüttenwände bilden sollen, herbei. Breiten sie in der Sonne aus und zeichnen mit einem Stücke Kohl die Form darauf, welche nötig ist. Dann schneiden sie diese Formen zu und nähen mit feinen Riemen die Felle zusammen.« »Nun werden auch die Stangen herbeigeholt, und man schafft alles an dem Platz, welcher für die Wohnung ausgewählt wurde.« »Hier wird mit Hilfe der primitivsten Werkzeuge ein Kreis etwa zwei Fuß tief ausgeworfen, innerhalb dessen man mehr oder weniger Pfähle, je nach der beabsichtigten Größe der Wohnung aufstellt.« »Die Pfähle oder Stangen müssen zumindest so lang sein wie der Durchmesser der ausgeworfenen Grube. Sie werden oben zusammengeneigt und mit jungen Weiden oder Haseln verbunden.« »Diese Arbeit ist aber nicht leicht, da die Frauen und Mädchen an den Stangen emporklettern müssen und sich während des Bindens nur mit den Füßen festhalten können.« »Ist das Gerüst auf diese Weise festgestellt, so beginnt der schwierigste Teil des Baus, nämlich die Bekleidung des Zeltgerippes mit den schweren Häuten.« »Die Stangen dieses Gerippes sind in der Mitte ihrer Länge durch andere Stangen geschützt, welche oben eine Gabel haben und durch Riemen mit ihnen verbunden sind.« »Es entsteht demnach innerhalb des ersten Kreises ein zweiter, durch welchen der ganze Raum in zwei Abteilungen geschieden wird. Beide Stangenkreise werden nun dachziegelähnlich mit Häuten belegt, und zwar so, dass oben ein Loch übrig bleibt, um dem Rauche des in der Mitte des Zeltes brennenden Feuers einen Ausweg zu lassen. Die zwei kreisrundenden Abteilungen können nun vermittels Treuten oder durch Flechtwerk in beliebige Unterabteilungen zerlegt werden, je nachdem der Besitzer es für nötig hält. Das Zelt, nach welchem ich geführt wurde, war nur klein und augenblicklich unbewohnt. Ich band mein Pferd außen an, öffnete die Türvorhänge, welche aus zweihalben Fällen bestanden, und trat ein, ohne mich weiter um den Häuptling zu bekümmern, welcher mir auch gar nicht folgte. Noch befand ich mich nicht zwei Minuten lang im Innern des Raumes, als der Eingang geöffnet wurde und eine uralte Indianerin eintrat, um ein dickes Gebund Reißholz von ihrem Rücken auf den Boden zu werfen. Sie verschwand wieder und kam nach einiger Zeit mit einem großen, aber halb zerbrochenen, irrenden Topf zurück, in welchem sich Wasser und noch etwas anderes zu befinden schien. Jetzt schürte sie ein Feuer an und setzte den Topf mitten in die Glut hinein. Ich hatte mich auf dem Boden ausgestreckt und sah ihr, ohne ein Wort zu sprechen, zu. Ich wusste, dass ich nach indianischen Begriffen meiner Ehre außerordentlich viel vergeben würde, wenn es mir einfallen sollte, ein Gespräch mit ihr anzufangen. Auch konnte ich mir sehr leicht denken, dass ich mich hier sozusagen auf einer Beobachtungsstation befand und das, ungesehen von mir, wohl verschiedene Augen durch irgendwelche Löcher oder Lücken auf mir ruten. Das Wasser im Topfe begann zu kochen und nun sagte mir der Geruch, dass ich Rindfleisch zu essen bekommen solle. Wirklich setzte mir die Alte nach Verlauf von vielleicht einer Stunde den glühend heißen Topf gerade zwischen die ausgestreckten Beine hin, und überließ es mir, sich hierauf entfernen, ganz nach meinem Gusto zu speisen. Ich tat es und will gestehen, dass ich dem großen Stücke Büffellände, welches ich vorfand, ganz gehörig zusprach, und schließlich auch die Fleischbrühe nicht verschmähte, obgleich die Reinlichkeit des Gefäßes alles zu wünschen übrig ließ, und das Mahl ganz ohne Salz zubereitet war, von dem der Indianer überhaupt nichts wissen mag. Gerecht betrachtet musste ich mir sagen, dass man mir eine ganz außerordentlich noble Behandlung angedeihen ließ, und noch heute würde ich hundert gegen eins wetten, dass mein Kochtopf der einzige war, den es im Lager gab. Nach beendigter Mahlzeit streckte ich mich wieder aus, legte mir meine Decke unter den Kopf und gab mich gewissene Betrachtungen hin, die sehr geeignet waren, mich wach zu erhalten. Dabei merkte ich, dass auch mein Pferd gefüttert wurde und dass zwei Wachposten unablässig und leise um meine Hütte patrouillierten. Später brannte das Feuer nieder und ich schlief ein. Ich stand, oder richtiger, ich lag jedenfalls am Vorabend wichtiger Ereignisse, aber eine schlaflos durchbrachte Nacht konnte mir nichts nützen. Daher wurde ich erst am Morgen durch ein prasselndes Geräusch erweckt, und als ich die Augen aufschlug, sah ich die Alte wieder, welche ein neues Feuer angefacht und den bekannten Topf abermals in die Flamme gesetzt hatte. Sie verrichtete ihre Obliegenheiten, ohne mir einen besonderen Blick zuzuwerfen, und ich hatte auch gar keine Veranlassung, mich über diese Achtlosigkeit gekränkt zu fühlen. Ich verzehrte mein Fleisch mit demselben Appetit wie am vorigen Abend und beschloss dann, ein wenig vor die Hütte zu treten. Kaum aber hatte ich den Kopf durch die Tür gesteckt, so fuhr einer der beiden Wächter mit seiner Lanze auf mich zu, als ob er mich von oben bis unten durchspießen wollte. Das durfte ich mir nun allerdings nicht gefallen lassen, wenn ich mir nicht meinen Kredit ein für allemal untergraben wollte. Ich faßte also die Lanze unweit ihrer Spitzen mit beiden Händen an, stieß sie von mir und zog sie dann so plötzlich und so kräftig wieder an mich zurück, das der rote Krieger nicht festzuhalten vermochte. Er ließ los und stürzte gerade zu meinen Füßen nieder. Uff, brüllte er, sich emporraffend nach seinem Messergreifen. Uff, machte auch ich, indem ich mein Messer zog und dabei mit der linken die eroberte Lanze in die Hütte warf. Das Bleichgesicht mag mir meinen Speer geben. Die Rothaub mag sich ihren Speer holen. Das schien ihm, wie ich aus seiner Miene entnehmen konnte, denn doch nicht ganz ratsam zu sein, aber er bekam Hilfe, denn der andere Posten kam um das Zelt herum auf mich zu. »Der weiße Mann, geh hinein!«, befahl er mir Barsch. Auch er hielt mir die Spitze seiner Lanze so dicht vor das Gesicht, dass ich der Versuchung nicht widerstehen konnte, das so wohl gelungene Experiment zu wiederholen. Im nächsten Augenblick lag er genau da, wo der andere gelegen hatte, und seine Lanze flog in das Zelt wie die vorige. Das schien den beiden zu viel. Sie stießen einen Ruf aus, infolgedessen das ganze Lager in Alarm geriet. Gerade meiner Hütte gegenüber lag eine bedeutend größere, vor deren Tür drei Schilde angelehnt waren. Auf den Ruf der Wächter wurden die Vorhänge zurückgeschlagen und ein dunkler Mädchenkopf erschien, um nach der Ursache des Lärmes auszuschauen. Zwei schwarze, feurige Augen ruten auf mir, und dann verschwand das Köpfchen wieder. Zwei Sekunden später aber traten die vier Häuptlinge hervor und auf uns zu. Auf einen gebieterischen Wink Tokai-Chun zwischend die Wächter zurück. »Was tut das Bleichgesicht hier vor der Hütte?« »Ich höre wohl nicht recht. Mein roter Bruder will wohl fragen, was die zwei roten Krieger hier vor meiner Hütte tun. Sie merken auf, dass dem Bleichgesicht nichts Übles geschehe, und darum soll der weiße Mann in seiner Hütte bleiben. Hat Tokai-Chun so schlimme Männer unter seinen Kriegern, oder gilt sein Befehl so wenig, dass er seinen Gast mit Wächtern schützen muss? Old Shatterhand braucht keinen Wächter, denn seine Faust wird jeden zerschmettern, der Böses sind und Lügen denkt. Meine roten Brüder können ruhig wieder in ihr Wigwam treten. Ich werde mir ihr Dorf ansehen und dann kommen, um mit ihnen zu reden. Ich trat in die Hütte zurück, um meine Schießgewehre, die ich natürlich nicht zurücklassen durfte, mit mir zu nehmen. Als ich aber wieder ins Freie wollte, starrte mir wohl ein Dutzend Lanzend entgegen. Also gefangen. Sollte ich mich wehren oder nicht? Ich ging zur hinteren Seite des Zeltes, holte mit dem Tomahawk aus und schlug durch das harte Leder ein Loch, durch welches ich das Zelt verlassen konnte. Als ich jetzt hinten erschien, während sie vorne Wache hielten, begam ich zunächst, außerordentlich verdürzte Gesichter zu sehen und dann erhob sich ein Geschrei, als ob sich hundert Bären von ihren Ketten losgerissen hätten. Die Häuptlinge waren wieder in ihr Zelt zurückgekehrt. Jetzt kamen sie abermals hervor und zwar mit einer Eile, die sich sehr wenig mit ihrer gewöhnlichen Würde vereinbaren ließ. Sie drängten sich durch die Krieger hindurch und es schien, als ob sie mich fassen wollten. Ende von Abschnitt Elf mich mit den Waffen zur Wehr setzen, das ging nicht, denn ich wäre verloren gewesen und die Gefährten mit mir. Ich riß also mein Fernrohr aus der Tasche, zog es in zwei Teilen auseinander und hielt ihnen dieselben mit Drohnen der Miene entgegen. Halt! Sonst sind alle Söhne der Comanschen verloren. Sie prallten wirklich zurück. Sie kannten wohl diese Art von Instrument noch gar nicht, hatten sie aber wirklich schon eines gesehen, so konnten sie ja gar nicht wissen, was für unheilvolle Wirkungen außerdem mit seinem Gebrauche verbunden waren. Was will der weiße Mann tun? fragte To Kai-Chun. Warum bleibt er nicht in seinem Wigwam? Old Shatterhand ist ein großer Medizinmann unter den Bleichgesichtern, antwortete ich. Er wird den roten Männern zeigen, dass er alle Seelen der Comanschen töten kann. Ich steckte das Fernrohr wieder zu mir und nahm den Hinrichstutzen vor. Die roten Männer mögen sehen den Pfahl dort vor dem Zelte. Ich deutete auf eine Stange, welche vor einem der entfernteren Zelte stand. Dann erhob ich das Gewehr und schoss. Der Pfahl war oben an seiner Spitze durchlöchert und ein Gemurmel des Beifalls ließ sich hören. Der Wilde erkennt Mut und Geschicklichkeit selbst bei seinen ärgsten Feinden an. Beim zweiten Schusse drang die Kugel einen halben Zoll unter der ersten ein. Beim nächsten Schusse schlug die dritte in gleicher Entfernung unter der zweiten ein. Aber Beifall ließ sich nicht hören, denn die Innsmen wussten nur von Doppelgewehren und hatten keine Ahnung von der Beschaffenheit eines Henrystutzens. Beim vierten Schusse stand die ganze Menge regungslos. Beim sechsten und siebenten wurde das Erstaunen noch größer. Dann ging dieses Erstaunen in eine Bestürzung über, die sich in den Gesichtern aller malte. So versandte ich zwanzig Kugeln, eine jede einen halben Zoll unter der vorherigen. Dann aber hörte ich auf. Ich hing das Gewehr mit ruhiger Miene über die Schulter und sagte gelassen. Sehen nun die roten Männer, dass Otschettahead ein großer Medizinmann ist? Wer ihm ein Leid tun will, der muss sterben. Hauk! Jetzt tritt ich durch die Menge hindurch, ohne dass nur einer den Versuch gewagt hätte, mich anzuhalten. Zu beiden Seiten der Zeltgasse standen die Frauen und Mädchen vor den Türen und staunten mich an wie ein höheres Wesen. Ich konnte sehr zufrieden sein mit dem Eindruck, den meine kleine Spiegelfechterei hervorgebracht hatte. Vor einem der nächsten Zelte stand eine Wache. Drinnen befand sich jedenfalls ein Gefangener. Wer konnte es sein? Ich ging noch mit mir zu Rate, ob ich den Posten fragen solle oder nicht, als sich aus der Tülicke eine wohlbekannte Stimme vernahm. Massa! Oh, oh, lassen heraus, Nigga Bob! Indian haben fangen Bob und werden schlachten und fressen Bob! Ich trat hinzu, öffnete die Türen, ließ ihn heraus. Die Wache war so eingeschüchtert, dass sie keinen Widerstand leistete und auch unter den Wilden, welche mir folgten, erhob sich kein Einspruch. Bist du gleich hier hereingesteckt worden, als wir in das Dorf kamen? fragte ich den Schwarzen. Ja, Massa! Indian nehmen Bob von Pferd und führen ihn in Hütte, dort stecken bis jetzt. So hast du keine Ahnung, wo dein Massa Bernhard sein mag. Von Massa Bern nichts sehen, nichts hören, Bob. Komm und halte dich eng hinter mir. Wir waren nur um einige Zelte weitergegangen, so kamen uns schon die vier Häuptlinge mit einer zahlreichen Begleitung entgegen. Die vorsichtigen Leute waren uns hinter den Zelten vorausgeeilt, um mich in meinem Spaziergang zu unterbrechen. Ich legte die Hand an den Kolben meines Stutzens, doch Tokai Chun gab mir schon von Weitem durch einen Wink zu verstehen, dass er in keiner feindseligen Absicht komme. Ich blieb stehen und erwartete ihn. Wohin will mein weißer Bruder gehen? Er komme mit zum Platze der Beratung, wo die Häuptlinge der Comanschen mit ihm sprechen werden. Vorher war ich der weiße Mann oder das Bleichgesicht. Jetzt nannte er mich seinen weißen Bruder. Ich musste mich also doch bei diesen Leuten einigermaßen in Respekt gesetzt haben. Werden meine roten Brüder das Kalumett mit mir rauchen? Sie werden mit ihm reden und wenn seine Worte gut sind, wird er sein wie ein Sohn der Comanschen. So mögen meine Brüder gehen und Shatterhand wird ihnen folgen. Es ging wieder rückwärts an meinem Zelte vorüber. Etwas weiter oben? Ja, wirklich. Da sah ich Sams alte Tony angehängt stehen und daneben Winnetous und Bernhards Pferd. Die drei Gefangenen selbst aber befanden sich nicht in der Nähe, sonst hätte ich ihre Wache bemerken müssen. Endlich kamen wir an eine Stelle, an welcher sich die Zeltreihe erweiterte und einen beinahe kreisförmigen Platz bildete, der von mehreren Reihen von Indianern eingefaßt war. Dies war sicherlich der Ort der Beratung. Die Häuptlinge schritten auf die Mitte desselben zu und ließen sich nieder. Eine Anzahl Wilder, gewiß aus irgendeinem Grunde bevorzugte, näherte sich und setzte sich den Häuptlingen gegenüber in einem Halbkreis zur Erde. Ich machte wenig Federlesens, setzte mich auch und gab sogar Bob einen Wink hinter mir, Platz zu nehmen. Dies schienen die Häuptlinge sehr missfällig zu bemerken. Warum setzt sich der weiße Mann, da doch Gericht über ihn gehalten werden soll? fragte Tokai Chun. Ich machte eine Bewegung der Geringschätzung. Warum setzen sich die roten Männer, da doch Old Shatterhand über sie Gericht halten wird? Trotz der Regungslosigkeit ihrer Minen bemerkte ich doch, dass diese Art der Antwort sie überraschte. Der weiße Mann hat eine scherzhafte Zunge, doch er mag sitzen bleiben. Aber warum befreit er den schwarzen Mann und bringt ihn mit in die Versammlung? Weiß er nicht, dass der Nigger nie sitzen darf, wenn der rote Mann dabei ist? Der schwarze Mann ist mein Diener. Wenn ich es ihm gebiete, so setzt er sich und wenn viele tausend Häuptlinge dabei stehen. Ich bin bereit, man beginne die Beratung. Ich wusste sehr genau, dass nur in dieser unverfrorenen Weise ein Heil für mich zu finden sei. Je schroffer ich auftrat, natürlich ohne sie direkt zu beleidigen, desto mehr imponierte ich ihnen. Ein passiver Gehorsam wäre mein sicheres Verderben gewesen. Tokai Chun brannte das Kalumet an und gab es herum. Mir wurde es nicht gereicht. Als diese einleitende Zeremonie beendet war, erhob er sich und begann seine Rede. Gegen Fremde sind die Indianer außerordentlich schweigsam. Wo es aber gilt, da entwickeln sie eine Redseligkeit, die derjenigen einer deutschen Versammlung keineswegs nachsteht. Es gibt unter ihnen Häuptlinge, die wegen ihrer Rednertalente weithin berühmt sind und mit ganz derselben rhetorischen Geschicklichkeit zu Werke gehen, wie die großen Redner der zivilisierten Völker alter und neuer Zeit. Ihre blumenreiche Sprache erinnert sehr an die Ausdrucksweise der orientalischen Völkerschaften. Der Häuptling begann mit der gewöhnlichen Einleitung, wenn es gilt, gegen einen Weißen zu sprechen, nämlich mit einer Anklage gegen die ganze Rasse der Bleichgesichter. Der weiße Mann möge hören, denn Tokai Chun, der Häuptling der Comanschen, wird sprechen. Es sind nun viele Sonnen her, da wohnten die roten Männer ganz allein auf der Erde, zwischen den beiden großen Wassern. Sie bauten Städte, sie pflanzten Bäume, sie jagten den Bison. Ihnen gehörte der Sonnenschein und der Regen, ihnen gehörten die Flüsse und Seen, ihnen gehörte der Wald, das Gebirge und alle Savannen des weiten Landes. Sie hatten ihre Frauen und Töchter, ihre Brüder und Söhne und waren glücklich. Da kamen die Bleichgesichten, deren Farbe ist wie der Schnee, deren Herz aber ist wie der Ruß des Rauches. Es waren ihre nur wenige und die roten Männer nahmen sie auf in ihre Wigwams. Doch sie brachten mit die Feuerwaffen und das Feuerwasser, sie brachten mit andere Götter und andere Priester, sie brachten mit den Verrat, viele Krankheiten und den Tod. Es kamen immer mehr von ihnen über das große Wasser, ihre Zungen waren falsch und ihre Messer spitz. Die roten Männer glaubten ihnen und wurden betrogen. Sie mussten das Land hergeben, wo die Gräber ihrer Väter lagen, sie wurden aus ihren Wigwams und ihren Jagdgebieten verdrängt und wenn sie sich wehrten, so tötete man sie. Um sie zu besiegen, säten die Bleichgesichter Zwietracht unter die Stämme der roten Männer, die nun getötet werden und sterben müssen, wie Koyoten in der Wüste. Fluch ihnen, so viel Sterne am Himmel sind und Blätter auf den Bäumen des Waldes. Ein lauter Beifallruf belohnte diese Interjektion des Häuptlings, der so laut sprach, dass er rundum deutlich gehört werden konnte. Er fuhr fort. Eines von diesen Bleichgesichtern ist in die Wigwams der Comanschen gekommen. Dieser Weiße hat die Farbe der Lügner und die Sprache der Verräter. Die roten Krieger werden aber seine Worte hören und mit Gerechtigkeit über ihn richten. Er mag sprechen. Er setzte sich wieder nieder und nun erhoben sich die anderen drei Häuptlinge, einer nach dem anderen. Jeder hielt eine Rede in demselben Sinne und schloss daran, die Forderung an mich zu sprechen. Ich hatte während dieser Vorträge mein kleines Skizzenbuch hervorgezogen und bemühte mich, die vor mir sitzenden Häuptlinge mit dem Hintergrunde der Krieger und der Zelte zu skizzieren. Als die Rede unter Beifall verendet war, winkte Tokai-Chun mit der Hand zu mir herüber. Was tut der Weiße Mann, während die Häuptlinge der Comanschen sprechen? Ich riss das Blatt aus dem Buche, erhob mich und gab es ihm. Der große Häuptling der Rakuro mag selbst sehen, was ich tue. Uff! rief er beinahe überlaut, als er einen Blick auf das Blatt warf. Uff, uff, uff! klang es noch dreimal, als die drei anderen Häuptlinge das Blatt ergriffen und Tokai-Chun fügte hinzu. Das ist eine große Medizin! Der Weiße Mann zaubert die Seelen der Comanschen auf dieses weiße Fell. Hier sitzt Tokai-Chun, hier sind seine drei Brüder und dort stehen ihre Krieger und Zelte. Was will das Bleichgesicht damit tun? Das soll der rote Mann gleich sehen. Ich nahm ihm das Blatt aus der Hand und ließ auch die hinter mir sitzenden Krieger einen Blatt auf dasselbe werfen, die ebenso erstaunt waren wie die Häuptlinge selbst. Dann knitterte ich es zusammen, rollte es zwischen den Händen zu einer Kugel und steckte diese in den Lauf meiner Büchse. Tokai-Chun, du selbst hast gesagt, dass ich eure Seelen auf dieses Papier gezaubert habe. Jetzt stecken diese Seelen in den Laufe meines Gewehres. Soll ich sie hinausschießen in die Luft, dass sie von den Winden zerrissen werden und niemals in die ewigen Jagdgründe gelangen? Der Eindruck dieses Streiches war drastischer, als ich erwartet hatte. Alle vier Häuptlinge sprangen empor und rings umher enthörte ein einziger Schrei des Entsetzens. Ich beeilte mich, sie zu beruhigen. Die roten Männer mögen sich setzen und das Kalomet mit mir rauchen. Wenn sie meine Brüder sind, werde ich ihnen ihre Seele zurückgeben. Sie nahmen sehr schnell wieder Platz und Tod Kai-Chun griff zur Pfeife. Es kam mir ein lustiger Einfall, durch den ich diese Leute vielleicht noch willfähriger machen konnte. Einer der drei Häuptlinge hatte nämlich auf seinem Büffel ledernen Jagdrocke als besondere zierte zwei Taler große Messingknöpfe. Ich trat nahe zu ihm heran. Mein roter Bruder leihe mir einmal diesen Schmuck, er wird ihn gleich wiederbekommen. Ehe er sich weigern konnte, hatte ich ihm beide Knöpfe abgedreht und trat um einige Schritte zurück, ohne mich um seine Bestürzung zu bekümmern. Meine roten Brüder sehen hier diese Knöpfe zwischen meinen Fingern, einen in jeder Hand. Sie mögen genau aufmerken. Ich tat, als schleuderte ich die Knöpfe in die Luft und hielt ihnen dann die leeren Hände entgegen. Meine Brüder mögen herschauen. Wo sind die Knöpfe? Fort, rief ihr Besitzer mit aufsteigendem Zorne. Ja, sie sind fort, weit hinauf gegen die Sonne. Mein roter Bruder mag sie herunterschießen. Das kann kein roter und kein weißer Mann, auch kein Zauberer. So werde ich es tun. Meine roten Brüder mögen aufmerken, wenn die Knöpfe herabkommen. Ich nahm nicht meine Böchse, weil in derselben die Skizze stak, sondern das alte, geladene Doppelgewehr, welches neben Tokajt schon lag, richtete den Lauf desselben Kerzengerade empor und drückte ab. Einige Sekunden später schlug etwas hart neben uns in den Boden. Der Besitzer des kostbaren Knopfes fuhr hinzu und grub ihn mit der Hilfe seines Messers aus der Erde. Uff, er ist's! Während alle den wunderbaren Gegenstand betrachteten, legte ich den zweiten Knopf auf die Mündung des zweiten Laufes und richtete das Gewehr empor. Der Schuss krachte und jedermann blickte in die Höhe. Da stieß Bob einen lauten Schrei aus, sprang vom Boden auf und rieb sich auf einem Beine umherspringend die Achsel. Oh, ah, Masa mich treffen, Nigga Bock auf Achsel schießen! Der Knopf war ihm wirklich auf die Schulter gefallen und lag neben ihm am Boden. Der Häuptling hob ihn auf und steckte die beiden wiedererlangten Wertobjekte mit einer Miene zu sich, in welcher der feste Entschluss lag, sie nicht wieder in die Sonne werfen zu lassen. Dieses kleine Taschenspielerstückchen machte, so leicht es ist, einen außerordentlichen Eindruck. Ich hatte zwei Knöpfe in die Sonne geworfen und sie wieder heruntergeschossen. Sie waren wirklich oben gewesen, sonst hätte der eine nicht zu tiefen die Erde geschlagen und der andere dem Schwarzen, der vor Schmerzen die fürchterlichsten Gesichter schnitt, eine so respektable Bräule verursacht. Die Häuptlinge saßen still am Boden, sichtlich nicht wissend, wie sie sich jetzt zu benehmen hätten und ihre Umgebung wartete mit Spannung der Dinge, die nun kommen würden. Ich versuchte, die Spannung in einer allerdings etwas gewagten Weise zu lösen. Neben Tokai-Chun lag noch die Pfeife nebst dem Opossumbeutel, in dem sich der nach indianischer Sitte mit Hanfblättern vermischte Tabak befand. Ich ergriff das Kalumett, stopfte es, nahm meine stolzeste Haltung an und begann. Meine roten Brüder glauben an einen großen Geist und sie haben recht, denn die Manitou ist auch mein Manitou. Er ist der Herr des Himmels und der Erde, der Vater aller Völker und will, dass alle Menschen in Frieden und Eintracht beieinander wohnen. Die roten Männer sind wie das Gras zwischen diesen Zelten, die Bleichgesichter aber haben eine Zahl wie die Halme aller Prärien und Savannen. Sie sind herübergekommen über das große Wasser und haben vertrieben die roten Männer von ihren Jagdgünden das ist nicht gut von ihnen. Aber warum hegen da die roten Männer Feindschaft gegen alle Bleichgesichter? Wissen die roten Männer nicht, dass sehr viele Nationen der Bleichgesichter auf Erden wohnen und dass es nur drei von ihren Stämmen sind, welche die roten Krieger vertrieben haben? Wollen die Krieger der Comanschen ungerecht sein und den Unschuldigen mit dem Schuldigen hassen? Old Shatterhand gehört zu dem mächtigen und weisen Stamme der Gamani. Hat dieser Stamm den roten Männern jemals ein Leid getan? Die großen Häuptlinge der Gamani zürnen den Häuptlingen der drei bösen Stämme, also sind die Krieger der Gamani Freunde und Brüder der roten Männer. Meine roten Brüder mögen anblicken Old Shatterhand, der vor ihnen steht. Sehen sie in seinem Gürtel den Skalp eines roten Mannes? Finden sie an seiner Lanze, seinen Leggings und Moccasins die Haare eines ihrer Brüder? Wer kann sagen, dass er seine Hand tauche in das Blut der roten Männer? Er hat mit seinen Freunden im Walde gelegen, als die Krieger der Rakuro mit seinen beiden Feinden das Kalumet rauchten und keinem ein Haar gekrümmt. Er hat Maram, den Sohn des großen Häuptlings Tokai-Shung, gefangen genommen, aber er hat ihn nicht getötet, sondern ihm seine Waffen gegeben und ihn in das Wegbarm seines Vaters geführt. Hat er nicht sechs Krieger der Rakuro töten können und ihnen nichts getan, sondern nur den einen gebunden, damit ihn seine Brüder finden und losbinden können? Konnte er nicht folgen den Kriegern, welche in die Berge gezogen sind, viele von ihnen töten und das Grabmal des toten Häuptlings entweihen? Hat er nicht mit seiner Büchse geschossen auf die beiden Bleichgesichter, welche die Wache der Komanschen töteten und dann mit dem Golde entflohen? Hat er nicht die Seelen der Komanschen in seinem Rohre und will sie denn noch nicht verderben? Kann er nicht alle Medizinen der Rakuro in die Sonne werfen, ohne dass er sie wieder herunterschießt und dennoch begehrt er, der Bruder der Komanschen zu sein und das Kalumet mit ihnen zu rauchen? Die Häuptlinge der Komanschen sind tapfer, weise und gerecht. Wer das nicht glaubt, den wird Otschatter her töten, mit dem Rohre aus welchem tausend Kugeln kommen und darum würde er jetzt mit ihnen den Rauch des Friedens essen. Ich steckte den Tabak in Brand, tat zwei Züge nach dem Himmel und der Erde, vier nach den Weltgegenden und gab dann Tokaj schon die Pfeife. Es gelang mir wirklich, ihn zu überrumpeln, er nahm das Kalumet, tat seine sechs Züge und gab es dann weiter. Der letzte Häuptling gab es mir zurück und jetzt erst setzte ich mich und zwar mitten unter sie hinein. »Wird mein weißer Bruder uns nun unsere Seelen wiedergeben?« fragte einer der Häuptlinge besorgt. Ich musste sehr vorsichtig antworten. »Bin ich nun unter den roten Männern wie ein Sohn der Komanschen?« »Rot Shatterhand ist unser Bruder, er ist frei. Er wird eine Hütte erhalten und kann tun, was er will.« »Welche Hütte werde ich bekommen?« »Rot Shatterhand ist ein großer Krieger, er wird das Zelt erhalten, welches er sich wählt.« »So mögen meine roten Brüder mit ihm kommen, damit er wählen kann.« Sie erhoben sich, um mir zu folgen. Ich schritt die Zeltreihe noch weiter aufwärts, bis ich eine Hütte bemerkte, vor welcher vier Männer Wache hielten. Ich legte die Hände an den Mund und stieß das Geheul des Kojoten aus und sofort wurde mir aus dem Innern des Zeltes die erwartete Antwort. Ich tat einen Sprung bis an die Tür und rief, »Hier ist die Wohnung von Old Shatterhand!« Die Häuptlinge sahen einander höchst verblüfft an, denn diesen so leicht denkbaren Fall hatten sie gar nicht vorgesehen. »Dieses Zelt kann mein weißer Bruder nicht bekommen.« »Warum?« »Es gehört den Feinden der Comanschen.« »Wer sind diese Feinde?« »Zwei Bleichgesichter und ein roter Mann.« »Wie sind die Namen dieser Männer?« »Der rote Mann ist Winnetou, der Häuptling der Apatschen, und einer der Weißen ist Zanzir, der Indianertöter.« »Wussten Sie noch gar nicht, dass ich der Gefährte der Gefangenen gewesen war?« »Ich hatte allerdings zu Maram kein Wort darüber gesprochen, aber es mußte doch durch Patrick zur Sprache gekommen sein.« »Old Shatterhand will diese Männer sehen.« Mit diesem Worte trat ich ein, sie folgten augenblicklich. Die Gefangenen lagen, an Händen und Füßen gebunden, an der Erde und waren außerdem noch an die Zeltstangen gefesselt. Sie hatten jedenfalls bereits meine Stimme erkannt, aber keiner von ihnen sprach ein Wort, keiner verriet durch eine Miene die frohe Empfindung, welche meine Anwesenheit hervorrufen mußte. »Was hatten diese Männer getan?«, fragte ich. »Sie haben getötet, die Krieger der Comanschen.« »Hat mein roter Bruder dies gesehen?« »Die Krieger der Rakuro wissen es.« »Die Krieger der Rakuro werden es beweisen müssen.« »Dieses Zelt ist mein, und diese drei Männer sind meine Gäste.« »Ich zog das Messer, um die Bande der Gefangenen zu lösen.« »Da ergriff der Häuptling meinen Arm.« »Diese Männer müssen sterben.« »Mein weißer Bruder wird sie nicht zu seinen Gästen machen.« »Wer kann mir das verbieten?« »Die vier Häuptlinge der Rakuro.« »Sie mögen es wagen.« »Ich stellte mich zwischen sie und die Gefangenen.« »Außer ihnen war nur Bob eingetreten.« »Bob, schneide die Stricke in zwei.« »Zuerst bei Winnetou.« »Der Neger hatte sich bereits zu seinem Herrn geschlichen.« »Doch folgte er meinen Befehle, da auch er den Gedanken haben mochte, daß Winnetou uns mehr nützen könne als Bernhard.« »Der schwarze Mann mag sein Messer einstecken«, gebot derselbe Häuptling, aber bereits war Winnetou frei von seinen Fesseln. »Uff«, rief der Häuptling, als er seinen Befehl missachtet sah und wollte sich auf Bob werfen, der bereits über Sam kniete, um ihn zu befreien. Ich trat ihm entgegen. Er zuckte das Messer auf mich und traf mich, da ich mich schnell zur Seite wandte, in den Oberarm. Er hatte nicht Zeit, das Messer aus der Wunde zu ziehen. Ein Faustschlag von mir streckte ihn zu Boden. Ein zweiter traf mit derselben Wucht seinen Nebenmann, dann faßte ich den dritten bei der Kehle, während Winnetou trotz seiner geschwollenen Handgelenke seine Finger bereits um den Hals Tokai Junz gelegt hatte. Nur das einzige Uff war erschollen. Draußen standen die Wächter, denn noch waren wir in zwei kurzen Minuten Herren der Hütte und die Häuptlinge lagen gebunden und geknebelt am Boden. »Heavens, war das Hilfe in der Not«, meinte Sam, indem er sich die vor Schmerz und der Stockung des Blutes beinahe bewegungslosen Glieder rieb. »Charlie, wie hast du das nur zum Beispiel fertiggebracht?« »Später erkläre ich euch das. Jetzt aber bewaffnet euch vor allen Dingen. Diese vier Männer tragen genug Waffen bei sich.« Auch ich öffnete, um allen Eventualitäten begegnen zu können, den an meinem Gürtel hängenden Munitionsbeutel und lud meinen Stutzen wieder. Während dieser kurzen Arbeit gab ich ihnen meine Verhaltungsmaßregeln, welche darauf hinausliefen, die vier Häuptlinge augenblicklich zu töten, wenn man einen Angriff auf uns unternehmen sollte. Dann trat ich aus der Hütte. Die Wachen hatten sich aus Respekt vor den Häuptlingen etwas von derselben zurückgezogen und weiterhin stand eine bedeutende Anzahl von Comanschen, welche uns gefolgt waren, neugierig auf den Verlauf des gegenwärtigen Abenteuers. Ich ging zunächst zu den Wachen. »Meine Brüder haben vernommen, dass Old Shatterhand ein Häuptling der Comanschen geworden ist?« Das Senken ihrer Augen bedeutete eine bejahende Antwort. »Die roten Krieger werden die Hütte gut bewachen und keinen hineinlassen, bis die Häuptlinge anders befehlen.« Nun trat ich zu den anderen. »Meine Brüder mögen gehen und alle Krieger nach dem Ort der Beratung rufen.« Sie zerstreuten sich und ich schritt allein der angegebenen Stelle zu. »Wer mit den Gebräuchen der Wilden nicht vertraut ist, wird in meinem Verhalten eine fürchterliche Waghalsigkeit suchen, doch mit Unrecht. Der Indianer ist keineswegs der Wilde, für den er ausgegeben wird. Er hat seine unumstößlichen Gesetze und Gebräuche. Wer sich dieselben nutzbar zu machen versteht, läuft wenig Gefahr. Übrigens handelte es sich hier ja gleich von vornherein um Leben oder Tod, und mehr als das Leben konnte ich also durch kein Wagnis auf das Spiel setzen. Es gelang mir unterwegs, die Spuren des unbedeutenden Stiches zu verwischen. Dann setzte ich mich da nieder, wo ich vorhin gesessen hatte. In zehn Minuten war der ganze Platz von Kriegern angefüllt. In der Mitte blieb ein freier Raum, in welchem sich jene Bevorzugten niedergelassen hatten, die bereits vorhin gegenwärtig gewesen waren. An anderen Orten geht eine Versammlung nie ohne Lärm ab. Hier aber unter diesen sogenannten Wilden wurde kein einziges Wort gesprochen. Jeder kam ernst und still, suchte sich seinen Platz und stand dann bewegungslos wie einer Statur, um das Kommende zu erwarten. Ich winkte die vorhin erwähnten Ausgezeichneten zu mir heran. Sie nahmen vor mir in einem Halbkreise Platz und ich begann. Old Shatterhand ist Häuptling der Comanschen geworden. Meine Brüder haben es gehört? Wir wissen es, antwortete einer für sie alle. Er sollte sich eine Hütte auslesen und wählte das Zelt der Gefangenen. War es nun sein Eigentum? Es gehörte ihm. Und dennoch wurde es ihm verweigert. Sind die Häuptlinge der Comanschen Lügner? Die Gefangenen begehrten den Schutz von Old Shatterhand. Und durfte er ihn in denselben verweigern? Nein. Er nahm sie in seinen Schutz und sagte, sie seien seine Gäste. Durfte er das tun? Er hatte das Recht und die Pflicht dazu. Aber er darf sie dem Gerichte nicht entziehen. Er darf nur sie beschützen und mit ihnen sterben. Und er darf ihre Fesseln lösen, wenn er sich für sie verbirgt? Das darf er. So hat er nur getan, wozu er das Recht hatte. Dennoch wollte ihn einer der Häuptlinge töten. Das Messer traf nur seinen Arm. Was darf ein Comanschen tun, wenn ein anderer Mann ihn in seinem eigenen Zelte töten will? Er darf ihn töten. Und alle, die dem Mörder helfen wollen? Alle. Meine Brüder sind weise und gerecht. Die vier Häuptlinge der Rakuro wollten mich ermorden. Ich tötete sie aber nicht, sondern meine Hand schwetterte sie zu Boden. Sie liegen gebunden in meiner Hütte und werden von meinen Gästen bewacht. Blut um Blut, Gnade um Gnade. Ich verlange die Freiheit meiner Gäste gegen die Freiheit meiner Mörder. Meine Brüder mögen sich beraten und ich werde warten. Aber sie mögen meine Gäste nicht beunruhigen, denn diese werden die Häuptlinge töten, wenn ein anderer als Old Shatterhand in die Hütte tritt. Kein Zug ihres Gesichtes verriet den gewaltigen Eindruck, den diese Rede auf sie machen musste. Ich zog mich so weit von ihnen zurück, dass ich ihre Worte nicht hören konnte. Sie bildeten, wie ich mir gleich beim ersten Zusammentreffen mit ihnen gedacht hatte, sozusagen ein unter den Häuptlingen stehendes Ratskollegium. Auf ihre Winke kamen von jeder Seite des Platzes einige Männer herbei, denen sie den Sachverhalt zur Weiterbeförderung an die Umstehenden mitzuteilen schienen. Diese Maßregel brachte einige Bewegung in der Versammlung hervor, aber ohne dass mir irgendwelche Belästigung daraus erwuchs. Dann wurde lange, sehr lange beraten, bis sich drei von ihnen erhoben und zu mir traten. Einer nahm das Wort. Unser weißer Bruder hält die Häuptlinge der Rakoro gefangen in seiner Hütte? So ist es. Er wird sie den Kriegern der Comanschen ausliefern, damit diese über sie Gericht halten. Meine Brüder vergessen, dass die Krieger nie über ihre Häuptlinge Gericht halten können, außer wenn er im Kampf für Feig ist. Die Häuptlinge der Rakoro wollten uns Schädte hin töten. Sie sind in seinem Wegmann und er allein kann sie bestrafen. Und was wird er mit ihnen tun? Er wird sie töten, wenn er nicht die Freiheit seiner Gäste bekommt. Kennt ihr diese Gäste? Ja. Es ist Zanzir, der Indianertöter. Haben meine Brüder gesehen, dass er einen Comanschen getötet hat? Nein. Und Winnetou, der Pimo, der Hunderte von Comanschen tötete. Hat er einen Rakoro getötet? Nein. Wer ist der Dritte? Ein Mann aus dem Norden, der noch niemals den Sohn einer roten Mutter tötete. Wenn unser Bruder die Häuptlinge tötet, so wird auch er mit seinen Gästen erschlagen. Meine Brüder treiben Scherz. Wer will Old Shatterhand töten? Hat er nicht die Seelen der Comanschen in dem Laufe seines Gewehres? Sie befanden sich in Verlegenheit und besannen sich. Unmöglich konnten sie ihre Häuptlinge preisgeben. Mein Bruder möge warten, bis wir wiederkehren. Sie entfernten sich und die Beratung begann von Neuem. Soweit ich blicken konnte, verriegt kein Angesicht eine Spur von Hass oder Wut gegen mich. Ich wehrte mich mutig und vertraute ihnen. Es war also keine Schande für sie mit mir zu unterhandeln. Nach beinahe einer halben Stunde kehrten die drei Abgesandten wieder zu mir zurück. Old Shatterhand soll haben seine Freiheit und die Freiheit seiner Gäste den vierten Teil einer Sonne lang. Ah, also gerieten sie auf das alte Indianervergnügen, ihre Gefangenen freizulassen, um eine interessante Jagd abhalten zu können und verbanden damit den Vorteil, alle Gefahr von ihren Häuptlingen abzuwenden. Sechs Stunden gaben sie uns Vorsprung, das war wenig, aber wenn wir gerade sechs Stunden vor Abends aufbrachen, so dehnte sich diese Frist zugleich über die ganze Nacht aus, während welcher sie uns doch nicht folgen konnten. Ich wäre unter den gegenwärtigen Verhältnissen ein Tor gewesen, wenn ich nicht zugegriffen hätte, doch musste das allerdings mit der nötigen Zurückhaltung geschehen. Old Shatterhand sagt ja, wenn seine Gäste die Waffen zurückerhalten, die man ihnen abgenommen hat. Sie werden sie bekommen. Auch alles andere, was ihnen gehörte? Ich zielte damit besonders auf die Wertsachen, welche Bernhard bei sich getragen hatte und von denen ich nicht wußte, ob er ihre beraubt worden sei. Alles. Meine weißen Gäste sind gefangen worden, obgleich sie den Rakuro nichts Böses getan hatten. Die Häuptlinge aber sollen freigelassen werden, trotzdem sie mich töten wollten. Der Tausch ist nicht gleich. Was verlangt mein Bruder noch? Dieser Stich im Arme soll kosten den Häuptlingen drei Pferde, die ich mir unter ihren Tieren auswähle. Ich gebe ihnen dafür drei von den Unsrigen. Mein Bruder ist klug wie der Fuchs. Er weiß, dass seine Tiere müde sind. Aber er soll haben, was er begehrt. Wann wird er die Häuptlinge gehen lassen aus seinem Wigwam? Wenn er vortreitet von seinen roten Brüdern. Und wird er geben die Seelen aus dem Laufe seiner Büchse? Er wird sie nicht in die Winde schießen. So möge er ziehen, wohin er will. Er ist ein großer Krieger und listiger Schakal. Die Sinne der Häuptlinge der Comanschen sind verdunkelt gewesen, dass sie mit ihm geraucht haben das Kalumett des Friedens. Hauk! Der Handel war gemacht und ich konnte gehen. Die Umstehenden ließen mich unbehelligt durch und langsam, ohne mich zu beeilen, schritt ich meinem Wigwam zu. Ich war natürlich mit der außerordentlichsten Spannung erwartet worden und als ich allein eintrat, war dies ihnen ein Zeichen, dass die Sache nicht sehr schlimm abgelaufen sein könne. Nun, fragte Bernhard, den die Wissbegierde keinen Augenblick warten ließ. Wurden euch eure Diamanten oder Papiere abgenommen? Nein, warum? Weil ihr sie sonst wieder erhalten müsstet. Wir sind auf sechs Stunden frei. Frei, Massa? rief Bob. Oh, ah, frei sein Bob und Massa Bern. Aber bloß sechs Stunden, dann wieder fangen Indian, Massa Bern und Bob. Well, meinte Sam, das ist alles, was wir nur wünschen können. Das war ja eine ganz verteufelte Patsche, in die wir da zum Beispiel hineingeraten sind. Aber wie steht es mit der Toni? Die bekommst du und dazu alles, was dir gehört. Auch Winnetou erhält sein Pferd. Die anderen Tiere aber sind zu angegriffen und obgleich ich meinen braven Mustang nicht gern fortgebe, habe ich mir doch ausbedungen, unter den Pferden der Häuptlinge drei für uns auswählen zu dürfen. Hi Day, Charlie, lachte Sam. Sechs Stunden Vorsprung und fünf gute Pferde, das ist gut genug für solche alte Seekers, wie wir sind. Dass du dir keine Ziegenböcke aussuchen wirst, das will ich ganz gewisslich meinen. Jetzt ging es nicht anders. Ich musste ihnen wenigstens kurz erzählen, was sich seit unserer gewaltsamen Trennung erlebt hatte. Noch war ich damit nicht fertig, so ertönte draußen ein Ruf. Ich trat hinaus und sah die Alte, aus deren Topf ich zweimal gegessen hatte. Das Bleichgesicht mag kommen. Wohin? Zu Maram. Das war eine sonderbare Botschaft. Ich verständigte erst meine Gefährten und folgte ihr dann. Sie führte mich zu der Hütte, welcher meiner gestrigen Wohnung gegenüber lag. Vor derselben hielten zwei Pferde, auf deren einem Maram saß. Mein weißer Bruder möge sich seine Pferde wählen. Also das war es. Ich stieg auf und schnell ging es durch die Straße hinaus in die Prärie, wo wir eine ziemliche Anzahl von Pferden angehoppelt fanden. Der junge Indianer führte mich geradeswegs zu einem Rapphengste und sagte, »Das beste Rost der Rakuro. Maram erhielt es von seinem Vater. Er schenkt es Old Shatterhand für den Skalb, den er ihm gelassen hat. Ich war überrascht über dies reiche und beinahe großmütige Geschenk, denn auf einem solchen Rosse konnte ich nicht eingeholt werden. Natürlich nahm ich es an und suchte für Bernhard und Bob zwei andere aus, mit denen sie zufrieden sein konnten. Nun ging es wieder zurück. Maram hielt vor seinen Zelte. Mein weißer Bruder steige herab und komme herein. Diese Einladung konnte ich nicht ausschlagen. Ich wurde in das Innere des Zeltes geführt und erhielt ein Stück Kamaskuchen zu kosten, den die Comanschen ganz vortrefflich zuzubereiten verstehen. Dann verabschiedete ich mich. Als ich aus der Hütte trat, sah ich das dunkeläugige Mädchen, welches ich bereits am Morgen bemerkt hatte, bei meinen Pferden beschäftigt. Sie packte Proviant auf und errötete, als ich sie dabei überraschte. »Wer ist diese Tochter der Rakuro?« fragte ich Maram. »Es ist Hi-Iya-Di, die Tochter des Häuptlings Tokai-Chun. Sie bittet dich zu nehmen, was sie dir bietet, weil du verschonet hast ihren Bruder Maram.« Ich reichte dem Mädchen die Hand. »Manitu, gebe dir Glück und viele Sonnen, du Blume der Savanne. Dein Auge ist hell und deine Stirn ist rein, möge auch dein Leben so licht und ungetrübt bleiben.« Ich schwang mich auf und brachte meine drei Pferde zu den Freunden. Diese und namentlich Sam gerieten in Entzücken beim Anblick des Rabhengstes. »Charlie«, meinte er, »der ist beinahe so viel wert wie meine alte Toni, nur dass diese einen kürzeren Schwanz und längere Ohren hat.« »Übrigens ist nun alles beisammen, denn diese roten Kerls haben uns alles gebracht, was uns fehlte. Jetzt ist es gerade sechs Uhr vor Abend. Lass uns aufbrechen und dann zum Beispiel sehen, ob sie uns nochmals bekommen werden.« Wir packten auf, was wir mitzunehmen hatten und lösten dann die Fesseln unserer Gefangenen. »Massa, nun fort«, mahnte Bob. »Sehr viel schnell fort, das Nichtkommen nach Indian und fangen wieder all ganz Massa, Bern, Sam, Charlie und Winnetou.« Die Häuptlinge rührten sich nicht, solange wir uns noch im Zelte befanden. Wir stiegen auf, fort ging es. Die Zeltstraße war leer, Kaniniana war zu sehen. Jedenfalls aber wurde unser Abzug von allen beobachtet. Nur beim Zelt Tokai Chuns war es mehr, als ob vier Augen durch die Ritze des Vorhanges lugten. Hundert Herzen klopften in der Erwartung, uns einzuholen. Hier aber gab es sicherlich zwei, welche wünschten, dass wir entkommen möchten. Ende von Abschnitt 12 Abschnitt 13 aus Winnetou 3 von Karl May Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Viertes Kapitel In Kalifornien Teil 1 Wir waren über den Rio Colorado gegangen, hatten das Gebiet des Pahutas glücklich hinter uns und dachten, nun bald die östlichen Ausläufer des Nevada-Gebirges zu erreichen, wo wir am Monosee einige Tage Rast halten wollten. Von dem Gebiete der Comanschen bis hierher ist es ein wenig weit. Man hat unendlich scheinende Savannen, himmelhohe Gebirge und dann salzige, weite Wüstenflächen zu überwinden. Und so kräftig Pferd und Reiter auch sein mögen, es machen sich die Folgen solcher Strapazen doch bei Mensch und Tier geltend. Und was trieb uns, diesen weiten Weg zurückzulegen, auf welchem wir Kalifornien vor uns liegen hatten? Erstens wollte Bernhard Marschall dort seinen Bruder suchen. Zweitens nahmen wir an, die beiden morgens seien in das Land des Goldes gegangen, nachdem sie am Rio Pecos ihren Raub auf eine so plötzliche Weise verloren hatten. Zu dieser Vermutung war aller Grund vorhanden. Als wir damals das Zelt auf der Comanschen verließen, ritten wir den Nachmittag und die ganze Nacht hindurch, so daß wir bereits am nächsten Mittag die obere Sierra Guadalupe vor uns sahen. Sams Stute und Winnetous Klepper hielten sich trotz der gewaltigen Anstrengung außerordentlich gut und die anderen Pferde waren ja so frisch, daß wir um sie keine Sorge hatten. Auch die Guadalupe wurde überwunden, ohne daß wir eine Spur von Verfolgung bemerkten und als wir einige Tage später den Rio Grande überschritten hatten, brauchte es uns wegen der Comanschen nicht mehr bange zu sein. Westlich vom Rio Grande schieben die Cordilleren von Sonora zahlreiche Höhenzüge nach Norden vor, welche wir ohne besondere Abenteuer erreichten. Hier aber trat ein wichtiges Ereignis ein. Wir hatten uns nämlich um die Mittagszeit auf der Höhe eines Passes gelagert und Winnetous stand als Ausguck an einem Felsen über uns, von wo aus sein Blick den ganzen Weg vor und hinter uns beherrschen konnte. Uff, rief er da plötzlich in jenem Gutturaltone, der den Indianern eigen ist, legte sich auf den Boden und glitt schnell zu uns herab. Wir griffen natürlich sofort zu unseren Waffen und erhoben uns. Was gibt es? fragte Marschall. Rote Männer. Wie viel? So. Er hielt die fünf Finger der rechten und drei der linken in die Höhe. Acht. Von welchem Stamme? Winnetou konnte es nicht sehen, denn die Männer haben alle Zeichen abgelegt. Sind sie auf dem Kriegspfade? Sie haben keine rote und blaue Erde im Gesicht, aber sie tragen Waffen. Wie weit sind sie noch? Im vierten Teil der Zeit, welche die Bleichgesichter eine Stunde nennen, werden sie hier sein. Meine Brüder mögen sich teilen. Winnetou geht mit sonst ihr vorwärts und Marschall mit dem schwarzen Mann rückwärts, um sich hinter die Felsen zu verstecken. Mein Bruder Charlie wird hierbleiben bei seinem Pferde. Er nahm die anderen vier Pferde bei den Zügeln und führte sie hinter das Gestein, wo sie nicht bemerkt werden konnten. Dann wurde von ihm und den drei Gefährten die angegebene Stellung eingenommen. Ich blieb sitzen, der Richtung, aus welcher die Erwarteten kommen sollten, halb zugewandt. Meine Büchse lag breit. Die Viertelstunde war kaum vergangen, so vernahm ich Pferdegetrappel. Ich tat, als hätte ich es nicht gehört, hielt aber das halbe Auge scharf auf die acht Gestalten gerichtet, welche mich bereits bemerkt hatten und einen Augenblick lang ihre Pferde parierten. Sie wechselten einige Worte und kamen dann auf mich zu. Der Boden war hier so felsig, dass er keine Spuren annahm, sie konnten also nicht sehen, dass ich nicht allein war. Ich stand jetzt ruhig auf und nahm meine Büchse zur Hand. Sie blieben wohl zehn Schritte vor mir halten und der Vorderste fragte, Was tut das Bleichgesicht hier in den Bergen? Der weiße Mann hält Rast von einem weiten Wege. Woher kommt er? Vom Ufer des Rio Grande. Und wo will er hin? Uff, rief da ein anderer, noch ehe ich die letzte Frage beantworten konnte. Die Krieger der Comanschen haben diesen weißen Mann am Wasser des Pekos gesehen. Er war da mit Maram, dem Sohn des Häuptlings und schoss auf die beiden Bleichgesichter, denen meine Brüder nachgejagt sind. Dieser Mann gehörte also zu den fünf Comanschen, welche durch ihren Angriff auf mich das Entkommen der Morgens verschuldet hatten. Ich hatte ihn nicht erkannt, weil er damals die Kriegsmalerei im Gesicht getrug und mir nur ein kurzer Blick auf die Leute ermöglicht gewesen war. Wohin ist das Bleichgesicht mit Maram gegangen? fragte mich nach dieser Erklärung der Anführer. Nach den Wigmoms der Comanschen. Wie kam der weiße Mann mit Maram zusammen? Ich nahm ihn gefangen in dem Tale, in welchem er zurückgeblieben war, als die Krieger der Comanschen Winnetou, Sansir, ein Bleichgesicht und einen Neger überfielen. Bei dieser Antwort griffen die Comanschen zu ihren Messern. Uff, rief der Anführer, er hat Maram gefangen genommen. Wo blieben die anderen roten Männer? Ich tat ihnen kein Leid. Den einen band ich und die vier anderen hatten keine Augen und Ohren, um zu sehen und zu hören, dass ich den Sohn des Häuptlings mit mir nahm. Aber Maram war nicht gebunden, als wir ihn bei dem Bleichgesicht sahen, bemerkte der frühere Sprecher. Ich gab ihn wieder frei, denn er versprach, mir ruhig nach dem Wigwanz der Comanschen zu folgen. Uff, was wollte der Meisemann dort? Den Häuptling der Apachen und Sansir befreien. Ich nahm die vier Häuptlinge der Rakuru gefangen und gab sie nur gegen ihre Gefangenen wieder los. Ich durfte mit ihnen gehen und die Comanschen gaben uns den vierten Teil einer Sonne Zeit zu entkommen. Und die Gefangenen sind entkommen? So ist es. Es machte mir Spaß, sie durch Darstellung dieser Verhältnisse in Harnisch zu bringen. Dann muss das Bleichgesicht sterben. Er ergriff sein Gewehr. Es war das einzige Vorhandene. Die anderen hatten nur Bogen und Pfeile als Schusswaffen. Die roten Männer würden tot sein, noch ehe sie ihre Waffen erhoben haben, denn ich fürchte mich nicht vor acht Innsmen. Aber die Krieger der Comanschen werden mir nichts tun, wenn ich ihnen sage, dass sie Sansir, Winnetou und die beiden übrigen heute wieder fangen können. Uff, wow, hier, ich deutete nach rechts und nach links. Dort steht Winnetou mit Sansir, dem Indianertöter, und hier der Weiße mit dem schwarzen Manne. Hüben und drüben waren die genannten einige Schritte vorgetreten und hielten ihre Büchsen im Anschlage. Zugleicher Zeit war ich um einige Schritte zurückgesprungen und richtete die meinige auf den Anführer. Die roten Männer sind unsere Gefangenen, sie mögen von ihren Pferden steigen, gebot ich ihnen. Sie waren drei Männer mehr als wir, unsere fünf Büchsen aber waren ihnen überlegen. Zur Flucht gab es weder vor noch rückwärts eine Gelegenheit und so wunderte ich mich nicht, als der Anführer die Hand von seinem Schießeisen nahm und fragte. Sieht mein weißer Bruder nicht, dass sich die roten Männer nicht auf dem Kriegspfade befinden? Und dennoch wollten sie mich töten. Aber der weiße Mann will nicht das Blut seiner roten Brüder, sie mögen absteigen und mit uns das Kalumett des Friedens rauchen. Sie zögerten dieser Aufforderung, hinter welcher eine Kriegslist stecken konnte, zu folgen. Wie heißt mein weißer Bruder? fragte der Rote. Man nennt mich Old Shatterhand. Uff, dann dürfen wir seinen Worten glauben. Meine Brüder mögen von ihren Pferden steigen. Er nahm die Pfeife vom Sattel und setzte sich neben mir nieder. Seine Gefährten folgten ihm. Meine Kameraden kamen auch herbei und nahmen Platz. Die Pfeife wurde gestopft und herumgereicht. Bernhard beging den Fehler, sie auch Winnetou anzubieten. Dieser wehrte ab. Der Häuptling der Apachen sitzt bei den Comanschen, weil sein Bruder Frieden mit ihnen wünscht. Aber er raucht nicht das Kalumett aus ihren Händen. Sie mögen sprechen mit meinen weißen Freunden, aber wenn sie gesprochen haben, so dürfen sie nicht wieder begegnen Winnetou, sonst versammelt er sie zu den toten Schirkalen der Wüste. Bernhard hätte das voraussehen können. Die Comanschen taten, als hätten sie diese Worte gar nicht gehört. Ich wandte mich an ihren Anführer. Die roten Männer sind nachgejagt den beiden weißen Verrätern? Mein Bruder hat es bereits gehört. Und haben sie nicht erreicht? Nein, die Verräter kamen auf das Gebiet der Feinde der Comanschen, wo diese umkehren mussten. Wie konnten sie entkommen, da sie doch keine Pferde hatten? Sie stahlen sich die Tiere der Comanschen. Ah, haben die Comanschen keine Augen, den Dieb zu sehen und keine Ohren, seine Schritte zu hören? Sie waren versammelt um das Grabmal ihres Häuptlings und als sie zu den Pferden zurückkehrten, war die Wache getötet und die zwei besten Tiere fehlten. Dies war wirklich der einzige Weg für die Morgens gewesen, sich zu retten, aber es hatte eine nicht geringe Verwegenheit dazu gehört, sich, die Verfolger im Rücken, in das Gebirge der Comanschen zu wagen, um ihnen ihre Pferde zu rauben. Die beiden Räuber waren wirklich kühne Männer, die als Gegner nicht unterschätzt werden durften. In unsere Hände mussten sie aber doch kommen und wenn wir ihnen rund um die Erde folgen sollten, darum war mir das Zusammentreffen mit diesen Comanschen willkommener als jede andere Begegnung. Sie hielten nur kurze Rast und erst beim Aufbrechen fragte ich sie, Wo haben meine roten Brüder die Spur der weißen Männer zuletzt gesehen? Zwei Sonnen von hier. Will mein Bruder ihnen folgen? Ja, wenn wir sie treffen, so sind sie verloren. Uff! Der weiße Mann spricht aus dem Herzen der Comanschen. Er reite immer nach Sonnenuntergang, bis er nach einer Sonne ein großes Tal erreicht, welches von Mittag nach Mitternacht geht. Er folge diesen nach Mitternacht, wo er die Stelle ihres Feuers finden wird. Dann reite er über die Höhe bis an das Wasser, welches nach Westen fließt, und folge ihm. Er wird finden zweimal die Asche von ihrem Feuer. Hier mussten die Krieger der Comanschen umkehren, weil dort das Jagdgebiet der Narvajus beginnt. Wie nah waren meine Brüder, als sie umkehren mussten, den Verfolgten? Nicht ganz eine halbe Sonne. Die roten Krieger wären ihnen doch gefolgt, aber sie erblickten in den Tälern die Wegbombs der Feinde, bei denen sie den Tod gefunden hätten. Die Krieger der Comanschen können Tokai-Chun und den drei Häuptlingen sagen, dass Winnetou, Sansir und Otschetta-Hend die beiden Verräter ereilen werden. Maram mag sehr oft an Otschetta-Hend denken, denn dieser denkt auch an ihn. Wird Winnetou, der Apache, die Krieger der Comanschen verfolgen? Nein, er ist ihr Feind, aber sie haben das Kalomett des Friedens mit seinen Brüdern geraucht. Er wird sie ziehen lassen. Sie stiegen auf und ritten fort. Wir taten dasselbe. Sie trugen nach Osten die Gründe, dass sie uns getroffen hatten, und wir nahmen mit nach Westen die Gewissheit, dass wir die morgens fangen würden. Wir fanden alles genau nach ihrer Beschreibung. Da die Apachen mit den Navajos in Freundschaft lebten, so konnten wir mit Minnetou bei ihnen einkehren. Hier erfuhren wir, dass die Gesuchten sich da nur einige Stunden aufgehalten und nach den nächsten Pfaden zum Colorado gefragt hatten. Auch den Monosee hatten sie erwähnt und obgleich wir etliche Tageslängen hinter ihnen waren, hatten wir ihre Spuren bisher doch so deutlich gefunden, dass wir überzeugt waren, sie endlich doch noch zu treffen. Also jetzt hielten wir auf die Sierra Nevada zu und ritten auf einer weiten Ebene mit zahlreichen Büffelspuren. Wir wünschten sehr, eines dieser Tiere zu treffen. Wir hatten sehr lange Zeit nur Dürfleisch genossen und wenn unser Vorrat auch noch auf einige Tage reichte, so wäre uns die frische Lände oder Kräule eines Rindes doch höchst willkommen gewesen. Aus diesem Grunde schweifte ich mit Bernhard, der noch bei keiner Büffeljagd gewesen war, von unserer Richtung nach rechts ab, wo allerlei Strauchwerk auf Wasser und infolgedessen auf die Anwesenheit von Rindern schließen ließ. Es war jetzt die heiße Mittagsstunde, in welcher das Rind sich gerne im Wasser kühlt oder in der Nähe desselben wiederkreuht. Wirklich sollte auch meine Hoffnung in der Füllung gehen, denn am Horizonte tauchte eine Gruppe von vier Tieren auf, gegen welche wir uns sofort in Bewegung setzten. Leider hatten wir den Wind mit uns, so dass wir sehr bald bemerkt wurden. Dadurch sahen wir uns gezwungen, unsere Pferde so weit wie möglich ausgreifen zu lassen. Hier bewertete sich mein Rappengst auf das Glänzendste. Er flog mit einer Leichtigkeit dahin, als ob ich ein ausgetrockneter Jockey von 0,10 spezifischem Gewicht sei und ließ das Pferd Bernhards weit hinter sich zurück. Diese wertvolle Seite des Pferdes bewog mich, es auch auf eine andere Eigenschaft zu prüfen, auf welche im Westen ein außerordentlicher Wert gelegt wird. Ich beschloss nämlich, nicht die Büchse, sondern den Lasso zu gebrauchen. Der meinige hatte kein Öhr, sondern einen Ring, durch welchen die Schlinge es viel sicherer und besser läuft, als durch die bei den Indianern gebräuchliche Lederöse. Unweit eines Weidengestrüppes erreichte ich die Tiere. Es war ein sehr starker Bulle mit drei Kühen, von denen ich mir diejenige auswählte, deren glattes Aussehen auf ein zarteres Fleisch schließen ließ. Ich schnitt sie von den anderen Tieren ab, hielt mich ihr nahe zur Seite und warf die Schlinge. Mein Pferd bewährte sich glänzend. Sobald der Lasso durch die Luft sauste, warf der Hengst sich ganz von selbst herum und stemmte die Beine mit weit nach vorn gebeugtem Körper auf die Erde. Die Schlinge zog sich um den Hals der Kuh zusammen. Ein gewaltiger Ruck riss mein Pferd beinahe auf die Hinterschenkel nieder, aber es hielt sich fest und strengte den am Sattelknöpfe befestigten Riemen so straff wie möglich an. Die Kuh war niedergerissen worden. Ich sprang vom Pferde, zog das Messer und fing sie mit einem kräftigen Stoß in das Genick ab. Der Hengst war mir mit den Augen gefolgt und ließ den Lasso jetzt locker. Ich trat zu den braven Tiere und streichelte liebkosend seinen Nacken, wofür es dankbar seinen Kopf an meiner Achse rieb. Jetzt nahm ich die Schlinge vom Halse der Kuh und wollte mich eben an das Aufbrechen derselben machen, als Bernhard herbeikam. Zu spät, klagte er. Soll ich weiter? Nein, wir haben genug und ihr könnt hier mithelfen. Er stieg ab und ich warf das Rind auf die andere Seite. Dabei bemerkte ich, dass demselben ein Zeichen eingebrannt war. Ah, es gehört zur Herde einer Estanz hier, einer Hacienda oder eines Rancho. Dürften wir die Kuh denn töten? Ja, die Rinde haben in diesen Gegenden nur den Wert, den ihrer Haut besitzt. Jeder Reisende, so ist es gebräuchlich, darf eines derselben zu seinem Bedarf für töten, muss aber die Haut an den Besitzer abliefern. Dann müssen wir diesen aufsuchen? Wieder nein. Sollte ja ein Meierhof hier in der Nähe liegen, so brauchten wir nur zu melden, wo das Fell zu finden ist. Bei dem großen alljährlichen Schlachten kann es gar nicht umgangen werden, dass der eine Herdenbesitzer eines oder auch mehrere Tiere eines anderen mittötet. Diesem anderen geht es ebenso und man wechselt dann die Fälle gegenseitig aus. Die Kuh lag höchstens fünf Schritte von dem erwähnten Gebüsch. Ich hatte meine Auseinandersetzung kaum beendet, so hörte ich ein scharf sausendes Geräusch und Bernhard stieß einen Schrei aus. Von meiner Arbeit aufblickend gewahrte ich noch, dass er mit einem Lasso quer durch den schmalen Gebüschstreifen geschleift wurde. Ich raffte die neben mir liegende Büchse auf, sprang durch die Sträucher vor und gewahrte einen Reiter in mexikanischer Tracht, welcher mit Marschall am Riemen davon galoppierte. Hier gab es kein Zaudern, sonst wurde Bernhard zu Tode geschleift. Ich erhob die Büchse, zielte nach dem Pferde des Reiters und drückte ab. Es tat noch einige Schritte und brach dann zusammen. Ich eilte hinzu. Der Reiter war abgeworfen worden, er erhob sich und als er mich erblickte, ließ er alles im Stiche und ergriff die Flucht. Ich durfte ihm nicht folgen, sondern musste zunächst nach Bernhard sehen. Die Schlinge hatte ihm die Arme so fest an den Leib gezogen, dass er sich nicht zu rühren vermochte. Ich löste sie und er zeigte sich glücklicherweise so wenig beschädigt, dass er sich sofort mit heiler Haut zu erheben vermochte. Alle Wetter, war das eine Rutschpartie, Charlie? Was wollte dieser Kerl? Weiß es nicht. Warum habt ihr die Kugel nicht ihm statt dem Pferde gegeben? Erstens ist er ein Mensch und das Pferd ein Tier und zweitens hätte euch sein Tod gar nicht viel genützt, denn der Lasso ist, wie ihr seht, an den Sattel befestigt und das Pferd hätte euch also auch noch ohne weiter weiter geschleift. Konnte diesen Gedanken auch haben, meinte er, seine Glieder untersuchend, ob sie noch in gutem Zustande seien. Kommt zurück zur Kuh, wir wollen machen, dass wir mit ihr fertig werden, denn hier scheint es nicht recht geheuer zu sein. Ich denke, wir sind hier ähnlichen Gefahren gar nicht mehr ausgesetzt, da das Gebiet der Inzmen hinter uns liegt. Da irrt ihr euch sehr, wir befinden uns bereits auf jenem gefährlichen Terrain, wo statt der Indianos Bravos, wie der Spanier die Wilden nennt, die mexikanischen Straßenräuber und Yankee-Gauner ihr Unwesen treiben. Ihr werdet bald von ihnen zu sehen und zu hören bekommen. Wir nahmen nur die besten Stücke von dem Rinde, packten sie hinter uns auf den Sattel und suchten den unseren nachzukommen. Dieses wurde uns nicht schwer, da sie inzwischen Halt gemacht hatten. Als Bob unseren Fleisch vorab bemerkte, rief er schon von Weitem, Oh, ah, da kommen Masser mit Beefsteak. Neger Bob gleich holen Holz, das machen Feuer und braten Schinken von Büffel. Wir ließen ihn gewähren und besprachen, während er emsig als Koch beschäftigt war, unser Abenteuer. Als der Braten die richtige Bräune zeigte, war es zum Verwundern, welche gewaltige Stücke davon hinter den dicken Lippen des Negers verschwanden. Er war so in seiner Beschäftigung vertieft, dass er gar nicht auf den Ruf Sams merkte. Behold, kommen da drüben Reiter oder sind es nur Pferde? Ich sah durch das Fernrohr. Reiter, drei, fünf, acht, ja, acht. Ob sie uns sehen werden? Natürlich, sie müssen den Rauch längst bemerkt haben. Welche Sorte von Menschen ist es, Mexikaner nach den breiten Hüten und hohen Sätteln zu schließen? Dann wollen wir zum Beispiel die Waffen zwischen die Finger nehmen, denn dieser Besuch könnte mit eurem Lasso-Reiter in Verbindung stehen. Die Truppe kam immer näher, bis sie in einiger Entfernung von uns halten blieb. Es waren lauter Mexikaner, eine Herr und sieben Knechte, wie es schien, und ich erkannte in einem der Knechte den Mann, dessen Pferd ich erschossen hatte. Sie berieten sich augenscheinlich, schwenkten dann nach zwei Seiten ab und bildeten dann einen Kreis, in welchem wir eingeschlossen waren. Scheinen mit uns reden zu wollen, diese Männer? Hihihihi, kicherte Sam, der Kleine, in jenem Tone, der stets ein Zeichen war, dass er sich belustigt fühle. Nehme es zum Beispiel ganz allein mit allen auf. Der Kreis wurde enger gezogen, sodass sein Halbmesser höchstens 20 Pferdelängen betrug. Dann ritt der Anführer einige Schritte vor. Er redete uns in dem in jenen Gegenden geläufigen Gemisch von Englisch und Spanisch an. Wer seid ihr? Sam antwortete für uns. Wir sind Mormonen aus der großen Salzseestadt und kommen als Missionare nach Kalifornien. Werdet schlechte Geschäfte machen, sage ich euch. Wer ist der Indianer bei euch? Das ist kein Indianer, sondern ein Eskimo aus Neuholland, den wir für Geld sehen lassen werden, wenn unsere Geschäfte wirklich schlecht gehen sollten. Und der Nigger ist auch kein Nigger, sondern ein Lawyer aus Kanchabtka, der in San Francisco einen Prozess zu verhandeln hat. Der gute Mexikaner war in der Geografie wohl nicht heimischer als seine Landsleute. Er antwortete, saubere Gesellschaft, drei mormonische Missionare und ein fremder Advokat stehlen mir eine Kuh und machen einen Wortversuch auf meinen Vaquero. Ich werde euch lehren, was das zu bedeuten hat. Ihr seid meine Gefangenen und begleitet mich nach meinem Rancho. Sam drehte sich mit pfiffigem Gesichtsausdruck zu mir herum. Wollen wir, Charlie? Vielleicht gibt es in dem Rancho ein wenig mehr zu essen als hier. Können es probieren. Wenn der Mann kein Hacientero mit mehreren hundert Untergebenen, sondern ein kleiner Ranchero ist, kann er uns nichts anhaben. Well, werden uns also den Spaß machen. Er wandte sich wieder zu den Mexikanern. Wollt ihr euch wirklich wegen solcher Kleinigkeiten mit uns belästigen, Senior? Ich bin kein Senior. Ich bin ein Don. Ich bin ein Grande und man nennt mich Don Fernando de Venango y Colonna de Molinares de Gallalpa y Rostredo. Merkt euch das. Heidei, seid ihr ein großer Herr. Wir werden euch also gehorchen müssen, doch hoffe ich, dass ihr gnädig mit uns seid. Wir hatten keine Miene gemacht, uns zu widersetzen. Jetzt erhoben wir uns, löschten das Feuer aus und stiegen zu Pferde. Dabei lachte Bob vergnügt. Oh, ah, schön. Nigga Bob, sein Läuer aus, aus, Bob nicht mehr wissen. In Rencho werden sein viel Gutspeis und Trank und Bob werden wohnen da sehr viel ganz schön. Wir wurden in die Mitte genommen und fort ging es im sausenden Galopp, wie es diese Mexikaner nicht anders gewohnt sind. Dabei hatte ich reichlich Gelegenheit, die Kleidung dieser Leute in Augenschein zu nehmen. Dieselbe ist so romantisch schön, wie man sie wohl kaum in einem anderen Lande findet. Das Haupt ist beschattet von einem niedrigen Hut mit sehr breiter Krempe, dem sogenannten Sombrero, welcher entweder aus schwarzem oder braunem Filz oder aus jenem weichen, feinen Grasgeflechte gefertigt ist, das wir auch in Europa kennen, da Kopfbedeckungen dieser Art unter dem Namen Panama-Hüte auch zu uns herüberkommen. Der Hut eines Seniors, also eines Herren, mag dieser nun Haciendero, Ranchero oder Räuber sein, ist immer an der einen Seite aufgeschlagen und eine Agrafe von Gold oder Messing mit Edelsteinen oder buntem Glas besetzt, hält die Krempe in die Höhe und befestigt zugleich die Schmuckfeder, welche je nachdem Reichtümer des Besitzers in der Höhe des Preises wechselt, aber niemals fehlen darf. Der Mexikaner trägt eine kurze offene Jacke mit weit aufgeschlitzten Ärmeln. An diesen Ärmeln sowohl als auch auf den Nähten des Rückens und auf den beiden Bruststücken ist sie mit möglichst reichen Stickereien versehen, welche von feinen Schnüren aus Wolle, Baumwolle oder Seide, aus unendlen Metallen oder aus Gold und Silber bestehen. Um den Hals wird ein schwarzes Tuch geschlungen und vorne in einem kleinen Knoten vereinigt. Die Zipfel dieses Tuches würden lang genug sein, um bis über den Gürtel herabzureichen. Doch ist es nicht Mode, dieselben in dieser Weise zu tragen, sondern sie werden über die Schultern geschlagen, was dem Träger ein höchst malerisches Aussehen gibt. Das Beinkleid ist von ganz besonderem Stile. Es schließt um den Gürtel fest an, liegt stramm und glatt auf den Hüften und dem übrigen Teil des Oberkörpers, den es bedeckt. Die Hose aber wird von ihrer Beinteilung an nach unten immer weiter. Sie ist unten doppelt so weit als an den dicksten Teilen der Lenden. Überdies ist das Beinkleid an den äußeren Seiten aufgeschlitzt, mit breiten Tressen und Stickereien geschmückt und der Schlitz mit Seidenzeug gefüllt, dessen Farbe so gewählt wird, dass sie sehr lebhaft gegen diejenige der eigentlichen Hose absticht. Auch die aus fein lackiertem Leder gefertigten Stiefel sind stets mit Stickereien geziert. Zu ihnen gehören unbedingt zwei Sporen von ungeheuren Dimensionen. Sie bestehen entweder aus Silber oder aus schönem durchbrochenem Stahl oder aus schlechtem Messing, vielleicht gar aus Horn, mit einer Knochenspitze, die ganz dazu geeignet ist, dem armen Pferde tiefe Wunden in die Seite zu bohren. Die Größe dieser Sporen übertrifft alles, was jemals die gepanzerten Ritter im Mittelalter trugen. Sie sind mit dem Gabelteil reichlich 10 Zoll lang, wovon also mindestens sechs auf die Stange kommen, welche das Rad trägt. Was wir bei uns Rädchen nennen und dann die ungefähre Größe eines Groschens hat, ist bei den Mexikanern ein zwölfstrahliger Stern von 6 Zoll Durchmesser. Der ganze Sporn wiegt zwei Pfund und oft noch beträchtlich darüber. Die Mexikaner sind immer beritten, mit wohldressierten, höchstgelenkigen und jeder Schöpratze gewachsenen Pferden und dabei besitzen sie eine außerordentliche Geschicklichkeit im Gebrauche aller von ihnen geführten Waffen. Sie legen dieselben kaum des Nachts von sich und sind bei der geringsten Veranlassung bereit, sich ihrer zu bedienen. Besondere Fertigkeit entwickeln sie in der Führung einer sehr langen Reiterpistole mit gezogenem Rohre, welche stets so eingerichtet ist, dass man mit einem einzigen Drucker einen Gewehrkorben damit verbinden kann, wodurch die Pistole in eine kurzrohrige Büchse umgewandelt wird. Dieses Gewehr trägt in der Hand eines Mexikaners den sicheren Tod auf eine Entfernung von 150 Schritten hin, denn die Züge sind sehr kurz gewunden. Das Geschoss bekommt folglich eine starke Achsendrehung und kann nicht leicht von der vorgeschriebenen Bahn abweichen. Das Kammergeschütz aber fordert der gedachten Einrichtung wegen nur eine geringe Menge Pulver und stößt und schlägt nicht. Ein solches Gewehr ist in der Hand des Geübten ein wahrer Schatz und die Pferde sind so gut dressiert, dass man auf ihnen sowohl dem Feinde zugewendet als auch ihm abgewendet schießen kann. Während des Reitens wird nämlich niemals seitwärts, sondern stets entweder vor- oder rückwärts geschossen. Steht das Pferd aber ruhig, so kann man das Gewehr nach jeder beliebigen Richtung hin brauchen. Es genügt, dasselbe dem Pferde zu zeigen, um das kluge Tier für zehn Sekunden so unbeweglich zu machen, als ob es aus Stein gemeißelt oder aus Bronze gegossen sei. Eine beinahe noch gefährlichere Waffe als dieses sichertreffende Schießeisen ist der Lasso, jene furchtbare Lederschlinge, mit deren der Geübte den wilden Stier im Laufe, den schwarzen Tiger im Sprunge und den Menschen sowohl bei der Attacke als auch während der Flucht fängt und tötet. Der Lasso, ein wohl 30 Ellen langer und mit einer Schlinge versehender Riemen, wird auf Mensch oder Tier meist während des Galoppierens geworfen und es kommt vielleicht unter 10.000 Malen erst einmal vor, dass der zum Tode bestimmte Feind nicht getroffen wird. Mit dem Lasso üben sich schon die Kinder und endlich scheint es, als ob er mit dem Menschen vollkommen verwachsen wäre. Er gehorcht nicht bloß der Hand, man möchte sagen, er gehorcht dem Gedanken, denn die tödliche Schlinge fliegt dahin, wohin der Mensch sie haben will, gleich viel, ob dieses im Spiel und Scherz, auf der Arena oder im ernsten Vernichtungskampfe sei. Sitzt der Mexikaner zu Pferde, so hängt über dem Sattelknopf noch der Poncho, eine Decke, welche den ganzen Körper verhüllen kann und in der Mitte einen Schlitz hat, durch den man den Kopf steckt, so dass sie eine Hälfte des Poncho über den Rücken und die andere über die Brust herabfällt. Die Kleidung des Reiters und das Sattelzeug des Pferdes sind gleich kostspielig. An Sattel und Zaun befindet sich überall Silber und mitunter auch Gold. Bei reichen Leuten ist das Gebiss des Pferdes immer von schwerem, gediegenem Silber und die Ketten, welche das Zaunzeug verzieren, sind nicht etwa hohl gearbeitet, sondern von massiven Golde. Mitunter kostet ein so verziertes Gebiss nur 50 Escudos, aber sehr häufig ist ein bloßes Gebiss mit dem Zaunzeuge 500 Escudos de Oro wert. Die Pferde tragen all den berühmten oder auch berüchtigten spanischen Sattel von ganz ungewöhnlicher Höhe, so dass man kaum aus demselben fallen kann, wenn man einmal fest sitzt und wenn der Reiter nur einiges Geschick hat, so dürfte es für das Pferd sehr schwer werden, ihn abzuwerfen. Die Lehne schließt sich da, wo die kurzen Rippen beginnen, vollständig an den Rücken. Der Vorderteil geht ebenso hoch hinauf und da er in dem Messing in den Sattelknopfe, welcher gewöhnlich einen Pferdekopf vorstellt, eine sechszöllige Verlängerung hat, so reicht er bis an das Brustbein. Von dem Sattel geht bis nach dem Schwanzriemen hin ein Panzer von Sohlenlede, welcher die Gruppe und die Flanken des Tieres schützt. Die modernen Reiter lassen ihn immer weg, zu einer Reise aber wird er gewöhnlich hervorgeholt, besonders schon deshalb, weil er eine beträchtliche Menge von Taschen und anderen sehr angebrachten Behältern birgt. Dieser Panzer führt den drolligen Namen Carla de Pato. Die Steigbügel, häufig an silbernen Ketten hängend, sind doch gewöhnlich von Holz und waren in alten Zeiten wirkliche, eigentliche Schuhe, welche den Fuß bedeckten und gegen jede Verletzung oder Beschädigung beschützten. Die Holzschuhe hat man abgelegt, dagegen die hölzernen Bügel beibehalten, um aber den Fuß dennoch gegen eine Verletzung zu schützen, trägt der vordere Teil des Bügels lederne Decken, Tapageres, die schön mit Drahtsteckereien verziert sind und den Vorderfuß umschließen. Sehr reiche Leute haben oft Steigbügel von durchbrochenem Eisenblech kostbar gearbeitet, ganz so, wie wir sie in alten Rüstkammern zu sehen bekommen. Da sich der Reiter gegen alles Mögliche schützen will, so hat er auch noch die armaste Pelo an jeder Seite des Sattelknopfes hängen. Das sind derbe Ziegenfälle, mit der Haarseite nach außen, welche bei Regenwetter über die Lenden und die Knie gedeckt werden. Auch wenn man durch dorniges Gestrüpp reitet, gewähren sie einen sehr guten Schutz für die Beine. Nach ungefähr einer halben Stunde tauchte ein Gebäude vor uns auf, in welchem wir den Rancho vermuteten. Wir sprengten in den gehäumigen Hof und stiegen ab. »Señora Aulalia, Señora Alma, kommt, kommt und seht, wen ich bringe«, rief der Ranchero, gegen das Hauptgebäude gewendet mit lauter Stimme. Auf diesen Ruf kamen zwei Wesen mit solcher Hast und Eiler aus der Türe gerannt, dass ich unwillkürlich an Schillers Worte dachte. Da spart das doppelt geöffnete Haus zwei Damen auf einmal aus. »Ja, Damen waren es, eine Señora und eine Senorita, wie wir gehört hatten, aber die Stallmarkt eines Lüneburger Heidebauern hätte gegen sie wie eine Donner ausgesehen. Beide waren barfuß und barhäuptig, ob das seltsame Gewirr, welches sie auf dem Kopf vertrugen, Haare sein sollten, konnte ich nicht unterscheiden. Ein kurzer Rock deckte die oberen Beine, während die unteren einen Schmutzüberzug zeigten, den man sehr leicht für Stolpenstiefel hätte halten können. Den Oberkörper schützte nur ein Hemd, welches vor Jahren vielleicht einmal weiß gewesen war, nun aber aussah, als sei es zum Ausputzen des Kamins benutzt worden. Also sie kamen aus der Tür herausgeschossen und starrten uns mit weit aufgerissenem Munde an. »Wen bringt ihr uns da, Don Fernando de Venango y Colonna?« kreischte die Ältere der beiden Frauen. »Was wird das für Arbeit geben, wenn fünf stockfunde Gäste essen, trinken, spielen, rauchen und schlafen wollen?« »Das kann ich nicht leiden, das kann ich nicht dulden. Lieber laufe ich auf der Stelle fort und lasse euch mit eurem ganzen Gesindel in diesem unseligen Rancho allein. Ich wollte, ich hätte mich niemals von euch bereden lassen, mein schönes San Jose zu verlassen und...« »Aber Mutter, siehst du denn nicht, dass dieser Don unserm guten Don Alano so ähnlich sieht?« meinte die Jüngere, indem sie auf Marschall deutete. »Mag er ihm ähnlich sehen, er ist es nicht«, antwortete die andere, sichtlich erbost über die Unterbrechung ihres ausgezeichneten Redeflusses. »Wer sind diese Männer und wer wird die Arbeit mit ihnen haben?« »Ich, sonst kein anderer Mensch. Und das will etwas sagen, wenn man so schon für eine unendliche Wirtschaft zu sorgen hat, wie die unsrige ist. Ich weiß oftmals gar nicht, ob ich einen Kopf habe oder nicht und wenn ich nur noch gar fünf fremde Gäste zu...« »Aber Signora Olalia, es sind ja gar keine Gäste.« fiel jetzt der Ranchero in die Rede. »Keine Gäste? Was dann, Don Fernando de Venango y Colonna?« »Gefangene, Signora Olalia.« »Gefangene? Weshalb sind Sie gefangen, Don Fernando de Venango y de Molinares?« »Sie haben uns eine Kuh und drei Vaqueros getötet, meine liebe Signora Olalia.« »Es war wirklich interessant, mit welcher Unverfrorenheit er unsere Untaten multiplizierte.« Ende von Abschnitt